Abgrund von Irsa Sigurthadottir Aus dem Isländischen von Tina Flecken Gelesen von Dietmar Wunder Da war ein knirschendes Geräusch, wie von Reifen auf einer Schotterstraße. Dann ein plötzliches Rucken, als der Wagen zum Halten kam und Helki wurde über die Rückbank geschleudert, seine Wange schrammte über das stinkende, raue Polster. Das konnte nicht sein Auto sein. Er öffnete ein Auge und registrierte, dass es dunkel war. Dann schaltete der Fahrer die Deckenleuchte ein und Helki sah die Unordnung auf dem Boden. Zerdrückte Getränkedosen, eine zusammengeknüllte Chips-Tüte, schmutzige Servietten, zwei zerbrochene Zigaretten und eine Hotdog-Verpackung. Taxis waren heutzutage wirklich furchtbar dreckig, oder war das gar kein Taxi? Hatte er eine Mitfahrgelegenheit genommen? War er in der Innenstadt in irgendein Auto gestiegen? Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass er im Suff genau das Gegenteil von dem tat, was er nüchtern tun würde. Helki konnte nicht weiter nachdenken. Er bekam heftige Kopfschmerzen und sein Magen krampfte sich zusammen. Wenn er sich aufgesetzt hätte, wäre ihm die Galle hochgekommen und er hätte auf den Sitz gekotzt. Dem Geruch nach zu urteilen, war das in diesem fremden Auto schon öfter passiert. Womit hatte er sich abgefüllt? Normalerweise rührte er widerliches Gesöff, das solche Folgen hatte, nicht an. Aber es lag am Alkohol, keine Frage. Dieses apathische Gefühl und die Unfähigkeit, die eigene Situation zu begreifen, kannte er nur zu gut. Das war ihm seit Jahren nicht mehr passiert. Als der Schwall kam, schaffte Helki es auf wundersame Weise, den Kopf bis zum Sitzrand vorzuschieben, sodass sein saurer Mageninhalt auf dem Boden landete. Nach dieser Beigabe war der Müllhaufen noch ekelhafter, und Helki schloss die Augen. Vom Vordersitz hörte er jemanden aufstöhnen und laut fluchen. Auch wenn er nicht klar denken konnte, begriff er warum. Niemand wollte sich das Auto vollkotzen lassen. Dann hörte das Fluchen auf, die Fahrradtür öffnete sich mit einem metallischen Quietschen und knallte wieder zu. Erneut knirschte der Schotter, diesmal leiser als vorhin. Als die Tür neben Helkis Kopf aufging, wehte ihm frische, kühle Luft um die Nase. Die Übelkeit ließ nach, und auch die Kopfschmerzen wurden weniger. Ein wundervolles Gefühl. Doch es wehrte nicht lange. Jemand packte ihn fest an der Schulter und schüttelte ihn rüde. Helki wollte rufen, so lasse er nicht mit sich umgehen, bekam aber kein Wort heraus, als wären die Nerven zwischen seinem Sprachzentrum und seiner Zunge gekappt. Seine Gedanken wurden immer wirrer und verstrickten sich zu einem einzigen großen Knoten. Eine barsche Stimme befahl ihm auszusteigen. Bestimmt wollte der Fahrer ihn wegen der Kotzerei loswerden. Zu seiner eigenen Verwunderung gehorchte er. Er wollte eigentlich gar nicht aufstehen, aber seine Gliedmaßen und Muskeln bewegten sich mechanisch, und nach einem kollektiven Kraftakt stand er neben dem Wagen. Er atmete tief ein. Die frische Luft war hier draußen noch besser als durch die geöffnete Autotür. Es war Vollmond bei klarem Himmel und in der frostigen Nacht völlig windstill. Das Leben war schön. Helki legte den Kopf in den Nacken und wollte den Sternenhimmel bewundern, verlor dabei das Gleichgewicht und schwankte. Dieselbe Hand, die ihn geschüttelt hatte, stützte ihn jetzt, wenn er nach vorne oder hinten zu kippen drohte. Helki wusste diese Hilfe zu schätzen, denn der Schotter, den er verwirrt anstarrte, war grob und es würde bestimmt wehtun, hinzufallen. Als er einigermaßen aufrecht stehen konnte, wurde er angestoßen und sollte losgehen. Wieder gehorchte Helkis Körper, obwohl er sich nicht bewegen wollte. Er war überrascht, dass der Mann nicht über das Erbrochene schimpfte. Das Ganze war höchst merkwürdig, aber er konnte sich einfach nicht genug konzentrieren, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ob er sich in einem dieser Träume befand, bei denen man im selben Moment aufwacht, wenn man gerade in einen Abgrund stürzt? Die Welt der Träume war voll davon. Der grobe Schotter unter seinen Füßen wurde von einem Schafpfad abgelöst, der durch scharfkantige, bewachsene Lava führte. Helki starrte auf den Boden, in Gedanken noch immer bei dem grauenerregenden Abgrund. Er konnte sich kaum auf dem schmalen Pfad halten, so wackelig war er auf den Beinen. Der Mann hatte ihn vorgeschickt und folgte ihm dicht auf den Fersen. Jedes Mal, wenn Helki Anstalten machte, auf das Lavafeld hinaus zu tappen oder stehen zu bleiben, um sich auszubalancieren, wurde er wieder angeschubst. Helki wollte diesem Mann sagen, dass er das nicht absichtlich machte, aber er durfte nicht sprechen. Der Weg führte eine Zeit lang bergauf und dann wieder bergab, durch grüne Mulden, von Lavawänden eingerahmt, im Sommer perfekte Picknickplätze, doch jetzt unheimlich und trostlos. Helki hatte das Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein und schaute sich verstohlen um. Er sah, dass das Lavafeld nicht weit von ihnen ans Meer grenzte. Im Dunkel der Nacht war es schwarz und schimmerte nur leicht im Mondschein. Die Küstenlinie weckte eine Erinnerung an seine Kindheit, als er mit seinem Großvater zu einem Strand hinuntergewandert war, der diesem ähnelte. Vielleicht war es sogar derselbe. Sie hatten zwei Eiderenten aufgescheucht und der Großvater war zu der Stelle gegangen, an der die Vögel gesessen hatten und hatte ein Nest entdeckt, zwei große bläuliche Eier auf bräunlichen Daunen. Helki hatte die Daunen vorsichtig berührt und sie fühlten sich eher an wie ein leichter Lufthauch als etwas Greifbares. Dann wies der Großvater ihn auf die Möwen hin, die in einem großen Ring um sie herumkreisten. Sie waren noch zu weit entfernt, um eine Bedrohung darzustellen, kamen aber immer näher. Als der Großvater ihm erklärte, warum die Vögel sich so verhielten, hätte Helki sie am liebsten mit Steinen beworfen. Es war eine schreckliche Patzsituation und er war leider Gottes gerade alt genug, um sie zu verstehen. Wenn sie dort stehen blieben, kämen die Möwen nicht an die Eier, aber die Eiderenten auch nicht. Die Eier würden auskühlen und die Küken sterben. Wenn sie weitergingen, konnten die Eiderenten zurückkehren, aber das Nest wäre zu lange ungeschützt und würde trotzdem von den Möwen geplündert. Am Ende ließ sich Helki von seinem Großvater überreden, weiterzugehen und bewegte sich vorsichtig rückwärts in der Hoffnung, dass die Eiderenten schnell angeflogen kämen, um ihre Eier zu retten. Doch sie waren nirgends zu sehen, bis sie die Stelle aus den Augen verloren hatten. Helki erfuhr nie, was aus den Eiern geworden war. Aber jetzt war Winter und an keiner Küste gab es Nester mit Eiern oder Dornen. Sie waren alle eingesammelt, gereinigt, in Bettdecken gestopft und an reicher Ausländer verkauft worden. Erst als Helki brutal geschubst wurde, merkte er, dass er stehen geblieben war, um übers Meer zu schauen. Er trottete weiter über den sich schlängelnden, bergaufführenden Pfad und er hielt kurz darauf, den Befehl anzuhalten, was er auch tat, wie unterwürfig er auf einmal war. Als er den Kopf hob, erblickte er zwei hohe schwarze Felsen, die aussahen wie eine Kulisse aus Herr der Ringe. Zwischen den beiden Lavakegeln lag ein dickes, stabiles Brett wie eine Brücke. Hatte sein Traum ihn nach Mordor geführt? Bevor sein begrenztes Gehirn eine Antwort finden konnte, wurde er erneut angestoßen, jetzt auf einen der Felsen zu. Er war mit verdorrtem Gras aus dem vergangenen Sommer bewachsen, sodass man hinaufkraxeln konnte, und Helki machte es wie befohlen. Er blieb auch auf Befehl stehen und erklomm einen Felsvorsprung, der ein Stück in die enge Schlucht zwischen den Felsen hineinragte, bevor man den Gipfel erreichte. Dort stand er und betrachtete das schöne Meer, das ruhig vor ihm lag und ganz unschuldig wirkte, die perfekte Illusion. Helki kam auf seinen unsicheren Beinen ins Schwanken und begriff, dass er am Ende runterfallen würde, doch aus irgendeinem Grund machte ihm das keine Angst. Es war ja nicht so furchtbar hoch, und außerdem war das ein Traum. Oder etwa nicht? Die Abgründe in seinen Träumen waren bodenlos. Da konnte man nicht auf eine vertrocknete Wiese mit ein paar Lavazacken hinunterschauen, so wie hier. Helki wurde umgedreht, sodass er seinem Begleiter nun gegenüber stand. Er blickte ihm ins Gesicht, konnte aber nicht viel erkennen, weil der Mann sich einen Schal um die untere Gesichtshälfte gebunden hatte. Nur seine Augen waren zu sehen, die Helki so hasserfüllt anstarrten, dass er schnell den Blick senkte. Er bemerkte ein Werkzeug in der rechten Hand des Mannes, das teilweise schwarz, teils heller war, möglicherweise gelb. Die linke Hand griff nach Helkis Mantel und zog ihn zu sich. Dann knöpfte der Mann den obersten Knopf auf, zog ein weißes, beschriftetes Blatt Papier aus der Tasche und hielt es an Helkis Brust. Helki schaute an sich herunter und versuchte, die paar Zeilen auf dem Blatt zu lesen, aber die Buchstaben standen auf dem Kopf. Der Mond war so hell, dass er sie vielleicht hätte entziffern können, wenn er nicht so benommen gewesen wäre. Doch bei seinen Bemühungen, den Text zu lesen, lichtete sich urplötzlich der Nebel in seinem Kopf. Er erinnerte sich an ein Papier, das er hatte unterschreiben müssen, aber auf dem hatte mehr Text gestanden. Er hatte ihn gut lesen können und wusste noch, dass der Inhalt bedeutungsschwer gewesen war. Aber im positiven oder im negativen Sinne? Der Nebel verdichtete sich wieder und er konnte sich nicht mehr erinnern. Das Werkzeug erschien vor seinen Augen und wurde an das Blatt auf seiner Brust gehalten. Helki runzelte die Stirn und wartete ab, was passieren würde. Er verspürte keine Angst, nur Neugier. Er besaß keine Werkzeuge und, auch wenn er ein paar kannte, war ihm dieses Gerät fremd. Wozu sollte es gut sein? Helki sah, wie sich die Finger um den Schaft zusammenzogen und ein lauter Knall hallte in der stillen Landschaft. Darauf folgte ein stechender Schmerz im Rippenbogen und ihm blieb die Luft weg. Fast wäre er hinten übergekippt und von dem Felsvorsprung gestürzt, doch der Mann hielt ihn fest. Trotz dieser abscheulichen Tat fühlte er sich erleichtert. Der Mann wollte ihm bestimmt nichts Böses, wenn er ihn vor dem Fall rettete, zumindest nichts wirklich Böses. Der Mann stülpte ihm etwas über den Kopf und er sah ein dickes Seil auf seiner schmerzenden Brust liegen, wie eine klobige Halskette. Vermutlich würde sich sein Begleiter nun um die Sicherheitsaspekte bei dieser seltsamen Wanderung kümmern. Wenn er an dem Felsen festgebunden war, würde er nicht stürzen. Doch dann zog sich der Strick um seinen Hals zu. Helki wollte anmerken, dass man ihm das Seil vielleicht besser um die Taille binden sollte, brachte aber wieder kein Wort heraus. Wegen der Schmerzen in der Brust konnte er nicht richtig atmen. Er konnte nichts sagen. Aber das machte nichts. Es war ja ein Traum. So musste es sein. Wenn er fiel, würde er fliegen. Bald würde er aufwachen und dann verschwenden der Schmerz und diese unwirkliche Stimmung, die der Nebel in seinem Kopf verursachte. Während Helki den Anweisungen seines Begleiters lauschte, der irgendwo hinter ihm stand, starrte er aufs Meer, das sich jetzt leicht kräuselte. Jenseits der Bucht sah er ein bekanntes weißes Haus mit rotem Dach. Bessers Tathirch. Das war definitiv ein Traum. Sein träges Hirn dachte an ein Ereignis, das mit genau diesem Strand verbunden war. Er verdringte den Gedanken, um sich nicht wieder übergeben zu müssen, und wandte sich dem Jetzt zu, der wunderschönen Umgebung und seinem fluchenden Begleiter. Helki bekam die Flüche und die Abscheu des Mannes nur halb mit. Die Aussicht war so magisch, dass selbst der Schmerz in seiner Brust nachzulassen schien, wenn er sich auf sie konzentrierte. Er ließ den Blick zum Präsidentensitz schweifen und betrachtete die Bucht. Die hypnotisierenden Wellen auf der schwarzen Wasseroberfläche fesselten ihn total. Ganz hinten am Horizont hing eine schwarze Wolkenbank, die mit dem Himmel darum wetteiferte, wer düsterer war. Helki spürte, dass er ohnmächtig wurde. Was seltsam war, da er sich doch im Tiefschlaf befand. Wieder wurde Helki durch einen Stoß aufgeschreckt, diesmal ins Kreuz, und zwar zum letzten Mal. Er stürzte von dem Felsvorsprung, schwebte für einen Sekundenbruchteil, bis ihn das Seil brutal zurückriss und seinen Fall stoppte. Am Ende hatte er doch nicht fliegen können. Aber das war ja auch kein Traum. Die Leiche schaukelte im Wind, drehte sich gemächlich im Halbkreis und wieder zurück. Hülder schaute weg, als das bläuliche Gesicht das nächste Mal auftauchte, mit schwarzer, heraushängender Zunge. Ein unschöner Anblick. Der Kopf hing dem Mann auf die Brust, als würde er verwundert auf seine Füße schauen, weil er einen Schuh verloren hatte. Der Schuh lag im Auto der Spurensicherung, eingeschweißt in eine Plastiktüte. Zwar rechnete niemand damit, dass er Licht auf diesen traurigen Selbstmord werfen würde, trotzdem befolgte man das übliche Prozedere der Beweissicherung am Tatort. Wobei die Sicherung des Schuhs diesmal fast das Einzige war, was nach Plan verlief. Hülder ließ den Blick über das zerklüftete Gebiet von Kaukareun schweifen. Der Lavastrom war vor tausenden von Jahren geflossen, lange bevor irgendein Mensch Island betreten hatte, als der arktische Fuchs das Land noch uneingeschränkt beherrschte. Vor einigen Jahren hatte Hülder an einer Polizeiübung in der Gegend teilgenommen, bei der sie einen kurzen Einblick in die Geschichte des Lavafels bekommen hatten. Die raue, ungleichmäßige Landschaft war entstanden, als sich ein glühender Lavastrom über ein sumpfiges Gebiet in Küstennähe ergossen hatte. Dabei begann der Sumpf zu kochen, und die halb erkalteten Lavadecken explodierten. Spalten, Krater, spitze Hügel und endlose, durcheinandergewürfelte Lavabrocken und Höcker, so weit das Auge reichte. Selbst der Teppich aus Moos, der im Lauf der Jahrhunderte auf dem Lavafeld gewachsen war, konnte seine Rauheit nicht überdecken. Es war eine trostlose, unruhige Landschaft. »Schon sonderbar, sich hier zu erhängen, oder?« Hülder wandte sich von dem Toten ab und drehte sich zu seinem Kollegen Götzlöger um. »Auch nichts sonderbarer als anderswo.« Götzlöger starrte immer noch auf den Mann in der Schlinge. »Damit ist er sichergegangen, dass ihn kein Angehöriger findet. Ich denke mal, das ist der Grund.« »Hm. Vielleicht.« Hülder war nicht überzeugt. Die Tat hatte einiges an Vorbereitung bedurft. Der Felsen lag ein ganzes Stück von der Straße entfernt, und das Brett, das als Geigen diente, war schwer und unhandlich. Hülder war gelernter Tischler und kannte sich mit sowas aus. Er würde seine letzten Atemzüge jedenfalls anders verbringen, als ein dickes Brett durch die Gegend zu schleppen. Aber er behielt seine Meinung für sich. Der junge Kollege war an diesem Sonntagmorgen auffallend verkatert, hatte rot unter laufender Augen, sah mitgenommen aus und steckte sich andauernd Lakritze in den Mund. Momentan kam er, wenn er überhaupt mal etwas sagte, nur mit Zustimmung klar. Hülder drehte sich wieder zu den beiden Lavakegeln und verfolgte, wie seine Kollegen sich beratschlagten, wie man den Mann am besten runterholen könnte. Das Seil war um das Brett geknotet, und alle Versuche, es durchzuschneiden, würden vermutlich dazu führen, dass der Tote ein paar Meter tief fallen oder an den scharfen Lavafelsen entlangschrammen würde. Natürlich war es trotz allem wünschenswert, ihn möglichst unversehrt zu bergen. Erdler stand unter der Leiche, zeigte nach oben und rief den Kollegen, die raufgeklettert waren, etwas zu. Sie bemühten sich, ihre Anweisungen zu befolgen, aber es war etwas anderes, von unten Befehle zu erteilen, als sie oben an der Felskante auszuführen. Erdler war kurz davor, die Geduld zu verlieren, zu ihnen hochzuklettern und ihnen zu demonstrieren, wie man das machen musste. Falls sie dann unverrichteter Dinge wieder herunterkäme, wäre sie noch schlechter gelaunt. Das Brett knackte und knirschte, als ein Polizist versuchte, auf dem Bauch darüber zu robben. Es war unklar, was er vorhatte. Er würde den Toten ja wohl kaum raufziehen und mit ihm zurück zu dem Felsvorsprung kriechen können. Bei den Geräuschen des Bretts gab er seinen Plan schnell wieder auf. Erdler konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen und stöhnte laut, denn das war ihr Vorschlag gewesen. »Wäre es nicht klüger, sich von der Feuerwehr ein Sprungtuch zu leihen? Dann könnten wir die Leiche einigermaßen unversehrt runterholen.« Hülder lächelte, ehe er sich umschaute. Er kannte Lina Stämme, eine junge Frau von der Universität Akkureri, die ein Berufspraktikum bei ihnen machte. Sie war die erste Hochschulstudentin der Polizeiwissenschaft in der Abteilung. Auch wenn es niemand laut äußerte, hatten die meisten ihr gegenüber Vorurteile, die typische Angst vor dem Neuen. Was sollte aus ihnen werden, wenn plötzlich jeder zweite Polizist mit einem Uniabschluss winkte? Wären sie dazu verdammt, zwischen den Touristenmassen paarweise den Leuger-Würgerch rauf und runter zu marschieren, Ruhestörungen zu verhindern und Geldstrafen für Kinkerlitzchen zu verhängen? Hülder war das sowas von egal. Wenn es für ihn bei der Polizei keinen Job mehr gäbe, könnte er jederzeit wieder Tischlern. Außerdem hatte er einen diebischen Spaß an der Studentin, vor allem daran, wie sie den Leuten mit ihrer pedantischen Art auf die Nerven ging. Sie wies ständig auf Dinge hin, die nicht exakt nach Lehrbuch verliefen, korrigierte Begriffe und leierte Fachwissen aus wissenschaftlichen Artikeln oder Büchern herunter. Wenn das in Erdlers Anwesenheit passierte, schnaubte die Chefin immer entnervt. Hülder konnte sich dann genauso wenig das Grinsen verkneifen, wie wenn Linas Bemerkungen Guthlöge auf die Palme brachten. »Wir haben keine Zeit, bei der Feuerwehr ein Sprungtuch zu holen, Lina. Ist aber eine gute Idee.« Hülder sah, wie Lina bei seinem Lob lächelte. Sie war klein und reichte ihm nur bis zur Brust, hatte rote Haare und elfenbeinweiße Haut. Zwischen ihrem Gesicht und ihren Zähnen gab es kaum einen Farbunterschied, wenn sie so wie jetzt aufblitzten. Doch sie machte sofort wieder ein ernstes Gesicht und konzentrierte sich auf die Geschehnisse oben auf den Felsen. Hülder hatte Erdler in Verdacht, Lina nicht mitgenommen zu haben, um ihr die Polizeiarbeit am Tatort näher zu bringen, sondern damit der jungen Frau bei dem grauenhaften Anblick schlecht würde oder sie sich sogar übergeben müsste. Doch weit gefehlt. Lina hatte sich in die vorderste Reihe gestellt, zu der baumelnden Leiche hinaufgestarrt und sie begutachtet wie einen Kronleuchter in einem Lampengeschäft. Nachdem sie den Kopf wieder gesenkt hatte, musterte sie die Umgebung und kritisierte Erdler dafür, den Tatort nicht abgesperrt zu haben. Erdlers lapidare Entgegnung, dafür hätten sie keine Zeit, brachte Lina nicht zum Schweigen, sodass Hülder sie am Ende beiseite nehmen und ihr erklären musste, es handele sich um eine Ausnahme und es stünde bestimmt auch in ihren Lehrbüchern, dass in bestimmten Situationen wegen Zeitdrucks von der üblichen Routine abgewichen würde. Doch Lina schnitt nur eine Grimasse. Sie fand den Grund für die Hektik total lächerlich. Mit dieser Meinung stand sie allein da. Allen anderen im Team war vollkommen klar, dass Eila angesagt war. Eine Meldung über einen Leichenfund in Besserstarthirch war schließlich nicht an der Tagesordnung. Unter normalen Umständen wären zwei Mann plus einer von der Spusi losgeschickt worden, aber jetzt wimmelte es von Leuten. Bei der ganzen Aufregung war fast jeder verfügbare Polizist zum Tatort beordert worden, ein paar sogar aus ihrem freien Wochenende heraus. Dadurch wollte man den Abtransport der Leiche wohl beschleunigen, aber letztendlich hatte es den gegenteiligen Effekt. Die meisten hatten nichts zu tun und standen den anderen nur im Weg. Erdlers Handy klingelte und Hülder sah, wie sie reinging. Sie schloss die Augen und massierte ihre Stirn, während sie augenscheinlich eine Tirade aus der Chefabteilung über sich ergehen ließ. Die drehten bestimmt total am Rad. Natürlich wollten sie vor den Sicherheitsleuten einer ausländischen Großmacht nicht schlecht dastehen. Hülder grinste bei der Vorstellung, hatte seine Gesichtszüge aber sofort wieder im Griff, als Erdler ihm einen Blick zuwarf, auflegte und das Handy in die Tasche steckte. »Schneidet das Seil durch! Die Zeit ist um!« rief Erdler den Männern auf dem Felsen zu. »Der Autokorso ist unterwegs und kommt in einer halben Stunde nach Besserstathirch. Dann müssen wir weg sein. Wir können es auch nicht ändern, wenn die Leiche Schaden nimmt. Dem Toten dürfte das egal sein.« Hülder sah, wie Lina empört den Mund aufklappte. Vermutlich wurden Staatsbesucher aus dem Ausland in ihren Lehrbüchern über die Beweissicherung am Tatort nicht erwähnt. Er legte ihr die Hand auf die Schulter und flüsterte in ihr zierliches, weißes Ohr. »An deiner Stelle würde ich jetzt nichts sagen. Du änderst sowieso nichts daran.« Lina presste die Lippen aufeinander. Sie war nicht auf den Kopf gefallen, auch wenn sie wenig Erfahrung hatte. Sie hatte Erdlers kurze Ansprache vor der Abfahrt gehört und kannte die Hintergründe. Dennoch blickte sie über die Bucht auf das gegenüberliegende Besserstathirch und sah alles andere als glücklich aus. Hülder war sich ziemlich sicher, dass Gwizni Tehau bei der nächsten Präsidentschaftswahl nicht mit ihrer Stimme rechnen durfte, obwohl er gar nichts dafür konnte. Seine Rolle bestand lediglich darin, zum Auftakt des offiziellen Staatsbesuchs einen Empfang für den chinesischen Außenminister auszurichten. Die Sicherheitsleute des Politikers hatten den Ort im Vorfeld inspiziert und dabei die zwischen den Lavafelsen baumelnde Leiche auf der anderen Seite der Bucht Lampusatjörn entdeckt. Die Bewohner und Angestellten des Präsidentensitzes hatten sie hingegen noch gar nicht bemerkt, zumal seit dem Morgen dichter Nebel über dem Gebiet gehangen hatte. Der Leichenfund hatte im Außenministerium natürlich großen Wirbel ausgelöst, und man hatte alle Hände voll zu tun, die Delegation und die Sicherheitsleute davon abzubringen, das Flugzeug des Ministers zurückzuschicken. Am Ende schaffte man es, die Chinesen davon zu überzeugen, dass es sich nicht um eine Protestaktion der Falun Gong-Sekte handelte, sondern lediglich um ein tragisches Unglück und reinen Zufall. Das Programm wurde fortgesetzt, natürlich unter der Bedingung, dass die Leiche entfernt würde, bevor der Minister eintreffe, da Leichen nicht als sonderlich feierlich gelten, weder in Europa noch in Asien. Doch die Leute aus dem Außenministerium hatten offenbar geglaubt, die Polizei würde schneller agieren, als es realistischerweise möglich war. Als der Fall auf Erdlers Tisch landete, befand sich die Maschine des Außenministers bereits im Landeanflug auf Keplerweg. Die Anweisung lautete, dass die Leiche und das gesamte Einsatzteam von der Halbinsel Eifternes verschwunden sein müssten, sobald der Autokorso dort eintreffe. Unabhängig davon, dass der Leichenfundort von der Straße aus gar nicht einsehbar war. Man konnte ihn von Bessers-Tathirch aus sehen und das reichte. Es durfte auf keinen Fall dazu kommen, dass der Präsident dem chinesischen Außenminister erklären müsste, was auf der anderen Seite der Bucht los war, falls dieser den Aufmarsch zufällig durchs Fenster erspähen würde. Selbst wenn Island nach diesem Fiasko garantiert keinen Pandabären mehr geliehen bekäme, bestand doch noch die Hoffnung, dass der Besuch wenigstens die Handelsbeziehungen ankurbelte. Hulda und Lina beobachteten den Einsatz der Kollegen auf den Felsen aufmerksam. Die Männer bildeten zwei Gruppen und einer versuchte jetzt mit einer Schere an das Seil heranzukommen und es durchzuschneiden. Das stellte sich als nicht durchführbar heraus. Erdler verfolgte die Bemühungen nervös, checkte auf ihrem Handy die verbleibende Zeit und rief dann, sie sollten das Brett einfach samt Seil und Leiche runterschmeißen. Mit gemeinsamer Anstrengung schafften es die Männer, das Brett mit der Leiche an den Enden anzuheben und den ganzen Kladderadatsch fallen zu lassen. Unterdessen stieß Hulda den blassen Gthlöge an und sie holten die Bahre, die neben dem Schafpfad lag, der zu den Felsen führte. Kurz bevor der Tote runterkrachte, kamen sie zurück und gingen dann zu der Leiche, die zusammengekrümmt unter dem schweren Brett lag. Weitere Kollegen kamen hinzu und halfen ihnen das Seil durchzuschneiden und das wuchtige Brett zu entfernen. Gthlöge und ein Kollege drehten den Toten um und ein paar Leute bezogen neben der Leichestellung, um sie auf die Bahre zu wuchten. Hulda trat einen Schritt zur Seite, weil er nicht scharf darauf war, dabei mitzuhelfen. Es hatte ihm schon gereicht, die Todesfratze des Mannes aus der Ferne zu säen. Stopp! Linas Stimme klang so, als wäre sie es gewohnt, dass man ihr gehorchte. Ein Witz angesichts ihres jungen Alters und ihrer geringen Erfahrung. Hulda hatte ihren Lebenslauf überflogen und gesehen, dass sie bisher nur in typischen Sommerjobs gearbeitet hatte. Grünpflege für die Stadtverwaltung in Akureri, an der Kasse im Supermarkt, in einer Fischfabrik und in einem Kino. Schwer zu sagen, in welchem dieser Jobs sie sich den herrischen Ton angewöhnt hatte. Vielleicht, wenn sie den Kinobesuchern vor Beginn der Vorstellung befohlen hatte, die Handys auszuschalten. Du gibst hier keine Befehle! Erdlers Gesicht war rot vor Wut. Sie winkte den Männern, die um die Leiche herumstanden, und wies sie an, den Toten auf die Trage zu heben. Aber was soll der Scheiß? Hast du mich nicht verstanden? Verdammt noch mal! Erdler stresste die ganze Sache ziemlich, und wie es nun mal ihre Art war, äußerte sich das in Fluchen. Hulda sah Lina scharf an, damit sie den Mund hielt, aber sie schaute gar nicht zu ihm und machte unverdrossen weiter. Seht ihr denn nicht auf seiner Brust? Aufgeregt zeigte sie auf die Leiche. Den meisten war klar, dass Erdler noch wütender würde, wenn sie hinschauten, aber die Verlockung war zu groß. Einer nach dem anderen blickte auf die Brust des Toten, wo ein winziges Metallplättchen aus der Kleidung lugte. Mit fragenden Gesichtern traten sie näher heran. Hulda wusste genau, was er da sah. Es war ein Nagelkopf, wahrscheinlich vier Zoll. Darunter sah man einen fetzen Papier, als hätte jemand mit dem Nagel einen Notizzettel an dem Mann befestigt. Erdler schien es auch gesehen zu haben, denn sie stöhnte laut. Das konnte kein Selbstmord sein. Wer würde sich selbst mit einem scharfen Nagel durchlöchern? Und dann auch noch die Brust. Sie befanden sich ganz offensichtlich am Schauplatz eines Mordes und waren wie blutige Amateure damit umgegangen. Bei der ganzen Hektik war noch nicht einmal ein Rechtsmediziner zum Tatort bestellt worden. Zum ersten Mal seit Beginn ihres Praktikums hatte Lina allen Grund, ihrer Empörung Luft zu machen. »Tretet zur Seite!« Erdler klang besonnen, obwohl das sicher nicht der Fall war. »Deckt den Mann mit irgendwas zu, damit man ihn von Besserstathörch nicht sehen kann. Auch nicht mit einem Fernglas. Bedeckt ihn von mir aus mit Gras oder was auch immer, damit er sich in die Landschaft einfügt.« Resigniert rieb sie sich die Augen. »Und dann machen wir, dass wir wegkommen und warten, bis dieser affige Staatsempfang vorbei ist.« Waldtür kam zurück zu ihrem Tisch und roch nach Zigarettenqualm. Er war rausgegangen, um eine zu rauchen, obwohl sie sich gerade erst gesetzt hatten. Freya wunderte das nicht, denn ihr Bruder war erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden und hatte sich noch nicht wieder daran gewöhnt, tun und lassen zu können, was er wollte. Oder jedenfalls fast. Er war in einer Re-Sozialisierungseinrichtung für Haftentlassene untergebracht und musste zwar bestimmte Regeln bezüglich nächtlicher Anwesenheit und Arbeitszeiten befolgen, durfte sich aber ansonsten frei bewegen. Kein Wunder, dass er nicht still sitzen konnte. Waldtür strubbelte seiner Tochter Saga, die in einem Hochstuhl zwischen ihnen saß, durch die Haare. Die Kleine knabberte säenruhig weiter an einem Stück Schinkenspeck, das Waldtür ihr gegeben hatte, weil sie das kleingeschnittene Obst auf ihrem Teller nicht mochte. Vater und Tochter kamen gut miteinander klar, obwohl sie sehr unterschiedlich waren. Er war immer gut drauf, während Saga das ernsteste Kind war, dem Freya je begegnet war. Waldtür war ein hellhäutiger Typ und laberte ununterbrochen. Saga hatte einen dunklen Tarn und einen angeborenen Schmollmund und war sehr still. Waldtür war immer schick angezogen, während Freya Saga kaum in etwas anderes bekam als Gummistiefel, Leggings und T-Shirt. Die Mutter des Mädchens schaffte es hingegen, sie in Kleidchen und süße Schuhe zu stecken. Hin und wieder steckte sie ihrer Tochter sogar ein Klemmerchen ins Haar. Das ging aber nur, wenn Saga Handschuhe anhatte. Sobald sie sich der Handschuh entledigt hatte, flog die Haarklammer in die Ecke. Waldtür blinzelte seiner Tochter zu und sie blinzelte mit beiden Augen zurück, weil sie noch zu klein war, um nur ein Auge zu kneifen zu können. Mit einem breiten Grinsen drehte Waldtür sich zu Freya und sagte, »Gibt es ein süßeres Kind?« Freya zwang sich zurückzulächeln. Während seiner Haftstrafe war sie für ihn eingesprungen und hatte sich um die Kleine gekümmert. Sie vergötterte und liebte Saga wie ihr eigenes Kind. Aber süß war nicht unbedingt das passende Wort. Dennoch freute sich Freya, dass ihr Bruder so glücklich mit seiner Tochter war, obwohl sie bisher nur wenig Kontakt hatten. Es schien ihm überhaupt nicht schwer zu fallen, eine Verbindung zu ihr herzustellen und umgekehrt genauso. Vielleicht war es ja hilfreich, dass sie beide seltsam waren, jeder auf seine Weise. »Ach, hör mal, jetzt hätte ich das Wichtigste fast vergessen«, Waldtür schob seinen kaum angerührten Teller beiseite und zog die Kaffeetasse zu sich. Freya hatte vorgeschlagen, zu dritt zu Mittag zu essen, aber vergessen, ihn nach seinen aktuellen Essvorlieben zu fragen. Sie hatte einfach einen Tisch in einem Restaurant bestellt, das für altmodischen Sonntagsbrunch bekannt war. Doch Eier und Schinken waren bei seinem momentanen Gesundheitstick anscheinend nicht erlaubt. Höchst wahrscheinlich würde aber genau das der Hauptbestandteil seines nächsten Ernährungsfimmels sein. Was das anging, fiel er von einem Extrem ins andere. »Dabei wollte ich dir das eigentlich schon im Auto erzählen.« »Was denn?« Freya erwartete keine großartigen Neuigkeiten. Waldtür verhielt sich zurzeit sehr ruhig, um seine Bewährung nicht zu gefährden. »Ich, ähm, ich hab dir eine Wohnung besorgt!« Waldtür hielt Saga noch ein Stück Schinken hin, woraufhin sie das erste Stück auf den Boden fallen ließ und nach dem neuen grapschte. Sie streckte ihre kleine rosa Zunge heraus und lutschte den Schinken wie ein Eis am Stiel. Freya legte die Gabel auf den Teller und das Rüherei, das sie sich gerade in den Mund stecken wollte, rutschte wieder herunter. »Was?« »Ihr Bruder wollte sie doch wohl nicht auf den Arm nehmen.« Das wäre gemein. Er wusste doch, wie besorgt sie wegen ihrer Wohnsituation war. Sie wohnte immer noch in seiner Wohnung, aber das würde nicht mehr lange so weitergehen. Es kam nämlich überhaupt nicht in Frage, mit ihm zusammenzuziehen, wenn er aus der Einrichtung entlassen wurde. Sie würde niemals auf dem verschlissenen Sofa im Wohnzimmer schlafen, während er mit seinen wöchentlich wechselnden Freundinnen im Schlafzimmer zugange war. Und die Vorstellung, selbst mit einem Lover auf dem Sofa zu liegen, während Balltür im Nebenraum schlief, war auch nicht gerade verlockend. Doch bisher hatte ihre Wohnungssuche nichts gebracht. Die freien Mietwohnungen waren entweder zu teuer oder der Vermieter entschied sich für jemand anderen. Freya dachte schon ernsthaft darüber nach, aufs Land zu ziehen oder sogar ins Ausland. »Bitte verarsch mich nicht! Ich verarsch dich nicht!« Balltür nahm Sagas Glas und hob es an ihre Lippen, um ihr einen Schluck Orangensaft einzuflößen. Aber sie drehte so lange den Kopf weg, bis er das Glas wieder auf den Tisch stellte. »Wieso kriegst du einfach so eine Wohnung? Ich versuche es seit über einem Jahr und es funktioniert überhaupt nicht.« Das war wieder mal typisch Balltür. Die Leute wollten ihm immer alles recht machen. Bei einer Wohnungsbesichtigung drängte der Vermieter ihm garantiert direkt vor Ort den Mietvertrag auf. Aber Balltür konnte nicht für sie Wohnungen besichtigt haben. Dafür war er erst zu kurz aus dem Gefängnis. »Ähm, erinnerst du dich an Toppy?« »Ähm, Toppy?« Der Name klang vertraut, aber Freya hatte kein Gesicht dazu vor Augen. »Ja, mein Freund Toppy. Erinnerst du dich nicht an ihn?« »Ähm, Dunkel.« Balltür hatte viele Freunde, einer skurriler als der andere, und er unterschied nicht zwischen Freunden und Bekannten, sondern teilte die Leute in zwei Gruppen ein. Freunde und Idioten. In der ersten Gruppe waren wesentlich mehr Personen, weil für Balltür jeder, der ihn anlächelte, automatisch ein Freund war. Idioten waren alle, die irgendwie verhinderten, dass er Spaß im Leben hatte. Freya gehörte zu keiner der beiden Gruppen. Sie war lange Zeit seine einzige enge Verwandte gewesen, bis Saga dazu gekommen war. »Jedenfalls hat Toppy eine Wohnung, die er dir vermieten will.« Balltür wischte einen Brotkrümel vom Tisch, bevor er seinen Arm darauf legte. Er kam frisch vom Friseur und trug neue Klamotten, die ein Vermögen gekostet haben mussten. Woher das Geld stammte, war Freya ein Rätsel, aber manche Dinge sollte man lieber nicht wissen. »Ähm, mir? Warum ausgerechnet mir?« fragte sie mit verhaltener Begeisterung. Das Angebot klang total absurd, und Balltür war Spezialist für Absurditäten. »Weil ich ihm gesagt habe, dass du eine Wohnung suchst. Er hat irgendwas erzählt von wegen, er hätte Schwierigkeiten, einen guten Mieter zu finden. Naja, und da habe ich dich halt erwähnt. Er will dich unbedingt haben.« Freya runzelte die Stirn und sah aus dem Augenwinkel, dass Saga sie nachäffte. »In Reykjavik hat niemand Schwierigkeiten, einen guten Mieter zu finden. Man muss nur ein Briefmarkengroßes Zu-Vermieten-Schild ins Fenster hängen, und die Leute stehen bis um die nächste Ecke Schlange. Oder ist seine Wohnung gar nicht in der Stadt?« »Doch, doch, doch. Die ist in Reykjavik. Mehr oder weniger.« »Ähm, mehr oder weniger?« »Was soll das heißen?« Balltür verdrehte die Augen. »Sie ist draußen in Seltjanes. Fast neu, in einem schicken Haus und so.« »Ich kann mir keine hohe Miete leisten, das weißt du doch, Balltür.« »Die Miete ist nicht hoch. Ganz normal halt.« Die Summe, die er nannte, passte eher zu einer Garage als zu einer Wohnung. »Ähm, wie groß ist sie denn? Oder ist das nur ein Eckchen in einer Abstellkammer?« »Nein, sei doch nicht immer so negativ. Ich dachte, du würdest dich freuen,« entgegnete Balltür, jetzt nicht mehr lächelnd, sondern schon fast eingeschnappt. Freya legte ihre Hand auf seine. Sie hielten zusammen. Immer. Wenn er ihr irgendeine dubiose Wohnung anbot, dann war das bestimmt gut gemeint. Er wollte ihr nur helfen. »Entschuldige, ich bin einfach nur misstrauisch, weil ich schon so lange vergeblich suche. Die Miete ist total niedrig. Da muss doch irgendein Haken dran sein.« Vermutlich schuldete dieser Toppi ihrem Bruder Geld oder einen großen Gefallen. Und der hatte sicherlich nichts mit legalen Dingen zu tun. Balltür beugte sich zu Saga, hielt ihr die Ohren zu und sagte, »Toppi muss in den Knast. Für fast anderthalb Jahre.« Balltür ließ die Hände wieder sinken, bevor Freya ihn darauf hinweisen konnte, dass seine Tochter das Wort Knast noch gar nicht kannte. »Er will nicht an Fremde vermieten, weil er seine Möbel und seine Sachen dalassen möchte. Ihr kennt mich und vertraut auf meine Empfehlung. Das wäre eine echte Win-Win-Situation.« Das klang doch gar nicht so übel. In diesem Moment klingelte Freyas Handy in ihrem Anorak auf dem Stuhlrücken. Sie schaute kurz aufs Display. »Ach Mist, ich muss los. Die Arbeit.« Sie machte Anstalten aufzustehen. »Aber ich würde gern mal mit deinem Freund reden. Könnten wir uns die Wohnung nicht zusammen anschauen? Möglichst bald?« Balltür bejahte und schien noch etwas hinzufügen zu wollen, verabschiedete sich aber dann mit dem Versprechen, sie am Abend anzurufen. Freya küsste ihn auf die Wange und sage auf den Kopf. Dann bezahlte sie die Rechnung und machte sich mit beschwingten Schritten auf den Weg, weil endlich eine Wohnung in Aussicht war. Falls etwas daraus würde, bei Balltür konnte man nie wissen. Freya drückte auf die Klingel, diesmal fester und länger als beim ersten Mal. Das Klingeln drang bis in den Gang, doch sobald sie den Finger wegnahm, war es wieder totenstill. Das Einzige, was sie bisher aus der Wohnung gehört hatten, war das schrille Türklingeln und das Schellen des Telefons, an das niemand rangegangen war. Soll ich es nochmal probieren? fragte Freya ihren Kollegen, einen großen, schlanken jungen Mann mit Wikingerbart, goldenem Nasenring und müden Augen. Sie waren ungefähr gleich alt, aber er hatte wesentlich mehr Erfahrung mit solchen Fällen. Er war beim Jugendamt Reckjawik fest angestellt, wo sie zusätzlich zu ihrem Vollzeitjob im Kinderhaus einzelne Abend- und Wochenendschichten übernahm, um Geld für ihre zukünftige Miete zu sparen. Wenn Balltürs Freund sich nicht als totaler Chaot entpuppen würde und seine Wohnung in Ordnung war, brauchte sie diesen Zweitsjob vielleicht nicht mehr. Doch nun stand sie hier, bei einem Einsatz in einem absurd breiten Gang, in einem der schicken Hochhäuser in Reckjawik. Selbst wenn sie rund um die Uhr arbeiten würde, könnte sie sich hier keine Wohnung leisten. Versuch's nochmal, kann sein, dass das Kind sich nicht zur Tür traut oder eingeschlafen ist. Freya drückte noch einmal lange auf die Klingel, um das Kind zu wecken, falls es eingeschlafen war. Ohne Erfolg. Bei diesem Lärm kann doch niemand schlafen. Vielleicht nicht, aber wer weiß. Der junge Mann namens Dithrick trat näher an die Tür und klopfte fest, so fest, dass Freya meinte, seine Knöchel rot anlaufen zu sehen. Vielleicht hatte sie sich aber auch nur verguckt, denn seine Arme waren von den Jackenärmeln bis zu den Handrücken mit bunten Tätowierungen verziert, sodass die natürliche Hautfarbe seiner Hände schwer auszumachen war. In diesem Moment ging die Tür der Nachbarwohnung auf und eine Frau mittleren Alters steckte den Kopf durch die Öffnung. Als sie Dithrick sah, erschrak sie, wahrscheinlich, weil sie ihn für einen Geldeintreiber oder Kriminellen hielt, bestimmt nicht für einen Mitarbeiter vom Jugendamt. Da die Frau keine Anstalten machte, etwas zu sagen, grüßte Freya sie freundlich. Ähm, bitte entschuldigen Sie die Störung. Wir sind von der Stadt Reykjavik. Uns wurde gemeldet, dass sich in dieser Wohnung möglicherweise ein Kind ohne Aufsicht befindet, das in Schwierigkeiten sein könnte. Haben Sie bei uns angerufen? Da es bei der Stadt am Wochenende keinen Telefondienst gab, war der Notruf kontaktiert worden. In solchen Fällen wurde normalerweise zuerst die Polizei geschickt, aber heute schien kein Polizist verfügbar zu sein, deshalb war die Sache am Ende bei Dithrick gelandet. Weil der Hilferuf zunächst zwischen diversen Stellen hin und her geleitet worden war, wusste er nicht, wer die Meldung gemacht hatte. Die Frau machte ein pikiertes Gesicht, als hätte Freya sie einer unmoralischen Tat bezichtigt und schüttelte den Kopf. Nein, ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich habe nichts bemerkt. Ihre sorgfältig geschminkten Augen huschten zu einer großen Vase mit schwer identifizierbaren Blumen, die im Gang an der Wand stand, genau zwischen ihr und ihnen. Ihr Blick war erwartungsvoll, als markiere die Vase eine unsichtbare Linie, die von nichts Bösem überschritten werden konnte. Sie verschränkte die hageren Arme vor der Brust und sagte, »Sind Sie sicher, dass Sie im richtigen Haus sind?« Freya zögerte und überlegte kurz, ob das der Fall sein konnte. Vielleicht befand sich das arme Kind, dem Sie helfen sollten, im nächsten Haus oder in der nächsten Straße. In Häusern wie diesem gab es nur selten kindesschutzrelevante Fälle, was nicht an der edlen Ausstattung lag, sondern daran, dass die meisten Bewohner schon zu alt für Kinder waren. Dithrick mischte sich ein und sagte mit Nachdruck, »Nein, wir sind im richtigen Haus.« Die Frau hob die Augenbrauen. »Seltsam. Nebenan wohnt kein Kind. Es sei denn, es ist neu eingezogen. Mein Nachbar ist alleinstehend. Sie müssen sich vertan haben. Meines Wissens wohnt im ganzen Haus kein einziges Kind. Die Wohnungen hier sind für Familien mit Kindern ungeeignet, besonders die, in die sie rein wollen. Das ist die teuerste Wohnung im ganzen Haus.« »Vielleicht ist das Kind ja zu Besuch hier oder beim Babysitter.« Freya verkniff es sich, hinzuzufügen, dass Kinder durchaus schon mal ihre eigenen Wohnungen verließen, ab und zu sogar Wohnungen der teureren Sorte betraten. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Dithrick das Ohr an die Tür legte, als hätte er etwas gehört. Sie meinte ein Geräusch wie das eines Weckers zu hören, aber das konnte auch aus der Wohnung der Nachbarin kommen. Da die Frau nicht stutzte und das Geräusch nicht zu bemerken schien, handelte es sich wohl nicht um ihren Wecker. »Mein Nachbar ist kein Babysittertyp.« »Mag sein, aber wir müssen solchen Hinweisen natürlich nachgehen.« Freya presste ein Lächeln hervor, wohl wissend, wie unnatürlich es wirkte. Die Frau zuckte ähnlich herzlich mit dem Mund. Dithrick hörte auf, an der Wohnungstür zu lauschen, die fast bis unter die Decke reichte, als hätte der Architekt des Hochhauses den Bewohnern die Möglichkeit bieten wollen, Giraffen als Haustiere zu halten. Freya wandte sich von der sauer, töpfisch reinschauenden Frau ab. Das Geräusch des Weckers, das sie gehört zu haben, meinte, war verstummt. Dithrick klingelte noch einmal und trommelte gegen die Tür. Dann sahen sie plötzlich, wie sich die Türklinke bewegte. Ganz langsam ging die Tür einen Spalt breit auf. »Guten Tag«, sagte Dithrick durch den Türspalt. »Mein Name ist Dithrick. Ich bin von der Stadt Dreckjavik. Wir haben den Hinweis erhalten, dass sich in dieser Wohnung ein Kind in Schwierigkeiten befindet. Könnten wir kurz mit Ihnen sprechen?« Keine Antwort. Dithrick räusperte sich und wiederholte sein Sprüchlein. Als es weiterhin still blieb, hob er die Brauen und schaute zu Freya. Er signalisierte ihr, dass sie es probieren sollte, und trat zur Seite. »Hallo, mein Name ist Freya. Würden Sie uns mal aufmachen? Wir möchten uns nur vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Dann gehen wir wieder.« »Ich will nach Hause.« Es war eine Kinderstämme. Daran bestand kein Zweifel. Schwer zu sagen, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelte und in welchem Alter das Kind war. Freya tippte auf drei bis sechs Jahre. »Wir helfen dir, nach Hause zu kommen. Aber erst musst du die Tür richtig aufmachen, damit wir dich sehen können.« Der Türspalt verbreitete sich im Zeitlupentempo. Ein Haarschopf erschien zwischen Rahmen und Tür, und große Augen schauten Freya unter einem blonden Pony heraus ängstlich an. Es war ein kleiner Junge, schätzungsweise vier Jahre alt. Er hatte einen grünen Anorak an, obwohl nichts darauf hindeutete, dass es in der Wohnung kalt wäre. Zudem trug er klobige Winterstiefel mit Klettverschlüssen, als wäre er gerade reingekommen oder auf dem Weg nach draußen. »Ich will nach Hause.« »Natürlich. Wir helfen dir, nach Hause zu kommen.« Freya ging behutsam in die Knie, sodass sie sich auf Augenhöhe befanden. »Wie, wie heißt du denn?« »Sicki.« »Hallo, Sicki. Ist ein Erwachsener bei dir, mit dem wir sprechen können?« »Nein, ich bin allein. Ich will nach Hause. Ich wohne hier nicht.« Freya tat so, als wäre es völlig normal, dass sich ein kleiner Junge Muttersillen allein in einer Wohnung aufhielt, in der er gar nicht wohnte. »Wo, wo wohnst du denn?« »In Island.« Freya lächelte ihn an. »Ich auch. Wo denn in Island?« »In Reykjavik. Das ist eine Stadt mit einem Bürgermeister.« »Das ist ja super,« Freya deutete hinter sich. »Das ist Dithrick. Der arbeitet für den Bürgermeister. Machst du mal auf, damit wir drinnen weiterreden können? Dithrick kann dir ein Bild von einem Adler zeigen. Das hat er auf dem Arm.« Bei ihrem letzten Einsatz mit Dithrick hatte der einen kleinen Jungen unter dem Bett hervorgelockt, indem er den Ärmel hochgekrempelt und ihm seine Tattoos gezeigt hatte. Den Jungen hatte der Adler mit den ausgebreiteten Flügeln inmitten der bunten Abbildungen am meisten fasziniert. Der blonde Junge in dem grünen Anorak überlegte angestrengt. Er starrte auf Dithricks tätowierter Handrücken und knabberte an der Oberlippe. Dann öffnete er vorsichtig die Tür, bis sie weit offen stand. Freya richtete sich auf und schaute in die geschmackvoll eingerichtete Wohnung. »Wer wohnt denn hier? Dein Papa?« Der Junge schüttelte den Kopf. »Ein Freund oder eine Freundin von deiner Mama?« Wieder wippte der blonde Schopf hin und her. »Deine Tante vielleicht? Oder dein Onkel?« »Ich weiß nicht.« »Macht nichts. Man kann ja nicht alles wissen.« Freya und Dithrick traten in die Wohnung und ließen die Nachbarin ohne weitere Worte im Gang stehen. Die Wohnung sah nicht so aus, als würden ihre Bewohner beim Discounter einkaufen. Der Flur ging in ein imposantes Wohnzimmer mit schicken Möbeln über, alles aus Edelstahl, der frisch poliert aussah. An einer Wand stand ein riesiger Gaskaminofen, an den anderen hingen abstrakte Gemälde. Die bunten Pinselstriche implizierten gewiss bedeutende Aussagen über die Welt und die zerbrechliche Existenz des Menschen, aber Freya konnte damit herzlich wenig anfangen. Die Möbel fungierten eher als Kunstwerke, denn als Gebrauchsgegenstände, und Freya musste zugeben, dass sie noch nie eine coolere Wohnung betreten hatte. Die Fensterfront des Wohnzimmers schien frisch geputzt zu sein, obwohl sie sich im elften Stock befanden. Die angrenzende Wand war ebenfalls bodentief verglast und entpuppte sich als Tür zu einer großen Terrasse mit Aussicht über die Bucht Faxafloey. Freya ging zu der Glaswand und blickte hinaus. Die Terrasse war mit geschmackvollen Gartenmöbeln ausgestattet, auf denen die Polsterauflagen fehlten. Wahrscheinlich wurden sie nur im Sommer benutzt. In einem Land, das am Meer lag, gab es nur selten gleichzeitig gute Aussicht und Windstelle. Wohin man auch schaute, nichts deutete darauf hin, dass hier jemand wohnte, keine Post auf der Anrichte beim Eingang, geschweige denn halbvolle Gläser auf den Tischen, eine aufgeschlagene Zeitung oder ein Buch auf dem Sofa, Socken auf dem Boden oder sonst etwas, das auf normales Wohnen schließen ließ. Während Freyas Blick durch das große Wohnzimmer schweifte, zog Dithrick seine Jacke aus, hockte sich neben den Jungen und zeigte ihm seinen Arm. Freya gab ihm zu verstehen, dass sie abchecken würde, ob sich außer dem Kleinen tatsächlich niemand in der Wohnung befand. Dithrick nickte, während er dem neugierigen Jungen erlaubte, mit dem Zeigefinger vorsichtig über die Tattoos zu streichen. Freya ging zuerst in die offene Küche am Ende des Wohnzimmers. Hier war es genauso ordentlich, nur auf dem Küchentisch thronte ein großes, buntes Paket mit Geschenkband, das sich üppig an den Seiten hinabkräuselte. Freya trat näher und warf einen Blick auf das Schildchen. Verhackpera von Helki in einer femininen Handschrift. Die Arbeitsflächen wirkten wie frisch abgewischt, die leere, glänzende Edelstahlspüle hatte keinen einzigen Kratzer, und die wenigen Gegenstände standen alle am richtigen Platz. An einer Wand befanden sich drei Backöfen untereinander, die alle aussahen, als wären sie noch nie benutzt worden, sowie ein Einbau-Kaffee-Vollautomat, der ebenfalls nagelneu war. Wer auch immer hier wohnte, er musste einen ganzen Putztrupp engagiert haben, während andere von einer Putzhilfe für zwei Stunden in der Woche träumten. Freya zügelte ihre Neugier und schaute nicht in den Kühlschrank und die Schränke. Da konnte sich schließlich niemand verstecken, und sie sollte ja nur sicher gehen, dass außer dem Jungen niemand in der Wohnung war. Dabei hätte sie so gern ihre Vermutung bestätigt, dass die Schränke nach einem penibel durchdachten System eingeräumt waren. Als nächstes ging sie in den Flur, an dem sich ein Schlafzimmer mit Ankleider, ein Bad und ein Arbeitszimmer befanden. Es gab auch noch ein zweites Schlafzimmer mit einem kleinen Bad. Welche Tür sie auch öffnete, überall herrschte pedantische Ordnung. Die Ankleide war am interessantesten, weil man sehen konnte, dass hier ein alleinstehender Mann wohnte. Wahrscheinlich besagte Helki, der Hackpera ein Geschenk machen wollte. Jedenfalls war klar, dass sie nicht hier wohnte, denn es gab keine Frauenkleidung. Auf der einen Seite waren reihenweise teure Anzüge, die alle gleich aussahen, gestärkte Hemden und jede Menge schicke Lederschuhe in gedeckten Farben. In den Regalen auf der anderen Seite lag alltagstauglichere Kleidung, Jeans, T-Shirts und Pullover, Turn- und Straßenschuhe. Freya beherrschte sich, die Schubladen eines riesigen Möbelstücks aufzuziehen, das in der Mitte des Raums stand und als Tisch und Kommode fungierte. Sie ahnte, was darin war. Aufgerollte Seidenkrawatten, Ledergürtel, bunte Socken und so weiter. Sie hatte schon genug Filme über reiche Junggesellen gesehen. Der einzige Unterschied war, dass sich hier hinter den Klamotten kein Geheimraum mit gefälschten Pässen, Stapeln von Dollarscheinen und waffengeschmückten Wänden befand. Obwohl das Gesamtbild makellos war, fand Freya die Wohnung seelenlos und unpersönlich. Selbst der Schreibtisch in dem modernen Arbeitszimmer war bis auf einen Computerbildschirm, eine kabellose Tastatur und eine dazu passende Maus leer. Wie in der gesamten Wohnung war auch hier kein Staubkörnchen zu sehen. Die einzige menschliche Spur war die eingedrückte Bettdecke im Schlafzimmer. Das Bett war frisch bezogen, aber auf der Türseite war eine Kuhle von einem Körper. Von einem kleinen Körper. Wahrscheinlich dem des Jungen. Neben der Kuhle lag ein altmodischer Wecker und auf dem Nachttisch stand eine halbvolle Flasche Orangenlimonade. Zwei Wachsmalstifte, ein roter und ein grüner, lagen neben der Flasche. Freya ging zurück ins Wohnzimmer, suchte Dithricks Blick und schüttelte den Kopf. Ohne sich etwas anmerken zu lassen, wandte er sich wieder dem kleinen Jungen zu, der in seinem billigen Anorak und seinen klobigen Winterstiefeln auf keinen Fall hier zu Hause sein konnte. »Bist du schon lange allein hier?«, fragte Freya. »Weiß nicht.« »Äh, erinnerst du dich, wer dich hergebracht hat? Deine Mama oder dein Papa?« »Nein.« »Wer denn sonst?« »Ein Mann.« »Ein Mann, den du kennst?« »Nein.« »Wohnt der Mann hier?« »Weiß nicht.« »Heißt er Helki?« »Ich weiß nicht.« »Kennst du eine Frau oder ein Mädchen, das Hackpera heißt?« Siki schüttelte nur den Kopf und Freya fragte weiter. »Bist du heute Morgen oder gestern hergekommen?« »Weiß nicht.« Dithrick richtete sich auf und sagte, »Was meinst du, sollen wir mal gehen und dir einen Hotdog oder ein Eis kaufen, oder hast du keinen Hunger?« »Doch.« »Danach können wir in mein Büro fahren und deine Mama suchen.« Der Junge riss die Augen auf und wurde ganz aufgeregt. »Ist sie da und versteckt sich?« »Nein.« Lächelnd zog Dithrick seine Jacke an. »Aber da können wir telefonieren und meinen Computer benutzen, um sie zu finden. In meinem Computer steht ganz viel über alle Leute, auch über dich und deine Mama. Genug, um sie zu finden.« Freya hielt Siki die Hand hin, doch genau in dem Moment, als er seine kleine Hand hineinschieben wollte, ertönte die vertraute Türklingel. Der Junge zog die Hand zurück, und starrte erschrocken zur Tür. Freya und Dithrick hatten auch einen Schreck bekommen und tauschten einen entsetzten Blick, als hätte man sie bei einem Einbruch ertappt. Als es wieder klingelte, ergriff Freya die Initiative und ging zur Tür. Davor stand eine kleine junge Frau mit roten Haaren in einer Polizeiuniform und hinter ihr. Kein anderer als Hülder. Hülder sah aus dem Augenwinkel, wie Freya den Strohhalm aus der Plastikhülle drückte, ihn in das Päckchen mit dem Trinkkakao steckte und es dem kleinen Jungen gab. Er saß auf Hülders Schreibtischstuhl und baumelte mit den Beinen. Der Kakao schien genau das Richtige zu sein. Er saugte ihn gierig aus dem Päckchen, bis es sich in der Mitte zusammenzog. Zwar hatte man ihm einen Hotdog versprochen, aber solche Köstlichkeiten waren bei der Polizei nicht im Angebot, und alle waren viel zu beschäftigt, um kurz rauszugehen und einen zu holen. Stattdessen hatte der Kleine aus der Kantine Kekse, Weißbrot mit Käse und einen Kakao bekommen. Das Brot und die Kekse hatte er keines Blickes gewürdigt, das Getränk aber bereitwillig angenommen. Trotz der schlechten Bewirtung schien sich der Junge auf der Polizeiwache ziemlich wohl zu fühlen. Jedes Mal, wenn jemand in Uniform hereinkam, machte er große Augen, reckte den kurzen Hals und schaute ihm hinterher. Er wirkte so entspannt, dass Hülder schon befürchtete, er würde seinen Arbeitsplatz okkupieren. Als er mit den Snacks aus der Kantine zurückgekommen war, hatte der Hipster von der Stadt Rekia wie gerade ein Bild, das der Junge gemalt hatte, an die Wand hinter seinem Schreibtisch geklebt. Darauf waren drei Strichmännchen mit einfachen Gesichtern, ein gerader Strich für den Mund und zwei schiefe Kreise für die Augen. Ein Männchen war viel kleiner als die anderen und eines der beiden größeren breiter als das andere. Vielleicht gar nicht schlecht, dass es dem Jungen auf der Wache so gut gefiel. Er würde bestimmt kein Maler werden. Laut Vorschrift hätte Hülder das Bild sofort wieder abhängen müssen, denn persönliche Deko war an den Arbeitsplätzen nicht erlaubt. Aber der Kleine war so stolz. Und was sollen wir bis dahin machen? Im Büro einen Kindergarten eröffnen? Einen Tisch mit Legoklötzen bestellen für eine Kinderecke wie in der Bank? schnaubte Erdler. Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, wir haben genug anderes zu tun. Kann diese, wie heißt sie nochmal, den Jungen nicht mit ins Kinderhaus nehmen und da versuchen, mehr über ihn herauszufinden? Tobte sie weiter. Dabei kannte sie Freyas Namen haargenau. Es ist noch zu früh, um potenzielle Zeugen zu vernehmen. Schon gar keine Zeugen, die kaum sprechen können. Wenn er noch nicht mal seinen vollen Namen kennt, wird er uns auch nicht auf die Spur des Täters bringen. Und das ist jetzt das Allerwichtigste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, dass ein Kleinkind was mit der Sache zu tun hat. Wie kannst du ihn in der momentanen Situation hierher bringen? Totaler Schwachsinn! Hülder gemahnte sich, dass Erdler Dampf ablassen musste. Er würde ihre Wut einfach über sich ergehen lassen, auch wenn sie eigentlich gegen andere gerichtet war. Mir ist einfach nichts anderes eingefallen. Ich dachte, der Junge könnte vielleicht Licht in die Sache bringen. Findest du es nicht auch merkwürdig, dass in der Wohnung des Ermordeten ein unbeaufsichtigtes Kind gefunden wird? Doch, höchst merkwürdig. Aber ich finde es noch merkwürdiger, dass am Galgenfelsen ein Mann aufgehängt wird. Erdler riss den Hörer ans Ohr, als das Telefon auf ihrem Schreibtisch klingelte. Im selben Moment erschien Nina in der Tür und reichte ein Blatt Papier herein. Ohne zu warten, bis Erdler das Gespräch beendet hatte, sagte sie zu Hülder, »Es gibt 4500 männliche Personen mit dem Namen Sigur Thur. Von denen sind aber nur 103 vor drei, vier oder fünf Jahren geboren worden. Die habe ich alle mit reingenommen, falls der Junge sein Alter nicht so ganz genau weiß.« »103 ist aber ganz schön viel, Nina.« »Es werden weniger, wenn wir davon ausgehen, dass es stimmt, dass er in Reykjavik wohnt. 38 davon sind in Reykjavik gemeldet.« »Das klingt zwar schon besser, aber können wir die Gruppe noch genauer eingrenzen? Über den Spitznamen des Vaters seinen Nachnamen rausfinden. Er ist ja wahrscheinlich nach ihm benannt.« Lina lächelte selbstzufrieden. »Genau das habe ich gemacht. Ich habe gecheckt, welche Männernamen mit dem Spitznamen Sippy abgekürzt werden. Aber das sind jede Menge. Sigvartür, Sigurbjörn, Snaybjörn, Sintri, Staingrimörch und Sigurthur. Das sind die häufigsten. Thorstaten und Inkiberkür können aber auch Sippy genannt werden. Es scheint da kein festes System zu geben, außer, dass die meisten mit S anfangen. Wenn wir das mal annehmen, bleiben 15 Jungen übrig, plus eventuell drei, die nach ihrer Mutter benannt sind. Einer von denen ist aber gerade erst drei geworden und einer wird bald sechs. Das passt nicht so ganz.« »Aha. Also 15 oder 16 Jungen.« Lina nickte. Das war zu bewältigen. Doch auf dieser Liste standen weder die Siggis, die zwar in Reykjavik wohnten, aber woanders gemeldet waren, noch die, deren Väter nicht mit S anfingen, aber trotzdem Sippy genannt wurden. Und auch nicht die Jungen, die zwar Sicky genannt wurden, aber nicht Sigurthur hießen.« »Gibt es den Namen Sicky auch als eingetragenen Vornamen?« »Ja, es gibt zwei Isländer mit dem Vornamen Sicky, aber die sind in beiden Fällen Zweitnamen und das Alter passt auch nicht.« Erdler beendete ihr Telefonat und erhob sich. »Das war die Gerichtsmedizin. Sie schauen sich jetzt die Leiche an.« Hülder holte tief Luft und hoffte, dass sie ihn nicht bitten würde, sie zu begleiten. Er wollte sich lieber um den Fall des kleinen Jungen kümmern und dadurch in Kontakt mit Freya bleiben. Außerdem mochte er keine Leichen. Aber aus diesem Plan wurde nichts, denn Erdler verkündete, Guthlöger solle sich um Sicky kümmern und befahl Hülder und Lina, sie zur Uniklinik zu begleiten. Anscheinend hatte sie doch noch die Hoffnung, Lina schocken zu können. Der Verstorbene lag bekleidet auf dem Stahltisch in der Gerichtsmedizin, die Arme an den Seiten, die Beine kerzengerade, ein Fuß mit Schuh und der andere im Socken. An seiner Kleidung hafteten Moos und vertrocknetes Gras, und an einer Hand schienen zwei Finger ausgerenkt oder gebrochen zu sein. Vor dem Sturz auf den Boden hatten sie noch normal ausgesehen. Zum Glück waren seine Hände schlecht zu erkennen durch die Leichenhandschuhe, Plastiktüten, die man benutzte, um mögliche DNA-Spuren unter den Fingernägeln des Toten zu konservieren. Es war ein deprimierender und abstoßender Anblick, doch entgegen Erdlers Erwartungen ließ Lina sich nicht davon schocken. Sie musterte das verzerrte Gesicht des Toten aus einer derartigen Nähe, dass Hülder schon dachte, sie wolle ihn auf die Stirn küssen. Selbst dem Rechtsmediziner war das zu viel, und er bat sie, zurückzutreten. »Wir obduzieren ihn erst morgen.« Als er sah, dass Erdler protestieren wollte, fügte er hinzu, »Das lässt sich nicht ändern. Wir haben übers Wochenende geschlossen, und ich bin nur für diese In-Augenschein-Nahme hergekommen, um euch ein Gefallen zu tun.« Hülder atmete erleichtert auf, ließ sich aber nichts anmerken. Morgen würde er Erdler aus dem Weg gehen, damit sie ihn nicht wieder mitschleppte. Lina war doch wie geschaffen dafür. Der Rechtsmediziner knöpfte seinen Kittel zu und zog einen Mundschutz an. Routiniert stülpte er sich Latexhandschuhe über, die er an den Handgelenken flitschen ließ. Sein Assistent tat es ihm nach, und alle waren froh, als sein mürrisches Gesicht hinter dem Mundschutz verschwand. Der Mann war noch genervter als sein Chef, an einem Sonntag herausgeklingelt worden zu sein. »Irgendwelche Mutmaßungen über die Wahl des Tatorts?« fragte der Rechtsmediziner, dessen Lippen sich hinter dem Mundschutz gar nicht zu bewegen schienen. »Ist ja ziemlich abgelegen.« »Das wird wohl mit ein Grund gewesen sein. Da draußen in der Lava ist nachts kein Mensch unterwegs. Ziemlich unwahrscheinlich, da gestört zu werden oder dass jemand Schreie hört. Trotzdem noch im Großraum Reykjavik,« sagte Erdler achselzuckend. »Der Ortsname könnte auch eine Rolle gespielt haben. Galgenfelsen in der Galgenlava. Passt gut zu der Tat.« »Ist das eine alte Hinrichtungsstätte?« Der Rechtsmediziner richtete das Licht der großen Lampe über dem Tisch auf den Toten. »Dem Namen nachzuschließen, ja, auch wenn es keine schriftlichen Quellen über Exekutionen gibt. Soweit ich weiß, handelte es sich um die Hinrichtungsstätte des Kopperwörgörchtings. Den Felsen kann man von Bessers Tathörch aussehen, sodass der Vertreter des dänischen Königs von zu Hause aus zuschauen konnte. Eine hübsche Sache.« Da keiner der Anwesenden etwas dazu sagte, sprach Erdler weiter. »Es wurden wohl Knochen dort gefunden, angeblich menschliche Überreste von Verbrechern, die man unter Steinhaufen begraben hat. Man hielt es offenbar nicht für nötig, die Leichen über eine längere Strecke wegzuschleppen. Aber wir sind nicht auf Knochen gestoßen, und ich hoffe, dass es so bleibt. Wir haben schon genug zu tun. Archäologische Grabungen am Tatort würden mir das Leben nicht gerade erleichtern.« Die Augen des Gerichtsmediziners funkelten wütend über dem weißen Mundschutz. »Euer Umgang mit der Leiche erleichtert mir auch nicht das Leben.« Nachdem die beiden Männer sich lang und breit über den Zustand des Toten beklagt hatten, leerten sie schweigend die Taschen seines Mantels und zogen drei Kreditkartenbelege heraus. »Die lasse ich einscannen und euch mailen. Vielleicht werfen sie Licht auf die letzten Stunden seines Lebens.« Der Rechtsmediziner ließ die Belege in einen Indizienbeutel fallen, den sein Assistent ihm hinhielt. Dann inspizierte er weiter die Taschen und förderte ein Kaugummipapier, ein Streichholzbriefchen und eine eingeschweißte Zigarre der teureren Sorte zutage. Mehr war nicht zu finden. Die Brieftasche des Mannes hatte die Polizei bereits vor Ort aus der Innentasche des Mantels geholt, um an seinen Namen und seine Adresse zu kommen. Die erste Recherche hatte nicht viel ergeben. Der Mann war im Telefonverzeichnis als Investmentbanker eingetragen, schien allein zu wohnen, war nicht in sozialen Netzwerken aktiv und tauchte auch nicht in aktuellen oder älteren Meldungen auf, was für jemanden seiner Berufssparte ungewöhnlich war. Der protzigen Wohnung nach zu urteilen, die Hülder gesehen hatte, schien er seinen Job trotzdem zu beherrschen. Während die Mediziner die Fundstücke aus den Taschen fachmännisch sicherten, sah Hülder ein zufriedenes Glänzen in Linas Augen. Zweifellos lächelte sie unter ihrem Mundschutz. Endlich ging mal jemand nach Lehrbuch vor. Sie entfernten die Plastiktüten von den Händen des Toten, schabten unter seinen Fingernägeln und beförderten das Ergebnis in kleine Indizienbeutel. Dann zogen sie ihm den Mantel aus, musterten ihn ausgiebig von allen Seiten und vergewisserten sich, dass nichts mehr in den Taschen steckte. Danach legten sie es in eine größere Tüte. Der Rechtsmediziner sah zu, wie sein Assistent es in das untere Regal eines Rolltischs legte. »Kaschmir«, bemerkte er, »muss ein Vermögen gekostet haben.« Mit einer kleinen Zange hob er den linken Hemdärmel des Toten an. »Und eine sauteure Uhr.« Er ließ den Ärmel wieder fallen und die Uhr wurde verdeckt, bevor Hulda, Erdler oder Lina sie richtig sehen konnten, was keine große Rolle spielte, da sich keiner von ihnen mit Markenuhren auskannte. »Dieser Nagel in seiner Brust scheint dagegen nichts Besonderes zu sein. Kriegt man in jedem Baumarkt.« Der Rechtsmediziner beugte sich über die Leiche und betrachtete den Nagelkopf, richtete sich dann auf und machte dem Assistenten mit dem Fotoapparat Platz. »Was glaubst du, woran er gestorben ist? An dem Nagel oder durch Erhängen?« »Durch Erhängen, das ist ziemlich klar. Das erkennt man an seinem verzerrten Gesicht und an der heraushängenden dunklen Zunge, die typische Totenfratze eines Gehängten«, warf Lina ein und errötete leicht, als der Rechtsmediziner sie irritiert anschaute, weil sie für ihn geantwortet hatte. Zum Glück bemerkte sie nicht, wie Erdler vor Wut knallrot anlief. »Äh, wer sind sie eigentlich?« fragte der Rechtsmediziner entnervt. »Studentin im Betriebspraktikum. Sie wird sich nicht noch einmal äußern. Mach weiter.« Erdler warf Lina, die auf ihre Zehen schaute und noch röter wurde, einen bösen Blick zu. »Ähm, der Tote hat weder ein Handy noch Wohnungsschlüssel oder andere Schlüssel dabei. Ungewöhnlich.« Der Rechtsmediziner blickte kurz zu Lina, als rechne er mit Einwänden aus ihrer Richtung, doch sie ließ immer noch den Kopf hängen. »Wurde außer der Brieftasche noch etwas vor Ort entnommen?« »Nein, nur die Brieftasche.« Erdler starrte auf den Toten. »Am Tatort waren kein Handy und keine Schlüssel, aber die Suche ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben seine Handynummer, aber das Gerät ist ausgeschaltet.« Schweigend wartete der Rechtsmediziner, bis sein Assistent mit Fotografieren fertig war und ihm wieder Platz machte. »Was soll dieser Nagel, außer dem Mann zusätzliche Qualen zubereiten? Ist bekannt, ob er Drogenschulden oder einen Geldeintreiber am Hals hatte?« Erdler antwortete hastig, damit Lina nicht wieder das Wort übernehmen würde. »Wir wissen noch sehr wenig über den Mann. Die Ermittlungen haben gerade erst begonnen, aber es hat ihm wohl nicht an Geld gemangelt, wie man an der Uhr und dem Mantel sehen kann. Gut möglich, dass er Drogen genommen hat, aber die hat er bestimmt auch bezahlt. Unter dem Nagel hing noch ein Papierschnipsel, der muss sich bei der Abnahme der Leiche gelöst haben. Vermutlich wurde mit dem Nagel ein Stück Papier an dem Mann befestigt. Der Schnipsel muss Teil eines größeren Blatts gewesen sein, das schon vom Wind abgerissen wurde, bevor wir zum Tatort kamen. Hülder zwang sich, den Nagel in Augenschein zu nehmen. Der Nagelkopf war gemustert und er glaubte, die Sorte zu kennen. »Das ist wahrscheinlich ein Drei- oder Vierzollnagel aus einer Nagelpistole,« erklärend fügte er hinzu. »Ich bin gelannter Tischler.« »Drei bis vier Zoll,« der Rechtsmediziner schwieg einen Moment. »Saubere Arbeit.« »Willst du ihn nicht rausziehen?« fragte Erdler. Alle im Raum starten den Nagel an. »Nein, nein, das machen wir bei der Obduktion. Heute werde ich ihn nur entkleiden, seine Sachen sichern, Blut abnehmen und Temperatur messen. Der Rest muss bis morgen warten.« Hülder trat einen Schritt zurück. Er hatte schon wegschauen müssen, als die Spusi am Tatort ein Thermometer in die Leber des Toten gesteckt hatte und wollte das nicht nochmal sehen, genauso wenig wie die Blutabnahme. Als das Handy in seiner Tasche klingelte, ging er schnell in eine Ecke. Auf dem Display sah er, dass es Götzlöger war und betete still, er möge sich mit seinem Anliegen Zeit lassen. Doch Götzlöger kam sofort zum Thema. »Es ist unmöglich, die Familie dieses Jungen ausfindig zu machen. Ich habe versucht, Erdler zu erreichen, aber ihr Handy ist ausgeschaltet. Freya und dieser Dithrick werden langsam ungeduldig. Der Mann versteht nicht, warum der Junge auf der Wache rumhängen muss. Er will ihn mitnehmen, damit er was zu essen kriegt und so.« »Warum kann er nicht kurz rausgehen und was kaufen? Wir sind in einer halben Stunde wieder da, höchstens in einer Stunde. Der Typ wurde ja nicht auf der Wache festgesetzt. Von mir aus kann er gerne abhauen und braucht nicht wiederzukommen. Freya kann doch mit dem Jungen warten. Dieser Typ ist nicht gerade hilfreich. Scheint mir ein ziemlicher K.O. zu sein.« »Nein, überhaupt nicht. Er ist total nett.« Hülder lag auf den Lippen, Götzlöger zu sagen, er lasse sich doch nur von dem Kerl blenden, weil er gut aussah, hielt sich aber zurück. Ihre Freundschaft hatte sich verändert. Und das war Hülders Schuld. Seit Götzlöger ihm erzählt hatte, dass er homosexuell war, fiel es Hülder schwer, sich ihm gegenüber normal zu verhalten. Nicht, weil ihn Götzlögers Homosexualität störte, ganz und gar nicht. Er ertappte sich nur ständig dabei, übervorsichtig mit ihm umzugehen, was total unnatürlich wirkte. Er wollte einfach nichts Dummes oder Lächerliches sagen. Was bescheuert war, weil er genau deshalb dumm und lächerlich rüberkam. »Versuch, sie da zu behalten, bis wir zurück sind. Ich bring dem Klein was mit. Hamburger oder Pizza. Oder beides.« »Ich bemühe mich, aber ich kann nichts versprechen. Sie sind ja nicht verhaftet und können gehen, wann Sie wollen.« »Danke.« Nachdem sie sich verabschiedet hatten, war Hülder gezwungen, sich wieder der Leiche auf dem Tisch zuzuwenden. Er versuchte, sich abzulenken, indem er darüber nachdachte, wie es ihm gelingen könnte, Erdler dazu zu bringen, ihm zusammen mit Freya den Fall des Jungen zu übertragen. Es schadete nichts, gut vorbereitet zu sein, da Erdler womöglich Verdacht schöpfen könnte, dass ihm etwas anderes viel wichtiger wäre als die Zeugenaussage des Jungen, was zumindest teilweise stimmte. Der Filmausschnitt war kurz und so abwegig, dass Jon ihn zweimal abspielen musste, um den Inhalt zu begreifen. Zu allem Überfluss war er gerade auf einem Kindergeburtstag und als er endlich Zeit hatte, sein Handy rauszuholen, hatte das Fest den Höhepunkt erreicht. Die kleinen Gäste waren im Zuckerrausch, brüllten, keischten und heulten und rannten wie aufgescheuchte Hühner herum. Obwohl die meisten erst drei Jahre alt waren, hatten sie überraschend schnell den Grundriss der Wohnung abgespeichert und eine Art Kreisparcours ausgemacht. Sie rannten von der Küche ins Esszimmer und von dort ins Wohnzimmer, dann in die Diele und wieder zurück in die Küche, wo alles von vorn anfing. Die Sinnlosigkeit dieses Zirkeltrainings war typisch für Dreijährige. In diesem Alter galt es schon als Triumph, wenn man eine Treppe hinaufsteigen konnte, ohne mit beiden Füßen auf jede Stufe zu treten. Man durfte also nicht allzu viel erwarten. John ließ die Aufnahme noch einmal laufen und ignorierte die Blicke seiner Frau Sigrun. Er hatte versprochen, ihr bei der Geburtstagsfeier zu helfen, versprochen, das Handy und den Computer nicht anzurühren. Er durfte zwar den Fernseher einschalten, aber nur, um einen Film zu zeigen, den sie für die Kinder runtergeladen hatten. Doch als sein Handy gepiept und eine Nachricht im Chatforum angekündigt hatte, waren die Interimsregeln seiner Frau vergessen. Erst hatte er ihr noch den Rücken zugedreht, doch als er kapierte, worum es in dem Film ging, war er so geschockt, dass er unaufmerksam wurde. Sigrun beobachtete ihn stinksauer, aber das war ihm egal. Ein kleines Mädchen mit Tortencreme auf der Oberlippe und einem Zopf mit zwei rosa Schleifchen kam angelaufen. Sie kreischte mit aufgerissenem Mund, passte nicht auf und rannte John zwischen die Beine. Fast wäre ihm das Handy aus der Hand gefallen, und bei dem Aufprall gegen sein Schienbein jammerte er laut. Am liebsten hätte er das Mädchen an der Schulter gepackt und ausgeschimpft. Aber er beherrschte sich. Ein solcher Wutanfall würde ihm nur Kurzgenugtuung bereiten, wäre aber auf längere Sicht unvernünftig. Sigrun wäre nicht begeistert und die Mutter des Mädchens noch weniger. Es war zwecklos, die Mutter zu fragen, warum sie das wüstige Baren ihrer Tochter ignorierte, denn anscheinend hielt man das für normal. Die Mütter hatten sich mit ihren Kaffeetassen und Kuchentellern ins Wohnzimmer gesetzt und ihre Kinder schlagartig vergessen. Wenn sich eines von ihnen wehtat und in die Arme seiner Mutter flüchtete, machte die ein irritiertes Gesicht, bis ihr urplötzlich wieder einfiel, dass dieses verstörte, heulende Kind ihr gehörte. Es folgte eine jehe Trostprozedur, dann wurde das Kind wieder in den Kampf entlassen. Die einzige Frau, die nicht saß, war Sigrun. Sie hechtete den Kindern durch die ganze Wohnung hinterher, verhinderte, dass sie Wohnungsschlüssel verschluckten, mit Gläsern warfen, Dinge umschmissen und sich um das begehrteste Spielzeug prügelten. Vor dem Eintreffen der Gäste hatte sie sich eine halbe Stunde lang zurechtgemacht, und jetzt sah sie aus, als wäre sie in einen Tornado gekommen, was ihre Laune nicht gerade besserte. Yon hatte ihr so gut es ging geholfen und sich die Frage verkniffen, warum sie nicht ihren Teenie-Sohn Fanna rief, der wie üblich in seinem Zimmer vor dem Computer festgewachsen war. Es würde den Jungen bestimmt nicht umbringen, ein bisschen zu helfen, aber Yon hielt sich zurück. Er war der Stiefvater des Jungen, und ihr Verhältnis war zur Zeit nicht besonders innig. Da Fanna immer hinter verschlossener Tür hockte, ließ es sich auch schwer verbessern. Die Zeiten, in denen man ihn noch regelmäßig zu Gesicht bekommen hatte, waren vorbei, seit er einen eigenen Computer besaß. Yon spähte verstohlen zu Sigrun, die sich zu einem Mädchen hinunterbeugte, um Kaugummi aus ihren Haaren zu entfernen. Das war die Gelegenheit. Noch einmal. Er musste den Film noch einmal anschauen. Vielleicht entdeckte er ja etwas, das ihn bestätigte, dass es sich um eine fingierte Szene handelte. Das konnte doch nicht echt sein. Ausgeschlossen. Er hielt das Handy schräg, damit sich die Deckenlampe nicht darin spiegelte. Die Lichtverhältnisse waren schlecht, und die Aufnahme war dunkel, es schien Nacht gewesen zu sein. Trotzdem erkannte Yon seinen Freund Helki. Er trug dieselben Klamotten wie bei ihrer gestrigen Kneipentour und hatte eine weiße Serviette auf der Brust, an die Yon sich nicht erinnern konnte. Sie hatten Helki allerdings im Lauf des Abends verloren, sodass er sich das Ding auch später angesteckt haben konnte. Der Strick um seinen Hals war mit Sicherheit auch vorher nicht dagewesen. Yon zwang sich, den Blick von dem Strick und dem Letzchen oder was auch immer es war, abzuwenden. Doch es war weder die Serviette noch das Seil, was ihn schockierte, sondern das, was auf dem Bildschirm geschah. Yon hielt sich das Handy vors Gesicht so nah wie möglich, ohne den Fokus zu verlieren. Eine behandschuhte Hand erschien im Bild und versetzte Helki einen Stoß. Er machte ein verblüfftes Gesicht und verschwand vom Bildschirm. Dann schwenkte die Kamera nach unten, die Perspektive wurde breiter, und man sah die dunkle Silhouette eines Mannes, der in der Luft baumelte. Seine Füße traten ins Leere und seine Hände tasteten panisch nach der Schlinge um seinen Hals. Dann wurden die Tritte immer schwächer, bis er sich nicht mehr bewegte. Seine Arme fielen an den Seiten hinab und seine Beine hingen Kerzen gerade nach unten. Der Mann an dem Seil schwang sanft vor und zurück. Damit endete der Film. Yon atmete aus. Die Kommentare seiner Freunde unter dem Post spiegelten seine eigenen Gedanken haargenau. Soll das etwa witzig sein? Wer von euch hat das gepostet? Moment mal! Was soll der Scheiß? Ich dachte, das Forum wäre für eine andere Sorte Filmer. Hahaha! Keine Ahnung, was das soll! Yon überlegte, ob er selbst einen Kommentar schreiben sollte, hatte dem aber nichts hinzuzufügen. Wenn er begann, auf seinem Handy herumzutippen, würde Sigrun es ihm womöglich aus der Hand reißen und aus dem Fenster schmeißen. Yon! Er hob den Kopf und klappte das Handy zu, als er in die funkelnden Augen seiner Frau blickte. Sie hielt ein mit Haaren verklebtes Kaugummi hoch. Bitte bring den Mädels frischen Kaffee! Er brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass sie ihre Freundinnen und nicht die Kinder meinte. Prompt steckte er das Handy weg und gehorchte. Er holte frischen Kaffee und schenkte den Frauen Gedanken verloren nach. Sie merkten es gar nicht, sondern quatschten einfach weiter, als wäre er ein Kellner in einem Restaurant und nicht ihr Gastgeber. Anschließend beauftragte ihn Sigrun einem Mädchen, das die Wand im Flur mit Schokocreme von der Geburtstagstorte beschmiert hatte, die Hände zu waschen. Anstandslos nahm er einen feuchten Waschlappen entgegen, machte sich auf die Suche nach dem Mädchen und wischte ihr die klebrigen, kurzen Finger ab. Dann hastete er zur Toilette, wohlwissend, dass Sigrun es merken würde, wenn er zu lange im Bad blieb. Er nahm das Handy und wählte Helkis Nummer. Er wollte von ihm persönlich hören, was dieser Gag sollte. Doch das Einzige, was er zu Ohren bekam, war eine vertraute Ansage. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte rufen Sie später wieder an. Siki saß an einem Tisch in der Kaffeeküche des Kinderhauses und ließ sich einen Hotdog schmecken. Das Brötchen war so groß, dass er es mit beiden Händen umfassen musste und es kaum in den Mund bekam. Am Ende gab er es auf und biss abwechselnd in das Brötchen und das Würstchen. Als noch ein Drittel übrig war, legte er den Rest auf den Teller, den Freya ihm gegeben hatte und sagte laut und deutlich, Dankeschön. Bitte sehr. Der Junge war so höflich, dass er eine gute Erziehung genossen haben musste, weshalb es unverständlich war, warum niemand seine Abwesenheit bemerkt zu haben schien. Die Polizei behauptete steif und fest, dass er nicht als vermisst gemeldet worden sei und beim Notruf sagten sie dasselbe. Freya fragte sich, ob der Anruf der verzweifelten Eltern irgendwo im System untergegangen war, aber man versicherte ihr, dass das unmöglich sei. Wo ist Mama? Siki schaute sich in der kleinen Kaffeeküche um, als erwarte er, sie hätte sich dort irgendwo versteckt. Sie ist nicht hier, aber wir suchen nach ihr. Hat sie sich verirrt? Nein, das glaube ich nicht. Manchmal suchen wir auch Leute, die gar nicht verschwunden sind. Siki hatte ein großes Fragezeichen im Gesicht. Warum? Freya lächelte ihn an. Naja, aus allen möglichen Gründen. Manchmal meint man vielleicht, jemand wäre verschwunden, aber man erreicht ihn einfach nicht. Ich bin mir sicher, dass sie weiß, wo sie ist. Meine Mama hat sich nicht verirrt. Freya ließ die Worte des Jungen so stehen, denn sie war sich keineswegs sicher, dass er recht hatte. Seine Mutter hatte sich vielleicht nicht verirrt, so wie ein Kind es sich vorstellte. Sie stand nicht an einer Kreuzung irgendwo in der Pampa und kratzte sich am Kopf. Aber es war durchaus möglich, dass ihr etwas zugestoßen war. Es bedeutete nichts Gutes, dass man Siki in der Wohnung eines Mannes vorgefunden hatte, der unter merkwürdigen Umständen zu Tode gekommen war. Weder Freya noch Dithrick hatte man über Details informiert, nur dass der Wohnungsbesitzer tot aufgefunden worden war und man in einem Mordfall ermittelte. Hulda stellte die Tasse mit dem dünnen Kaffee ab, den Freya für Dithrick und ihn gekocht hatte. Sie begnügte sich mit einem Glas Wasser, weil das Kaffeepulver in der Dose nicht mehr für alle gereicht hatte. Eigentlich noch nicht einmal für zwei Tassen, aber sie hatte es wenigstens versucht, was ihr, dem Gesichtsausdruck der Männer nachzuschließen, jedoch nicht besonders gut gelungen war. Also, ähm, vielleicht sollten wir jetzt mal anfangen. Na, du weißt schon, sagte Hulda zu Freya, die sofort wusste, worauf er hinaus wollte. Als Erdler zusammen mit Hulda und der jungen rothaarigen Polizistin auf der Wache eingetroffen war, hatte sie Freya und Dithrick angewiesen, Sikki wegzubringen. Hulda war mitgekommen und sollte dafür sorgen, dass sie etwas aus dem Jungen heraus bekämen. Hulda war ganz zufrieden mit dieser Aufgabe gewesen, bis sich herausgestellt hatte, dass Dithrick auch dabei sein würde. Doch seine Einwände wurden ignoriert, weil der Junge unter der Aufsicht der städtischen Sozialbehörden stand, bis man einen Erziehungsberechtigten ausfindig gemacht hätte. Da Freya dort nur als Vertretung angestellt war, musste Dithrick den Jungen begleiten und damit basta. Bisher hatte Hulda es immerhin geschafft, Dithrick gegenüber höflich zu sein, aber Freya kannte ihn gut genug, um zu merken, dass es ihm schwer fiel und gab ihm Pluspunkte für seine Selbstbeherrschung. Die bestand größtenteils darin, so zu tun, als wäre Dithrick gar nicht anwesend und ihn nie von sich aus anzusprechen. Trotz der Wichtigkeit der Befragung hatte Freya darauf bestanden, dass der Junge zuerst etwas zu essen bekam. Hulda hatte den Fehler gemacht, ihm eine kleine Pizza mit auf die Wache zu bringen, die mit Champignons belegt war. Sicki hatte das Gesicht verzogen, als er sie gesehen hatte, den Kopf geschüttelt und die Lippen zusammengepresst. Vierjährige mussten schon sehr ausgehungert sein, um so etwas zu essen. Auf dem Weg von der Polizeiwache ins Kinderhaus waren sie an einem Kiosk vorbeigekommen und hatten einen Hotdog gekauft. Das hatte die Sache zwar hinausgezögert, aber Freya wusste, dass es wesentlich leichter wäre, dem Jungen Informationen zu entlocken, wenn er satt war. Solange er Hunger hatte, würde er nur auf seinem Stuhl herumrutschen und könnte sich nicht auf die Fragen konzentrieren. Die Befragung war schon schwierig genug. Kinder in diesem Alter konnten weder ihre eigene Situation richtig einordnen, noch sich genau erinnern oder verstehen, wie es dazu gekommen war. In ihren Augen lief das Leben einfach weiter und sie trieben mit. Deshalb erinnerten sie sich nur an Dinge, die sie besonders fasziniert hatten. Katzen, Hunde oder Eiskaffees. »Hast du Lust, mal mitzukommen, Sicki?« Freya lächelte den Jungen an. Er hatte Ketchup im Mundwinkel und klebrige Finger. »Es wäre toll, wenn wir uns ein bisschen unterhalten könnten.« »Worüber denn?« »Ach, dies und das, das könnte uns helfen, deine Mama zu finden.« Der Kleine überlegte einen Moment und nickte dann. Freya brachte ihn an den kleinen Gesprächsraum, wo er sich auf das weiche Sofa setzen durfte und gab ihm einen Teddybär mit einem Auge. Er übte eine unerklärliche Anziehungskraft auf Kinder aus, besonders auf jene, die etwas Traumatisches erlebt hatten. Sicki bildete da keine Ausnahme. Während er das Stofftier begutachtete, brachte Freya die Männer ins Nebenzimmer. Dort konnten sie ihr Gespräch mit dem Jungen durch einen Einwegspiegel und über Lautsprecher mitverfolgen. So, wie sich die beiden bisher verhalten hatten, würden sie ihre Konzentration bestimmt nicht durch ihr Gequatsche stören. Freya schaltete die Lautsprecheranlage ein, steckte sich das Mikrofon an und ging dann wieder zu Sicki. Normalerweise hätte sie sich auch einen Kopfhörer ins Ohr gesteckt, um die Fragen von Polizei, Anwälten oder Richtern weitergeben zu können. Dabei kam es vor allem auf ihre Fähigkeit an, lange und komplizierte Fragen so umzuformulieren, dass ein Kind sie verstehen und ehrlich beantworten konnte. Sie musste darauf achten, ihm keine Worte in den Mund zu legen oder Suggestivfragen zu stellen. Kinder neigten dazu, so zu antworten, dass die Erwachsenen zufrieden mit ihnen waren. Doch diesmal war Freya die Einzige, die Fragen stellte. Sie hatten erst so wenige Informationen über den Jungen, dass alle Antworten von Belang waren. Das Einzige, was sie wussten, war, dass er Sikothö hieß und Sicki gerufen wurde. Seine Mutter wurde Sista und sein Vater Sippy genannt. Höchst ungeeignete Spitznamen, um die richtigen Namen herauszufinden. Der Junge hatte erzählt, er wohne in Reykjavik, kannte aber weder den Namen seiner Straße noch den seines Stadtteils. Sie hofften, dass er doch noch mehr wusste, aber auf der Polizeiwache war er von der aufregenden Umgebung so abgelenkt gewesen, dass er sich unmöglich konzentrieren konnte. In einer ruhigeren Atmosphäre würde er vielleicht mitteilsamer sein. »Na, Sicki, magst du den Teddy?« Freya setzte sich neben ihn und fixierte den Spiegel an der Wand gegenüber dem Sofa. Sie ging davon aus, dass Hülder sie beobachtete. »Wo ist sein Auge?« »Es ist nicht schlimm. Er kann mit einem Auge gut sehen. Wusstest du, dass Spinnen acht Augen haben? Die wundern sich bestimmt, dass wir mit nur zwei Augen auskommen.« »Acht?« fragte Sicki beeindruckt. Freya nickte und tastete sich dann langsam an das Thema heran. »Hast du auch einen Teddy zu Hause, Sicki?« »Ich hab ein Kaninchen. Das hat aber nur zwei Augen, nicht acht.« Sicki starrte den Teddy noch eine Weile an und legte ihn dann auf seinen Schoß. Freya fragte nicht weiter nach dem Kaninchen. Der Vorteil bei so kleinen Kindern war, dass sie gar nicht merkten, wenn Fragen aus dem Zusammenhang gerissen waren. »Wie heißt deine Mama, Sicki?« »Hab ich dir doch schon gesagt. Sister, aber ich nenne sie Mama.« »Weißt du, was ein Spitzname ist?« Der Junge schüttelte den Kopf und Freya erklärte es ihm. Er schien zu verstehen, was sie meinte. Deshalb fuhr sie fort. »Ich glaube, Sister ist ein Spitzname. Hast du mal gehört, dass jemand deine Mama anders genannt hat?« Sie brannte darauf, Namen vorzuschlagen, bremste sich aber. »Nein, sie heißt Sister. Sister ist ein schöner Name.« »Sehr schön.« Freya ließ sich ihre Enttäuschung nicht anmerken. »Und dein Papa? Hat er vielleicht noch einen anderen Namen als Sippi?« »Nein, der heißt nur Sippi.« »Hast du eine Oma und einen Opas, Sicki?« »Ja.« Der Junge straffte sich und antwortete mit geschwellter Brust. »Ich habe zwei Omas und einen Opa. Und einen toten Opa. Der lebt nicht mehr, weil er alt war und gestorben ist.« Der Junge wirkte nicht traurig über den Tod seines Opas. Es musste also schon länger her sein. »Wie heißen deine Opas?« »Ich weiß nicht. Mein Opa heißt nur Opa, und mein toter Opa hat keinen Namen. Der ist ja tot.« Sicki unzelte die Stirn. »Wirst du nicht wissen, wie meine Omas heißen?« Freya nickte lächelnd. Der Junge setzte sich noch etwas aufrechter hin, stolz, dass er den Gesprächsverlauf beeinflusst hatte. »Meine eine Oma heißt Sissi, und die andere heißt nur Oma.« Freya bemühte sich, weiter zu lächeln. »Ich verstehe.« Das reichte wohl erst mal mit Namensfragen. Sissi konnte die Abkürzung für alles Mögliche sein. »Dann erzähl mir doch mal, wo du wohnst. Ich weiß, das ist in Reykjavik. Aber weißt du auch, wo in Reykjavik?« »In Reykjavik«, Sicki wirkte geknickt, weil Freya mit dem Namen der Stadt nicht zufrieden war. »Prima. Dann erzähl mir was anderes. Weißt du, wie die Straße heißt, in der du wohnst?« Sicki schüttelte den Kopf, offensichtlich enttäuscht, dass er schon wieder keine Antwort wusste. Freya beeilte sich, eine Frage zu stellen, von der sie annahm, dass er sie beantworten konnte. »Und in welchen Kindergarten gehst du?« Kinder in Sikis Alter kannten vielleicht nicht unbedingt ihre Adresse, wussten aber alle, wie ihre Tagesmutter oder ihr Kindergarten hieß. »Ich, ich bin nicht im Kindergarten. Mama sagt, ich darf im Sommer hin.« Das lief wirklich sehr stockend. Freya konnte sich vorstellen, wie Hülder bei der letzten Antwort aufstöhnte. Dithrick bestimmt auch. Wenn es ihnen nicht gelänge, die Angehörigen des Jungen ausfindig zu machen, wäre er dafür zuständig, eine Bereitschaftspflege für ihn zu organisieren, mit allen damit verbundenen Begleiterscheinungen. Freya beschloss, ein wenig vom Thema abzuweichen und Sicki ein paar allgemeine Fragen zu stellen, die er leicht beantworten konnte. Anschließend wusste sie, dass er am liebsten Nudeln aß, mit Stützrädern Fahrrad fahren konnte, schon oft im Haustierzoo gewesen war und bis fünfzehn zählen konnte, einmal sogar schon bis zwanzig. Nachdem der Kleine das alles ohne nachzudenken beantwortet hatte, war er wesentlich besser gelaunt und Freya lenkte das Gespräch wieder auf seine Familie. »Was macht dein Papa, Sicki?« »Papa ist Elektriker.« »Wow, Elektriker. Weißt du, wo er arbeitet?« Freya wusste, dass die Wahrscheinlichkeit gering war und war nicht überrascht, als Sicki den Kopf schüttelte. »Und was macht deine Mama?« »Die ist Lehrerin.« »Toll«, Freya riss bewundernd die Augen auf, um dem Jungen eine Freude zu machen. »Weißt du, wie die Schule heißt, an der sie arbeitet?« »Nein, sie geht nicht zu einer Schule, erst wenn ich in den Kindergarten komme.« Sickis Mutter arbeitete also zurzeit nicht. So wie es aussah, kamen sie mit den Eltern kein Stück weiter. »Was siehst du, wenn du vor eurem Haus stehst, Sicki? Vielleicht hilft es dir, wenn du die Augen schließt. Stell dir vor, du stehst vor eurem Haus und schaust dich um.« Sicki presste die Augen zusammen, und da das wohl nicht ausreichte, hielt er sich auch noch die Hände vors Gesicht. »Hm, ich, ich sehe Autos.« »Sonst noch was? Siehst du vielleicht die Hatschgrimmskirchia, die große Kirche mit dem hohen spitzen Turm?« »Hm, nein.« »Kannst du das mehr sehen?« Sicki überlegte und schüttelte dann den Kopf. »Nein, nur Autos.« Dann erhellte sich sein Gesicht, er nahm die Hände von den Augen und öffnete sie wieder. »Und Häuser.« »Wohnst du in einem Haus, Sicki? Oder in einem Block mit mehreren Wohnungen?« Der Junge schloss die Augen erneut und hielt sich die Hände vors Gesicht, bevor er antwortete. »In einem Haus. Einem großen Haus.« Freya war sich nicht sicher, ob er die Frage verstanden hatte. »Wohnen da noch mehr Leute in dem Haus?« »Ja, jede Menge. Es ist ein großes Haus.« »Solche großen Häuser heißen Wohnblocks, Sicki. Die Häuser, die du siehst, wenn du vor deinem Haus stehst, sind das auch Wohnblocks?« »Mh, ja. Kannst du auch Berge sehen?« »Mh, ein bisschen.« Mehrere Stadtteile von Reykjavik passten zu dieser Beschreibung. Zu viele. »Werden in der Nähe von deinem Wohnblock noch mehr Häuser gebaut, Sicki?« »Ich, ich weiß nicht. Gibt es da Kräne, Bauarbeiter oder, oder Zementlaster? Häuser, in denen noch keiner wohnt, weil sie noch keine Fenster haben?« »Nein, nein, die haben alle Fenster.« Freya fragte den Jungen weiter nach verschiedenen Orientierungspunkten, die ihr einfielen. Nach dem Haustierzoo, Burgerläden, Kinos, Kiosken, Eiskafés und Spielplätzen. Er meinte, das sei alles von seinem Haus aus nicht zu sehen. Sie fragte ihn nach Sportvereinen in seinem Viertel, aber Sicki wusste nicht, wie sie hießen. Als Freya nichts mehr einfiel, sagte sie dem Jungen, er solle seine Augen wieder aufmachen. »Haben deine Eltern ein Auto, Sicki?« »Ja.« »Weißt du, was für ein Auto das ist?« »Ein weißes«, Freya lächelte. »Weißt du, welche Marke?« Sicki strahlte, froh, dass er ihre Fragen wie am Fließband beantworten konnte. »Ein Jahres, der kommt aus Japan.« »Na klar, Sickys Eltern, Sippy und Sister besaßen natürlich die am häufigsten vertretene Automarke in ganz Island. Das wusste Freya, nachdem sie stundenlang im Internet nach Autos recherchiert hatte, dass sie den Wagen ihres Bruders nicht länger nutzen konnte, weil er die alte Schrottkarre jetzt wieder selbst brauchte. Doch noch nicht einmal die Massenweise zum Verkauf stehenden Jahres konnte sie sich derzeit leisten. Es war wichtiger, Geld für eine Wohnung zu sparen. Mehr arbeiten, weniger ausgeben. Kein besonders inspirierendes Lebensmotto. Deshalb hing viel davon ab, ob es mit der Wohnung von Balthurs Freund klappte. Als sie merkte, dass ihre Gedanken abschweiften, zwang sich Freya, sich wieder auf den Jungen zu konzentrieren. »Ich, ich frag dich jetzt nach dem Ort, wo wir dich gefunden haben, Sicki. Du erinnerst dich doch daran, oder? Das ist ja noch nicht lange her.« »In dem Haus von dem Mann.« »Ja, genau. Warst du da vorher schon mal?« Sicki schüttelte den Kopf. »Kennst du den Mann, der da wohnt? Er heißt Helki.« Wieder schüttelte er den Kopf. »Kennte er deine Mama oder deinen Papa?« »Ich weiß nicht.« »War Helki, der Mann, der da wohnt, wo wir dich gefunden haben? Schon mal bei euch zu Besuch? Oder hast du ihn mit deiner Mama oder deinem Papa schon mal woanders getroffen?« Die Frage war zu lang und der Junge sah verwirrt aus. Freya unterteilte sie in zwei kürzere Fragen und Sicki verneinte beide. »Jetzt erzähl mir mal, wer hat dich denn in die Wohnung gebracht? Deine Mama oder dein Papa?« »Nein, der Mann.« »Helki? Der Mann, der da wohnt?« Als Sicki demonstrativ mit den Schultern zuckte, holte Freya das Foto des Ermordeten heraus, das Hülder ihr gegeben hatte. Es war ein klassisches Profilbild, das nur seinen Kopf und seinen Oberkörper zeigte. Der Mann auf dem Foto war Mitte dreißig und trug ein Jackett und ein Hemd, wahrscheinlich eins von denen, die sie in seinem Kleiderschrank gesehen hatte. Er sah durchschnittlich aus, weder hübsch noch hässlich, wirkte aber sehr selbstsicher, wie jemand in einer Führungsposition. Perfekter Haarschnitt, frisch rasiert und ein Blick, der signalisiert, dass er eigentlich keine Zeit für ein Fotoshooting hat. »Ist das der Mann, der dich in die Wohnung gebracht hat?« Sicki beugte sich über das Foto und musterte es ausgiebig. Er legte die Hand über die untere Gesichtshälfte des Mannes und wiegte den Kopf hin und her. »Ja, nein, er hatte keine schicken Sachen an.« Freya ignorierte Sickis Bemerkung über die Kleidung. Sie hätte jetzt gern Hülders Stimme im Ohr gehabt. Was meinte der Junge damit? Ja oder nein? Hatte dieser Helki ihn in seine Wohnung gebracht, bevor er ermordet worden war? Was sollte sie ihn jetzt fragen? »Sicki, der Mann auf dem Foto heißt Helki. Er wohnt in der Wohnung. War er es, der dich dahin gebracht hat?« »Hm, vielleicht.« Freya wollte den Jungen nicht unter Druck setzen. Weitere Fragen würden auch kein Licht auf die Dinge werfen, die er schlicht und ergreifend nicht wusste. »Seid ihr mit dem Auto dahin gefahren?« »Ja.« »Aber nicht mit unserem Auto. Es war dreckig. Unser Auto ist sauber.« »Wo bist du in das Auto gestiegen, Sicki? Hat der Mann dich zu Hause abgeholt?« »Ich weiß es nicht. Ich bin aufgewacht. Und dann war ich im Auto. Hinten.« Freya schwieg einen Moment. »Hat der Mann dich in die Wohnung gebracht?« Sicki nickte und Freya belies es dabei. »Ist er bei dir geblieben?« »Er ist gegangen.« »Hat er dir wehgetan oder irgendetwas mit dir gemacht? In der Wohnung oder im Auto?« Sicki zögerte. »Nein.« Freya fiel einen Stein vom Herzen. Sie spürte, wie sich ihre Schultern lösten, nahm sich aber trotzdem vor, nach dem Gespräch einen Arzt hinzuzuzähnen. Der Junge musste untersucht werden. Vielleicht wollte er nicht darüber sprechen, was passiert war. Oder man hatte es ihm verboten. »Wie lange warst du schon in der Wohnung, als wir kamen?« »Ich weiß nicht. Sehr lange. Bist du heute Morgen oder heute Nachmittag dahin gekommen?« Freya besann sich und formulierte ihre Frage anders. »Hattest du schon gefrühstückt und zu Mittag gegessen oder nur gefrühstückt?« »Ich habe nichts gegessen. Es war dunkel.« »Du bist nachts in die Wohnung gekommen?« »Ja.« »Dann war es hell. Aber erst spät, weil wir Winter haben. Im Sommer ist es immer hell.« »Ja.« »Ja, das stimmt.« Freya überlegte, was sie als nächstes fragen sollte und bedauerte es wieder, sich den kleinen Kopfhörer nicht ins Ohr gesteckt zu haben. Ein Stichwort von Hülder wäre jetzt hilfreich gewesen. Dieses Gespräch war sehr wichtig, denn Kinder in Sikis Alter vergaßen schnell. Morgen wären seine Erinnerungen an die Ereignisse schon nicht mehr so frisch. Aber Freya wusste nichts Genaues über den Mord, keine Details, wann, wie oder wo Helki zu Tode gekommen war. »Warum bist du nicht aus der Wohnung gegangen, um Hilfe zu holen, Siki?« Wieder zögerte der Junge und rutschte auf dem Sofa herum, bevor er antwortete. »Das, das durfte ich nicht. Das hat der Mann gesagt.« »Durftest du die Tür auch nicht aufmachen?« »Nein, ich durfte erst gehen oder die Tür aufmachen, wenn der Wecker klingelt. So lange sollte ich warten. Aber ich durfte schlafen und Orangenimmu trinken. Ich habe auch uns Klo gepinkelt. Das durfte ich.« »Was hat der Mann denn gesagt, was passieren würde, wenn du nicht tust, was er sagt?« »Ich musste tun, was er sagt. Sonst würde Mama sich wehtun. Mama darf sich nicht wehtun. Nicht jetzt.« »Warum nicht?« rutschte es Freya heraus. »Sie hat ein Baby im Bauch.« Siki streckte die kurzen Arme weit von sich. »Ihr Bauch ist so groß.« Falls er nicht übertrieb, musste die verschollene Mutter hochschwanger sein. Vielleicht hatte man deshalb nichts von ihr oder dem Vater gehört. Sofern sie nicht mitten in den Wehen auf der Entbindungsstation lag, waren das schlechte Neuigkeiten. Sehr schlechte Neuigkeiten. Eine kleine Hand zupfte an Freyas Ärmel. Sie begegnete dem ernsten Blick des Jungen. »Der Mann ist böse, sehr böse.« Er zog noch einmal fest an ihrem Ärmel. »Du musst meine Mama finden.« Dann ließ er los und starrte auf seinen Schoß. »Ich will nicht, ich will nicht, dass sie stirbt.« Der Hausmeister nahm Hülder und Götzlöge an der Tür des exklusiven Hochhauses, in dem Helki gewohnt hatte, in Empfang. Es war ein schlanker Mann in den Fünfzigern mit noch vollem Haar, auch wenn seine Gesichtszüge ein wenig erschlafft waren. Er schüttelte ihnen beiden die Hand und bat sie mit gedämpfter Stimme, ihn Totti zu nennen. In diesem Moment stieg eine fröhlich lachende Frau mit einem Handy am Ohr aus dem Aufzug, und Totti warf ihr einen bösen Blick zu. Ihre Heiterkeit schien dem Hausmeister gegen den Strich zu gehen. Vielleicht hielt er eine begräbende Stimmung unter den gegebenen Umständen für angemessener. Doch zur Zeit wusste noch niemand außer Totti, dass Helki tot war. Wegen der Dringlichkeit des Falls hatten sie ihn darüber informieren müssen, dass es sich um einen Mord handelte. Da man in Helkis Manteltaschen keine Schlüssel gefunden hatte, waren sie auf die Kooperation des Hausmeisters angewiesen, um in die Wohnung zu gelangen und die Aufnahmen der Überwachungskameras in dem Gebäude sicherzustellen. Als die Frau gegangen war, nahmen sie den Aufzug in die oberste Etage, auf der sich Helkis Wohnung befand. Auf dem Weg nach oben schwiegen alle drei, die Augen auf die Leuchtanzeige geheftet, die die Stockwerke angab. Oben angekommen ertönte ein Klingelton, die Tür schob sich auf und die Männer stiegen aus. Augenblicklich war die angespannte Stimmung wie weggeblasen und sie fanden ihre Sprache wieder. Ihres Wissens wurde also nicht eingebrochen. Hilda hatte die Frage unten schon gestellt, wollte aber noch einmal sicher gehen. Es gibt doch bestimmt mehrere Hauseingänge. Garantiert nicht, alle Türen sind unbeschädigt, da hat sich niemand dran zu schaffen gemacht. Und an Helkis Wohnungstür auch nicht, da ist niemand eingebrochen. »Kannten Sie Helki genauer?« Hilda sah zu, wie der Hausmeister einen Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln herausholte und sie abcheckte. »Nein, nicht wirklich. Wir sind uns im Flur begegnet und ich war ihm behilflich, wenn nötig.« Hat er irgendwelchen Ärger gemacht? Der Hausmeister schüttelte den Kopf und steckte einen Schlüssel ins Schloss. »Nein, gar nicht. Er war ein sehr ruhiger Mensch, wie die meisten, die hier wohnen.« Die Tür ging auf und sie traten ein. Die Wohnung war tadellos gewesen, als Hilda sie vorhin gesehen hatte, aber jetzt sah die Sache anders aus. Die Spusi hatte überall Reste von Fingerabdruckpulver hinterlassen und die Möbel verschoben, sodass das perfekte Gesamtbild Schaden genommen hatte. Der Tod hatte vor nichts Respekt. »Hatte er oft Besuch?« Guthlöger schaute sich mit großen Augen um. Vermutlich hatte Hilda auch so ein verblüfftes Gesicht gemacht, als er das erste Mal hier gewesen war. »Davon kriege ich nicht viel mit. Ich bin Hausmeister, kein Türsteher.« Guthlöger errötete leicht. »Oh, das ist mir durchaus bewusst.« Der Hausmeister Totti, der kein Türsteher war, registrierte, dass seine Bemerkung ziemlich barsch gewesen war und bemühte sich um Wiedergutmachung. »Natürlich habe ich ihn ab und zu mit Leuten rein- oder rausgehen sehen. Er hatte also Gäste, aber ich weiß nicht, wie oft.« »Frauen, Männer, Kinder?« Hilda ging durch das Wohnzimmer und sah, dass das Geschenk vom Küchentisch verschwunden war. Wahrscheinlich hatte die Spusi es zusammen mit weiteren zu untersuchenden Gegenständen mit auf die Wache genommen. »Hauptsächlich Männer. Hin und wieder eine Frau. Und Kinder?« »Nein.« Der Mann überlegte kurz und fügte dann hinzu. »Doch, doch. Ich habe ihn einmal mit einem Mann aus dem Haus gehen sehen, der ein Kind auf dem Arm hatte.« »Einen Jungen?« »Nein, ein Mädchen. Etwa ein oder zwei Jahre alt.« Hilda trat an die Glasfront im Wohnbereich. Sie waren unter anderem noch einmal hergekommen, weil die Spusi vergessen hatte, zu überprüfen, ob man von einem angrenzenden Hochhaus oder den Nachbarwohnungen in die gardinenlose Wohnung hineinschauen konnte. Ein kurzer Blick bestätigte, dass dem nicht so war. Außerdem sollten sie die Aufnahmen der Überwachungskameras abholen und den Hausmeister über den Lebensstil des Toten ausquetschen. »Hat er hier die ganze Zeit allein gewohnt? Keine Freundin oder Freund?« Totti zuckte die Achseln. »Seit er hier eingezogen ist, wohnte er allein. Über sein Liebesleben weiß ich nichts. Das geht mich auch nichts an.« »Wann ist er hier eingezogen?« Der Mann kniff nachdenklich die Augen zusammen. »Hm, das muss vor etwa anderthalb Jahren gewesen sein. Nein, 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 kürzer. Vor einem Jahr ungefähr. Aber ich kann das nachschlagen, wenn Sie möchten.« »Ja, bitte.« Hülder blickte an die Decke. »Gibt es in der Wohnung Überwachungskameras?« »So nicht, dass ich wüsste, aber für sowas bin ich nicht zuständig. Ich kümmere mich nur um die Instandhaltung und den täglichen Kleinkram. Gut möglich, dass Helki sowas installieren lassen hat. Aber das hätte seine Sicherheit wohl kaum vergrößert. Wir haben hier im Gebäude eine ausgefeilte Alarmanlage und zahlreiche Überwachungskameras. Aber natürlich entscheidet jeder selbst, was er in seiner Wohnung macht.« Der Hausmeister ließ den Blick über die Decke und die Wände schweifen. »Also hier scheint mir nichts zu sein, aber er könnte ja auch versteckte Kameras haben.« Die Spusi hatte jedenfalls nichts derartiges gefunden. »Wir brauchen die Aufnahmen der Überwachungskameras. Dafür habe ich eine richterliche Anordnung.« »Die brauchen Sie nicht.« Der Hausmeister stand immer noch vor der geschlossenen Wohnungstür im Flur und schien die Wohnung nicht weiter betreten zu wollen. »Die Hausgemeinschaft und ich unterstützen Sie selbstverständlich.« Hülder lächelte, insgeheim hoffend, dass es nicht so weit kommen würde, dass Sie bei der Lösung des Falls auf die Hilfe der Hausgemeinschaft angewiesen wären. »Danke.« Er schaute sich noch einmal um, bevor er die nächste Frage stellte. »Sie war nicht zufällig derjenige, der angerufen und gemeldet hat, dass sich hier ein Kind befindet?« Der Hausmeister schüttelte den Kopf. »Nein, nein, ich hätte erst mal angeklopft, wenn ich etwas Ungewöhnliches gehört hätte. Helki war ein seriöser Mieter. Es gab keinen Grund, sowas zu melden, ohne der Sache vorher auf den Grund zu gehen.« »Wissen Sie, wie sein Verhältnis zu den anderen Hausbewohnern war? Könnte es sein, dass die anderer Meinung sind?« »Also, das weiß ich nicht. Ich habe nie jemanden schlecht über ihn reden hören. Bei den Hausversammlungen hat sich auch keiner über ihn beschwert, und das wäre der richtige Ort gewesen, wenn ihn jemand hätte anschwärzen wollen. Helki kam nämlich nie zu Versammlungen, wobei sowieso kaum einer kommt.« Hülder nickte, voll des schlechten Gewissens, weil er selbst noch an keiner einzigen Hausversammlung seines Wohnblocks teilgenommen hatte. »Es kommen aber nicht viele Wohnungen in Frage, oder? Hier gibt es doch bestimmt eine gute Schallisolierung.« »Der Junge müsste ganz schön gebrüllt haben, damit ihn jemand hört. Und selbst wenn, dann hätte man ihn höchstens in den direkt angrenzenden Wohnungen gehört. Rechts und links und unter uns. Unter uns ist zurzeit niemand. Die Eigentümer sind seit zwei Wochen im Ausland.« »Könnten Sie Ihre Wohnung verliehen haben?«, fragte Götzlöger, der nicht mehr die Einrichtung anglotzte und sich zu Hülder und dem Hausmeister gesellt hatte. »Nein, Sie haben mich gebeten, die Blumen zu gießen und nach dem Rechten zu schauen. Seit Sie weg sind, war niemand in der Wohnung. Aber wenn Sie möchten, kann ich noch mal reinschauen und mich vergewissern, dass dort alles unverändert ist.« Hülder gab dem Mann seine Visitenkarte. »Das eilt nicht. Schauen Sie einfach bei Gelegenheit mal rein und geben Sie mir Bescheid.« Sie gingen zurück in den Gang und klopften bei den rechts und links angrenzenden Wohnungen. Deren Bewohner wussten nichts von einem Anruf bei der Polizei und erkannten Siki auch nicht auf dem Foto, auf dem er auf Hülders Schreibtischstuhl saß und mit offenem Mund in die Kamera starrte, als erwarte er, dass ein Einhorn durch die Linse sprang. Trotzdem war der Junge auf dem Bild gut zu erkennen. Die Nachbarn hatten dieselbe Meinung über Helki wie der Hausmeister. »Sehr seriös, macht keinen Ärger, wenig zu Hause, hat selten Besuch.« Keine der drei Personen, mit denen Sie sprachen, war in den letzten 24 Stunden etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Lediglich der Mann aus der weiter hinterliegenden Wohnung sagte, seine Frau habe mitbekommen, wie man einen kleinen Jungen aus Helkis Wohnung geholt hätte. Sie war nicht zu Hause, aber er versicherte ihnen, dass sie nichts Negatives über ihre Nachbarn sagen würde. Hülder gab den Nachbarn seine Visitenkarte, falls ihnen noch etwas einfallen sollte. Alle waren natürlich sehr neugierig, wurden aber mit der Aussage abgewimmelt, dass man ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Infos geben könne. Nach der Befragung der Nachbarn gingen sie runter in das gebäudeeigene Parkhaus, wo Totti ihnen Helkis Autos zeigte. Sie standen beide nebeneinander auf ihren Parkplätzen, ein schwarzer Range Rover und ein dunkelblauer Audi. Der Range Rover war ein bisschen eingestaubt, was zu dem Kommentar des Hausmeisters passte, Helki benutze den Wagen nur selten. Durch die Wagenfenster war nichts Interessantes zu sehen, bis auf ein paar Lederhandschuhe auf dem Beifahrersitz des Audis, offensichtlich eine Herrengröße, vermutlich Helkis eigene. »Wenn Sie mal reinschauen wollen, ich habe Zweitschlüssel für beide Autos, viele Bewohner handhaben das so.« Der Hausmeister schien es ernst gemeint zu haben, dass er ihnen gern behilflich sein würde. Hölder nahm das Angebot an und nachdem die Autos aufgeschlossen waren, streifte er Latexhandschuhe über, schaute in die Handschuhfächer unter die Sitze, in die Aschenbecher und alle Ecken und Winkel. Er fand lediglich zwei Zulassungen, die er wieder zurücklegte. Keine Haschischreste in den Aschenbechern, keine kleinen weißen Umschläge oder Tütchen mit Dope in den Handschuhfächern. Nachdem Hölder dem Hausmeister die Schlüssel zurückgegeben hatte, brachte er sie zu dem Kellerabteil, das zu Helkis Wohnung gehörte. Es war leer und Hölder registrierte eine leichte Irritation bei dem Mann. »Also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Außer bei leer stehenden Wohnungen natürlich. Meistens sind die Kellerabteile vollgestopft mit Kisten und Krempel.« »Glauben Sie, dass der Keller leer geräumt wurde?« Totti zuckte nur mit den Achseln. Die drei Männer gingen durch das Parkhaus zum Büro des Hausmeisters, wo der Computer mit den Aufnahmen der Überwachungskameras stand. Dabei kamen sie an einer Luxuskarosse nach der anderen vorbei, und Hölder rechnete im Geiste deren Wert zusammen, gab es aber auf, als er bei gut über 100 Millionen Kronen angelangt war. Hoffentlich sorgte dieses reiche Pack wenigstens dafür, dass der Hausmeister für seine Arbeit angemessen bezahlt wurde. Wobei das nicht gesagt war, sein Büro stand nämlich in keinem Verhältnis zu der Ausstattung des Gebäudes. Eine fensterlose Kammer mit einem alten, wuchtigen Schreibtisch, der vermutlich spottbillig über eine Kleinanzeige gekauft worden war. Außerdem gab es noch einen moosgrünen Aktenschrank, der aussah wie aus Zeiten des Vietnamkriegs und Wandregale voller Aktenordner. Decke und Boden bestanden aus demselben nackten Beton wie das Parkhaus. Dagegen sah Hölders Arbeitsplatz in der Ecke bei der Kripo aus wie ein Chefbüro. Nachdem der Hausmeister die Kameradateien kopiert und ihnen ausgehändigt hatte, rutschte ihm etwas heraus, was seine Hilfsbereitschaft erklärte. Helki hat mir an Weihnachten ein dickes Trinkgeld gegeben, als Dankeschön für meine gute Arbeit im letzten Jahr. Sowas hat sonst noch nie einer gemacht. Die Leute wünschen einem frohe Weihnachten, wenn sie einen zufällig an Heiligabend sehen und tun ansonsten so, als hätte man eine andere Religion. Das war anständig von ihm. Hölder wusste nicht, was er sonst dazu sagen sollte. Also jedenfalls hoffe ich, dass die Aufnahmen ihm helfen, dem Täter schnell auf die Spur zu kommen. Und dass nichts Zwielichtiges über Helki dabei herauskommt. Ich will einfach glauben, dass er ein guter Kerl war. Es geht nicht darum, ihm irgendwas anzuhängen, sagte Hölder und sah zu, wie der Hausmeister den Namen eines Mitarbeiters der Sicherheitsfirma aufschrieb, die für die Überwachungsanlage zuständig war. Hölder nahm den Zettel entgegen und steckte ihn in die Tasche. Es gibt ziemlich viele Kameras, aber ich kann Ihnen leider nicht viel über die Dateien sagen. Dieser Typ weiß genau, wie das alles zusammenhängt. Nach diesen Worten erhob sich Totti und begleitete sie nach draußen. Er schloss das Büro gewissenhaft hinter ihnen ab und antwortete auf Hölders Nachfrage, das würde er immer so machen. Es konnte also niemand an die Schlüssel gekommen sein, die an beschrifteten Haken auf einer großen Korktafel über seinem Schreibtisch hingen, darunter auch ein Schlüssel zu Helkis Wohnung, zu dem Totti die Autoschlüssel gehängt hatte. Wer auch immer den Jungen hergebracht hatte, musste Helkis eigenen Schlüssel benutzt haben, was darauf hindeutete, dass dieselbe Person ihn auch getötet hatte. Es sei denn, der Junge war doch von Helki hergebracht worden. Seine Aussage war ja nicht ganz eindeutig gewesen. Als sie sich im Foyer verabschiedeten, druckste der Hausmeister herum und wich ihren Blicken aus, was Hölder wunderte, weil der Umgang mit ihm bisher so angenehm gewesen war. Doch dann brach es plötzlich aus dem Mann heraus. »Also, ich weiß, das ist vertraulich, aber könnten Sie mir sagen, was eigentlich passiert ist, wie und wo er zu Tode gekommen ist?« Hölder schnalzte mit der Zunge. »Nein, tut mir leid.« »Kann mal jemand zusammenfassen, was wir inzwischen über den Toten wissen?« rief Erdler laut und vernehmlich durch das Großraumbüro. Sie hatte gerade erst die Abteilung betreten und trug immer noch ihren Anorak. Die meisten starteten den Tag erst mal mit einem Kaffee und plauderten kurz mit den Kollegen, bevor sie an die Arbeit gingen. Erdler nicht. Bei ihr begann die Arbeit in dem Augenblick, wenn sie über die Türschwelle trat. Meistens kam sie morgens als Erste, aber gestern Abend hatte sie noch lange gearbeitet und sich deshalb verspätet. Hölder sah, wie Erdler energisch auf ihren Glaskäfig zuschritt. Sie versuchte, Augenkontakt zu ihrem Team aufzunehmen, aber fast alle interessierten sich plötzlich ungemein für ihre Computerbildschirme. Nur Lina blickte sie mit ihrem jungen Gesicht an, die roten Haare zu einem dicken Zopf gebunden. Ihr Kopf war sofort über ihrem Bildschirm nach oben geschossen, als sie Erdlers Stimme gehört hatte. Hölder hätte sich nicht gewundert, wenn sie schnippend aufgezeigt hätte, denn Erdler ignorierte sie. Doch Lina tat nichts dergleichen. Stattdessen stand sie auf und heftete sich an Erdlers Fersen. Hölder warf Götzlöger einen vielsagenden Blick zu. Der junge Kollege saß immer noch an dem Schreibtisch ihm gegenüber, auch wenn ihr Verhältnis deutlich abgekühlt war. Hölder konnte an seinem Gesicht ablesen, dass ihm die Entwicklung der Dinge ebenso wenig behagte wie ihm selbst. Er erhob sich. Ich gehe mal lieber hinterher. Mit seinen langen Schritten holte Hölder die beiden Frauen im selben Moment ein, als Erdler sich auf der Türschwelle ihres Büros umdrehte und die Praktikantin direkt hinter sich bemerkte. Erdlers ungläubiger Gesichtsausdruck überzeugte Hölder davon, dass er richtig gehandelt hatte. Sie sah aus, als hätte sie gerade ein Stück Klopapier an ihrem Schuh kleben sehen. »Was ist?« blaffte sie. »Ich habe mit allen Kollegen gesprochen und zusammengestellt, was wir bisher über den Toten wissen. Helgi Frithrickson. Danke, ich kenne seinen Namen.« Erdler zog den Anorak aus, hängte ihn an einen Haken und setzte sich an ihren Schreibtisch. »Dann schieß mal los.« Bevor Lina etwas sagen konnte, drehte Erdler sich zu Hölder und herrschte ihn an. »Und was willst du hier?« »Ich wollte dich auf den neuesten Stand über den Jungen bringen. Interessiert dich vielleicht.« Hölder hatte Freya am Morgen angerufen, als er sich einigermaßen sicher gewesen war, dass er sie nicht wecken würde. Doch es gab nicht viel zu berichten, denn seit gestern hatte sich kaum etwas geändert, immer noch keine Spur von den Eltern. Erdler schnaubte nur und durchbohrte Lina mit ihrem Blick. »Leg los!« Lina straffte sich und hielt sich das Blatt mit den Notizen vors Gesicht. Sie erinnerte Hölder wieder einmal an die fleißigen Mädchen in seiner Grundschule. »Also, der Tote war 35 Jahre alt und wäre im Dezember 36 geworden.« »Na, dann ist der Fall ja schon fast gelöst.« Erdler verdrehte die Augen. Lina lief rot an, das Blatt in ihren Händen zitterte, aber sie sprach weiter. »Er hat am Wirtschaftsgymnasium Abitur gemacht, als Drittbester seines Jahrgangs.« Lina hatte Erdlers bissige Bemerkung schon weggesteckt und schaute von ihren Notizen auf. »Das war bestimmt enttäuschend für ihn, so knapp vorbei und noch nicht mal Zweitbester. Für gute Noten gibt's halt keine Bronzemedaille. Nicht gerade motivierend.« Hölder hätte alles darauf gewettet, dass Lina aus eigener Erfahrung sprach. Erdler war so irritiert über die Anmerkung, dass sie die junge Frau nur mit offenem Mund anglotzte, woraufhin diese weitersprach, als wäre überhaupt nichts gewesen. Sie spähte wieder auf ihr Notizblatt, das jetzt nicht mehr zitterte. »Wie dem auch sei, es reichte jedenfalls, um auf eine renommierte amerikanische Universität zu gehen und diverse Stipendien zu bekommen. Laut seinen Eltern machte er dort drei Jahre später den Bachelor in Finanzmanagement als einer der Jahrgangsbesten, wechselte dann auf eine noch angesehenere Uni und machte den Master. Danach bekam er einen Job bei einer Investmentbank an der Wall Street, bis er umsattelte und für einen Hedgefonds arbeitete. Dort managte er den Kauf und Verkauf von Gläubigeransprüchen, die im Zuge des Bankencrashs den Markt fluteten. Er hatte einen Bonusvertrag und machte bei der Abwicklung kräftigen Reibach. Vor gut einem Jahr schien er dann genug zu haben und kehrte nach Island zurück. Er war so vermögend, dass er sich zur Ruhe setzen und in Saus und Braus leben konnte. Aber er lebte ja nur noch ein knappes Jahr, deshalb werden wir wohl nie erfahren, ob sein Vermögen bis ins hohe Alter gereicht hätte. Wobei er noch weitergearbeitet und seine eigenen Investitionen gemanagt hat. Wer beerbt ihn? fragte Erdler, die bei der Erwähnung des Geldes hellhörig geworden war. Ähm, äh, Lina schaute wieder auf ihre Notizen. Er hat nie geheiratet und hatte in Island keine Kinder. Die US-Behörden haben unsere Anfrage von gestern Abend noch nicht beantwortet. Gestern war ja Sonntag und dann die Zeitverschiebung. Wahrscheinlich können wir nicht vor heute Mittag mit einer Antwort rechnen. Aber es wäre seltsam, wenn er in den USA Kinder hätte, von denen seine Eltern nichts wissen. Er hat auch noch einen Bruder. Seine Eltern beerben ihn, sofern er keine Nachkommen hat und kein Testament geschrieben hat. Sie müssen aber noch genauer befragt werden. Die Kollegen waren bisher nur da, um sie über den Tod ihres Sohnes zu informieren. Da konnten sie noch nicht viel sagen, verständlicherweise. Lina holte kurz Luft, bevor sie weitersprach. Wir haben auch Informationen über die Firma, mit der Haykey sein Vermögen verwaltet hat. Aber da muss es ziemliche Verstrickungen geben. Mehrere Konten und diverse Tochterfirmen befinden sich in Steueroasen. Deshalb wird es wohl noch etwas dauern, bis wir genau wissen, wie groß das Erbe ist. Falls wir das überhaupt jemals entwirren werden. Es gibt jede Menge Tochtergesellschaften, Ableger und Briefkastenfirmen mit Konten auf der ganzen Welt. Dabei geht es in erster Linie um Steuervermeidung. Während unsere Gehälter für die Untersuchung seiner Ermordung vom Geld des isländischen Steuerzahlers bezahlt werden, schnaubte Erdler. Vielleicht sollten wir der Polizei auf den Virgin Islands den Fall überlassen. Sollen die sich doch um den Scheiß kümmern. Lina trat unsicher von einem Bein aufs andere, gab sich dann einen Ruck und fuhr fort mit ihrer Zusammenfassung. Nun, außerdem haben wir Auskünfte von seiner Bank, seiner Kreditkartenfirma und seinem Telefonanbieter angefordert. Die müssten größtenteils heute eingehen. Seine Computer werden gecheckt, dabei kommt hoffentlich etwas heraus, aber ich habe noch nichts gehört. In seiner Wohnung wurden ein Rechner und ein Laptop gefunden. Höchstwahrscheinlich kommen noch welche dazu, wenn wir das Büro durchsuchen, das er angemietet hat. Wir warten darauf, dass du das an jemanden delegierst. Erdler schwieg. Sie hatte nicht die Absicht, ihre Personalplanung mit Lina zu diskutieren. Weiter. Tja, also der Kollege, der den Geigen inspiziert hat, ist sich ziemlich sicher, dass das Brett nicht in der Nacht zum Sonntag zum Tatort gebracht wurde. Er hält es für so gut wie undenkbar, dass der Täter etwas so Schweres und Unhandliches transportiert hat, während er gleichzeitig Helki durch das Lavafeld dirigiert hat. Es sei denn, sie waren zu zweit oder er hatte das Brett schon vorher von der Straße zu dem Felsen geschleppt. Möchtest du, dass in dem Gebiet weiter nach dem Papier gesucht wird, das an Helkis Brust genagelt war? Gestern hat der Suchtrupp nichts gefunden. Keine Nagelpistole, kein Papier, keine Spur von einem Handy oder einem Schlüssel. Erdler fühlte sich nicht bemüßigt, Lina zu antworten, und in dem Büro wurde es still. Lina räusperte sich ungeduldig und sprach weiter. Es wurde gecheckt, ob Helki eine Verbindung zu Besserstathirch hatte, aber es sieht nicht so aus. Soweit wir wissen, hatte er auch keine Verbindung zu China, auch wenn es sich nicht ausschließen lässt, dass er während seiner Zeit in den USA mit chinesischen Kunden zu tun hatte. Die Bank und der Hedgefonds, für die er gearbeitet hat, müssten das wissen, und soweit ich informiert bin, wirst du dich mit denen in Verbindung setzen. An dieser Stelle wich Lina von ihrer trockenen Auflistung ab und erlaubte sich eine persönliche Anmerkung. Ich denke, das wäre der richtige Weg. Die werden dir sicher eher Auskunft geben als jemandem mit einem niedrigeren Dienstgrad. Vielleicht solltest du sogar überlegen, jemanden noch höher gestellten damit zu betrauen, den Polizeipräsidenten oder so. Erdler ging sofort an die Decke. Warum nicht gleich die Premierministerin? Oder nein, weißt du was? Ich weiß schon, den Papst, dem geben sie bestimmt Auskunft. Hilder verkniff sich ein Grinsen. Lina hatte unbewusst einen wunden Punkt getroffen, der allerdings nichts mit Erdlers Position zu tun hatte. Dabei ging es vielmehr um ihre Sprachkenntnisse. Erdler sprach nämlich ausgesprochen schlecht Englisch, und es war schwer vorstellbar, wie sie damit ein Gespräch über Helkis komplexe Finanzen führen sollte. Erdler wechselte schnell das Thema. Was ist mit dem Samstagabend? Wissen wir inzwischen, wie Helki ihn verbracht hat? Lina schaute wieder auf ihre Zusammenfassung. Bei Erdlers zynischer Bemerkung war sie nicht mehr ganz so rot angelaufen wie sonst. Vielleicht setzte schon ein Gewöhnungseffekt ein. Ähm, da gibt es noch ein paar Lücken, aber wir wissen jetzt, dass er essen gegangen ist. Seine Eltern wussten, dass er sich mit ein paar alten Schulfreunden treffen wollte. Mit denen müssen wir noch reden. Die Quittungen aus seiner Tasche beweisen, dass er um halb acht von zu Hause ein Taxi genommen und um zehn Uhr die Rechnung im Restaurant bezahlt hat. Die Anzahl der Speisen auf der Rechnung lässt darauf schließen, dass er für sich und vier weitere Personen bezahlt hat. Außerdem gab es noch Quittungen für Getränke in der Bar 101. Was danach passiert ist, liegt im Dunkeln. Die letzte Kreditkartenabrechnung stammt aus dieser Bar. Er scheint also nicht mehr woanders hingegangen zu sein. Es sei denn, er hat weitere Getränke bar bezahlt. Seine Brieftasche war ja voller Bargeld. Das wäre also durchaus möglich. Das werden wir hoffentlich bald wissen. Die Aufnahmen der Überwachungskameras aus der Innenstadt sind nämlich zum Checken bereit. Wir warten darauf, dass du jemanden damit beauftragst. Ach ja, und ähm, dann kam noch eine Nachricht von dem Gerichtsmediziner wegen der Obduktion. Er ist bald fertig und bittet dich, ihn anzurufen. Erdler stöhnte. Auch das noch. Warum kann er uns nicht einfach den Todeszeitpunkt mitteilen? Da Lina keine Anstalten machte, den Mann zu verteidigen, fragte Erdler. Was ist mit den Überwachungskameras aus Heikis Wohnhaus? Sind die Aufnahmen brauchbar? Hülder hatte in Erdlers Büro vorbeigeschaut, als er die Aufnahmen gestern Abend zur Wache gebracht hatte und ihr von seinem und Guthlögers Besuch in dem Hochhaus berichtet. Als er eine Stunde später nach Hause gegangen war, hatte sie immer noch da gesessen. Aus der zentralen Zeiterfassung war ersichtlich, dass sie erst um zwei Uhr morgens Feierabend gemacht hatte. Lina nickte und Hülder übernahm das Wort. Ich kann die Aufnahmen checken. Ich kenne das Gebäude und den Jungen am besten. Mit ein bisschen Glück kriegen wir dadurch raus, wann und mit wem er ins Haus gekommen ist. Ich habe den Namen einer Kontaktperson bei der Sicherheitsfirma, die das System installiert hat und betreut. Erdler ging nicht näher auf das Angebot ein, was Hülder als Zustimmung interpretierte. Sie schaltete den Computer ein und starrte auf den Bildschirm, während er hochfuhr. Wurden die Eltern des Jungen gefunden? Nein, antwortete Hülder knapp. Verstehe, Erdler fixierte ihn. Du kommst also als Erster hier reingestürmt, um ihr zu sagen, dass sich bezüglich des Jungen nichts getan hat? Hülder widerstand der Versuchung, sie darauf hinzuweisen, dass Lina noch vor ihm dagewesen war. Wir haben sämtliche Hebel in Gang gesetzt. Goethlöge hat bereits die Eltern von elf der 16 Siegöthlöge kontaktiert, die in Reykjavik wohnen. Aber von denen vermisst niemand ihren Sohn. Er versucht weiter, die restlichen fünf zu erreichen. Da der Junge nach eigener Aussage einen Vater und eine Mutter hat, werden wir sie am Ende finden. Vielleicht handelt es sich ja um ein Junkie-Pärchen, das irgendwo im Nirvana schwebt. Von den Eltern, die wir noch nicht erreicht haben, steht allerdings niemand bei uns im Drogenregister. Außerdem wirkt der Junge nicht so, als würde er aus einer Problemfamilie kommen. Vielleicht springen die Großeltern bei Bedarf ein, das wäre nicht ungewöhnlich. Ja, ja, kann sein. Hülder war skeptisch, obwohl er es nicht begründen konnte. Wo befindet sich der Junge jetzt? In einer Notunterkunft des Sozialamts. Da hat er die Nacht verbracht. Ich habe da heute Morgen angerufen, weil ich wissen wollte, ob er noch was über seine Eltern erzählt hat, aber Fehlanzeige. Da er nicht als vermisst gemeldet wurde, wissen seine Eltern entweder gar nicht, dass er verschwunden ist, oder sie stecken in Schwierigkeiten. Wir müssen in Betracht ziehen, dass sie womöglich Opfer desselben Täters sind, der Helki getötet hat. Erdler nickte nachdenklich. Daran habe ich natürlich auch schon gedacht. Oder ob sie für den Mord verantwortlich sind. Falls man dem Jungen glauben kann, dass es möglicherweise Helki war, der ihn in die Wohnung gebracht hat. Mitten in der Nacht, vielleicht nach seiner Kneipentour oder bevor er losgezogen ist? Da Hülder nichts entgegnete, fragte Erdler. Wie läuft's mit der Rekonstruktion des zeitlichen Ablaufs? Lina mischte sich wieder in das Gespräch ein, erfreut darauf antworten zu können. Daran arbeiten wir, aber es gibt noch ziemlich viele Lücken, beispielsweise der genaue Todeszeitpunkt. Erdler würdigte sie keines Blickes, sondern löcherte Hülder weiter über Siggi. Was ist mit dem Anrufer, der das mit dem Jungen gemeldet hat? Wurde der gefunden? Nein. Der Anruf ging beim Notruf ein, aber er kam von einer unterdrückten Rufnummer. Das Traurige ist, dass pro Jahr um die 10.000 Meldungen beim Jugendamt eingehen, die meisten zwar nicht über den Notruf, aber so selten ist das nicht. Nur merkwürdig, dass es keiner der Nachbarn gewesen sein will und dass der Anruf quasi zur gleichen Zeit einging, als der Wecker des Jungen klingelte. Man hatte ihm verboten, die Tür aufzumachen, ans Telefon zu gehen oder sich sonst wie bemerkbar zu machen, bevor der Wecker klingeln würde. Vielleicht purer Zufall, aber das kommt mir irgendwie verdächtig vor. Erdler schaute finster drein. Wir besprechen das alles gleich beim Meeting. Lina räusperte sich. Eine Sache solltest du noch bedenken. Ich höre. Der Tatort. Warum ausgerechnet der Galgenfelsen? Das müssen wir uns doch fragen. Meinst du wirklich, damit erzählst du mir was Neues? Ähm, nein. Hellrote Flecken bildeten sich auf Linas Wangen, aber sie sprach trotzdem weiter. Wenn das für dich okay ist, würde ich mal mögliche Gründe für die Wahl dieses Orts recherchieren. Gut, gut, von mir aus. Erdler wandte sich ohne weitere Worte wieder ihrem Bildschirm zu. Hülder verstand die Ansage. Danke und jetzt verpisst euch. Er drehte sich lässig um und gab Lina ein Zeichen, ihm zu folgen. Sie wäre durchaus imstande, stehen zu bleiben, bis Erdler sie rausschmiss. Hülders Augen waren schon ganz trocken vom langen Starren auf dem Bildschirm. Nachdem er ein paar Mal geblinzelt hatte, klickte er die nächste Datei an. Er hatte gehofft, vor dem Meeting mit Erdler in den Filmaufnahmen zu finden, wonach er suchte, aber es sah nicht gut aus. Das Problem war die große Anzahl der Überwachungskameras in dem Hochhaus. Das beruhigte zwar sicherlich die Bewohner, verkomplizierte aber die Auswertung. Es gab so viele Dateien, dass Hülder eine Ewigkeit brauchte, um zu begreifen, welchen Gebäudebereich er sich gerade anschaute, denn die Kameras waren nach irgendeinem undurchschaubaren System installiert worden. Der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, der für die Codierung zuständig war, ging nicht ans Telefon und anscheinend konnte ihm dort sonst niemand helfen. Immerhin hatte Hülder einen Ausschnitt gefunden, auf dem Helki durch den Vordereingang das Haus verließ. Da sie ungefähr wussten, wann das Taxi eingetroffen war, war das nicht so schwierig gewesen, doch über Sikis Kommen hatten sie keinerlei Information. Zu allem Überfluss gab es in dem Gebäude drei verschiedene Eingänge, einen Vordereingang, eine Hintertür und einen durch das Parkhaus im Keller. Hülder hatte die Aufnahmen vom Vordereingang schon im Schnelldurchlauf abgespult, ohne ein einziges Kind zu entdecken. Die Aufnahmen der beiden anderen Eingänge hatte er noch nicht ausfindig gemacht. Auf dem Computer erschien das Bild eines weiteren Flurs. Sie waren alle identisch, dekoriert mit riesigen exotischen Pflanzen, die Hülder noch nie in einem Blumenladen gesehen hatte und die aussahen, als wären sie samt Wurzel in einem bedrohten Regenwald ausgerissen worden. Die Bewohner hatten auch nichts unternommen, um ihren Wohnungstüren einen persönlichen Anstrich zu geben. Vor allem lagen die gleichen Fußmatten und bei der groben Auflösung des Films konnte man unmöglich die Wohnungsnummern auf den kleinen Schildchen neben den Türen lesen. Hülder spulte vor, in der Hoffnung, sich auf der richtigen Etage zu befinden. Er hätte es fast aufgegeben, als eine Tür aufging und ein vertrautes Gesicht in der Öffnung erschien. Das musste Häki sein, auch wenn seine Gesichtsfarbe wesentlich frischer aussah, als auf dem Tisch in der Gerichtsmedizin. Hülder stoppte die Aufnahme, spulte ein Stück zurück und notierte die Zeitangabe. Es war kurz vor halb acht, also war Häki vermutlich auf dem Weg nach unten zum Taxi, das ihn zum Restaurant bringen sollte. Er lief durch den Flur, doch anstatt auf den Aufzug zuzusteuern, ging er in die andere Richtung zu einem in die Wand eingelassenen Müllschlucker. Davor blieb er stehen, zerriss ein Stück Papier in kleine Stücke, öffnete die Luke und warf sie hinein. Dann knallte er die Luke schwungvoll zu und öffnete sie noch einmal, nur um sie noch fester wieder zuzuknallen. Hülder spulte zurück und vergrößerte das Bild, um genauer sehen zu können, was Häki in der Hand hatte. Er meinte, ein Blatt Papier und einen Umschlag zu erkennen, war sich aber nicht sicher, bestimmt nur irgendein Brief, über den er sich geärgert hatte, aber man konnte nie wissen. Wenigstens hatte Hülder die Aufnahme von der richtigen Etage erwischt. Sicherheitshalber checkte er das Datum. Es passte. Nachdem er ein ganzes Stück vorgespult hatte, ohne den Jungen zu entdecken, war er doch nicht mehr so überzeugt, auf der richtigen Spur zu sein. Doch dann ploppte Sikki endlich ins Bild. Samstagnacht. Viertel nach drei. Hülder ließ den Film langsamer laufen und fragte Götzlöger mit gedämpfter Stimme, ob er mitschauen wollte. Er wollte auf keinen Fall das gesamte Team im Nacken sitzen haben. Nachdem Götzlöger zu ihm rübergekommen war, spulte er ein Stück zurück und sie verfolgten gemeinsam, wie der Junge zu Häkis Wohnungstür geführt wurde. Automatisch rückten sie näher an den Bildschirm heran, aber das Gesicht des Mannes, der Sikki an der Hand hielt, war nicht zu erkennen. Er trug eine Kapuze und darunter ein Käppi. Einmal konnten sie ihn kurz im Profil sehen, aber seine untere Gesichtshälfte war mit einem Tuch oder Schal verdeckt, wie bei einem Bösewicht im Western. Jetzt begriff Hülder, warum Sikki eine Hand über Häkis Mund gelegt hatte, als er ihn auf dem Foto identifizieren sollte. Ohne vorschnelle Schlüsse ziehen zu wollen, war sich Hülder ziemlich sicher, dass der Mann nicht zum ersten Mal in dem Gebäude gewesen war. Er musste definitiv von den Kameras gewusst haben. Trotz der Maskierung war die Person eindeutig als Mann zu erkennen, seine ungefähre Größe würde man in Relation zu dem Jungen festmachen können. Er hatte eine normale Statur, nicht dick, aber auch nicht unnatürlich dünn. Auch seine Kleidung war unauffällig. Jeans, ein etwas längerer Anorak mit Kapuze und Turnschuhe, deren Marke sie hoffentlich noch herausfinden würden. Schwer zu sagen, ob es sich um Helki oder jemand anderen handelte. Vielleicht würde man sein Gesicht in anderen Filmausschnitten, auf denen er das Haus betrat oder auf dem Weg nach oben war, erkennen. Aber wenn er kein völliger Idiot war, hatte er es schon vorher verdeckt. Sie beobachteten, wie der Mann einen Schlüsselbund aus der Jackentasche zog und einen Schlüssel ins Schloss steckte. Er brauchte eine Weile, bis sich der Schlüssel drehen ließ, aber der Mann trug auch dicker Handschuhe. Unterdessen sah man Siggis Gesicht, der sich verwirrt umschaute. Besonders schien ihn die große Pflanze zu beeindrucken, und er betrachtete sie lange, bis ihm langweilig wurde und er sich gähnend wieder seinem Begleiter zuwandte. Endlich gelang es dem Mann, die Tür aufzuschließen, doch anstatt reinzugehen, beugte er sich zu Siggi hinunter. Wegen des Tuchs konnten sie nicht sehen, ob sich seine Lippen bewegten, doch Siggi nickte. Dann richtete der Mann sich wieder auf, und beide betraten die Wohnung. Bevor Siggi aus dem Sichtfeld verschwand, warf er einen Blick zurück und schaute für den Bruchteil einer Sekunde direkt in die Kamera, als wollte er Guthlöge und Hülder in die Augen schauen. Hülder drückte auf Pause. »Was meinst du? Ist das dieser Helki?« Guthlöge atmete scharf aus. »Pfuh, ich kann es echt nicht sagen. Jedenfalls trägt er nicht dieselben Klamotten wie zum Zeitpunkt seines Todes. Wenn er es ist, wollte er nicht erkannt werden. Ziemlich seltsam, weil er den Jungen ja mit in seine eigene Wohnung nimmt. Warum hat er ihn nicht woanders hingebracht, wenn er nicht erkannt werden wollte?« Hülder kopierte die Dateien auf das gemeinsame Laufwerk. Er wollte Erdler wissen lassen, dass er den Zeitpunkt kannte, an dem Siggi das Gebäude betreten und Helki es verlassen hatte und dass Helki wütend etwas weggeworfen hatte. Das hängt davon ab, was der Junge überhaupt da zu suchen hatte. Guthlöge trat von einem Bein aufs andere und machte keine Anstalten, sich wieder an seinen Platz zu setzen. Hülder bekam einen steifen Nacken, wenn er weiter zu ihm hochschaute und drängte. »Was ist?« »Hat Erdler zufällig erwähnt, wer die Überwachungskameras aus der Innenstadt checken soll?« fragte Guthlöge beiläufig. Aber Hülder kannte seinen Kollegen inzwischen gut genug, um zu wissen, dass mehr dahinter steckte. »Nein.« »Warum fragst du?« »Ach, äh, nur so.« Eine verräterische Röte zog sich über Guthlöge's Gesicht. »Ach, na komm schon. Warum fragst du?« »Wirklich nur so. Ich, äh, also ich dachte, ich könnte das übernehmen. Mir ist nicht danach, durch das Kaukaräuen zu stapfen und nach irgendwas zu suchen, das, äh, das wir sowieso nicht finden, oder die Mülltonnen aus Häkkis Haus zu durchwühlen.« »Aha.« Als Guthlöge das Lavafeld erwähnte, musste Hülder an den Zustand seines Kollegen am Sonntagmorgen am Tatort denken. »Warst du Samstagnacht in der Stadt unterwegs?« Guthlöge lief bis zum Haaransatz rot an. »Das, das ist nicht der Grund.« »Nö.« »Klar.« Hülder hatte den Nagel auf den Kopf getroffen, empfand aber keine Genugtuung. »Ach, das kriegen wir bestimmt hin, dass du das übernehmen kannst. Es sind ja nicht mehr viele im Haus.« »Der Besuch der Mangel ausgelöst, weil so viele Polizisten für Sicherheitszecke gebraucht wurden.« »Hast du eigentlich noch Schmerzen im Knöchel?« »Äh?« »Na, du weißt schon, nach dieser leichten Verstauchung am Sonntag im Lavafeld.« Da Guthlöge immer noch schwer von Begriff war, fügte Hülder hinzu. »Ach, schon blöd, dass du wegen der Verletzung nichts übernehmen kannst, wobei man viel laufen muss. Hm? Vielleicht findet Erdler ja was für dich hier auf der Wache. Die Aufnahmen checken zum Beispiel.« »Na, verstehst du?« Guthlöge nickte, die Röte wich langsam aus seinem Gesicht. »Ja, klar, klar. Danke.« Dann stand er auf und humpelte demonstrativ zu Erdlers Büro. Hethrun faltete die Zeitung und legte sie weg. Wie üblich nichts Neues. Eine Wahlumfrage zeigte, dass sich die Prozentpunkte der Parteien kaum verändert hatten. Die Isländer regten sich weiterhin über Touristen auf, die aus Mangel an öffentlichen Toiletten wild pinkelten und der chinesische Außenminister genoss seinen Staatsbesuch trotz des Wetters. Der Rest waren als Nachrichten getarnte Pressemeldungen, was nicht weiter schlimm war, da sie ohnehin nur die Überschriften lesen konnte. Auf der Arbeit hatte sie weder Zeit, ausgiebig Zeitung zu lesen, noch im Internet zu surfen. Die vier Kinder, die sich in ihrer Obhut befanden, fühlten sich inmitten des im Raum verstreuten abgegriffenen Spielzeugs sichtlich wohl. Ihnen genügten die verblichenen Holzklötzer, die Barbie-Puppe mit den verfilzten langen Haaren und die Autorennbahn, die nicht mehr richtig zusammenhielt. Mehr gab es nicht. Das übliche Spielzeug war zur Desinfektion weggebracht worden, nachdem bei einem Jungen die Masern diagnostiziert worden waren. Er lag jetzt im Krankenhaus und Hethrun hoffte, dass seine Mutter endlich begreifen würde, wie absurd es war, ihr Kind nicht impfen zu lassen, es aber stattdessen zu Hause mit hemmungslosem Drogenkonsum zu konfrontieren. Sie zweifelte jedoch daran. Das normale Wohnheim, das höchstens Platz für zwölf Kinder hatte, platzte aus allen Nähten. Da keine neue Unterkunft in Sicht war, hatte man diese Wohnung angemietet, um im Notfall zusätzliche Kinder unterbringen zu können. Die Wohnung war nicht besonders groß und bot Raum für insgesamt sechs Kinder, aber die Finanzen reichten nur für eine Mitarbeiterin pro Schicht. Das war problematisch, sobald mehr als zwei Schützlinge da waren. Außerdem vermisste Hethrun die Gesellschaft von Erwachsenen, wenn sie hier Dienst schob. Doch das war alles nur vorübergehend, genau wie die Unterkunft selbst. Hethrun schaute den Kindern beim Spielen zu. Aufgrund ihres unterschiedlichen Alters entbehrte ihr Spiel jeglicher Logik. Das einzige Mädchen in der Gruppe war mit sieben Jahren am ältesten und hatte die Führungsrolle übernommen. Sie teilte nach gut dünkender Spielzeug aus und achtete darauf, dass regelmäßig getauscht wurde, damit sich niemand langweilte oder vernachlässigt fühlte. Sie war es eindeutig gewohnt zu vermitteln, jedoch aus dem traurigen Grund, dass ihre Mutter ein Junkie war. Laut den Berichten der Sozialarbeiter gab die kleine Zuhause ihr Bestes, um die Situation zu beschönigen und den Anschein zu erwecken, dass ihre Mutter alles im Griff hätte. Einmal hatte sie ihrer weggetretenen Mutter eine Butterblume aus dem Garten hinters Ohr gesteckt, als das Jugendamt vor der Tür stand. Da war sie erst vier Jahre alt gewesen. Aus der Sicht des Kindes hatte der Schmuck die Mutter hübsch, sauber und nüchtern gemacht, sowie andere Mütter, damit sie weiter bei ihr bleiben durfte. Doch es hatte nichts gebracht und inzwischen war die kleine regelmäßiger Gast in der Notunterkunft. Das Tragische an der Geschichte war, dass Haythruhn schon so lange bei den städtischen Heimeinrichtungen arbeitete, dass sie sich an die Mutter des Kindes im selben Alter erinnern konnte, in derselben ausweglosen Situation. Die vier Kinder waren alle erst kürzlich in die Unterkunft gebracht worden, was am Wochenende häufig vorkam. Das Mädchen war seit Samstagmittag da, nachdem man ihre Mutter wegen einer Überdosis Fentanyl ins Krankenhaus eingeliefert hatte. Da der Rest der Familie auch nicht zuverlässiger war als die Mutter, war die Notunterkunft der einzige Ausweg. Dasselbe galt für die beiden Brüder, zwei und fünf Jahre alt. Sie waren am Samstagnachmittag gebracht worden, weil es keine andere Lösung gab. Ihre Eltern waren keine Junkies, aber Alkoholiker. Das vierte Kind, Siki, hatte eindeutig einen anderen Hintergrund. Er trug saubere Kleidung, und Hathrun musste ihn nicht als erstes baden und kämmen, ihm die Nägel schneiden oder Kleider leihen. Er war zutraulich, schaute einem in die Augen und aß ohne zu quengeln alles, was auf den Tisch kam. Er klappte sogar nach dem Pinkeln den Klodeckel runter. Laut dem städtischen Mitarbeiter, der den Jungen vorbeigebracht hatte, konnte man seine Eltern nicht ausfindig machen. Mehr hatte Hathrun nicht erfahren, aber wenn seine Eltern drogenabhängig waren, mussten sie sehr speziell sein. Den Kindern wurde es langsam langweilig. Der kleinere Bruder schlug den Kopf der Barbie-Puppe auf den Boden, während das Mädchen vergeblich versuchte, ihn davon abzuhalten. Als Hathrun sah, dass die Kleine bei jedem Schlag panischer wurde, griff sie ein. Hört mal, Kinder, habt ihr schon Hunger? Möchtet ihr was essen? Es war noch eine halbe Stunde bis zum Mittagessen, aber die Kinder mussten noch ihre Hände waschen und konnten beim Tischdecken helfen. Dann wäre der Lieferservice bestimmt auch schon bald da. Hathrun stand auf und nahm den kleineren Bruder auf den Arm, der die Barbie-Puppe umkreilte und Anstalten machte, sie damit zu schlagen. Hathrun musste jeden seiner Finger einzeln lösen, um ihm die Puppe abzunehmen. Als sie auf den Boden fiel, brüllte er los, beruhigte sich aber, weil Hathrun mit ihm in die Küche ging und die Puppe aus seinem Sichtfeld verschwand. Als sie ihn in den Hochstuhl am Küchentisch gesetzt hatte, war die Barbie schon vergessen. Das Mädchen und der größere Bruder folgten Hathrun in die Küche, während Sicki alleine zurückblieb. Ein weiteres Zeichen, dass er aus guten Verhältnissen stammte. Er bekam immer etwas zu essen, wenn er Hunger hatte, und spielte lieber weiter, wenn er das gesamte Spielzeug für sich hatte. Die anderen Kinder hatten immer Angst, vergessen zu werden, und rannten ihr ständig hinterher. »Was gibt's zum Mittag?« Das Mädchen starrte auf den nackten Küchentisch, und ihr Gesicht sprach Bände. Sie war so dünn, dass es bei ihr zu Hause bestimmt häufig keine Mahlzeiten gab. Hathrun hatte das Band ihrer geliehenen Jogginghose fest zuziehen müssen. »Milchreis!« Die Kleine freute sich, schaute aber sofort wieder besorgt und fragte, ob es dazu auch Zimt und Zucker gäbe. Als Hathrun bejahte, schien ihr ein großer Stein vom Herzen zu fallen. Sie sang sogar vor sich hin, während sie die tiefen Teller entgegennahm und auf den Tisch stellte. Da der größere Bruder noch so ungeschickt war, dass man ihm nichts Zerbrechliches anvertrauen konnte, gab Hathrun ihm die Plastikkanne für die Milch und vier Löffel. Nachdem die Kinder alles verteilt hatten, sah der Tisch aus wie nach einem kleinen Erdbeben, alles mehr oder weniger am richtigen Platz, aber ziemlich verrutscht. Hathrun rief nach Siki, der sofort kam und sich an den Tisch setzte. Er wirkte geknickt und starrte auf seinen leeren Teller. »Ich will nach Hause.« Das Mädchen, das neben ihm saß, legte ihm die Hand auf die Schulter, beugte sich zu ihm und sagte sanft, »Du darfst ja wieder nach Hause. Man darf immer nach Hause, aber manchmal nicht direkt.« Der größere Bruder, der ihnen gegenüber saß, nickte eifrig. Hathrun wollte gerade etwas sagen, damit die Kinder auf andere Gedanken kamen und nicht zu traurig wurden, als es klingelte. Sie musste zur Tür gehen und dem Lieferservice aufmachen, und als sie mit dem dampfenden Milchreis zurückkam, bestätigte sich ihre Befürchtung. Die älteren Kinder wirkten bedrückt und ließen sich auch von dem Essensduft nicht aufheitern. Ihr Geplapper war verstummt, als sie hereinkamen. »Worüber habt ihr denn gesprochen, Kinder?« »Nichts«, antworteten alle drei Älteren im Chor, während der Jüngste mit seinem Löffel auf die Plastikkanne haute und die Zunge rausstreckte. »Ach, ich, ähm, ich dachte, ich hätte euch reden gehört.« Hathrun packte das Essen aus und verteilte den Milchreis. »Ist das ein Geheimnis?« Der größere Bruder konnte sich nicht beherrschen, rutschte auf seinem Stuhl herum und platzte dann heraus. »Sicki sagt, seine Mama ist verschwunden. Er sagt, ein böser Mann hat sie geholt.« Der Junge musste eine Pause machen, um Luft zu holen, und redete dann fieberhaft weiter. »Dann darf er nie wieder nach Hause, oder?« »Jetzt fangt man an zu essen und erzählt nicht solchen Unsinn.« »Natürlich darf Sicki nach Hause, genau wie ihr. Aber er hat gesagt, dass der böse Mann Leute tot macht.« »Unsinn. Unsinn, es gibt keinen bösen Mann.« Aus dem Spielzimmer drang ein vertrauter Klingelton, und Hathrun eilte aus der Küche, um ihr Handy zu holen. Sie hoffte, dass die Kinder unterdessen nicht weiter darüber reden würden. Ihre Schwester war am Apparat und wollte wissen, ob sie eine Einladung zum 40. Geburtstag der Exfrau ihres Bruders bekommen hätte. Während sie zuhörte, wie sich ihre Schwester über diese Einladung echauffierte, fiel Hathruns Blick auf die Barbie-Puppe. Umgehend beendete sie das Gespräch und versprach, am Abend zurückzurufen. Mit dem Handy in der Hosentasche ging sie zu dem Wäschereck, das vor einem der Fenster stand. Am Morgen hatte sie zwei Küchentücher und ein verschlissenes Handtuch darauf gehängt, und nun war die Barbie hinzugekommen. Sie baumelte direkt über den Boden, und ihre für Highheels modellierten Plastikfüße zeigten nach unten, als versuchten sie, das Parkett zu berühren und Halt zu bekommen. Ein Stück Schnur von einem Spielzeugauto, das die Kleinsten gern hinter sich herzogen war, um ihren Hals gewickelt und mit dem anderen Ende an das Wäschereck geknotet worden. Das konnte nur Siggi getan haben. Das konnte keine Absicht gewesen sein, aber es sah aus, als hätte er die schäbige Barbie-Puppe erhängt. Hathrun knotete die Schnur vom Wäschereck, und die Puppe fiel auf den Boden. Nachdem sie ihr den Strick vom Hals gewickelt hatte, fühlte sie sich besser. Sie räumte die Puppe in die Spielzeugkiste und steckte das Stück Schnur in die Tasche. Das kleine Mädchen würde Angst bekommen, wenn Siggi dieses Spiel noch einmal wiederholen würde, und die Arme hatte es schon schwer genug. Hathrun ging zurück in die Küche, wo die Kinder schweigend saßen. Sie überlegte, Siggi zu fragen, was er sich dabei gedacht hätte, sah sich aber einem anderen Problem konfrontiert, das viel schlimmer war als eine gehängte Barbie, ein böser Mann oder wer nach Hause durfte und wer nicht. Es fehlten Zimt und Zucker. Der Lieferdienst hatte beides vergessen. John saß schon in dem Lokal und beobachtete die Tür. Es war viertel nach zwölf und noch immer kein Zeichen von seinen Kumpels. Er hatte das Treffen angeleiert und Ort und Zeit vorgeschlagen. In dem Raum war es schön dunkel und es kamen fast nur Touristen. Viel vernünftiger, als sich im Wald auf dem Ösküch-Lith-Hügel zu treffen, dem klassischen Ort für konspirative Treffen in Island, wo jeder, der sie sah, sofort Verdacht geschöpft hätte. An diesem Ort bestand hingegen keine Gefahr, dass sich Isländer dorthin verirrten. Der Innenarchitekt hatte sich bemüht, einen neuen Stil zu kreieren, den man als postmoderne Touristenfalle bezeichnen konnte. Ausgestopfte Papageitaucher, große gerahmte Fotos von Vulkanausbrüchen und lieblos gemalte Bilder von den heißen Quellen beim Gazir. Den Angestellten hatte man Island-Pullis und Wikingerhelme mit gelben Plastikhörnern aufgezwungen. Die Speisekarte hatte auch ihren Teil abbekommen und sah nicht so aus, als wäre sie für Einheimische bestimmt. Jones Exemplar war auf Englisch und auf seine Frage, ob es auch welcher auf Isländisch gäbe, hatte die junge Frau, die ihn zu seinem Tisch gebracht hatte, ihn nur komisch angeguckt. Es gab keine. Endlich ging die Tür auf und Bjartni und Thomas kamen herein. Jetzt war John wenigstens nicht mehr der einzige Gast ohne Rucksack. Die beiden waren, genau wie er, von der Arbeit gekommen. Thomas aus der Notenbank und Bjartni aus dem Außenministerium. Sie trugen Anzüge, schicke Mäntel und dünne Schals. Junge Männer auf Erfolgskurs, die vielleicht schon am Ende ihrer Karriere angelangt waren, ohne dass es ihnen bewusst war. So etwas merkte man immer erst in der Rückschau. Die Tür war gerade hinter den beiden zugefallen, als Günni eintraf. Er trug ähnliche Klamotten, nur noch etwas edler. Er arbeitete bei einer Finanzfirma und war immer totschick, außer freitags, wenn es keine Kleidungsvorschriften gab. Jetzt waren alle da. Bis auf Helki. John war sich ziemlich sicher, dass er nicht mehr kommen würde. Was ist denn das für ein Schuppen? Günni nahm den Schal ab und warf ihn auf die Bank neben ihrem Tisch. Hier gibt's massenweise gute Läden und du suchst dir ausgerechnet den aus? Was ist los? John wollte ihm das nicht erklären. Er befürchtete, die anderen wären weniger besorgt wegen des Films als er und wollte auf keinen Fall töricht wirken, wie ein Weichei. Anstatt zu antworten, reichte er die Speisekarten herum, was Günni noch mehr aufregte. Oh Mann, was soll'n der Scheiß? Viking-Burger? Thomas und Bjartni schwiegen ausnahmsweise. Sie musterten konzentriert ihre Speisekarten, als würden sie den Kaufvertrag für ein Einfamilienhaus gegenlesen. Das sei ihnen gar nicht ähnlich und John hielt es für einen Hinweis, dass sie seine Sorgen teilten, anders als offenbar Günni. Wie war der Geburtstag? Thomas legte die Speisekarte weg, ohne den anderen zu sagen, was er bestellen wollte. Disa war total fertig, als sie nach Hause kam, und Silla auch. Äh, ganz nett. Sehr nett. John verkniff sich die Frage, wie zum Teufel Thomas' Frau Silla erschöpft hatte sein können, nachdem sie den ganzen Nachmittag getratscht und sich bedienen lassen hatte, während ihre Tochter Disa durch die Wohnung gedüst war und mehr Energie verbrannt hatte als ein Fitnesscenter-Besucher im Januar. Weder Bjartni noch Günni wollten über Kindergeburtstage reden, Günni war kinderlos und Bjartnis Sohn war erst ein paar Monate alt und wurde noch nicht mit Einladungen überschüttet, so wie Jons und Thomas' Töchter. Fuck, warum sind wir in diesem Lokal? Jetzt mal im Ernst! Nachdem Günni die anderen Gäste ungläubig angeglotzt hatte, drehte er sich wieder zu seinen Freunden. Darum! John wusste, wie idiotisch es klinge, wenn er seine Sorge äußern würde, dass sie womöglich belauscht würden. Es ist auch nicht schlechter als andere, außerdem werden wir hier nicht andauernd von Mitgliedern aus deinen zahlreichen Clubs gestört. Günni sammelte Clubmitgliedschaften, so wie Nerds Briefmarken sammelten. Golfclub, Angelclub, Roundtable, Zigarrenclub, Gourmetclub, Weinverkostungsklub, Laufclub plus Mitarbeit bei der jeweiligen Partei, die er gerade unterstützte. Wohin er auch kam, er traf überall Leute aus diesen Vereinen. Ich nehme ein Gletscher-Sandwich, typisch Thomas, er ging immer jede Auseinandersetzung oder Unannehmlichkeit aus dem Weg. Mit seiner Ankündigung erstickte er die Diskussion zwischen John und Günni im Keim. Wenn sich mal nichts anderes anbot, warf er garantiert eine Bemerkung über das Wetter ein. Wollt ihr beide euch nicht mal entscheiden? Die Bedienung ist im Anmarsch. Günni verdrehte die Augen. Ich möchte nichts. Eine Bedienung im Islandpullover bezog am Ende des Tisches Position. Ihr Helm sah schief und sie richtete ihn verlegen lächelnd. Es schien ihr peinlich zu sein, in diesem Aufzug Isländern zu begegnen. Sie zückte Stift und Schreibblock und fragte, was sie ihnen bringen könne und als sie die Bestellung aufnahm, wunderte es John überhaupt nicht, dass Günni trotz seiner vorherigen Ankündigung beiläufig das Gericht des Tages bestellte. Genauso wenig wunderte es ihn, dass er nach einem großen Bier verlangte. Schweigend sahen sie der schlanken jungen Frau hinterher, die sich von ihrem Tisch entfernte. Als sie sich einander wieder zuwandten, beschloss John, das Thema anzusprechen. Wenn er es jetzt nicht tat, würde ihm die Gelegenheit durch die Lappen gehen. Sobald das Essen auf dem Tisch stünde, wären sie abgelenkt und je mehr der Pegel in Günnis Bierglas senke, desto unaufmerksamer würde er. Nach dem Essen würde sich die Gruppe dann schnell auflösen und es käme kein Gespräch mehr zustande. »Hat einer von... hat einer von euch Helki erreicht?«, fragte er. Alle verneinten, obwohl sie es angeblich versucht hatten. John hatte zwar damit gerechnet, war aber trotzdem enttäuscht und spürte, wie das mulmige Gefühl stärker wurde. »Glaubt ihr... glaubt ihr, das hat was mit diesem Videoclip zu tun?« Gönny prustete Bier in sein Glas. »Bist du verrückt? Das war doch nur ein Gag. Irgendwas aus dem Internet.« Der Typ sah aber wirklich aus wie Helki. Er war ihm total ähnlich. John hatte eigentlich gehofft, dass jemand anders auf die Ähnlichkeit hinweisen würde. Er wollte ja nicht als naiv dastehen. »Ist euch das nicht aufgefallen?« Thomas senkte den Kopf und schlug seine Serviette auf, in der das Besteck eingewickelt war. Beatni zuckte mit den Schultern und antwortete ausweichend. »Ich dachte erst, er wäre es, aber dann war ich mir nicht mehr sicher. Das Bild war ja ziemlich unscharf. Meint ihr nicht, dass es wirklich ein Gag war, so wie Gönny sagt? Dass Helki das nur gepostet hat, weil der Mann ihm ein bisschen ähnlich sieht? Das war doch der ganze Witz, oder?« »Warum geht er dann nicht ans Telefon?« Gönny verdrehte schon wieder die Augen. »Ach, du spinnst doch, Mann. Du weißt doch, dass Helki ständig im Ausland rumgondelt. Er sitzt bestimmt im Flieger und hat sein Handy ausgeschaltet. Und wohin soll er gerade fliegen? SpaceX bietet noch keine Flüge ins Weltall an. Sein Handy ist seit mindestens anderthalb Tagen ausgeschaltet. Er müsste doch längst gelandet sein. Ich habe schon gestern Mittag versucht und auch in der Nacht ein paar Mal bei ihm angerufen. Jorn konnte Thomas und Bjartni ansehen, dass sie ebenfalls beunruhigt waren, auch wenn sie nichts sagten. Doch da Gönny nicht überzeugt wirkte, sprach er weiter. Außerdem hat er gar nicht erzählt, dass er weg wollte. Er meinte sogar, er würde vor dem Geburtstag ein Geschenk vorbeibringen. Aber er kam nicht. Sie schwiegen, bis Bjartni die erdrückende Stille durchbrach. »Das ist echt ein bisschen seltsam, aber dafür wird es schon eine Erklärung geben.« »Welche denn?« »Das ist wirklich nicht witzig, und ich weiß nicht, was dieser Post bezwecken soll. Für solchen Schwachsinn haben wir das Forum nicht eingerichtet.« Thomas schien die Hoffnung aufgegeben zu haben, dass sie noch auf die Premier League zu sprechen kommen würden. Er legte das Besteck ab und holte sein Handy heraus. »Wisst ihr, was ich seltsam fand?« Er tippte schweigend auf dem Display herum, hielt das Handy dann hoch und sagte, »Wer ist dieser Administrator, der den Clip hochgeladen hat?« Das Handy wurde herumgereicht. Göni warf nur einen kurzen Blick auf den Post, reichte das Telefon sofort weiter an Yon und trank einen großen Schluck Bier. »Wir haben alle Admin-Status. Das muss von Helki sein, wie ich schon gesagt habe. Irgendein bescheuerter Gag.« Er trank noch einen Schluck und wischte sich den Schaum von der Oberlippe. Beatni, der das Handy gerade entgegengenommen hatte, fragte, »Aber warum Helki? Es könnte genauso gut einer von uns gewesen sein. Wir sind doch alle als Admins registriert.« Ihre Stimmen überschlugen sich, als alle beteuerten, nichts mit dem Videoclip zu tun zu haben. Beatni, der das Telefon noch in der Hand hatte, starrte aufs Display. »Thomas hat recht. Wieso wurde der Post von einem Administrator hochgeladen? Wenn einer von uns oder Helki das gemacht hätte, wäre der jeweilige Benutzername erschienen, unabhängig davon, ob wir Admin-Status haben oder nicht. Das müsste dann genauso aussehen wie andere Posts von uns.« Göni nahm ihm das Handy ab, runzelte die Stirn und schien endlich zu kapieren, dass das nicht normal war. Die anderen sahen zu, wie er auf dem Display herumwischte. Dann hob er den Kopf und seine sorglose Mine war verschwunden. »Was läuft denn da?« »Wieso?« Thomas krabschte als erster nach dem Handy. »Scheiße, Mann!« Beatni, der näher an Thomas saß als John, nahm ihm aufgeregt das Handy ab. »Was ist denn?« fragte John ungeduldig. »Da sind sechs registrierte Benutzer im Forum. Wir vier, Helki und jemand mit dem Benutzernamen? Administrator.« Wortlos und blass hielt Beatni John das Handy hin. John riss es an sich und starrte aufs Display. Da stand es klar und deutlich. Sechs Personen hatten Zugang zum Chatforum. Das konnte nicht sein. »Seit wann gibt es diesen neuen Benutzer?« Thomas' Stimme zitterte leicht, was niemanden überraschte. Sie waren alle besorgt. John suchte in den Einstellungen und leckte sich nervös über die Lippen. »Der sechste Benutzer wurde vor einem guten Jahr hinzugefügt. Das merkt man nur, wenn man in die Einstellungen geht. Da habe ich nicht mehr reingeschaut, seit wir das Forum erstellt haben. Wie ungefähr? Ich hatte auch keinen Grund, die Einstellungen zu checken, aber trotzdem, wie konnte das passieren?« Thomas reckte sich nach seinem Handy, aber John hielt es von ihm weg und starrte weiter darauf. »Wer hat diesem Kerl Zugang gewährt?« fragte Thomas aufgebracht. »Kerl? Könnte doch auch eine Frau sein.« Kalter Angstschweiß trat auf Johns Stirn. Hatte Sigrun oder eine der anderen Ehefrauen die Seite entdeckt? Doch dann zwang er sich logisch zu denken. Sigrun hätte unmöglich ein Jahr lang den Mund gehalten, wenn sie dahinter gekommen wäre. Er suchte nach weiteren Informationen, aber vergeblich, denn die Seite war extra so eingerichtet worden, dass man keine Aktivitäten nachverfolgen konnte. Es gibt keinen Hinweis, wer ihm oder ihr den Zugang gewährt hat. Kein Name, keine Mailadresse, nichts. Aber wer auch immer es ist, er war ein ganzes Jahr lang inaktiv, hat nichts gepostet, außer diesem einen Video. »Und gesehen? Hat er gesehen, was wir gepostet haben?« Thomas stellte die Frage, die allen auf den Nägeln brannte. Die Seite war nur für ihren Freundeskreis bestimmt, für niemanden sonst. »Ähm, keine Ahnung.« John gab auf und schob das Handy zurück zu Thomas. »Ich denke schon, dass er, dass er unsere Posts gesehen hat. Das liegt doch auf der Hand.« Keiner sagte ein Wort, aber alle dachten dasselbe. Sie dachten an das, was sie hochgeladen hatten, um sich zu bespaßen. Sonst niemanden. Jons Sorge um Helki war einer Panik gewichen, die mit ihm selbst zu tun hatte. Wenn das Forum an die Öffentlichkeit geriet, wäre er geliefert, beruflich und privat. Das galt auch für die anderen. Und für Helki. Selbst sein ganzes Geld könnte ihn nicht vor dem Sturm schützen, der dann losbrechen würde. Als die Bedienung in ihrem albernen Kostüm das Essen brachte, saßen die Freunde schweigend da. Ihnen war der Appetit vergangen, und als sie das Lokal verließen, hatte selbst Günni noch einen Rest Bier in seinem Glas. Die Obduktion war abgeschlossen, und Hülde hatte sich erfolgreich davor gedrückt. Erdler hatte Lina mitgenommen, und der Farbe ihres Gesichts nach zu urteilen, war es Erdler endlich gelungen, die Studentin zu schocken. Sie war immer blass, aber jetzt war sie keidebleich. Trink mal was, das hilft. Hülde reichte Lina eine eiskalte Kohle aus dem Automaten. Er wollte hören, was es Neues gab, und erkundigte sich lieber bei Superhirn Lina als bei seiner Chefin. Gierig trank Lina das süße Gesöff, und Hülde wartete, bis sie die Dose auf den Tisch gestellt hatte, bevor er ihr auf den Zahn fühlte. Also, was ist denn jetzt rausgekommen? Puh, so einiges, was ich mir lieber erspart hätte. Also, das Wichtigste ist, dass sie in der Urinprobe, die Helki gestern entnommen wurde, Flunitrazepam gefunden haben. Sie gehen davon aus, dass die Blutuntersuchung diesen Befund bestätigen wird. Die ist nämlich genauer. Hülde kannte das Medikament, das besser unter dem Markennamen Rohypnol bekannt war, umgangssprachlich als Vergewaltigungsdroge. Es handelte sich um ein Schlafmittel mit unerwünschten Nebenwirkungen, das oft mit Vergewaltigungsfällen in Verbindung gebracht wurde, sich aber nur selten nachweisen ließ. Hülde würde lieber die ganze Nacht wachliegen, als sich von dieser sogenannten Droge einschläfern zu lassen. Lina belehrte ihn ungerührt weiter, als wäre sie die Expertin und er der Neuling. Das Medikament wirkt beruhigend und ist fast zehnmal stärker als Valium oder Diazepam. Die Wirkung setzt nach circa 20 Minuten ein und erreicht nach zwei Stunden ihren Höhepunkt. Sie dauert vier bis sechs Stunden an, wobei man bis zu zehn Stunden nach der Einnahme noch etwas davon spüren kann, manchmal auch länger. Wobei das bei Helki ja nicht zutraf. Er starb, während das Medikament in seinem Körper noch wirksam war. Hülde hob dir Augenbrauen. Hast du das alles auf der Uni gelernt oder bei der Obduktion aufgeschnappt? Lina wurde ganz kleinlaut. Ähm, bei der Obduktion. Ich hab's nur überlebt, indem ich mich voll und ganz auf die Aussagen des Gerichtsmediziners konzentriert habe. Hauptsache, es hatte nichts mit Sähecken, Messern oder Zangen zu tun. Sorry, wenn ich mich in Details verliere, aber dann fällt es mir leichter, über diesen Horror zu reden. Hülder lächelte. Das kann ich gut verstehen. Besser als du denkst. Für mich gibt's nichts Schlimmeres als Obduktionen. Beim nächsten Mal probiere ich auch deine Methode, dann lerne ich vielleicht noch was. Bisher war ich immer zu sehr damit beschäftigt, nicht in den offenen Brustkorb der Leiche zu kotzen. Lina wirkte erleichtert zu hören, dass sie nicht als Einzige so zimperlich war. Sie lächelte Hülder zu, bevor sie den Faden wieder aufnahm. Ihr Lächeln war strahlend und schön, in krassem Gegensatz zu dem, was sie sagte. Helki stand also unter Einfluss dieses Medikaments, als er starb. Das heißt, dass es für den Mörder relativ leicht war, ihn zum Tatort zu bringen. Helki muss alle Anweisungen widerstandslos befolgt haben, sofern die Dosis nicht zu hoch war. Dann wäre er bewegungsunfähig gewesen und der Mörder hätte ihn tragen müssen. Woher weiß man, welche Dosis passt? Kann man das googeln? Im Beipackzettel steht ja wohl kaum, wie viel man braucht, um jemanden zum Zombie zu machen. Ich weiß es nicht, aber das kann ich checken. Recherche ist meine große Stärke. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel, entgegnete Hülder grinsend. Falls Erdler dir noch nichts Neues gegeben hat, wäre es toll, wenn du das machen könntest. Aber zurück zu der Obduktion. Was noch? Der Gerichtsmediziner geht davon aus, dass Helki zwischen halb drei und drei am Sonntagmorgen gestorben ist. Hülder strich sich übers Kinn, wobei ihm auffiel, dass er vergessen hatte, sich zu rasieren. Egal, das musste warten. Es wunderte ihn nicht, dass der Todeszeitpunkt nicht genauer eingegrenzt werden konnte. Das wäre nur möglich, wenn der Betreffende im Beisein eines Zeugen starb, bestenfalls eines Mediziners. Siki wurde um Viertel nach drei von der Überwachungskamera aufgenommen. Demnach kann Helki ihn nicht in seine Wohnung gebracht haben. Zu diesem Zeitpunkt hing er schon an einem Strick draußen in Alftarnis, mit Drogen vollgepumpt und tot. Er stand nicht nur unter Drogen. Laut dem Gerichtsmediziner war er auch betrunken. Er muss durch diese Mischung aus Flunitrazepam und Alkohol ziemlich weggetreten gewesen sein. Wie betrunken genau? Weißt du das noch? 1,2 Promille. Betrunken, aber nicht sturzbesoffen. Ich habe das mal im Internet recherchiert. In diesem Zustand kann man sich nicht mehr klar artikulieren. Das logische Denken und das Urteilsvermögen sind eingeschränkt. Genau wie die Motorik. Hülder kannte diesen Zustand. Besser, als er zugegeben hätte. Hat der Gerichtsmediziner was dazu gesagt, wie das Rohhypnol in Helkis Blut gekommen ist? Er hat keine Einstiche gefunden. Es wurde ihm also wahrscheinlich nicht gespritzt. Sein Mageninhalt hat gezeigt, dass... Linas Mund zuckte unfreiwillig und sie musste sich kurz sammeln. Helki hatte sich wohl übergeben, deshalb war nicht mehr viel Mageninhalt da. Der Rest entsprach seiner Bestellung im Restaurant und es gab keine Hinweise, dass er danach noch etwas gegessen hat. Da er gegen 10 Uhr das Restaurant verlassen haben muss, kann das Medikament nicht in seinem Essen gewesen sein. Es wirkte er schon nach 20 Minuten und dann hätte er keine Drinks in der Bar 101 mehr kaufen können. Der Gerichtsmediziner meint, dass ihm das Zeug wahrscheinlich ins Glas getan wurde, wie meistens in solchen Fällen. Er hält es aber auch nicht für ganz ausgeschlossen, dass Helki es absichtlich genommen hat, was ich mir kaum vorstellen kann. Vielleicht dachte er, es wäre was anderes. Ecstasy oder Ritalin oder Crystal Meth oder Koks. Wenn er öfter Drogen genommen hat, wäre ihm das allerdings nicht passiert. Hm. Lina sah nicht so aus, als würde sie sich mit Drogen besonders gut auskennen. Sie war eher der Typ, der ein Bier trank, sich ein zweites bestellte und nicht ganz austrank. Klar, dass sie Hülders Vorschlag ziemlich abwegig fand. Warum sollte ein erfolgreicher Mann wie Helki sein Leben mit Drogen zerstören? Aber sie würde mit der Zeit schon noch lernen, dass nicht immer alles so eindeutig war. Die unwahrscheinlichsten Leute begangen den Fehler, die Leere in ihrem Leben mit Drogen zu füllen. Und viele merkten zu spät, dass die Sucht die Leere nur vergrößerte. Was war denn nun die Todesursache? Das Erhängen? Ja. Erstickung durch den Strick um seinen Hals. Der Nagel in seiner Brust hat keine lebenswichtigen Organe verletzt. Er wäre furchtbar schmerzhaft, aber nicht tödlich gewesen. Es sei denn, die Wunde hätte sich entzündet. Hm. Heftig. Ja, Lina erschauerte. Ich erzähle dir lieber nicht, wie es war, als er den Nagel rausgezogen hat. Es gab so ein saugendes Geräusch. Sie verstummte. Danke, danke, das reicht. Hülder hatte nicht das geringste Verlangen, die grausigen Details zu hören. Er hatte sich ja nicht vor der Obduktion gedrückt, um sich jetzt eine Hörbuchversion davon anzuhören. Sonst noch irgendwas Wichtiges? Nein, nur dass Helki kerngesund und topfit war. Er scheint sehr gesund gelebt zu haben. Hat nur leider nichts gebracht. Hülder verkniff sich die Bemerkung, dass Helki lieber mal eine geraucht hätte, als sich beim Sport zu verausgaben. Linas Gesicht erhellte sich plötzlich. Ach, doch, da ist noch was. Hat nichts mit der Obduktion zu tun, aber ich habe mir die Geschichte des Tatorts mal genauer angeschaut. Diesen Galgenfelsen und seine Umgebung, falls es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Aha, und was hast du rausgefunden? Lina lächelte. Viel, ein bisschen zu viel vielleicht. Sie nahm ein Blatt, das genauso gewissenhaft formatiert war, wie die Zusammenfassung, die sie Erdler am Morgen vorgelesen hatte. Also Gaukareun ist ein Teil des Lavafels Burfelsreun, das vor 8000 Jahren entstanden sein soll. Hülder musste grinsen. Eigentlich hätte er sie darauf hinweisen müssen, dass das kaum relevant war, aber weil sie einen so zufriedenen Eindruck machte, wollte er ihr den Moment nicht verderben. Am besten ließ er sie einfach reden und strich danach alles Überflüssige durch, bevor sie es Erdler präsentierte. Nur dumm, dass nichts übrig bleiben würde, wenn es sich nur um Infos dieser Art handelte. Also jedenfalls wurde das Lavafeld nach diesem gespaltenen Felsen benannt, wo wir Helki gefunden haben, der Galgenfelsen, wo Verbrecher gehängt und unter Steinhaufen begraben wurden. Sie schaute von ihrem Blatt hoch und lächelte entschuldigend. Das hat Erdler ja am Sonntag schon erwähnt. Sorry. Ach, kein Problem. Ein gutes Gedicht kann man nicht oft genug rezitieren. Mach weiter. Das Lavafeld ist sehr zerklüftet, voller Krater, Felszacken und Spalten. Das hast du ja gesehen, Lina schaute auf. Ich habe auch nach Menschen und Ereignissen in der Gegend recherchiert, im Internet und in unserer Datenbank. Und? Das Lavafeld ist in erster Linie deshalb bekannt, weil Johannes Kerschwald zahlreiche Bilder von ihm gemalt hat. Als Lina merkte, dass Hülders Interesse sich in Grenzen hielt, fügte sie hinzu. Mir ist schon klar, dass das in diesem Fall kaum eine Rolle spielt, aber ich habe noch mehr gefunden. Hülder hoffte inständig, dass er endlich etwas Brauchbares zu hören bekäme. In der Polizeidatenbank taucht die Gegend mehrmals auf. Im Oktober 2013 wurden mehrere Demonstranten, die sich Lavafreunde nennen, festgenommen, weil sie versuchten, den Bau einer Straße durch den südlichen Teil des Lavafelds zu verhindern. Hatte Helki eine Verbindung zu den Demonstranten? Soweit ich weiß nicht. Dann mach weiter. Hülder begann langsam zu verzweifeln. Von Linas Notizen würde praktisch nichts übrig bleiben. Okay, in den letzten 20 Jahren wurden drei Wasserleichen in der Nähe des Geigenfelsens an den Strand gespült. Vor 18 Jahren ein 60-jähriger Mann, der an der Südküste des Gerjafjörthers ins Meer gegangen war. Dort fand man seine Kleidung, seine Schuhe und seine Geldbörse. Da er unter schweren Depressionen litt, ging man nicht von einem Verbrechen aus. Vor fünf Jahren wurde eine junge Frau am Strand gefunden. Mutmaßlich soll sie in Phosphorgörch ins Meer gegangen sein. Sie litt ebenfalls an Depressionen, hatte aber so viel Alkohol im Blut, dass es möglicherweise ein Unfall war und kein Suizid, wobei Letzteres wahrscheinlicher ist. An der Leiche waren keine Spuren von Gewalteinwirkung und ihre Sachen wurden oben am Strand gefunden. Dann wurde vor drei Jahren ein 28-jähriger Mann gefunden. Er war beim Schwimmen in der Bucht Neutholzwig ertrunken und nach Alftenes getrieben. Zwei Selbstmorde und ein Ertrunkener? Ja. Gibt es Anhaltspunkte, dass diese Fälle etwas miteinander zu tun haben? Auf den ersten Blick nicht. Das müsste man sich genauer anschauen. So, so. Sonst noch was? Ja, ein aktuellerer Fall. Was für einer. Hülder wurde hellhörig. Vielleicht hatte Lina am Ende doch eine Spur entdeckt. Im Frühjahr wurde die Polizei gerufen wegen illegalem Daunensammeln. Daunendiebstahl sozusagen. Daunendiebstahl? Ja. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Grundbesitzer und einem Mann, der ohne Erlaubnis Daunen aus Nestern von Eiderenten gesammelt hatte. Der Dieb wurde festgenommen und angeklagt. Mehr passierte meines Wissens nicht. Zumindest kam die Sache nie vor Gericht und es wurde kein Strafgeld verhängt. Jetzt sagt bloß, Helki war einer dieser beiden Männer. Beschämt antwortete Lina. Nein, leider nicht. Ich sehe da auch keine Verbindung. Aber rat mal was. Was? Gaukaroin liegt auf einem Grundstück namens Selzkath. Und das ist im Besitz der Familie von Bjatni Behn, dem ehemaligen Premierminister. Hülder fehlten die Worte. Er massierte seinen Unterkiefer und dachte über Linas politische Einstellung nach. Jung, das Herz am richtigen Fleck, motiviert. Wenn sie nicht Polizeiwissenschaft studiert hätte, hätte er sie den Linksgrünen zugeordnet, nicht den Konservativen von Bjatni Benediktson. Ich denke, Bjatni Behn hat mit der Sache nichts zu tun, Lina. Oder sonst jemand aus seiner Familie. Das ist mir auch klar, entgegnete Lina gereizt. Aber Helki war Investor und dieses Land ist potenzielles Baugebiet. Vielleicht gibt es einen politischen Hintergrund. Hülder hielt nichts von dieser abwegigen Theorie. Darf ich die Punkte durchstreichen, von denen ich glaube, dass du sie Erdler lieber nicht vorlesen solltest? Lina reichte ihm ihre Zusammenfassung und verfolgte frustriert, wie er einen Großteil ihres Textes durchstrich. Es blieben nur die Infos aus der Polizeidatenbank übrig, die beiden Selbstmorde, der Ertrunkene und die Lava-Freunde. So, bitte sehr, bedanken kannst du dich später. Er lächelte Lina an, aber sein Lächeln wurde nicht erwidert. Guthlöge hatte seinen Bildschirm ein kleines Stück gedreht, nicht viel, aber genug, damit Vorbeigehende nicht sehen konnten, was er machte. Erdler war auf sein Hinken reingefallen und hatte ihm seine Wunschaufgabe übertragen. Hast du Helki schon entdeckt? Hülder ließ sich auf seinen Stuhl fallen und hätte fast Kaffee aus seiner randvollen Tasse verkleckert. Eigentlich wollte er etwas anderes fragen. Er wollte wissen, ob Guthlöge sich selbst auf den Aufnahmen der Überwachungskameras gefunden hatte. Äh, nein, noch nicht. Hülder ging davon aus, dass Guthlöge zuerst die Aufnahmen in der Nähe der Lokale checkte, die er an jenem Samstagabend selbst besucht hatte, sofern er sich noch an sie erinnern konnte. Angesichts seines Zustands am Sonntagmorgen hatte er bestimmt Gedächtnislücken. Hülder trank einen Schluck Kaffee und sprach es dann einfach aus. Hast du dich selbst entdeckt? Unzensiert? Guthlöge wurde sofort sauer. Ich suche nicht nach mir. Nee, nee, ist schon klar. Hülder unterdrückte ein Grinsen und trank noch einen Schluck Kaffee. Er musste zugeben, dass es eine nette Abwechslung war, ausnahmsweise mal nicht selbst in einer peinlichen Lage erwischt zu werden. Aber sag mal, ich verspreche dir auch, dass ich es für mich behalte. Was willst du mit den Ausschnitten machen, auf denen du zu sehen bist? Wir waren bestimmt nicht in denselben Läden. Wenn ich zufällig irgendwo auftauche, dann ist der Ermordete garantiert nicht in der Nähe. Da Hülder nichts entgegnete, fühlte Guthlöge hastig hinzu. Ich meine, der Typ war steinreich und ich muss jede Krone umdrehen. Der war bestimmt nur in teuren Hotelbars. Tja, da liegst du falsch. Wenn sich diese Snobs einen angetrunken haben, sind sie nicht mehr zu halten. Dann zieht es sie dahin, wo richtig was los ist. Und das sind meistens die Clubs, wo jüngere, hippere Leute hingehen. Deshalb wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Ich mache mir keine Sorgen, mit ihm gefilmt worden zu sein. Glaub mir. Welche Location schaust du dir denn gerade an? Du checkst doch die exklusiven Bars, oder? Guthlöge zögerte. Er war ein schlechter Lügner und versuchte, sich herauszuwinden, indem er den Ball zurückgab. Spielt das eine Rolle? Nee, reine Neugier. Ich stehe nicht so auf schicke Hotelbars und wollte nur wissen, ob ich die kenne, die du dir gerade anschaust. Die kennst du garantiert nicht. Guthlöge sagte nichts mehr und man hörte nur noch das Klicken seiner Maus. Dann stand er auf und kündigte an, er werde sich einen Kaffee holen. Vergiss nicht zu humpeln. Hülder grinste in seine Tasse hinein, während er seinen jungen Kollegen Richtung Kaffeemaschine hinken sah. Er drehte sich mehrmals um, wahrscheinlich weil er Hülder in Verdacht hatte, sich zu seinem Computer zu schleichen. Doch auf die Idee wäre Hülder nie gekommen. Er wusste einfach, dass er Recht hatte. Als Guthlöge zu seinem Platz zurückkumpelte, saß er noch genau in derselben Position, die Beine auf der Tischplatte und die Kaffeetasse in der Hand. Und so saß er noch immer, als Guthlöge mit der Maus klickte, die Aufnahme weiterlaufen ließ und kurz darauf laut seufzte. Er musste sich entdeckt haben und seinem Seufzen nachzuurteilen, befand Hülder sich ebenfalls im Bild. Erst tat Hülder so, als hätte er nichts mitbekommen. Dann schlug er plötzlich mit den Händen auf die Stuhllehnen, stand auf und ging rüber zu seinem Kollegen. Ach, na komm, zeig mal. Guthlöge hatte das Fenster hastig weggeklickt. Ach, das, das, das war gar nicht wichtig. Ich, ich glaub, Hackie ist vorbeigegangen. Allein, nichts, was relevant wäre, außer für die Rekonstruierung des zeitlichen Ablaufs. Wir werden sicher noch mehr solche Bilder finden. In der Innenstadt gibt es etwa 40 Überwachungskameras, plus die aus den Lokalen, die wir gerade sammeln. Hm, kann ich mal sehen, sagte Hülder mit Nachdruck, aber unaufgeregt. Er wollte Guthlöge lediglich daran hindern, eine Dummheit zu begehen, die ihm später Ärger einbringen könnte. Guthlöge wollte protestieren, besann sich dann aber und vergrößerte das Fenster auf den Bildschirm wieder. Er spulte den Film ein Stück zurück und ließ ihn laufen. Man sah die Geschäftsstraße Lögerwörger im Wochenendmodus. Die Kamera filmte den rechten Bürgersteig, von der Ecke Klachpastigörch aufwärtsführend. Es war halb zwei. Laut Aussage seines Freundes hatte Helki die Bar 101 gegen 1 verlassen. Er musste also von dort aus die Lögerwörgerch hinaufgegangen sein. Zuerst war Helki nirgends zu sehen. Leute strömten vorbei, schwankend und in unterschiedlichen Stadien der Alkoholisierung. Wenn sie stehen blieben und ein paar Worte miteinander wechselten, gestikulierten sie übertrieben wie Schauspieler in der Kinderstunde im Fernsehen. Sie winkten ausgelassen, bogen sich vor Lachen weit nach hinten und verhielten sich wie Kälber, die im Frühling das erste Mal auf die Weide gelassen wurden. Dass es mitten im Winter war, tangierte sie nicht im Geringsten, aber das Wetter war für diese Jahreszeit auch ungewöhnlich gut gewesen. Kalt, windstill und trocken. Ein Mann, der ins Bild getreten war, blieb abrupt stehen und wandte sich einer jungen Frau zu, die allein über den Bürgersteig ging. In diesem Moment sah man sein Gesicht und Hilda stimmte Göthlöger zu, dass es Helki sein musste. Die Frau, die ihn zum Stehenbleiben verleitet hatte, war schlank und hatte lange blonde Haare. Unmöglich zu sagen, was zwischen ihnen ablief, aber das kurze Gespräch endete damit, dass sie in verschiedene Richtungen gingen, sie runter zum Laikia-Talk, er rauf zum Lemmürch. Göthlögers Finger auf der Maus zuckten, als wollte er jeden Moment die Aufnahme stoppen. Da erschien er auf der Bildfläche, zusammen mit einem Mann, dem er den Arm um die Schultern gelegt hatte. Sie blieben stehen und küßten sich leidenschaftlich, gingen dann weiter und verschwanden aus dem Bild. Ihr Verhalten war nicht anders als das der anderen Nachtschwärmer. Sie waren betrunken und hatten eine gute Zeit. Göthlöger stoppte den Film. Sie schwiegen, bis Hilda die peinliche Stille durchbrach. »Es ist doch lächerlich, Göthlöger. Wenn ich mit einer Frau im Arm durch die Stadt gezogen wäre, wäre da aber erheblich mehr abgegangen. Mach dir keine Gedanken darüber.« »Ich werde das löschen, ab der Stelle, an der Heiky weiter den Leugerwörgörch raufgeht. Dieses Stück mit mir ist völlig irrelevant.« »Das kannst du nicht wissen. Vielleicht sieht man darauf seinen Mörder, der ihn verfolgt. Natürlich nicht du oder dieser Typ, mit dem du zusammen bist, aber einer von den anderen.« Hilda zeigte auf die erstarrten Passanten auf dem Bildschirm. »Es ist keine gute Idee, die Datei zu manipulieren. Lass es bleiben.« Göthlöger schüttelte resigniert den Kopf. »Na toll. Nein, überhaupt nicht toll. Scheiße. Genauso scheiße, wie wenn ich das wäre, betrunken mit einer Frau im Arm oder Erdler oder irgendjemand aus dem Team. Es ist peinlich, aber für dich nicht mehr als für jeden anderen. Das begreift selbst ein Trottel wie ich.« Göthlöger antwortete nicht. Was sollte man dazu auch sagen? Mit unbewegter Miene schaute Erdler sich die Aufnahme an. Sie spute zurück und schaute sie noch einmal mit unverändertem Pokerface. Dann hob sie den Kopf und fixierte Hilda. »Na und? Ist das ein Problem?« Hilda zuckte die Achseln. »Für mich nicht und für dich anscheinend auch nicht. Aber Göthlöger ist es peinlich und das kann ich gut verstehen. Ich finde es auch nicht toll, wenn die ganze Abteilung sehen würde, wie ich besoffen eine Frau anbaggere.« Erdler schaute den Film noch ein drittes Mal, während Hilda vor ihrem Schreibtisch von einem Bein aufs andere trat. Seit ihrer flüchtigen Bettgeschichte war es ihm immer unangenehm, mit Erdler über Sex und Zwischenmenschliches zu reden. Aber jetzt war es wichtiger, Göthlöger den Rücken zu stärken. »Ich verstehe nicht, warum er sich so anstellt.« Erdler schob die Maus beiseite. »Schwul sein ist doch in Island kein Thema mehr. Das solltest du ihm mal verklickern. Scheint so, als hätte er ein Problem damit.« »Aber das hat noch nicht jeder im Team mitbekommen, Erdler. Einige männliche Kollegen sind noch auf dem Stand von Neandertalern. Wahrscheinlich macht sich Göthlöger wegen den Gedanken. Da reichen schon einer oder zwei, um ihm das Leben zur Hölle zu machen, selbst wenn der Rest nicht mitzieht. Er verkniff es sich, Joel in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Aber dieses Arschloch war der schlimmste von allen. Er würde Göthlöger bei jeder Gelegenheit fiese Sprüche reindrücken. »Ja, ja, mir ist schon klar, dass einige Jungs schon mal blöde Bemerkungen machen. Aber das ist doch nicht böse gemeint. Ich bin mir sicher, dass sie das bei Göthlöger nicht tun würden. Er ist doch einer von uns.« Hilda war anderer Meinung, aber es würde nichts bringen, weiter auf dem Thema herumzureiten. Erdler konnte wahnsinnig störrisch sein und würde ihre eigene Position eher bis aufs Blut verteidigen, als sich von Argumenten überzeugen zu lassen. Da Hilda nicht widersprach, fügte sie hinzu. »Und außerdem, wenn die Situation hier so schlimm ist, dann kann sie sich dadurch nur verbessern. Wenn sich alle immer nur verstecken, ändert sich nie was.« »Ich finde, Göthlöger sollte selbst entscheiden, ob, wann und wie er das seinen Kollegen mitteilt.« Als Hilda seinem Kollegen gesagt hatte, es sei ihm völlig egal, ob er sich outen würde oder nicht, hatte Göthlöger wutentbrannt entgegnet, er habe sich längst geoutet. Er wolle nur nicht mit seinen Arbeitskollegen über seine sexuelle Orientierung reden, das gehe sie einfach nichts an. Hilda konnte diese Einstellung gut verstehen. Er hatte null Interesse am Liebesleben seiner Kollegen und wollte ihnen auch keine Details über seins erzählen. »Und überleg mal, in Island gibt es um die 700 Polizisten, davon sind bestimmt 500 Männer. Von wie vielen ist dir bekannt, dass sie schwul sind?« »Ich weiß es von drei. Oder vier,« antwortete Erdler gereizt, weil sie keine höhere Zahl nennen konnte. »Aber ich kenne nicht alle, Hilda. Und du auch nicht.« Sie schwieg einen Moment. »Und dass Göthlöger so kurz nach Helki im Bild erscheint, macht die Sache nicht gerade leichter. Du weißt doch, dass wir überprüfen müssen, ob Helki verfolgt wurde. Ich kann nicht zulassen, dass das gelöscht wird. Göthlöger muss akzeptieren, dass die Ermittlungen wichtiger sind als seine persönlichen Interessen. Tut mir leid, aber so ist es. Aber kein Aber, Hilda. Wir untersuchen den Mord an einem reichen Investor, der sehr angesehen war. Wenn der Fall an die Öffentlichkeit kommt, stehen wir im Schlaglicht der Medien und dürfen uns keine Fehler erlauben. Millionenschwerer Banker, grausam erhängt. Stell dir mal vor, was dann los ist. Die Presse berichtet doch lieber über sowas, als über einen chinesischen Minister, der darauf wartet, dass der Geysir eruptiert. Die Leitungen laufen nur deshalb noch nicht heiß, weil wir am Anfang von einem Selbstmord ausgegangen sind und das offiziell noch nicht dementiert haben. Aber jetzt, nach der Obduktion, können wir uns nicht mehr dahinter verstecken.« Erdler verschränkte die Arme und schaute Hilda in die Augen. »Die Ermittlung muss hundertprozentig korrekt ablaufen. Ich will da kein Risiko eingehen. Anders als du damals will ich meinen Job nämlich behalten.« Dagegen konnte Hilda nichts mehr einwenden. Aber vielleicht gab es ja einen Kompromiss. »Mein Vorschlag. Du lässt Götzlöge weiter die Aufnahmen checken. Wenn sich herausstellt, dass Heike von jemandem verfolgt wurde, der zusammen mit Götzlöge im Bild ist, dann muss er eben damit leben.« Erdler überlegte einen Moment. »Außerdem ist das der ideale Job für ihn. Du weißt doch, er humpelt.« Die Lüge ging Hilda glatt über die Lippen. »Einverstanden.« »Aber wenn...« »Alles klar.« Hilda wechselte schnell das Thema, bevor Erdler ihre Meinung wieder änderte. »Hat Lina dir erzählt, was sie in der Datenbank über die Gegend gefunden hat?« Seufzend verdrehte Erdler die Augen. »Ja, aber was soll ich dazu sagen? Wir haben nicht genug Leute und müssen uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Die Lava-Freunde?« Ein Grinsen zog sich über ihr Gesicht. »Echt jetzt?« »Das ist natürlich absurd, aber was ist mit den angetriebenen Leichen? Da könnte es doch eine Verbindung geben.« Ich habe die Fälle überflogen und muss sagen, das würde mich sehr wundern. Damals ist den Kollegen nichts Ungewöhnliches aufgefallen und ich wüsste nicht, was diese tragischen Fälle mit Heike zu tun haben könnten. Wir können seine Eltern natürlich fragen, ob er die betreffenden Personen kannte, aber wenn nicht, sollten wir keine weitere Zeit daran verschwenden. Erdler schaute auf die Uhr an der Wand. »Ich treffe sie gleich. Am besten kommst du mit.« Zum vierten Mal, seit sie bei Helki Frithrixons Eltern waren, lehnte Hülder einen Kaffee ab. Erdler tat es ihm gleich. Immer wenn eine kurze Pause vor der nächsten Frage entstand und alle stumm da saßen, bot die Mutter ihnen Kaffee an. Jetzt starrte die Frau sie ausdruckslos an, von Trauer überwältigt. »Wirklich nicht? Ganz sicher?« »Danke, ganz sicher«, antwortete Hülder höflich lächelnd, während Erdler gar nichts sagte. Sie saßen zu viert im Wohnzimmer. Frithrik, Heikis Vater, war Maschinist und seine Mutter Thor Hildür, Kindergärtnerin. Sie standen beide unter Schock. Thor Hüldür hatte verquollene Augen und Frithrik zerzauste Haare und graue Bartstoppeln. Ihr Haus war völlig normal, weder besonders ärmlich noch protzig, bis auf das Wohnzimmer. Hüldür und Erdler hockten auf einem äußerst unbequemen Ledersofa, das eher fürs Auge als für Gesäß und Rücken konstruiert worden war. Die Eheleute saßen ihnen auf ebenso unbequem anmutenden Stühlen gegenüber. Die gesamte Einrichtung passte nicht zu ihnen und sah aus, als wäre sie von einem wesentlich jüngeren Menschen ausgesucht worden, besonders die cartoonartigen Gemälde. Hülder war überzeugt, dass ihr Sohn seine Hand im Spiel gehabt haben musste. Mit Sicherheit hatte er ihnen auch die sündhaft teure, in einer Ecke vor sich hinstaubende Anlage und die Lautsprecher geschenkt, mit denen man große Partys hätte bescheiden können. Alles andere, was sie von dem Haus gesehen hatten, stellte einen starken Kontrast zu dem modernen Wohnzimmer dar und erinnerte Hülder an das Haus seiner Eltern, die ungefähr im selben Alter waren. Im Esszimmer hatte er einen Glasschrank mit Weingläsern und kitschigen Figuerchen gesehen, die nach dem Ableben der Eheleute garantiert in einem Ramschladen landen würden. An den Wänden hingen kleine Landschaftsbilder und ein Kalender mit einem längst vergangenen Monat als Deckblatt. Auf Anrichten und in Regalen reiten sich gerammte Fotos, Vasen und unnütze Schalen, die Beute jahrzehntelangen Sammelns. Hülder zwang sich, den Blick auf das trauernde Paar zu richten, aber er wanderte immer wieder zu der Anlage in der Ecke. Am liebsten wäre er aufgestanden, hätte Musik aufgelegt und voll aufgedreht. Die Eltern hatten ihnen die Namen von Heckys Freunden genannt, von denen sie meinten, sie seien am Samstagabend dabei gewesen. Erdler hatte sie notiert, Jon, Bjartni und bei Günner und Thomas auch deren Spitznamen, Günni und Tommy, die den Eltern leichter über die Lippen gingen. Heckys Freunde aus der Grundschule hielten immer noch Kontakt. Als Hecky am Freitag bei seinen Eltern zum Mittag gegessen hatte, hatte er ihnen erzählt, dass sich der Freundeskreis treffen wollte. Es hatte Milchreis und gesüßtes Roggenbrot gegeben. Heckys Vater bremste seine Frau sanft, als sie aufzählen wollte, womit Hecky sein Brot belegt hatte. Dann sagte er, sie hätten seitdem nichts mehr von ihrem Sohn gehört. Und seine Frau fügte eilig hinzu, das sei aber nicht ungewöhnlich. Es vergingen oft mehrere Tage, in denen sie nichts voneinander hörten, weil ihr Sohn so viel zu tun hätte, sowohl im Ausland als auch bei seinen Geschäften in Island. Er verbringe schätzungsweise genauso viel Zeit im Ausland wie zu Hause. Vor ihrem gemeinsamen Mittagessen sei er beispielsweise gerade von einer einwöchigen Reise aus New York zurückgekehrt. Die beiden waren sich uneinig darüber, ob ihr Sohn am Freitag oder Donnerstagmorgen zurückgekommen war. Und auch, wenn das vermutlich keine Rolle spielte, machte Erdler sich eine Notiz. Darüber hinaus brachte das Gespräch kaum neue Erkenntnisse. Unter wiederholten Tränenausbrüchen bestätigten Helkis Eltern alles, was die Polizei bereits wusste. Immerhin fügten sie noch ein paar private Details hinzu, die man im Internet und in Datenbanken nicht finden konnte. Die Beschreibungen von Helki als Kind klangen glaubwürdig, wurden aber immer unrealistischer, wenn es um ihn als Erwachsenen ging. Kein Wunder, ihr Sohn war nach dem Abitur zu Hause ausgezogen und ins Ausland gegangen. Die Eltern konnten detaillierte Geschichten von Helkis Freunden aus der Kindheit und Schulzeit erzählen, bei denen die vier Männer, die er am Samstagabend getroffen hatte, tragende Rollen spielten. Alles drehte sich darum, wie nett, hübsch und intelligent ihr Sohn gewesen war und dass er auf sämtlichen Gebieten in schulischer wie sozialer Hinsicht herausgestochen war. Wenn sie sich einmal kritisch äußerten, dann am ehesten darüber, dass Helkis Freunde ihm intellektuell nicht das Wasser reichen konnten, und wenn ihr Sohn ausnahmsweise einmal Mist gebaut hatte, dann war es deren Schuld. Sie hatten zu viel getrunken, geraucht, Computerspiele gespielt, die Schule geschwänzt und Helki mit in den Abgrund gerissen. Doch die Fehltritte in Helkis Jugend wirkten so unschuldig, dass Höger sich wunderte, wie die Eltern auf die Idee kamen, dass sie für die Ermittlungen nützlich sein könnten, bis ihm klar wurde, dass sie es einfach nicht fertig brachten, über die Gegenwart zu reden. Die Vergangenheit war ein neutrales Gebiet, wo nichts wirklich Schlimmes passiert war und es für jedes Problem eine Lösung gegeben hatte. Die Eltern hatten ein paar alte Fotoalben herausgesucht, die jetzt aufgeschlagen auf dem Couchtisch und auf Erdlers und Hülders Schoß lagen. Sie hatten beide nicht das geringste Interesse an Helkis Kinderfotos, nahmen aber mit überspielter Ungeduld ein Album nach dem anderen entgegen und lächelten den Eltern immer wieder kurz zu, während sie Fotos von einem grinsenden Jungen mit Zahnlücken und später Zahnspange durchblätterten. Auf vielen Bildern war auch Leivür, Helkis jüngerer Bruder. Fotos von Weihnachten, Geburtstagsfeiern und Sommerferien, typisch für Zeiten ohne Smartphones, als noch nicht alle Ereignisse gleich wichtig waren. »Wie haben sich die Brüder verstanden?« Hülder schaute von einem Foto hoch, auf dem Helki und Leivür mit strahlenden Gesichtern nebeneinander auf einem Sofa saßen. Beide hatten Weihnachtsgeschenke im Arm und waren sichtlich gespannt, sofort das Geschenkpapier aufzureißen, sobald das Foto geknipst wäre. Sie waren gleich angezogen und hatten dieselbe frisch geschnittene Frisur, wobei Helki einen Kopf größer war als sein kleiner Bruder. »Meinen Sie Helki und Leivür?« fragte der Vater unnötigerweise. Hülder nickte. »Gut, schlecht und alles dazwischen. Manchmal, manchmal gab es Streit, besonders als Helki in die Pubertät kam. Da ging ihm Leivür ziemlich auf die Nerven, weil er noch so klein war, aber das besserte sich wieder. Sie sind, sie waren ziemlich unterschiedlich und hätten wahrscheinlich nicht viel miteinander zu tun gehabt, wenn sie keine Brüder gewesen wären. Aber wie das bei Geschwistern nun mal so ist, kamen sie trotz aller Unterschiede miteinander aus.« »Wo befindet sich Leivür jetzt? Ist er in Island?« Die Eheleute tauschten einen Blick, und die Trauer in ihren Gesichtern wurde zu Wut. Die Ehefrau antwortete zuerst. »Sie glauben doch wohl nicht, dass Leivür irgendwas damit zu tun hat. Das ist so lächerlich, dass ich Ihnen am liebsten gar nichts sagen würde, wo er ist. Das Letzte, was er jetzt gebrauchen kann, ist, mit absurden Verdächtigungen konfrontiert zu werden.« »Darum geht es nicht, das versichere ich Ihnen. Wir möchten einfach nur mit ihm reden. Möglicherweise hat Heike ihm andere Dinge anvertraut als Ihnen. Das ist das Einzige, was uns interessiert. Zum jetzigen Zeitpunkt.« Erdler hatte die Stimme gesenkt, sodass der letzte Satz kaum zu hören war. Die Trauer kehrte in die Gesichter der Eheleute zurück. »Natürlich ist Leivür in Island. Wo sollte er sonst sein?« Die Frau hob blitzschnell die Hand und wischte sich eine Träne aus den Augen. »Er verreist nicht oft. Er ist Sportlehrer und hat im Winter während des Schuljahres keinen Urlaub. Und selbst wenn er nicht hier wäre, hätte er die erste Maschine nach Hause genommen.« »Ja, natürlich.« Erdler und Hülder wandten sich wieder den Fotoalben zu. Leivürs Adresse und Telefonnummer würden sie am Ende des Besuchs erfragen. Sie sollten die Eltern jetzt lieber nicht noch weiter aufregen. Das Album auf Hülders Schoß war voller Fotos aus Helkis Oberstufenzeit, weshalb er kein Interesse mehr heucheln musste. Er bat die Mutter, ihm die Freunde zu zeigen, mit denen ihr Sohn den Samstagabend verbracht hatte, und sie wirkte erleichtert über diese einfache Aufgabe. Unterdessen blätterte Erdler genervt ein Album mit Fotos von Helki im Alter von drei Jahren und dem neugeborenen Leivür durch. Mit faltigen Fingern, mit dunkelrotem Nagellack, tippte die Mutter auf die Gesichter von vier Heranwachsenden, Göni, Tommi, Bjatni und Jon, schlagsig und ungelenk. »Ist einer von denen zufällig Tischler?« fragte Hülder, weil er an die Nagelpistole und das Brett denken musste, das als Geigen gedient hatte. Helkis Eltern schüttelten irritiert die Köpfe. Als er fragte, ob einer von ihnen handwerklich begabt sei, grinste Helkis Vater und beteuerte, das sei definitiv nicht der Fall. Schnell wandte Hülder sich wieder den Fotos zu, um weitere Nachfragen abzublocken. Er durchblätterte seitenweise Fotos von fast nicht auseinanderzuhaltenden Jungs, Typ unauffällig, eher unbeholfen, mit null Prozent Anziehungskraft für das weibliche Geschlecht. Das schien den armen Kern auch bewusst zu sein, bis auf einen, den Helkis Mutter als Göni identifiziert hatte. Er besaß anscheinend das größte Selbstbewusstsein und trug etwas stylischere Klamotten als die anderen, der Coole in der Gruppe. Tommy war hingegen der Kleinste und sah aus, als wäre er am liebsten im Boden versunken. Wahrscheinlich wäre er gern größer gewesen und wollte so nicht fotografiert werden. Helki und Jorn sahen sich ähnlich und waren leicht zu verwechseln, ähnlicher Haarfarbe und gleich groß, den Pony ins Gesicht gekämmt, um die Pickel auf der Stirn zu verbergen. Mädchen gab es nur wenige, außer auf Klassenfotos oder Bildern von gemeinsamen Schulaktivitäten. Selbst darauf standen sie nur am Hintergrund, nie neben Helki oder seinen Freunden. War Helki mal mit einem dieser Mädchen zusammen? Hülder drehte das Album mit einem Klassenfoto zu Helkis Mutter. Nein, für die hat er sich nicht interessiert, die waren nichts für ihn. Hülder konnte nichts Falsches an diesen Mädchen erkennen, sie waren hübsch und lächelten in die Kamera. Er vermutete, dass Helki und seine Freunde in die Mädchen verliebt waren, aber nicht umgekehrt. Ähm, war ihr Sohn homosexuell? Die Eltern schienen moderner zu sein als Hülders Kollegen und waren von der Frage kein bisschen überrascht oder schockiert. Nein, ganz sicher nicht. Er hätte keinen Grund gehabt, das vor uns zu verbergen und er hat sowas nie erwähnt. Erdler und Hülder widmeten sich wieder den Fotoalben, doch es gab nichts, was sie weitergebracht hätte. Erdler wurde bei den Geschichten der trauernden Eltern noch ungeduldiger als Hülder. Sie war ja nicht als Seelsorgerin hier. Als die Mutter nach einem weiteren Album griff, sagte sie ziemlich barsch, ich denke, es ist relativ klar, dass die Kindheit ihres Sohnes nicht zur Lösung des Falls beitragen wird. Es tut mir leid, wenn ich sie unterbreche, aber könnten sie uns etwas über die Gegenwart sagen, zum Beispiel über die Beziehungen ihres Sohnes in den letzten paar Jahren? Hülder lächelte die Eltern zerknirscht an und fügte entschuldigend hinzu. Wir gehen davon aus, dass Helki und der Täter sich kannten. Außerdem vermuten wir, dass der Tat ein Streit vorausging. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das irgendwas mit Helkis Schulzeit zu tun hat. Eine Möglichkeit wäre, dass Helki eine Freundin hatte oder sich mit einer Frau getroffen hat, deren Exfreund eifersüchtig oder ein Stalker war. Der Vater antwortete sofort und blickte dabei zu seiner Frau, als wollte er ihre Reaktion abchecken. Bei Erdlers schroffer Unterbrechung hatte sie die Lippen aufeinander gepresst und eine abweisende Haltung eingenommen. Helki hatte keine Beziehung, nicht in letzter Zeit, also nicht, dass wir wüssten. Während seiner Auslandszeit ist er mit Frauen ausgegangen, wenn er hier zu Besuch war und auch nach seiner Rückkehr nach Island, aber nie öfter mit derselben. Er hatte sich noch nicht gebunden und jetzt ist es zu spät. Der Erdler vermutete, dass gleich wieder Tränen fließen würden, warf sie schnell ein. Haben Sie diese Frauen mal getroffen oder hat er von ihnen erzählt? Kennen Sie zufällig ihren Namen? Die Eltern schauten betretend rein. Nein, er hat nie mit uns über sein Liebesleben gesprochen, sagte die Mutter. Seit er zurück in Island war, haben wir auf den Facebook-Seiten seiner Freunde schon mal Partyfotos von ihm gesehen, manchmal auch mit Frauen. Aber das war nie was Ernstes, soweit ich weiß. Er hat uns jedenfalls nie eine vorgestellt. Sie warf ihrem Mann einen fragenden Blick zu, doch der hatte dem nichts hinzuzufügen. Nein, er hat mit uns nicht über Frauen gesprochen. Aber bitte verstehen Sie das nicht falsch. Wir hatten ein gutes Verhältnis, als er im Ausland lebte und auch nach seiner Rückkehr. Aber solche Dinge waren einfach kein Thema. Hülder fühlte sich bemüßigt, die Verlegenheit der Eltern zu dämpfen und warf ein. Das kann ich gut verstehen. Ich spreche mit meinen Eltern auch nicht über mein Liebesleben. Er erzählte nicht, dass seine Eltern vermutlich entsetzt wären. Ich glaube, das ist ganz normal. Vielleicht hat er ja mit seinem Bruder darüber geredet. Möglicherweise finden wir ein paar Frauen über die Facebook-Seiten, die Sie erwähnt haben, oder seine Freunde können uns helfen. Bitte machen Sie sich keine Gedanken. Da die Eltern sichtlich erleichtert waren, fragte er weiter. Hat Helki bei Ihnen gewohnt, wenn er aus New York nach Island kam? Ich meine, bevor er wieder hierher zog. Helkis Mutter lächelte. Nein, nein, er hatte eine Wohnung, eine sehr schöne Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die hat er nach seiner Rückkehr aufgegeben und eine größere gekauft. Hülder nickte. Natürlich hatte der Mann nicht auf dem Schlafsofa bei seinen Eltern übernachtet, so wie er, wenn er seine Familie in Ostisland besuchte. Sie wissen also nichts von einem etwaigen Streit wegen einer Frau oder so. Ist Ihnen sonst etwas zu seinem Verhalten aufgefallen? Die Eltern verneinten, und Hülder überließ Erdler wieder das Feld, die sofort die nächste Frage abschoss. Was ist mit seinen Geschäften? Könnte es da jemanden geben, der sich betrogen fühlte? Nein, nein, Helki hatte nichts mit dem Bankencrash zu tun. Das haben wir Ihnen ja schon gesagt. Er hat bis letztes Jahr in den USA gearbeitet. Er ist ohne nennenswerte finanzielle Mittel fortgegangen und als er zurückkam, war er einer der reichsten Isländer, fuhr Erdler fort. Soweit wir wissen, hat er im Zusammenhang mit gläubiger Ansprüchen gegen insolvente Banken einen Haufen Geld verdient. Er machte ein Vermögen und andere machten Verluste. Das muss ja nicht unbedingt unredlich sein, ändert aber nichts an der Tatsache, dass Leute sauer sind, wenn sie alles verlieren. Hat er mal erwähnt, dass er bedroht wurde oder dass es Auseinandersetzungen gab? Nein, nie. Er hat mit uns nicht über Geld oder seine Arbeit geredet. Wir wussten nur, dass er Erfolg hatte. Das war ja nicht zu übersehen. Sie haben nie von irgendwelchen Gerüchten gehört? Böse Kommentare unter seinen Fotos in den sozialen Netzwerken oder so? Die Eltern schüttelten die Köpfe und behaupteten, sie wüssten von nichts. In ihrer Welt sprachen alle immer nur lobend über ihren Sohn. Wissen Sie vielleicht, ob Ihr Sohn einen Mann namens Dagür Dithriksson kannte? Er starb vor 18 Jahren und war gerade 60 geworden. Erneutes Kopfschütteln. Nein, nein, warum fragen Sie? Wir überprüfen ein paar Dinge, damit wir sie ausschließen können. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Als die beiden nickten, fuhr Hulda fort. Was ist mit einem jungen Mann namens Olgerch Magnusson? Er ist vor drei Jahren beim Schwimmen in der Bucht Neutolsweg ertrunken und war in Helkis Alter nur ein Jahr jünger. Ähm, der Name sagt mir nichts. Helkis Vater blickte Fragen zu seiner Frau, die ihm zustimmte. Gut, gut. Und eine junge Frau namens Maren Thortha Dorthirch. Sie starb vor fünf Jahren und war sechs Jahre jünger als Helki. Dieselbe Antwort. Nein, nie was von ihr gehört. Blieb nur noch eine Frage. Hatte Ihr Sohn zufällig Kontakt zu den Lava-Freunden? Den, den Lava-Freunden? Die Eltern waren so verblüfft, dass jegliche Trauer aus ihren Gesichtern wich. Sie meinen die Leute, die gegen die Straße in Alftarnes demonstriert haben? Ja, genau. Nein, mit Sicherheit nicht. Helki hat zu der Zeit im Ausland gelebt und sich nicht im Geringsten für den Straßenbau in Island interessiert, antwortete Helkis Mutter entschieden. Erdler stieß Hulda unter ihrem Fotoalbum fest gegen den Oberschenkel. Er war froh, dass er nicht auch noch die Eiderdaunen und Bjartni Behn erwähnt hatte, sonst hätte sie ihm bestimmt ein Loch ins Bein gebohrt. Schnell änderte er den Kurs und legte das Foto von Siki auf den Tisch. Kennen Sie diesen Jungen? Die Eltern beugten sich über das Foto und schauten dann mit verständnislosen Minen wieder auf. Nein, wer ist das? Er heißt Siki, Kurzform von Sigothür. Hm, da klingelt nichts. Wie heißt er weiter? Das wissen wir nicht. Seine Mutter hat den Spitznamen Sista und sein Vater wird Sippy genannt. Die Eltern sahen immer verwirrter aus, zumindest der Vater. Die Mutter nahm das Foto in die Hand und musterte es eindringlich. Kommt er Ihnen bekannt vor? Ähm, ich meine, ich hätte ihn schon mal irgendwo gesehen. Sie starrte weiter das Bild an und legte es dann wieder auf den Tisch. Nein, nein, ich vertue mich. Ich kenne ihn nicht. Sie legte die Hände in den Schoß. Aber ich verstehe nicht. Was hat dieser kleine Junge mit Häki zu tun? Erdler antwortete ehrlich. Wir wissen es nicht. Womöglich gar nichts. Sie machte eine Pause und Hilda wusste, dass sie hin- und hergerissen war, ob sie den Leuten die Wahrheit sagen sollte. Schließlich fügte sie hinzu. Er befand sich in Helkis Wohnung, am selben Tag, an dem die Leiche ihres Sohnes in dem Lavafeld entdeckt wurde. Was? fragten die Eltern perplex. Wie meinen Sie das? Kein Wunder, dass die Leute überrascht waren. Wir versuchen rauszufinden, was der Junge dort zu suchen hatte. Falls Sie irgendetwas darüber wissen, könnte er vielleicht der Sohn eines Bekannten von Helki sein. Wissen Sie, ob seine Freunde Kinder haben? Puh. Der Mann wirkte überfragt, aber seine Frau war offenbar besser informiert. Ich habe noch nie von einer Sister oder einem Sippy in Helkis Freundeskreis gehört. Einige seiner Freunde sind verheiratet und haben Kinder, aber ich glaube nicht, dass es darunter einen Sikothur oder Siki gibt. Er hat also mit Ihnen über die Kinder seiner Freunde geredet? Naja, nicht direkt. Während seiner Zeit im Ausland habe ich für ihn Geschenke besorgt, wenn in seinem Freundeskreis ein Kind zur Welt kam. Später habe ich mich weiter um Geschenke gekümmert, wenn er zu Kindergeburtstagen eingeladen war, weil er sich mit Kindern nicht auskannte. So haben wir es auch mit Weihnachts-, Hochzeits- und Geburtstagsgeschenken gehandhabt. Er hat mich immer gebeten, ihm bei der Auswahl zu helfen und er war immer sehr großzügig. Die Frau schloss die Augen und atmete tief ein, um die Tränen zurückzuhalten. Ich habe auch Glückwunschkarten ausgesucht und für ihn geschrieben. An eine Karte für einen Sikothur kann ich mich nicht erinnern. Haben Sie vor kurzem ein Geschenk für eine Hacksperrer gekauft? fragte Hilda. Ja, eine Träne floss über ihre Wange. Letzte Woche. Ihr Geburtstag war am Wochenende. Ihre Stimme zitterte. Ich hatte keine Ahnung, dass es das letzte Geschenk sein würde, das ich für Helgi kaufe. Ich hatte schon angefangen, mir Sorgen zu machen, wenn die Kinder bald größer werden. Es ist ja so schwierig, etwas für Jugendliche zu finden. Dabei hätte ich mir um ganz andere Sachen Sorgen machen müssen. Alle schwiegen, bis die Frau anstalten, machte ihnen schon wieder einen Kaffee anzubeten und Hilda schnell das Wort ergriff. Gab es Anfeindungen, die nichts mit einer Freundin oder seiner Arbeit zu tun hatten? Fällt ihnen da irgendetwas ein? Nein. Und Helgi hat sich nie mit seinen Freunden überworfen? Nein, antwortete die Mutter mit Nachdruck, lenkte dann aber ein. Jedenfalls nicht wirklich. Sie haben sich am Ende immer wieder vertragen. Also keine Streitereien in letzter Zeit? Ich kann mich an nichts erinnern, warf der Vater energisch ein. Ich auch nicht. Zumindest sind all seine Freunde dieses Jahr auf der Weihnachtsgeschenkeliste. Erdler runzelte die Stirn. Mussten Sie denn schon mal Namen von der Liste streichen? Die Frau wirkte ertappt, strich sich über die Haare und richtete sich auf dem unbequemen Stuhl auf. Nur einmal, aber das war nichts Ernstes. Er stand im nächsten Jahr wieder drauf. Welcher Freund war es denn? Yon. Yon. Es war Yon. Hylders und Erdlers Blicke wanderten automatisch wieder zu den Fotoalben. Yon war auf vielen Fotos gewesen und im Gegensatz zu den anderen Jungen hatte Helgis Mutter an ihm nichts auszusetzen gehabt. Sie hatte sogar positiv über ihn gesprochen und zweimal erwähnt, dass er heute Zahnarzt sei. Yon. Ist das der Yon, von dem Sie gesagt haben, er wäre heute noch Helgis bester Freund? Ja. Die Frau presste die Lippen aufeinander und schien ihre Aussage bereits zu bereuen. Das war keine große Sache und Sie haben sich, wie gesagt, schnell wieder versöhnt. Und Sie wissen nicht zufällig, worum es dabei ging? Hylder nahm eines der Fotoalben und blätterte bis zu einem Foto von Helgi und Yon. Darauf fiel Helgi stolz einen Führerschein hoch und schwenkte breitgrinsend die Autoschlüssel. Neben ihm grinste Yon genauso breit, mit der Hand auf Helgis Schulter. Beste Freunde, die es kaum erwarten können, ihre erste Spritztour zu machen. Wieder fiel Hylder auf, wie ähnlich sich die beiden sahen. Zwei schlachsige Außenseiter mit Führerschein, die beide nicht ahnten, dass ihre Chancen beim anderen Geschlecht in ein paar Jahren schlagartig steigen würden. Zahnärzte standen vielleicht nicht ganz so hoch im Kurs wie reiche Investoren, galten im Reykjavikern Nachtleben aber immer noch als guter Fang. Nein, Helgi wollte nicht darüber sprechen und ich habe ihn nicht dazu gedrängt. Aber wie gesagt, es kann nichts Ernstes gewesen sein. Es ist vier, fünf Jahre her und bestimmt längst vergessen. Sie haben sich versöhnt und sind seitdem wieder beste Freunde. Ist Yon verheiratet oder in einer Beziehung? Erdler dachte offenbar dasselbe wie Hylder, dass Helgi etwas mit der Frau seines Freundes gehabt hatte. Sowas kam vor, besonders bei übermäßigem Alkoholgenuss. Damit kannte Hylder sich aus und auch mit den Folgen solcher Fehltritte. Doch Helgis Mutter schaltete nicht und antwortete arglos, Ja, Yons Frau heißt Sigrun. Sie ist Anwältin, ein paar Jahre älter als er. Hakspera ist ihre Tochter, die letztes Wochenende ihren dritten Geburtstag gefeiert hat. Und Sigrun hat noch einen Sohn im Teenager-Alter aus einer früheren Beziehung. Das kleine Mädchen hieß definitiv nicht Siggi und der Stiefsohn war zu alt, um von Interesse zu sein. Es war an der Zeit, zum Aufbruch zu blasen. Erdler klappte das Fotoalbum zu und sprach die Zauberworte, Tja, also dann … Freya knallte die Fahrertür zu und ging nach hinten, um Saga aus dem Kindersitz zu holen. Als sie sich hinunterbeugte, traf sich ihr Blick mit dem ihres Bruders, der die Tür auf der anderen Seite aufgemacht hatte und sich ebenfalls über den Rücksitz beugte. Sie lächelte verlegen und trat einen Schritt zurück. Es würde noch eine Zeit lang dauern, bis sie sich daran gewöhnt hatte, dass sie nicht mehr Balltürs Vertretung war. Er konnte jetzt selbst seine Vaterrolle ausüben. Jedenfalls meistens. Freya kümmerte sich an den Papa-Wochenenden abends und nachts noch allein um Saga, wenn Balltür in der Einrichtung Ausgangssperre hatte. In ein paar Monaten würde er das auch übernehmen und Freya wäre nur noch die Tante. Sie freute sich nicht darauf. Und wie gefällt's dir? Balltür hob Saga auf seine Hüfte, schloss die Wagentür und nickte in Richtung des Wohnblocks, in dem sein Freund Toppy wohnte. Cool, oder? Vielleicht sollte ich ja hier einziehen und du bleibst in meiner Wohnung. Er zwinkerte ihr zu. Dabei wusste sie genau, dass das nie passieren würde. Dafür hing er viel zu sehr an seiner alten Bude, besonders an dem isolierten Abstellraum mit den Wärmelampen. Freya lächelte kurz und musterte dann das Haus. Sie war verblüfft über das schicke Gebäude, ließ sich aber nichts anmerken. Als sie den Blick über den Parkplatz schweifen ließ, registrierte sie, dass die meisten Autos neu und teuer waren. Da musste es doch einen Haken geben. Für die Miete, die Toppy haben wollte, bekäme man gerade mal eine fensterlose Besenkammer in irgendeinem Vorort. Balltür behauptete jedoch steif und fest, dass das alles seine Richtigkeit hätte und sie für dieses unverhoffte Geschenk dankbar sein solle. Seiner Aussage nach hatte Toppy eine Aufforderung bekommen, in zehn Tagen seine Haftstrafe anzutreten. Als Freya fragte, für wie lange und warum er in den Knast müsse, entgegnete Balltür anderthalb Jahre, sofern er den Ball flach halten würde. Über den Grund für die Haftstrafe hielt er sich bedeckt. Als Freya insistierte, behauptete er, dass er sich nicht daran erinnern könne. Sie gab auf. Was spielte es schon für eine Rolle? Sie musste Toppy ja nicht bei seinen kriminellen Machenschaften vertreten, während er hinter Gittern saß. Was meinst du, Saga, würdest du Tante Freya hier besuchen? Balltür zeigte auf das Haus, was seine Tochter nicht interessierte. Stattdessen starrte sie auf eine Möwe, die über ihnen kreiste, wie üblich mit undurchdringlicher Miene. Wer die Kleine nicht kannte, hätte vermuten können, sie sei wütend auf den Vogel. Aber Freya wusste es besser. Saga blickte immer so finster drein, egal ob sie gerade ein Eis oder eine Spritze bekam. Am ehesten lächelte sie noch bei Balltürs Hündin Molly, besonders wenn Molly etwas anstellte, was ziemlich oft vorkam. Freya blieb abrupt stehen. Scheiße, Balltür, was ist mit Molly? Molly? Wieso? fragte Balltür verwundert. Wer soll abends und nachts auf sie aufpassen, wenn ich hier einziehe und du noch in der Einrichtung bist? Ach, das ist kein Problem. Du darfst sie mitnehmen, bis ich rauskomme. Toppy hat überhaupt nichts gegen Hunde. Molly war nicht irgendein Hund. Sie entsprach zwei oder drei normalen Hunden, wenn nicht gar vier, wenn man von kleinen Hunden ausging. Das ist ja nicht nur Toppys Entscheidung. Was, wenn Hunde im Haus nicht erlaubt sind? Ach komm schon, mach dir keinen Kopf. Das geht doch niemandem was an. In meinem Haus sind bestimmt auch keine Hunde erlaubt. Wen interessiert das denn? Freya verkniff es sich, ihn darauf hinzuweisen, dass es einen großen Unterschied zwischen der Toleranzschwelle von Balltürs lauten Nachbarn und den Bewohnern dieses ehrenwerten Hauses gab. Sie erwähnte auch nicht, dass er ein Meister darin war, Leute um den kleinen Finger zu wickeln. Wenn sich jemand über Molly beschwerte und Balltür seinen Charme sprühen ließ, würde derjenige sich anschließend garantiert auf die Warteliste für einen von Mollys Welpen setzen lassen. Freya war für sowas viel zu steif und ungeschickt. Der Einzige, dem sie in letzter Zeit den Kopf verdreht hatte, war Hülder. Nur leider verhielten sie sich zueinander wie Tetrissteine. Ob es passte, hing davon ab, wie sie ausgerichtet waren. Horizontal harmonierten sie perfekt, aber vertikal überhaupt nicht. Das muss klappen, Balltür. Freya hielt ihrem Bruder und seiner Tochter die Haustür auf. Sonst hast du mich bis in alle Ewigkeit am Hals. Und ich dich. Das klappt schon. Balltür fand die richtige Klingel, pflanzte sich vor die kleine Linse und winkte, als die Stimme seines Freundes durch die Türsprechanlage drang. Jo, Mann! Das klang nicht gerade so, als wäre Toppy wegen Finanzbetrugs verdonnert worden, eher wegen Drogenhandels. Das Summen des Türöffners übertönte Balltürs Entgegnung und sie traten durch die gläserne Flurtür und gingen in den ersten Stock. Kurz bevor Balltür an die Wohnungstür klopfte, flüsterte er, stell dich nicht an, wenn er dich bittet, auf sein Haustier aufzupassen. Das ist die Voraussetzung für den Mietvertrag. Die Tür ging auf, bevor Freya etwas entgegnen konnte. Der Zeitpunkt für diese Eröffnung war sicherlich nicht zufällig gewählt. Das musste der Grund für die unglaublich günstige Miete sein. Toppy wollte gar nicht die Kosten für einen Lagerraum für seine Möbel einsparen, wie Balltür behauptet hatte. Nein, sie sollte ein Tier hüten. Das konnte ja wohl nicht so anstrengend sein. Eine Katze oder ein Hund? Wohl eher ein Kleintier wie ein Hamster. Vielleicht ein durchgeknallter Papagei, der die ganze Nacht fluchte und einen vom Schlafen abhielt. Freya machte sich auf das Schlimmste gefasst. Eine Giftschlange? Bist du verrückt? Wie kommst du auf die Idee, dass ich eine eine Giftschlange hüten würde? Freya schaute an sich hinunter auf die schicke Hose und die eleganten Schuhe, die sie extra angezogen hatte, um einen guten Eindruck zu machen. Was für ein Witz. Kakifarbene Safari-Klamotten hätten besser gepasst. Sie ist nicht giftig, protestierte Balltür und bog in die Einfahrt zum Kinderhaus. Oh wohl! Du hast sie doch gesehen! Das war jedenfalls kein Regenwurm! Freya warf einen genervten Blick auf die Uhr am Armaturenbrett. Sie hatte ihre Mittagspause für die Wohnungsbesichtigung genutzt und kam auf den letzten Drücker. Doch Balltür tat so, als hätte er alle Zeit der Welt. Dabei hätte er selbst auf der Arbeit sein müssen, denn das war die Bedingung für seinen Aufenthalt in der Resozialisierungseinrichtung. Anscheinend hatte er mit einem seiner dubiosen Freunde einen Deal gemacht. Immerhin musste man ihm zugutehalten, dass er die Zeit mit seiner Tochter verbracht und nicht das nächste Verbrechen geplant hatte. Freya, es ist eine Python. Die sind nicht giftig. Verdammt noch mal, Balltür. Das ist auch nicht besser. Was meinst du, warum die Tierchen Wirgeschlangen heißen? Freya öffnete den Sicherheitsgurt, als der Wagen zum Halten kam. Außerdem sind die in Island illegal. Ich bin mir sicher, dass Pythons ganz oben auf der Liste der verbotenen Haustiere stehen. Entspann dich, Balltür ließ das Lenkrad los. Denk drüber nach. Es gibt Schlimmeres. Die Schlange lebt in einem Extraraum und braucht nur einmal die Woche Futter. Sie schläft fast die ganze Zeit. Du würdest sie gar nicht merken. Du musst ja nicht mit ihr Gassi gehen, sie nur füttern und ab und zu ihren Käfig sauber machen. Sonst nichts. Dafür kriegst du die Wohnung so gut wie geschenkt. Freya bekam eine Gänsehaut. Sie wollte gar nicht daran denken, wie das Füttern ablief. Vor Toppy, der trotz seines exotischen Haustiers und eines vermutlich illustren Strafregisters ziemlich normal wirkte, hatte sie es geschafft, ihre Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten. Sie hatte nicht losgekreischt, als er die Tür zu dem Schlangenraum geöffnet hatte oder ihm vor die Füße gekotzt, als er ihr die Speisegewohnheiten des Tieres beschrieben hatte. Sie wollte ihn nicht vor den Kopf stoßen und vor allem wollte sie verhindern, dass er sich nach einem anderen Mieter umschaute, bevor sie sich entschieden hatte. Ansonsten war die Wohnung nämlich super. Ich, ich kann jetzt nicht darüber reden, Balltür. Ich bin schon zu spät. Außerdem, außerdem muss ich das erst mal verdauen. Lass dir nicht zu lange Zeit. Toppy braucht einen Mieter und zwar bald. Ich weiß. Freya drehte sich um und warf Saga hinten im Kindersitz eine Kusshand zu. Ihr Schmollmund bewegte sich nicht, aber sie hob immerhin die Hand und deutete mit ihren kleinen Wurstfingern eine Art Winken an. Freya war nicht im Geringsten überrascht gewesen, als ihre kleine Nichte beim Anblick der Schlange gestrahlt hatte. Aber mach bloß keinen Scheiß und erzähl der Polizei nichts von der Schlange. Das würde dem armen Toppy den Rest geben. Die Python ist für ihn wie sein Kind. Balltür duckte sich und spähte durchs Fenster zu Freya. Natürlich nicht. Auf diese Idee wäre sie tatsächlich nie gekommen. Sie war zwar von Natur aus ehrlich und gesetzestreu, machte aber bei Balltür Ausnahmen. Für ihn galten andere Gesetze. Er war ihr Bruder, der einzige Verwandte, der ihr wichtig war. Neben Saga natürlich. Ich ruf dich nachher an! Freya warf die Tür zu und ging zurück zur Arbeit. Hoffentlich hatten ihre Kolleginnen vergessen, warum sie weggefahren war. So wie die Dinge lagen, hatte sie keine große Lust mehr, ihnen begeistert, die Wohnung zu beschreiben. Freya hob die Augen vom Bildschirm tief in Gedanken. Nachdem sie die anstehenden Gespräche mit den Schutzbefohlenen des Kinderhauses geführt hatte, war sie in ihr Büro gegangen und hatte die Datenbank des Jugendamts nach Jungen in Sikis Alter mit dem Namen Seacother durchforstet. Andere Kollegen hatten das sicherlich auch schon gemacht, aber sie wollte es mit eigenen Augen sehen. Vorher hatte sie noch im Internet über Schlangen als Haustiere recherchiert. Sie brauchte zwar dringend eine Wohnung, aber eine Schlange zu hüten bei ihr unheimlich, wobei sie sich mehr Sorgen um Saga machte als um sich selbst. Würde die Kleine sie gefahrlos besuchen und bei ihr übernachten können? Erstaunlich, wie viele Infos es im Netz darüber gab. Schlangen schienen als Haustiere ziemlich beliebt zu sein. Selbst vor Würgeschlangen schreckten die Leute nicht zurück und tauschten eifrig ihre Erfahrungen aus. Freya erfuhr, dass es relativ ungefährlich war, eine Python zu halten, sofern sie nicht länger als zweieinhalb Meter war. Freya hatte keine Ahnung, wie lang Toppys Schlange war, da sie sich zusammengerollt hatte. Der Größe des Käfigs nach zu urteilen, handelte es sich jedoch nicht um ein Jungtier. Sie würde Balltür bitten, Toppy nach der Länge der Schlange zu fragen und wenn er das nicht wusste, würde sie mit einem Maßband bei ihm auf der Matte stehen. Normalerweise blieb ihr auf der Arbeit kaum Zeit für Privates, aber jetzt hatte sie ausnahmsweise nichts zu tun. Seit Balltür in der Resozialisierungseinrichtung lebte, verbrachte er tagsüber viel Zeit zu Hause in seiner Wohnung, deshalb arbeitete sie länger und hatte morgens meistens einen leeren Schreibtisch. Keine Berichte, aufgeschlagene Aktenordner, lose Blätter oder halbvolle Kaffeetassen. Keine Haufen von Stiften, als würde sie Mikado spielen. Ihr Schreibtisch sah jetzt morgens so aus, als wäre sie neu in diesem Job. Dabei war es gar nicht so, dass sie ihrem Bruder aus dem Weg ging, sie wollte ihm nur seinen Raum lassen. Schließlich war es seine Wohnung und sie war nur bei ihm untergeschlüpft. Außerdem brauchte Balltür Zeit für sich, um sich an seine neu gewonnene Freiheit zu gewöhnen. Freya hoffte, dass er endlich die Ruhe fände, um sein Leben in den Griff zu bekommen, musste sich aber eingestehen, dass er den Freiraum wahrscheinlich nur nutzte, um neue, noch raffiniertere Gaunereien auszutöfteln. Nach der Surferei im Internet war sie zwar wesentlich schlauer, was Schlangen anging, aber bezüglich des Jungen keinen Schritt weiter. Sie hatte in der Datenbank zwar ein paar Seekortheurs gefunden, aber keiner war im selben Alter wie der kleine blonde Junge, der sich noch immer in der Notunterkunft befand. Siki hatte sich allerdings auch nicht auffällig verhalten und nicht den Eindruck gemacht, als wäre er in irgendeiner Weise benachteiligt oder misshandelt worden. Im Gegenteil, sie musste an das Bild denken, das sie auf der Polizeiwache gemalt hatte. Sie wäre gern dabei gewesen, weil er beim Malen bestimmt vor sich hingeplappert hatte. Leider musste sie kurz zur Toilette und bekam nur seine Erklärung zu hören, als das Bild schon an der Wand hing. Die Mutter schien die zentrale Person in seinem Leben zu sein, denn sie war am größten gemalt und mit ihr hatte er sich die meiste Mühe gegeben. Er selbst war am kleinsten, sein Vater stand in der Mitte. Die Mutter und Siki lachten, während der Vater nur einen waagerechten Strich als Mund hatte. Freya hoffte so sehr, dass Sikis Eltern nichts zugestoßen war. Wenn es nach Hülder ging, war das allerdings eher unwahrscheinlich. Er und die junge Polizistin waren im Zusammenhang mit einer Mordermittlung in die Wohnung gekommen. Freya wusste, dass die Wohnung, in der Siki gefunden worden war, dem Mordopfer gehörte, einem Mann namens Helki. In der Presse war noch nichts über die Sache erschienen. Die Inlandsnachrichten der letzten 24 Stunden drehten sich hauptsächlich um den Staatsbesuch des chinesischen Außenministers. Es gab Fotos von ihm in einem Geothermie-Kraftwerk, am historischen Parlamentssitz im Nationalpark Thingvet-Leer, im Höftli-Haus, vor dem Präsidentensitz in Besserster-Theer, beim Geysir und auf einem nicht namentlich erwähnten Bauernhof. Er und seine Entourage bemühten sich tapfer, interessiert auszusehen, was ihnen schlecht gelang. Kein Wunder bei dem Strafenprogramm. Freya schreckte aus ihren Gedanken hoch, als die Bürotür aufging und die Leiterin des Kinderhauses hereinkam. Sie fragte, ob sie störe, und Freya verneinte wahrheitsgemäß. Wir haben gerade das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung des kleinen Jungen bekommen, der in der Wohnung gefunden wurde, sagte sie. Dem Jungen wurde keine Gewalt angetan, weder sexuell noch sonst wie körperlich. Freya überflog den Bericht. Sie hatte bereits die mündliche Version gehört und es gab nichts Neues. Ihre Chefin stand neben ihr, während sie las, als erwarte sie eine Reaktion. Aber was sollte sie dazu sagen? Siki hatte keine Verletzungen. Normalerweise waren Spuren von Gewalteinwirkungen, die fast nie von einem Unfall herrührten, an bestimmten Körperstellen deutlich zu sehen. An der Innenseite der Handgelenke und Oberschenkel, am Rücken, an den Geschlechtsorganen und dem Gesäß. Bei dem Jungen hatte man nichts dergleichen gefunden, keine frischen Verletzungen und keine Narben von älteren Wunden. So war es auch auf den Röntgenbildern, keine Brüche, keine zusammengewachsenen Knochen. Gewalt gegen Kinder beschränkte sich jedoch nicht auf körperlichen oder sexuellen Missbrauch, Vernachlässigung und psychische Gewalt konnte man auf Röntgenbildern und an den Gliedmaßen nicht sehen. Freya war in ihrem Job schon unzähligen Kindern begegnet, die so etwas erlebt hatten. Manche zeigten chronische Stresssymptome, andere auffällige Verhaltensmuster. Ihrer Ansicht nach passte Siki nicht in diese Kategorie, aber natürlich konnte man sich nie sicher sein. Kinder reagierten sehr unterschiedlich auf seelische Belastungen und manche verkrafteten sie besser als andere, verfügten teilweise sogar über eine erstaunliche innere Stärke. Ungewöhnlich war jedoch, dass Siki nicht besonders besorgt oder traurig über die Abwesenheit seiner Eltern zu sein schien. Die meisten Kinder wären in seiner Situation untröstlich gewesen. Freya konnte sich nicht erinnern, den Jungen auch nur einmal weinen gesehen zu haben, wobei sich das vielleicht auch durch die Umstände erklären ließ. Kleine Kinder ließen sich schnell von etwas faszinieren und Polizisten waren für sie eine tolle Sache. Es konnte also gut sein, dass Siki einfach zu sehr mit dem ganzen Trubel um ihn herum beschäftigt gewesen war. Vielleicht hatte er erst später in der Notunterkunft geweint, wo die Atmosphäre ruhiger und entspannter war. Freya dankte ihrer Chefin und sie verließ das Büro. Als die Tür hinter ihr zugefallen war, rief Freya bei der Notunterkunft an. Eine Hathrun kam an den Apparat und wusste sofort, um wen es ging. Sie hatte den Jungen in Empfang genommen, als Dithric ihn gestern Abend vorbeigebracht hatte. Ich frage mich, ob sie festgestellt haben, dass Siki seine Eltern vermisst. Er spricht kaum über sie, antwortete die Frau. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Wir versuchen, die Kinder zu beschäftigen, damit sie sich wohlfühlen. Er hat seine Mutter allerdings den anderen Kindern gegenüber erwähnt, als ich nicht im Raum war. Die Kinder meinten, er hätte ihnen erzählt, sie sei vom bösen Mann entführt worden. So was sagen Kinder in dem Alter natürlich schon mal, er muss nicht unbedingt einen bestimmten Mann gemeint haben. Ähm, keine Tränen oder Anzeichen von Panik, mussten sie ihn trösten, als er gestern Abend im Bett lag. Nein, er ist einfach eingeschlafen, ziemlich schnell sogar. Bemerkenswert. Ich hätte gedacht, dass er traurig oder besorgt ist. Ja schon, aber das kommt, wie gesagt, öfter vor. Manche Kinder kommen besser mit der Situation zurecht als andere. und Siki scheint mir eher der optimistische Typ zu sein, der daran glaubt, dass am Ende alles gut wird. Er vertraut uns, wenn wir ihm sagen, dass seine Eltern ihn bald abholen. Die Frau schwieg einen Moment und fügte dann hinzu, haben Sie gehört, wie es mit der Suche nach den Eltern läuft? Nein, ich glaube eher schlecht. Schon seltsam, wieder machte die Frau eine Pause. Apropos seltsam, mir ist da etwas Merkwürdiges am Verhalten des Jungen aufgefallen. Ist vielleicht nichts Schlimmes, aber Sie sollten es wissen. Ach ja? Was denn? Er hat eine eine Barbie-Puppe erhängt. Vielleicht war das gar nicht seine Absicht und er hat sich nur vorgestellt, dass sie sich aus einem Hubschrauber abseilt oder so. Aber als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er abgestritten, es gewesen zu sein. Dabei kommt sonst niemand in Frage. Dass er gelogen hat, fand ich eigentlich noch seltsamer. Der Junge ist so brav, dass das passt gar nicht zu ihm. Seine Zeichnungen sind übrigens auch ziemlich brutal. Alles mit roter Farbe vollgekritzelt und wenn ich ihn frage, sagt er, das wäre Blut. Freya hob die Augenbrauen. Wirklich? Auf der Polizeiwache hat er ein ganz friedliches Bild von sich und seinen Eltern gemalt. Da hatte er allerdings keinen roten Stift. Nachdem Freya aufgelegt hatte, saß sie grübelnd da. War Siki seinen Eltern gegenüber doch nicht so gleichgültig, wie sie gedacht hatte? Vielleicht drückte er mit diesen Bildern seine Ängste aus. Oder hatte er etwas gesehen, über das er nicht reden mochte? Freyas Handy klingelte. Als Hildas Name auf dem Display erschien, schnitt sie eine Grimasse, unsicher, ob es um die Ermittlung ging oder ein erneuter Versuch war, sie zum Essen einzuladen. Hi, was hältst du von einem kleinen Autorausflug? Bevor Freya ablehnen konnte, erklärte er ihr den Hintergrund und sie nahm das Angebot sofort an. Der Plan war, den kleinen Siki durch die Stadt zu kutschieren, in der Hoffnung, sein Zuhause zu finden. Die Suche nach Jungen in seinem Alter mit dem Namen Sikothur und Vätern, deren Vornamen mit S anfingen, war ergebnislos geblieben. Das Jugendamt hatte grünes Licht gegeben und eingewilligt, dass Freya als Vertreterin mitfahren sollte, da sonst alle beschäftigt waren. Freya legte auf und machte sich zum Gehen bereit. Als sie den Reißverschluss ihres Anoraks zuzog, war sie fast ein wenig enttäuscht, dass Hülder nicht mit ihr geflirtet hatte. Dann gab sie sich einen Ruck und verließ das Büro. Das Auto hielt an einer roten Ampel. Siki drehte sich vom Fenster weg und starrte auf Götzlöggers Hinterkopf auf dem Fahrersitz. Hülder zwinkerte dem Jungen vom Beifahrersitz aufmunternd zu. Seine Aufregung darüber, in einem Polizeiauto sitzen zu dürfen, hatte sich gelegt, denn sie kurften schon seit über einer Stunde durch die Stadt. Sie hatten gehofft, dass er etwas Vertrautes wiedererkennen würde, aber bis jetzt hatte er nur auf Gebäude gezeigt, die jeder kannte. Das Schwimmbad im Leugörderlörch, das Shoppingcenter Kringlan, die Hatschkrimskirchia und die große Glaskuppel Pertler. Zuerst hatten sie sich auf jene Stadtteile konzentriert, die zu Sikis Beschreibungen passten, keine Sicht auf den Berg Esia, die Hatschkrimskirchia und das Meer. Freya wusste nicht mehr, wie viele Straßen sie schon erfolglos abgeklappert hatten. Der Junge musterte die vorbeiziehenden Wohnblocks und Reihenhäuser ohne etwas wiederzuerkennen. Es stellte sich heraus, dass er noch zu klein war, um Ähnlichkeiten zwischen bestimmten Gebäudetypen und seinem Zuhause zu erkennen. Für ihn gab es nur sein Haus und nicht sein Haus. Sie waren kurz in das an Reykjavik angrenzende Copperberghörch hineingefahren, aber dort wirkte Sikki noch verwirrter. Er kannte weder das Shoppingcenter Smaralind noch den Toys R Us Laden. Kriege ich jetzt ein Eis? Sikki schaute Freya, die neben ihm auf der Rückbank saß, erwartungsvoll an. Bald, wir checken noch ein paar Straßen und danach holen wir uns ein Eis mit Schokosauce. Der Junge lächelte und drehte sich wieder zum Seitenfenster. Er saß auf einem Kissen, um hinausschauen zu können. Ich will nach Florida, ins Disneyland. Das war eindeutig ein Test, wie weit er gehen konnte. Wenn schon kein Eis mit Schokosauce, dann vielleicht eine Reise nach Disneyland. Da können wir jetzt nicht hinfahren, antwortete Freya lachend. Aber du bekommst dein Eis. Kannst du dein Haus irgendwo sehen, Sikki? Während der Wagen noch an der Ampel stand, nutzte Guthlöger die Gelegenheit, um nach hinten zu dem Jungen zu schauen. Sie hatten ihm die Frage schon so oft gestellt, dass es langsam lächerlich wurde. Sikki kannte den Grund für die Autofahrt durchaus. Nein. Guthlöger drehte sich wieder nach vorn. Die Ampel schaltete auf grün und sie fuhren weiter. Meine Mama darf nicht Autofahren, platzte der Junge heraus und wie immer versuchte Freya, ihn am Reden zu halten. Warum denn nicht, Sikki? Ihr Bauch ist so dick. Das Baby da drin ist ganz groß. Wenn sie bremst, kann der Bauch am Lenkrad platzen, erzählte der Junge lebhaft und fasste sich an den eigenen Bauch. Ach so, klar, fieberhaft versuchte Freya, die Geschichte weiter zu spinnen. Fährt dein Papa sie dann, wenn sie irgendwo hin muss? Ja, manchmal. Und darfst du dann mitfahren? Ja, immer. Ich darf nicht allein zu Hause bleiben. Wo seid ihr denn schon hingefahren? Weißt du das noch? Einmal ins Krankenhaus. Ja, klar. Hat der Arzt deine Mama untersucht? Sikki schaute Freya verblüfft an. Woher weißt du das? Weil Mamas, die ein Baby kriegen, öfter zum Arzt gehen. Der muss gucken, ob es dem Baby im Bauch gut geht. Sikki's Gesicht verfinsterte sich. Das war nicht wegen dem Bauch. Nein? Warum denn dann? Wegen der Beule hier. Sikki fasste sich an die Schläfe. Sie hat sich übergeben im Auto. Verstehe, wie ist das denn passiert? Sie hat sich wehgetan. Oh je, wie denn? Sikki zuckte die Achseln und starrte aus dem Fenster auf die Häuserzeile. Einfach so. Freya wollte ihn nicht weiter bedrängen und fragte, konnte der Arzt ihr helfen? Erneutes Schulterzucken. Hat er ein Pflaster drauf gemacht? Nein. Wann war das denn? Lange her. Freya zwang sich zu einem Lächeln. Das Zeitempfinden von Vierjährigen war sehr abstrakt. Sie verstanden davor und danach. Aber wenn sie erzählten, etwas sei gestern passiert, konnte es genauso gut vor einigen Tagen oder gar Wochen gewesen sein. Sikki konnte ihnen nicht sagen, ob es letzten Monat oder vor einem halben Jahr gewesen war. War das am Süßigkeitentag? Möglicherweise konnten sie dadurch Samstage, an denen Kinder in Island oft Süßigkeiten bekamen, ausschließen oder den Vorfall aufs Wochenende beschränken. Freya dachte an das Telefonat mit der Frau von der Notunterkunft, die ihr von Sikis Lüge erzählt hatte und hoffte, dass die Geschichte nicht erfunden war. Nein. War es vielleicht an Weihnachten? Nein. War Weihnachten schon vorbei? Sikki blickte sie nachdenklich an. Ja. Ich habe Mama einen Schal zu Weihnachten geschenkt. Der ist rosa, aber da ist Blut rangekommen im Auto. Das ist nicht mehr rausgegangen. Jetzt ist Blut auf dem Schal. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war der Schal dadurch wesentlich cooler. Hatte sie den Schal mit dem Blut auch beim Feuerwerk an Silvester an? Freya sah, wie Hülder sich abrupt umdrehte, genauso gespannt auf die Antwort wie sie. Sikki überlegte einen Moment. Ja, Papa wollte nicht, dass sie damit zum Feuerwerk geht, aber sie hat es trotzdem gemacht. Er war wütend. Er ist immer wütend. Weiter würde Freya wohl nicht kommen. Diese Zeitangaben mussten reichen. Im Krankenhaus war deine Mama da in der Notaufnahme? Ich, ich weiß nicht. Bist du mit reingegangen? Ja, aber ich habe im Flur gewartet. Mit Papa. Wir durften nicht rein, weil wir nicht verletzt waren. Nur Mama. Haben da viele Leute gewartet? Ja, manche waren betrunken. Er beobachtete Freya gespannt, wie sie auf diese schockierende Neuigkeit reagieren würde. Das hat Papa gesagt. Einer hatte sogar Bier dabei. Sikki musste in der Notaufnahme gewesen sein. Betrunkene tauchten eher selten im Ärztezentrum auf. Hilda hob die Faust und versetzte dem Autodach einen leichten triumphierenden Schlag. Das war der entscheidende Hinweis. Jetzt mussten sie keine weiteren Stadtviertel mehr abfahren und dem Jungen endlose Häuserzeilen zeigen. Okay, Sikki, was hältst du von einem Eis? Dithrick vom Jugendamt wartete in der Notunterkunft auf Freya, Hilda und Göthlöger. Er kam gerade von einem Einsatz, der ziemlich heftig gewesen sein musste, und saß mit einer Tasse Kaffee in dem kleinen engen Büro. Nachdem sie sich alle reingequetscht hatten, hätte noch nicht einmal mehr ein Kleinkind durch die Tür gepasst, aber das war der einzige Ort, an dem sie die Tür hinter sich zumachen konnten. Nichts, fragte Dithrick Freya nach einem kurzen höflichen Smalltalk. Sie musste zugeben, dass der Mann verdammt gut aussah. Bei ihrer ersten Begegnung hatte sein Hipsterbart ziemlich affig auf sie gewirkt, aber jetzt fand sie die gezwirbelten Enden seines Oberlippenbarts cool, genau wie seine Frisur, mit den ausrasierten Seiten und dem längeren zurückgegelten Haarschopf in der Mitte. Selbst an den Ring in seiner Nase hatte sie sich gewöhnt. Einen Typen wie ihn würde im Bett bestimmt auch keine Schlange im Nachbarzimmer schocken. Mit dem leichten Duft von Zitronengras, den er verströmte, konnte er auch bei ihr punkten. Hülder sah das offenbar anders, rümpfte die Nase, als sie sich die Hand gaben und wirkte eingeschnappt. Gerechterweise musste Freya zugeben, dass Hülder sich von einer Schlange im Nachbarzimmer auch nicht ablenken lassen würde, selbst nicht, wenn sie unter dem Bett läge oder darin. Kein Glück, insistierte Dithrick. Wir haben sein Haus leider nicht gefunden, aber wir haben etwas über seine Mutter erfahren, das uns hoffentlich weiterhilft. Hülder schien das Gespräch zwischen Freya und Dithrick zu missfallen. Er zog etwas aus seiner Hosentasche und hielt es Freya hin. Als sie sah, dass es ein Maßband war, schoss ihr sofort durch den Kopf, dass er von der Python gehört haben musste und ihr Hilfe beim Messen anbot, doch ihre Sorge entpuppte sich als überflüssig. Ich muss wissen, wie groß der Junge ist, sagte Hülder abrupt. Muss einer von euch dabei sein, wenn ich ihn messe? Dithrick und Freya schüttelten die Köpfe. Wortlos verließ eine Ich-wurde-schon-cool-geboren Aura. Freya hatte solche Typen schon immer attraktiv gefunden, die sich viel zu wohl in ihrer Haut fühlten, um Stress oder negative Stimmung zu verbreiten. Sie ertappte sich dabei, wie sie seine Hände auf einen Verlobungs- oder Ehring abcheckte und musste grinsen, weil sein einziger Ring ein großer silberner Totenkopf war. Selbst Leute, die sich nicht um Konventionen scherten, würden nicht mit Totenkopfringen vor den Altar treten, oder? Dithrick bemerkte Freyas Interesse an seinen Händen gar nicht, nippte seelenruhig an seinem Kaffee und sagte, Ich muss einen Bericht über den Jungen schreiben. Weißt du, wie es mit der Suche nach den Eltern läuft? Sonst schreibe ich halt nur, wie wir ihn gefunden haben und was Haythrun über sein Verhalten und seinen Entwicklungsstand gesagt hat. Meinem Chef ist es egal, ob er gelb und grün auseinanderhalten kann. Der will nur wissen, ob wir eine dauerhafte Unterbringung für ihn beantragen müssen. Die Suche läuft nicht so gut, aber vielleicht kommt jetzt Bewegung rein. Möglicherweise verfügt die Notaufnahme über Infos, mit deren Hilfe seine Mutter ausfindig gemacht werden kann. Mehr weiß ich leider auch nicht. Freya hätte sich gewünscht, ihm bei seinem Bericht besser helfen zu können. Noch mehr hätte sie sich allerdings gewünscht, dass er mit ihr ausgehen würde. Es war viel zu lange her, seit sie ein Date gehabt hatte, das nicht mit einem peinlichen Händedruck und der beidseitigen Hoffnung geändert hatte, dass das Gerede von wegen man wolle in Kontakt bleiben nur leeres Gewäsch sei. Schon seltsam die Sache. Dithrick streckte die Hand nach der Kaffeetasse aus, wobei sein Ärmel ein Stück hoch rutschte und seine Tattoos zum Vorschein kamen. Unter dem Ärmelbündchen lugten die gelben gespreizten Krallen des Adlers hervor, der Siki so fasziniert hatte. Im Begriff die Beute im Flug zu ergreifen und nicht mehr los zu lassen. Die Krallen verschwanden, als Dithrick die Kaffeetasse an seinen Lippen hob. Willst du mal sehen? Er gab Freya ein Blatt mit Haythrons Bericht. Freya überflog den Text, der mit dem übereinstimmte, was sie am Telefon besprochen hatten, dass Sikis Zeichnungen für einen Vierjährigen ungewöhnlich brutal waren, vielleicht weil er im Fernsehen etwas gesehen hatte, das nicht für Kinder bestimmt war. Darüber hinaus deutete nichts auf einen schwierigen Familienhintergrund hin. Der Junge war gepflegt, sauber und trug an die Jahreszeit angepasste Kleidung. Seine Zähne waren in einem guten Zustand, seine Haare und seine Nägel geschnitten und seine Ohren gesäubert. Er hatte keine Gesichtsmerkmale, die auf ein fetales Alkoholsyndrom schließen ließen und seine körperliche Entwicklung zeugte von einer guten Ernährung. Es gab keine äußerlichen Anzeichen von Gewalteinwirkung bis auf ein paar Schrammen an den Handflächen, die er damit erklärte, dass er auf dem Spielplatz hingefallen sei. Seine sprachliche Entwicklung war für sein Alter normal und er hatte keine Schwierigkeiten mit Erwachsenen und anderen Kindern zu kommunizieren. Seine geistige Entwicklung war ebenfalls im Normalbereich, er zeigte keine Anzeichen von Stress oder Traurigkeit, die nicht mit dem Verschwinden seiner Eltern zusammenhängen. Alles in allem war es sehr unwahrscheinlich, dass der Junge nicht in guten stabilen Verhältnissen aufgewachsen war. Dithrick nahm den Bericht wieder entgegen und fragte, könnten seine Eltern das Land verlassen haben, im Urlaub sein, den Jungen so lange bei einem Babysitter gelassen haben, was total daneben ging, oder aufs Land gefahren sein und einen Unfall gebaut haben, bei dem ihr Auto von der Straße aus nicht zu sehen ist? Freya schüttelte den Kopf. Glaube ich nicht. Dithrick fantasierte weiter. Oder eine Vergiftung. Sie sind zusammengeklappt, weil irgendein Chemiezeug in der Luft hing oder sie was Giftiges gegessen haben und jetzt liegen sie bewusstlos zu Hause? Bei den Problemen, die wir haben, das Haus des Jungen zu finden, befürchte ich, dass die Geschichte nicht gut ausgehen wird. Hoffentlich liege ich falsch. In diesem Moment ging die Tür auf und Hülder und Göthlöger kamen zurück. Es wurde wieder eng in dem kleinen Raum und Freya musste näher an Dithrick heranrücken. Sie spürte die Wärme seines Körpers durch ihren dünnen Pullover und hoffte, dass die Polizisten nicht so schnell wieder gehen würden. So, wir haben den Jungen gemessen und müssen weitermachen. Kann dich jemand mitnehmen, Freya? sagte Hülder, dem die Frage offensichtlich gegen den Strich ging. Bevor Freya antworten konnte, sie werde den Bus nehmen, warf Dithrick ein, ich bin ausnahmsweise mit dem Auto da, ich kann nicht mitnehmen. Das passte Freya hervorragend, aber sie achtete darauf, keine übertriebene Begeisterung an den Tag zu legen, als sie das Angebot annahm. Sie hätte sich auch auf den Gepäckträger von Dithricks Fahrrad gesetzt, wenn es sein musste. Hülders Entzücken In der Notaufnahme herrschte eine gedämpfte Atmosphäre. Die Leute saßen frustriert auf Plastikstühlen und hatten sich mit der endlosen Warterei abgefunden. Die meisten beugten sich über ihre Smartphones, aber ihren gelangweilten Minen nachzuurteilen, hatten sie bereits die entlegensten Winkel des Internets durchstreift. Fast alle hoben die Köpfe, als Hülder und Götlöge zum Empfang gingen und verkündeten, sie seien von der Polizei. In ihren Gesichtern zeichnete sich ein Hauch von Erwartung ab, der jedoch sofort erstarb, als die beiden Männer hineingebeten wurden. Keine Festnahme, keine Action. Hülder und Götlöge fanden sich in einem menschenleeren Flur wieder, gesäumt von den geschlossenen Türen der Behandlungsräume und vollgestellt mit tragbaren Geräten und diversen Rollwagen, die auf ihren Einsatz warteten. Eine Tür ging auf, doch die herauseilende Krankenschwester ignorierte sie und hastete sofort in den nächsten Raum. Die langen Wartezeiten waren definitiv nicht auf die Faulheit der Mitarbeiter zurückzuführen. Ich muss zurück zur Wache. Wo ist denn diese Ärztin? Götlöge stand schon unter Strom, seit Erdler ihm und Hülder die Autofahrt mit Siki aufgedrückt hatte. Vielleicht operiert sie gerade einen offenen Bruch. In den Online-Nachrichten stand, dass schon wieder ein Tourist von einem Berg gestürzt ist. Könnte sein, dass wir den ganzen Tag warten müssen. Bei Götlöge es geschocktem Gesichtsausdruck bereute Hülder seine Frotzelei schon wieder. Er glaubte zu wissen, warum sein Kollege so nervös war. Er musste sich vor der Teambesprechung morgen früh noch die restlichen Aufnahmen aus der Innenstadt anschauen und fürchtete, dass Erdler jemand anderen damit beauftragen würde, wenn er nicht rechtzeitig wieder an seinem Schreibtisch saß. Aber dummerweise vergaß er auch meistens zu humpeln, wenn sie in der Nähe war. Wir sind schnell wieder auf der Wache, versicherte Hülder ihm. Keine Sorge, Erdler überlässt die Aufnahmen bestimmt niemand anderem. Dafür sind wir viel zu unter besetzt. Das stimmte. Erdler hatte Schwierigkeiten, alle Aufgaben zu verteilen und musste einiges selbst übernehmen, worunter ihre Teamleitung litt. Gerade erst hatte sie Helkis Bruder Leivür allein vernehmen müssen, ihrer Ansicht nach pure Zeitverschwendung, denn er hatte genau dasselbe gesagt wie seine Eltern. Helki hatte keine Feinde, er kannte keinen Siggi, geschweige denn irgendwelche an Land gespülten Leichen. Die Ermittlungen gingen einfach nicht voran, aber mit ein bisschen Glück hatten sie jetzt vielleicht einen Wendepunkt erreicht. Bevor Goethlöge etwas entgegnen konnte, tippte jemand Hilde auf die Schulter und er drehte sich um. Hinter ihm stand eine Frau mittleren Alters in einem weißen Kittel. Sie war dünn und sah müde aus. Als sich herausstellte, dass es die Ärztin war, die die Polizisten empfangen sollte, stellten sie sich höflich lächelnd vor. Der Händedruck der Ärztin war fest und nach einer knappen Begrüßung sagte sie, ich habe höchstens eine Viertelstunde Zeit, wir sollten also direkt loslegen. Ohne viel Aufhebens brachte sie Hülder und Goethlöge in einen kleinen Raum mit Schreibtisch, Computer und zwei Stühlen für Gäste. Es gab eine kurze Unterbrechung, als Hand auf einige Ausdrucke neben ihrer Tastatur. Ihre Fingernägel waren extrem kurz geschnitten und sie trug keine Ringe oder anderen Schmuck. Habe ich das richtig verstanden, dass sie eine Frau suchen, die zwischen Weihnachten und Neujahr mit einer Kopfverletzung hier war? Hülder und Goethlöge nickten pflichtschuldig, unterbrachen die Ärztin aber nicht, um ihre kostbare Zeit nicht zu vergeuden. Sie nickte zurück und sagte, ich glaube, wir haben die Frau gefunden. Hülder hielt es für gerechtfertigt, wenigstens kurz mal den Mund aufzumachen. Sehr gut, das ist sehr gut. Endlich ging es voran. Die Ärztin ignorierte seine Zustimmung und sprach weiter. Wir können zwar nicht ganz sicher sein, dass es sich um die Person handelt, nach der sie suchen, aber das ist die einzige Patientin, auf die ihre Beschreibung zutrifft. Sie warf einen Blick auf die Ausdrucke, nahm das oberste Blatt und fasste mit mechanischer Stimme zusammen. Der Vorfall, den wir für passend halten, ist folgender. 27. Dezember, Kopfverletzung nach einem Schlag. Die Frau hatte eine stark angeschwollene blutende Wunde an der rechten Schläfe, begleitet von hier, bis wir eine schlimme Gehirnerschütterung oder Einblutung ausschließen konnten. Zudem haben wir uns vergewissert, dass ihr ungeborenes Kind keinen Schaden genommen hatte. Dass dies bezüglich keine Komplikation gab, wurde sie nach vier Stunden entlassen. Ihr wurde empfohlen, sich Ruhe zu gönnen und im Falle von Schwindel sofort Kontakt aufzunehmen oder bei Kopfschmerzen, Übelkeit oder Verwirrung. Stuhl herum, er wollte keine detaillierte Beschreibung der Verletzungen, sondern den Namen der Frau. Er hatte schon beschlossen, dass Götzlöger sie zurück zur Wache fahren sollte, damit er unterwegs nach Sikis Mutter googeln konnte. Verstehe, doch bevor er sie danach fragen konnte, fuhr die Ärztin bereits fort. Bevor ich weiter ins Detail gehe, sollte ich Ihnen etwas über die Ursache der Verletzung sagen. Hülder stöhnte innerlich, nickte aber mit geheucheltem Interesse. Die Frau behauptete, gegen eine offene Schranktür gestoßen zu sein. Ich hatte an dem Abend Dienst und habe sie untersucht. Die Ärztin machte eine Kunstpause. Ich bin mir sehr sicher, dass sie sich das ausgedacht hat. Ausgedacht? fragte Götzlöger, obwohl sie beide genau wussten, worauf die Ärztin hinaus wollte. Ja, ausgedacht. Die Wunde war kreisrund und ganz anders, als wenn man sich an einer Tür stößt. Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, jemand hat ihr ein Glas an den Kopf geschmissen oder absichtlich gegen den Kopf geknallt. Das würde den Schnitt erklären, der von einem scharfen Gegenstand verursacht wurde. Mir ist noch keine runde Schranktür mit messerscharfem Rand begegnet. Häusliche Gewalt, auch wenn die Patientin das nicht zugeben wollte. Kein Augenkontakt, eine unglaubwürdige Aussage und leichte Anzeichen von älteren Verletzungen, die sie nicht überzeugend erklären konnte. Ich habe im Geiste alle typischen Faktoren abgehakt. Die Frau wirkte geradezu erleichtert, was auch typisch ist für Opfer von häuslicher Gewalt. Sie wissen schon lange, dass es bald zu einem neuen Übergriff kommt und wenn der vorbei ist, können sie kurz aufatmen, alles läuft gut und sie können sich entspannen, das Schlimmste ist vorbei, vorübergehend. Auf ihrer Stirn bildeten sich tiefe, waagerechte Falten. Jemand hat das mal als Erdbeben beschrieben. Die Spannung baut sich auf und löst sich in einem heftigen Beben. Danach beginnt der Prozess von vorne. Sie nahm ein anderes Blatt und überflog es. Wie üblich in solchen Fällen habe ich sie zu einem Screening geschickt, aber ihre Antworten waren alle darauf ausgerichtet, ihren Mann zu schützen. So ist es meistens. Sie legte die Ausdrucke weg. Aber vielleicht liege ich auch falsch, das kann ich nicht ausschließen. Solche Fälle sind kompliziert, aber ich hielt es für richtig, ihnen das zu sagen. Hülder war hellhörig geworden. Der Name konnte warten, unter diesen Umständen konnte der gewalttätige Ehemann am ehesten etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun haben. Es war kein Geheimnis, dass es sich bei jedem zweiten Mord in Island um eine Beziehungstat handelte. Hoffentlich war Sikis Mutter nicht die nächste in der Statistik. Soweit wir wissen, hatte ihr Mann sie hergebracht und ihr kleiner Sohn war dabei. Haben Sie mit dem Mann gesprochen? Ja, kurz. Die Frau wollte, dass er mit in den Untersuchungsraum kommt, aber das habe ich verhindert. Ich hatte sofort den Verdacht, dass er sie geschlagen hat und ein Screening ist natürlich in Anwesenheit des Täters sinnlos. Sie musste meine Entscheidung akzeptieren, war aber sehr nervös, wahrscheinlich weil sie Angst hatte, dass ihr Mann sich aufregen würde, wenn er draußen warten musste. Ich habe ihren kleinen Sohn als Grund vorgeschoben, es sei nicht gut für ihn, bei der Behandlung dabei zu sein und das schien der Mann zu verstehen. Daraufhin hat er sich beruhigt. War das der einzige Kontakt zwischen Ihnen und dem Ehemann? Nein, ich habe ihn zur Seite genommen, während sie entlassen wurde und ihm gesagt, auf welche Symptome mehr achten soll und dass seine Frau in den nächsten 24 Stunden Ruhe braucht. Sie haben Ihren Verdacht nicht geäußert? Doch, aber ich habe ihm nur gesagt, dass die Beschreibung des Unfalls meiner Ansicht nach nicht stimmen kann. Der Junge schien bei der langen Warterei eingeschlafen zu sein, aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen und wollte nicht weiter darüber sprechen für den Fall, dass gewalttätige Partner ihr Verhalten noch nicht einmal für ihre Familie ändern, für die Menschen, die ihnen am nächsten sind, warum sollten sie es dann für uns tun, nur weil wir ihnen hier im Krankenhaus ins Gewissen reden. Aber er war erschrocken. Ich kann nur hoffen, dass die Möglichkeit aufzufliegen eine abschreckende Wirkung auf ihn hat. Aber vielleicht ist das ja naiv. Hülder gab der Ärztin ein Foto von Siki. Ist das der Junge? Die Frau nahm das Bild in die Hand und betrachtete es kurz. Das kann ich leider nicht sagen. Ich habe sein Gesicht nicht richtig gesehen. Sie haben den Vorfall nicht gemeldet? Nein, habe ich nicht. Wir sind unseren Patienten gegenüber zur Vertraulichkeit verpflichtet und melden nur Vorfälle, wenn wir glauben, dass der Betreffende oder ihm nahestehende in Gefahr sind. Die Ärztin holte tief Luft, bevor sie weitersprach. Da sie ja nun hier sind, nehme ich an, dass meine Einschätzung falsch war. Sieht leider ganz so aus. Zu meiner Entschuldigung kann ich nur sagen, dass die Frau zum ersten Mal hier war. Die älteren Verletzungen, die ich waren allerdings bei weitem nicht so schlimm wie der Schlag auf den Kopf. Häusliche Gewalt steigert sich häufig. Wenn es richtig ernst wird, finden die Opfer manchmal einen Ausweg. Sie sind gezwungen, der Tatsache ins Auge zu schauen, dass sich die Situation nicht bessern, sondern immer schlimmer werden wird. Ich dachte, die Frau wäre an diesem Punkt angelangt, auch wenn sie sich mir nicht anvertraut hat. Die Ärztin musste sich nicht bei Hülder entschuldigen. Ihm war vollkommen bewusst, dass häusliche Gewalt ein schwieriges Thema war. Die Beziehung zwischen Opfer und Täter war komplexer als bei vielen anderen Verbrechen, mit denen sie zu tun hatten. Auch wenn Hülder kein Experte auf diesem Gebiet war, wusste er, dass die Opfer in widersprüchlichen Emotionen gefangen waren Angst, Wut, Liebe, Hass, Schuldgefühle, Selbstvorwürfe, Verachtung und Scham. Diese Mischung machte es den Opfern fast unmöglich, ihre Ehepartner anzuzeigen oder zu verlassen. Stattdessen resignierten sie oder klammerten sich an die absurde Hoffnung, dass es bald aufhören würde. Es ist keineswegs sicher, dass ihr Verschwinden etwas mit ihrem Mann zu tun hat, erklärte Hülder, um es der Ärztin leichter zu machen. Wir wissen noch nicht einmal, ob sie wirklich verschwunden ist. Wir können sie nur nicht finden. Die Ärztin schaute wieder auf ihren Bericht. Wenn ich richtig gerechnet habe, müsste sie jetzt im achten Monat sein. Sie schaute Hülder in die Augen. Wenn sie wirklich verschwunden ist, dann hoffe ich sehr, dass sie sie möglichst schnell finden. Wer auch. Hülder zog ein Notizbuch aus seiner Anoraktasche und klappte es in der Mitte auf. Trotz der eingeknickten Ecken waren noch alle Seiten leer. Normalerweise vertraute er auf sein gutes Gedächtnis, doch bei dem sehnlich erwarteten Namen von Sikis Mutter ging er lieber auf Nummer sicher. Wenn wir den Namen der Frau haben, können wir die Suche beschleunigen. Die Ärztin machte ein abweisendes Gesicht. Den kann ich Ihnen leider erst sagen, wenn es einen Gerichtsbeschluss gibt. Das wissen Sie doch. Wir sind zur Vertraulichkeit gegenüber unseren Patienten verpflichtet. Ich habe offen mit Ihnen über den Fall geredet, aber nur unter der Wahrung der Anonymität der Patientin. Hier muss ich leider einen Strich ziehen. Githlöge verzog den ich jetzt nicht mehr als sechs Wochen nach dem Vorfall. Verstöße gegen die Vorschriften werden hier sehr ernst genommen. Und wir sind schon unterbesetzt. Es wäre eine Katastrophe, wenn man mich vorübergehend suspendiert, solange der Fall untersucht wird. Aber das ist ein Notfall. Githlöge wollte noch nicht aufgeben. Auch wenn man bei Mordfällen relativ leicht einen Gerichtsbeschluss bekam, würden die Formalitäten etwas dauern. Bei Durchsuchungsbefehlen, Telefonüberwachung und der Herausgabe von Bankdaten ging das schneller als bei sensiblen persönlichen Daten wie Krankenberichten. Besonders, wenn die Polizei sich nicht einmal sicher war, dass es sich wirklich um die richtige Person handelte. Wenn ich das dem Ethikkomitee beschreiben müsste, würde ihr Notfall so lauten. Die Polizei suchte eine Frau, von der sie nicht wusste, ob sie wirklich verschwunden war oder wie sie hieß. Sie behaupteten, sie sei zwischen Weihnachten und Neujahr in die Notaufnahme gekommen, waren sich aber nicht sicher. Ich händigte ihnen die Krankenakte und den Namen einer Frau aus, von der ich meinte, es könnte die richtige sein, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Die Ärztin erhob sich. Nein, tut mir leid, ich brauche einen Gerichtsbeschluss. Sie schob die Ausdrucke in die Mitte des Tisches. Bevor Guthlöger weiter protestieren konnte, fügte sie hinzu, doch da es wirklich dringend ist, werde ich den diensthabenden Oberarzt konsultieren. Vielleicht bewertet er die Situation ja anders, wobei ich das nicht glaube. Bitte warten Sie einen Moment. Als sie an der Tür stand, drehte sie sich noch einmal um und warf einen demonstrativen Blick auf den Schreibtisch. Dann ging sie raus. empört die Augenbrauen, machte Anstalten, ihn davon abzuhalten. Sigölle Laura Laurister Teech. Hülder legte die Ausdrucke zurück auf den Tisch. Der Rest interessierte ihn nicht. Endlich! Als die Ärztin zurückkam, eröffnete sie ihnen, dass der Oberarzt ihre Bitte abgelehnt habe. Als sie sich zum Abschied die Hände schüttelten, wirkte sie nicht im geringsten erstaunt, als Hülder ihr sein allerherzlichstes Lächeln schenkte und sich überschwänglich für ihre Hilfe bedankte. Zurück auf den Parkplatz warf er Götzlöge die Autoschlüssel zu. Du fährst! Hülder hatte noch nie eine Wohnung von einer Familie mit Kindern betreten, die so aussah. Dabei ging es nicht um die Möbel, die Einrichtung oder die Aussicht, das war ziemlich unspektakulär, sondern um die Ordnung, Die Wohnung sah aus wie ein Showroom, nicht der Hauch eines Staubkörnchens und keine herumliegenden Sachen. Selbst die Küchentücher schienen mit Hilfe eines Lineals zusammengefaltet worden zu sein. In den Schränken war alles perfekt sortiert, in geraden, ordentlichen Reihen und noch nicht einmal die Konservendosen waren verstaubt. Der Kühlschrank sah nagelneu aus, von außen wie von innen, keine eingetrockneten Milchreste am Ausguss verschrumpelten Zitronen oder matschiger Salat im Gemüsefach. Hülder mochte kein Chaos, aber dieser Ordnungswahn war selbst ihm zu viel, zumal hier ein Kind lebte. Seine fünf Schwestern hatten alle Kinder, eine sogar vier, ausschließlich Jungs wie Sicky, und Hülder war bisher nach jedem Besuch nach Hause gehumpelt, weil er über Legosteine gestolpert war. Sicky Spielzeug befand sich hingegen nur im Kinderzimmer, einsortiert in Spielzeugkisten oder aufgereiht in einem kleinen Regal. Selbst seine Kleidung lag gefaltet in Schubladen oder hing im Schrank, keine einzelne Socke unter dem Bett oder in einer Ecke. Das Einzige, was nicht aussah wie ein Foto in einem Ikea-Katalog, war sein ungemachtes Bett. Bei dieser Pingeligkeit musste Hülder sofort an Helki denken. In beiden Wohnungen befand Oberflächen glänzten. Doch da hörte die Ähnlichkeit auf. Helkis Wohnung war protzig, während man hier direkt sah, dass das Geld knapp war. Sieht aus, als wäre der Junge schlafend aus dem Bett geholt worden. Das passt ja auch zu seiner Aussage. Hülder stieß mit seiner latex behandschuten Hand einen Globus an, der auf einer weiß lackierten Kommode stand und sah zu, wie er sich drehte. Als der Globus anhielt, war das Mittelmeer vorne. Die Insel Mallorca war mit einem roten Filzstift eingekreist. So wie das hier aussieht, wird morgens garantiert sofort sein Bett gemacht. Hm, schwer zu sagen, ob Götzlöge es gemurmelt Zustimmung oder Zweifel ausdrücken sollte. Er kniete auf allen Vieren und spähte unter Sikis Bett. Nach ihrer Rückkehr ins Büro war er erleichtert gewesen, hatte aber gerade erst die Überprüfung der Aufnahmen fortgesetzt, als Erdler den Hausdurchsuchungsbefehl bekam und Hülder und ihn wieder losschickte. Hülder war froh darüber gewesen, anders als Götzlöge, aber der hatte sich auch wieder eingekriegt, nachdem Erdler ihm grünes Licht gegeben hatte, dass er für das restliche Checken der Aufnahmen Überstunden machen könne. Es ist bei dir zu Hause auch so ordentlich? Hülder zog eine Schublade mit gefalteten T-Shirts heraus. Auf dem obersten prangte eine Comic-Figur, ein fetter Dinosaurier mit breitem Grinsen, roten Wangen und einer Blume in der Pranke, fern jeglicher Realität. Nee, überhaupt nicht, Götzlöge erhob sich wieder. Keine einzige Fluse unter dem Bett. Lina erschien in der Türöffnung, genauso erstaunt wie die Männer. Sie hatte das Badezimmer durchsucht, in dem auch die Waschmaschine stand. Ist ja echt strange hier. Götzlöge zuckte nur die Achseln, während Hülder entgegnete, entweder war hier ein ganzer Reinigungstrupp zugange oder jemand hat einen krankhaften Putzfimmel. Noch nicht mal Zahnpastareste im Waschbecken, der Spiegel sieht aus wie poliert und das Klo, als wäre es heute morgen installiert worden. Ich habe eher den Eindruck, dass hier gar keiner wohnt. Das ist nur ein Fake. Hülder schaute sich um. Oder jemand hat gründlich geputzt, um die Spuren eines Verbrechens zu beseitigen. Sie hatten Sigur Le Lauras Adresse im Einwohnerverzeichnis gefunden. Die Wohnung befand sich in einem Wohnblock in Grafferholch, einem neuen Vorort am Stadtrand. Sikis Beschreibung stimmte nicht ganz, denn man konnte das Meer erahnen. Ein großes Hochhaus verdeckte die Hatschkrimskirk nur zum Teil und der Berg Esia war auch zwischen den Nachbarhäusern zu sehen. Ertler hatte nicht weiter nachgefragt, wie Hülder an Sigur Lees Namen gekommen war. Anscheinend vertraute sie ihm noch genug, um nicht nachzuhaken, als er ihr erklärt hatte, sie sollte das lieber nicht wissen. Im Gegenzug hatte er sie nicht gefragt, wie sie ihren Antrag auf einen Durchsuchungsbefehl ginge. Jedenfalls wurde der Antrag in Rekordtempo genehmigt. Der Eintrag im Einwohnerregister hatte auch ans Licht gebracht, warum die Suche nach Sigis Eltern erfolglos geblieben war. Sein Vater hieß Markerch, ein Name, der überhaupt nicht mit S anfing, wie man bei dem Spitznamen Sippy vermuten würde. Ertler war an die Decke gegangen, als das rausgekommen war. Wie konnte jemand, der Markerchis einen solchen Spitznamen haben. Lina kriegte den Tobsuchtsanfall ab, ließ ihn aber regungslos über sich ergehen, bis Hülder es nicht mehr mit ansehen konnte und sich einmischte. Daraufhin richtete sich Ertlers Wut gegen ihn, aber er war einiges gewöhnt. Vor der Beantragung des Durchsuchungsbefehls waren Sigur Löhes Mutter und die Eltern ihres Ehemanns befragt worden. Die sagten, sie hätten nur sporadisch Kontakt zu ihrem Sohn und hätten sich deshalb keine Sorgen gemacht. Bei Sigur Löhes Mutter sah die Sache anders aus. Sie sagte, sie sei ein bisschen beunruhigt gewesen, weil sie seit Samstag nichts mehr von ihrer Tochter gehört hätte. Normalerweise hätten sie täglich Kontakt, aber sie habe selbst nicht bei ihr angerufen aus Sorge, dass ihr Mann Markerch ans Telefon gehen würde und das wollte sie möglichst vermeiden. Telefonate mit engeren Freunden des Ehepaars, deren Namen sie von den Eltern bekommen hatten, ergaben dasselbe Bild. Seit mehreren Tagen hatte keiner mehr etwas von Sigur Löhe oder Markerch gehört. Doch auch hier lautete die einhellige Aussage, man stünde nicht mehr regelmäßig in Kontakt. Alle, mit denen die Polizei gesprochen hatte, waren sich einig, dass Siki von seinen Eltern heiß geliebt wurde. Keiner glaubte, dass sie sich einfach aus dem Staub machen und ihn allein lassen würden. Und keiner wusste von einer Verbindung der Eheleute zu Helki, dem Ermordeten. Hülder ließ den Blick weiter durch das mustergültige Kinderzimmer streifen. Götlöge und er hatten hier schon alles durchforstet. Ich glaube, wir finden hier nichts. Vielleicht kann die Spusi Spuren von Blut aus machen, das weggewischt wurde. Die sollen auch den Bettrahmen auf Fingerabdrücke untersuchen, falls die Person, die Sicky mitgenommen hat, ihn angefasst hat. Würde mich zwar wundern, aber man weiß ja nie. In dem Wohnblock gab es kein Überwachungssystem, das hätte aufzeichnen können, wer den schlafenden Jungen aus der Wohnung getragen hatte. In dem Stadtviertel gab es auch keine Sicherheitskameras, sodass man kein wegfahrendes Auto identifizieren konnte. Mit dem Schlafzimmer sind wir auch fertig, verkündete Lina. Das ist genauso makellos wie der Rest der Wohnung. Das Bett ist frisch bezogen. Willst du das auch auf Fingerabdrücke untersuchen lassen? Das soll Ertler entscheiden. Sie kommt bestimmt gleich zurück. Ertler hatte die Wohnungsdurchsuchung geleitet, bis sie einen Anruf bekommen hatte und in den Hausflur gegangen war. Hülder vermutete, dass es ihr Vorgesetzter war, der die Ermittlungen genau verfolgte, seit die Presse am Nachmittag darüber berichtet hatte. Das würde ihre Laune bestimmt nicht verbessern. Alle mutmaßlich wichtigen Dinge, die sie gefunden hatten, lagen auf dem Wohnzimmertisch. Ein Schal mit dunklen Flecken, wahrscheinlich Sikis Geburtstagsgeschenk an seine Mutter, ein weißer und ein schwarzer Laptop, zwei Aktenordner mit ordentlich eingehefteter Haushaltsführung, Post, die zerrissen im Müll gelegen hatte, der Personalausweis der Mutter, ihr Portemonnaie mit Kreditkarten und Führerschein, außerdem noch eine kaputte Tonvase, in drei Teile zersplittert, die man im Schrank gefunden hatte. Womöglich war das bei einer täglichen Auseinandersetzung geschehen, wobei die Vase dann wohl eher nicht aufbewahrt worden wäre. Im selben Schrank lagen noch mehr kaputte Gegenstände, zerbrochenes Porzellan und zerrissene Halsketten, offenbar um sie irgendwann reparieren zu lassen. Jeder hatte doch eine solche Schublade, in der die Dinge verstaubten. Die Familie des kleinen Zicky schien allerdings ungeschickter zu sein als andere Leute. Das wurde jedenfalls alles in die Kriminaltechnik geschickt und auf Fingerabdrücke untersucht. Ich kann ja mal versuchen, die Papierschnipsel zusammenzusetzen, schlug Lina vor, die neben dem Tisch mit den Beweismitteln stand. Ich habe in der Grundschule einen Puzzlewettbewerb gewonnen. Sie hob die Hände hoch, um zu zeigen, dass sie ihre Latex-Handschuhe noch anhatte. Na, von mir aus. Hülder zog einen Stuhl von dem Bartresen heran, der die Küche vom Wohnen und Esszimmer abgrenzte. Aber lass das lieber nicht Erdler sehen, sonst drückt sie dir bestimmt auf, den Müll aus Helkis Hochhaus nach dem Brief zu durchsuchen, den er zerrissen hat. So viel ich weiß, wurde der nämlich zur Wache gebracht, und zwar tonnenweise. Er setzte sich und starrte die glänzenden Fliesen über dem Herd an. Er bezweifelte, dass der Ehemann für diese obsessive Putzerei verantwortlich war. Das sind Briefe von der Bank und einer von der Firma, von der sie den Autokredit haben. Lina puzzelte weiter. Scheiße, die waren total verschuldet, kurz davor das Auto zu verlieren, und ihr Wohnungskredit sollte auch gekündigt werden. Da sind sie nicht die Einzigen. Trotzdem haut nicht jeder gleich ab und lässt sein Kind in einer fremden Wohnung, warf Göthlöge ein, leicht genervt von Lina. Aber wer Gefahr läuft, alles zu verlieren, verhält sich ein, wir müssen beim Kreditgeber nachfragen, ob ihnen der Wagen schon abgenommen wurde. Vielleicht steht er ja deshalb nicht vorm Haus. Bevor sie hereingekommen waren, hatten sie den Parkplatz des Wohnblocks nach einem weißen Jahres abgesucht, aber keinen gefunden. In diesem Moment ging die Tür auf und Erdler kam herein. Seid ihr fertig? Kann ich die Spusi rufen? Ja, ich denke schon. Hülder versuchte Erdler am Gesicht abzulesen, ob das Telefonat ausnahmsweise einmal positiv gewesen war, aber sie schaute ihn ausdruckslos an. Das Ehepaar scheint kurz vor der Pleite gewesen zu sein. Ach wirklich? Erdler steckte das Handy in die Tasche und ging zu dem Tisch mit den Papierschnipseln ohne zu fragen, wer sie zusammengesetzt hatte. Das wirft ein ganz neues Licht auf den Fall. Vielleicht haben wir es mit Selbstmord zu tun. Hülder hatte plötzlich eine Idee. Wurde die Leiche aus dem Lavafeld schon offiziell identifiziert? Ja, von den Eltern. Wieso? Erdler schaute von den Briefen auf. Ach, ich dachte nur, der Tote könnte vielleicht dieser Markerch sein, mit Helkis Portemonnaie in der Tasche. Das Ganze könnte eine Karibik in Champagner, ohne die geringste Ahnung, dass wir ihn für tot halten. Nein, es ist Helki. Falls dieses Ehepaar Suizid begangen hat, müssen wir ihre Leichen noch finden. Ich glaube nicht, dass eine hochschwangere Frau Selbstmord begehen würde, Linas entsetzt im Gesichtsausdruck nach zu urteilen, schien sie sich die Szene gerade lebhaft vorzustellen. Nicht so kurz vor der Geburt, das Kind könnte zur Welt kommen, während sie in den letzten Zügen liegt, das könnte doch keine Mutter ertragen. Githlöge schnaubte nur verächtlich, aber Erdler ignorierte ihn. Da hast du sicher recht, es ist kein Problem, ein Neugeborenes in gute Hände zu geben. Falls die Frau sich umbringen wollte, hätte sie damit gewartet. Ich glaube eher, dass dieses Arschloch von Ehemann sie wie üblich verdroschen hat und zu weit gegangen ist. Davon sieht man hier aber nichts. Hülder ließ den Blick durch den Raum wandern. Er hätte die Spuren natürlich beseitigen können. Die Wohnung ist extrem sauber und ordentlich, aber wenn man einen Mord oder einen brutalen Übergriff vertuschen will, faltet man wohl kaum die Wäsche und legt sie in den Schrank. Bleibt die Frage, wo die beiden sind, lebendig oder tot. Und wer den Investor getötet hat, Erdler zeigte auf die Gegenstände auf dem Tisch. Ihr habt keine Verbindung zu ihm gefunden? Nein, nichts. Wir müssen auch die Computer checken. Vielleicht findet sich ja da was. Oder bei den Telefon Verbindungen. Was ist mit Handys? Keine Spur davon? Nein, leider nicht. Sigurlö Handy war nicht in ihrer Handtasche. Auf den Nachttischen im Schlafzimmer lagen zwei Ladegeräte, die Kabel sorgfältig aufgerollt. Warum war Sigurlö Handy verschwunden, aber ihr Portemonnaie mit all ihren Kreditkarten noch da? Da sie ihre Handtasche zurückgelassen hatte, schien sie die Wohnung nicht freiwillig verlassen zu haben. Aber warum hätte der jenige, der sie entführt hatte, ihr Handy mitnehmen sollen? Heutzutage wusste doch jedes Kind, dass man eingeschaltete Handys orten konnte. Oder Sigurlö hatte das Handy mitnehmen aus. Die Brieftasche ihres Mannes war hingegen spurlos verschwunden. Ich soll ein paar Klamotten für den Jungen mitnehmen. Könntet ihr was zusammensuchen? Sieht so aus, als würde er zu seiner Großmutter kommen. Erdler wartete auf Freiwillige, doch alle schwiegen verbissen. Keiner von ihnen hatte Kinder. Am Ende erhob sich Hülder von dem Barhocker und erklärte sich dazu bereit. Er hatte immerhin einen Unterwäsche und Socken hinein, sehr sorgfältig, da er sich dem Einfluss der penibel eingeräumten Schubladen nicht entziehen konnte. Dann nahm er ein paar T-Shirts, darunter das mit dem Dinosaurier und drei Hosen. Schließlich noch einen Schlafanzug, das musste reichen. Hoffentlich fanden sie Siggis Eltern, bevor er noch mehr Kleidung benötigte. Hülders Blick fiel wieder auf das Bett und schweifte dann durchs Zimmer. Das Kaninchen, von dem Siggi gesprochen hatte, war nirgends zu sehen. Es war auch nicht in Higgis Wohnung gewesen. Vielleicht hatte er es im Auto des Entführers liegen gelassen, aber das kam Hülder angesichts seiner Erfahrungen als Streifenpolizist unwahrscheinlich vor. Damals hatte er öfter Kinder aus schwierigen Familien holen müssen und wenn sie ein Lieblings Stofftier hatten, hätte man es ihnen nur mit Gewalt entreißen können, sobald sie sich in einer fremden Umgebung befanden. Irgendetwas stimmte hier nicht. Hülder korrigierte sich. Hier stimmte gar nichts. Absolut gar nichts. Siggi saß seiner Großmutter gegenüber auf einem Stuhl und malte, als könnte ihn kein Wässerchen trüben. Die Frau war um die sechzig, groß und schlank, mit geradem Rücken und hellen Augen. Sie war gebräunt, aber von der Halsmitte abwärts käseweiß. Ein Outdoor-Typ, wandern oder golfen, jedenfalls keine, die sich sofort in die Sonne legte, wenn es aufklarte. Sie sah zehn Jahre jünger aus, aber ihre Hände verrieten sie, ausgeprägte Adern unter einer schlaffen Haut. Sie hieß Margret, hatte Freya aber gebeten, sie Macker zu nennen. Freya hatte den Eindruck, dass sie sich für den Besuch zurecht gemacht hatte, aber der Lippenstift stand ihr nicht besonders gut. Vielleicht hatte sie ihn unterwegs in einer Apotheke gekauft. Ich bin wirklich sprachlos. Man hört ja so viel über ihre unmenschlichen Methoden, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das stimmt. Ihr Blick wanderte von Freya Regeln halten, das hat nichts mit ihnen persönlich zu tun, glauben sie mir. Freya war die undankbare Aufgabe zugefallen, Sikis Großmutter mitzuteilen, dass sie ihren Enkel noch nicht zu sich nehmen konnte. Es mussten diverse Formalitäten eingehalten werden, um die Interessen der Kinder zu wahren, die in der Obhut des Jugendamts landeten. Nahe Verwandte mochten das für ungerecht und für die Willkürlichkeit eines rücksichtslosen Systems halten, was keineswegs stimmte. Die Situation war nun mal höchst ungewöhnlich. Normalerweise waren einer oder beide Elternteile anwesend, um den Maßnahmen zuzustimmen. Wir werden eine vorübergehende Lösung finden, mit der sie hoffentlich zufrieden sind. Es wird nicht lange dauern. Alle, die in den Fall involviert sind, wissen, dass es dringend ist. Freya musste in Anwesenheit von Sikki auf ihre Wortwahl achten. Er zeigte zwar kein besonderes Interesse an dem Gespräch, hörte aber trotzdem zu. Wollen Sie wirklich meine Wohnverhältnisse überprüfen? Die Großmutter musterte das dürftig ausgestattete Wohnzimmer in der kleinen Notunterkunft. Soll das ein Witz sein? Wer hat denn das hier eingerichtet? Ihr Blick blieb an dem abgegriffenen Spielzeug hängen, das im Raum verstreut lag? Freya zog es vor, nicht darauf einzugehen. Sie schaute zu Sikki, der gerade mit einem roten Stift den Kopf eines Strichmännchens überkritzelte. Hat Sikki eigentlich schon immer so gemalt, Maka? Die Großmutter drehte sich zu ihrem Enkelkind und sah zu, wie Sikki weiterkritzelte, bis der Kopf der Figur unter den roten Strichen nicht mehr zu erkennen war. Dann schaute sie irritiert zu Freya. Das habe ich noch nie gesehen, aber ich muss gestehen, dass ich im letzten Jahr kaum Kontakt zu ihm hatte, viel weniger als meine Tochter und ich uns gewünscht hätten. Was stand dem denn im Wege? Die Frau formte mit den Lippen die Worte Sein Vater. Ich verstehe, dann fragte Freya Sikki. Was ist denn das Rote auf deinem Bild? Der Junge hörte auf zu kritzeln und schaute Freya schläfrig an. Sag ich nicht. Verstehe, Freya lächelte. Und wer ist das auf dem Bild? Das kannst du mir doch ruhig sagen. Mama. Die Großmutter sog scharf die Luft ein. Im selben Moment steckte die Betreuerin den Kopf durch die Tür und fragte, ob Sikki mit den anderen Kindern Kakao trinken und Schmalz Gebäck essen wolle. Er wollte, rutschte von seinem Stuhl und folgte ihr aus dem Raum. Sikki hatte sich gefreut, seine Oma zu sehen, sie aber nur verhalten begrüßt und sich schnell aus ihrer überschwänglichen Umarmung befreit. Er wollte lieber allein auf einem Stuhl sitzen und malen. Er kommt gleich wieder, keine Sorge, versicherte Fräher der Frau. In der Zwischenzeit können wir offen miteinander reden. Ich habe das Gefühl, dass ihnen etwas auf der Seele brennt, das nicht für seine Ohren bestimmt ist. Die Frau schloss die Augen und massierte ihre Stirn. Was ist mit meiner Tochter passiert? Ich weiß es leider nicht. Ich bin nicht von der Polizei. Die haben sicher irgendwelche Theorien, aber darüber bin ich nicht informiert. Auch wenn das ein schwacher Trost ist, die Suche nach ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn hat absolute Priorität. Sippy ist mir schnurzegal, von mir aus brauchen sie den gar nicht zu suchen. Ich will, dass sie Sister finden. Die Frau räusperte sich und schaute dann auf die Tischkante. Lebendig. Fräher wunderte sich nicht, dass Margret kein großer Fan von ihrem Schwiegersohn war, seit sie wusste, dass der seine Frau misshandelte. Diese Information hatte sie vom Jugendamt, das von der Polizei über die Situation in Kenntnis gesetzt worden war. Da Fräher bereits in den Fall involviert war, hatte man sie gebeten, weiter daran mitzuarbeiten, beispielsweise der Großmutter mitzuteilen, dass sie ihren Enkel noch nicht mitnehmen durfte, ihre Fragen zu beantworten und ein offenes Ohr für sie zu haben. Die Anfrage, mit Margret zu sprechen, war gegen Spätnachmittag bei ihr eingegangen, als sie noch am Schreibtisch gesessen hatte. Zwar handelte es sich um eine vergleichsweise unbedeutende Aufgabe, aber Fräher hatte sich wie immer über Mehrarbeit gefreut. Das Jugendamt war derzeit so überlastet, dass sie noch Mitarbeiterin des Monats würde, wenn das so weiter ginge. Wenn sie jedoch Toppis Wohnung bekäme, würden ihre Finanzprobleme der Vergangenheit angehören und sie müsste keine Überstunden mehr machen. Diese verdammte Schlange hatte auch ihre Vorteile. Soweit ich weiß, war ihr Schwiegersohn ihrer Tochter gegenüber gewalttätig. War das schon länger so? Schon seit Beginn ihrer Beziehung? Ich weiß nicht, wann das anfing. Kann schon sein, dass es von Anfang an so war. Sie haben sich vor sechs zusammen und dann hat Sister die Beziehung beendet. Er ist ihr hinterhergerannt und sie hatten ein paar Monate lang eine On-Off Beziehung, bis sie schwanger wurde. Da zogen sie zusammen und heirateten. Ich wünschte, sie hätte nicht nachgegeben, aber dann gäbe es Siggi nicht. Es ist kompliziert. Die Frau hob den Kopf und tupfte sich die feuchten Augen. Dann riss sie sich zusammen, räusperte sich und sprach weiter. Aber im Nachhinein weiß man ja immer alles besser. Vor drei Jahren nach Siggis Geburt ist mir zum ersten Mal was aufgefallen. Sister wollte es nicht zugeben und ich hatte keine Beweise, aber ich weiß genau, wann sie lügt. Ich habe sie allein großgezogen und kenne sie in und auswendig. Trotzdem habe ich eine Weile gebraucht, um es zu merken. Ich wäre nie, nie auf die Idee gekommen, dass sie in eine solche Situation gerät, eine so kluge und starke Frau. Aber inzwischen weiß ich, dass das jedem passieren kann. Sie runzelte die Stirn. Sie können sich sicher vorstellen, dass ich mich heute frage, ob ich nichts hätte unternehmen können. Aber was hätte ich tun sollen? Ich habe so oft versucht, es anzusprechen. Vielleicht hätte ich die Polizei anrufen und ihnen von meinem Verdacht erzählen sollen. Dann säße ich jetzt vielleicht nicht hier. Freya konnte nicht viel dazu sagen. Das Unaussprechliche hing in der Luft, die Angst, dass ihr Schwiegersohn ihre Tochter totgeschlagen hatte. Sie schauten beide unabsichtlich auf Siggis Bild auf dem Tisch. Freya hoffte, dass Margret nicht dasselbe dachte wie sie, dass der Junge dabei gewesen sein könnte. Siggi hat erzählt, dass seine Mutter Lehrerin ist, sagte Freya, bemüht nicht, in der Vergangenheit von Sister zu sprechen. Wenn ich das richtig verstanden habe, entschied sie sich dafür, bei ihm zu Hause zu bleiben. Die wenigsten isländischen Mütter nehmen vier Jahre Elternzeit, aber Siggi scheint wirklich davon profitiert zu haben, bis auf das Desinteresse am Schicksal seiner Eltern und die blutroten Bilder. Sister wollte nie vier Jahre Elternzeit nehmen. Sie hatte erst drei Jahre als Lehrerin gearbeitet, als Siggi auf die Welt kam und liebte ihren Job. Ich glaube, Sippy hat ihr verboten zu arbeiten. Das war typisch. Wenn der Täter sein Opfer isolieren konnte, war es viel leichter für ihn, seine Taten zu vertuschen und es bestand weniger Gefahr, dass Außenstehende sich einmischten. Siggi hat erzählt, dass sie wieder arbeiten wollte, sobald er in den Kindergarten kommt, aber damit wird sie bestimmt noch warten, bis das neue Baby aus dem Gröbsten heraus ist. Sister hat oft darüber gesprochen, dass sie wieder arbeiten will. Nach Siggis Geburt freute sie sich angefangen zu unterrichten. Siggi war acht Monate und hatte einen Platz bei einer Tagesmutter. Zwei Monate später hörte sie wieder auf, ohne mir zu sagen, warum. Ich habe sie bedrängt, aber dann merkte ich, wie schwer es ihr fiel, mir vorzulügen, dass das wirklich ihre Entscheidung gewesen sei. Das war es nicht, das weiß ich genau. Das war alles auf Sippis Mist gewachsen. Das wird mir jetzt erst so richtig klar. Freya ließ diese Verdächtigungen unkommentiert. Sisters Entscheidung konnte die unterschiedlichsten Gründe haben, unabhängig von ihrem Mann, beispielsweise eine Wochenbett-Depression oder zu hoher Druck auf der Arbeit. Hoffen wir mal, dass sie diesmal nach der Babypause wieder arbeiten geht. Gute Lehrer werden dringend gebraucht. Margreths Gesicht erhellte sich für einen Moment, doch dann ließ sie wieder den Kopf hängen. Wann finden sie Sister endlich? Das Baby könnte jeden Moment kommen. Was geschieht mit dem Kind, wenn sie irgendwo gefangen gehalten wird? Freya legte ihre Hand auf die knochige Hand der Frau. Es wird bestimmt alles gut gehen mit ihrer Tochter und dem Baby. Die tröstenden Worte bewirkten genau das Gegenteil. Die Frau fing an zu weinen und zog die Hand zurück, um die Tränen wegzuwischen. Freya sprach einfach weiter, damit sie sich wieder fangen konnte. Was ist mit dem Vater? Siki hat mir erzählt, er sei Elektriker. Hat er einen Job? Freya vermutete es, da der Junge so stabil wirkte. Wenn er den ganzen Tag mit beiden Elternteilen zusammen gewesen wäre, hätte er vermutlich Schläge, Erniedrigungen, Streit und Geschrei mitbekommen. Wenn der Vater tagsüber arbeitete, beherrschte er sich abends vielleicht, bis der Junge eingeschlafen war. Möglicherweise wirkte Siki deshalb so ruhig und entspannt. Er war noch so klein, dass seine Eltern viel vor ihm verbergen konnten. Doch diese Zeit wäre bald vorbei. Margret schniefte, wischte sich eine Träne von der Wange und antwortete. Sippy hatte bis vor einem halben Jahr eine feste Stelle. Jetzt nimmt er wohl Gelegenheitsjobs an. Er redet nicht mit mir, ich weiß nur, was Sister mir erzählt hat. Aber wir sehen uns so selten und sprechen fast nie über ihn. Ich habe auch kein Interesse daran. Gab es einen Streit zwischen ihnen? Ja, könnte man so sagen. Vor etwa einem Jahr habe ich ihm offen gesagt, dass ich glaube, dass er Sister misshandelt. Sie waren in Spanien im Urlaub gewesen und gewöhnlich harmonisch, aber das hielt wohl nicht lange. Als sie zurückkamen, hatte sie zwei Pfeilchen und Blutergüsse am Hals. Sie erzählte was von einem Sturz mit dem Fahrrad, aber das habe ich ihr einfach nicht geglaubt. Als ich Markerch darauf ansprach, drehte er durch und hätte mich fast angegriffen. Es endete damit, dass er mich rausschmiss und Sister jeglichen Kontakt zu mir untersagte. Sie traut sich nicht, ihm zu widersprechen, deshalb treffen wir uns heimlich. Solange Sippy noch den Job hatte, funktionierte das ganz gut, aber seit seiner Kündigung haben wir uns nicht mehr oft gesehen. Eine Lehrerin, die nur Hausfrau war und ein arbeitsloser Elektriker. Leute mit besonders gefragten Berufen, besonders bei der momentanen Wirtschaftslage. Als Freya vor einem Monat einen ungefähr zur selben Zeit fertig, wenn der nächste freie Elektriker bei ihr vor der Tür stünde. Ich hoffe, Ihre Tochter schafft es, wieder aus dieser Situation herauszukommen. Da das Jugendamt ja jetzt involviert ist, können wir sie unterstützen und beraten, damit sie ihr Leben wieder in den Griff bekommt und dem Jungen ein sicheres Zuhause bieten kann. Das gehört zu unserer Arbeit und liegt im Interesse des wäre wohl hilfreicher. Sister hat kein Problem, das ist alles Sippy schuld. Wenn er aus ihrem Leben verschwindet, wird sie wieder wie früher, aber solange er lebt und sich in diesem Land aufhält, wird sie ständig Angst haben, aus gutem Grund. Er muss sich ändern oder endgültig aus ihrem Leben verschwinden und er wird sich nicht ändern. Erwachsene ändern sich nicht. Damit hatte Margret nicht ganz Unrecht, aber das Gerede von einem Auftragskiller war natürlich absurd. Die Lösung der Probleme ihrer Tochter muss nicht so drastisch sein, wie sie meinen, entgegnete Freya freundlich lächelnd. In einer solchen Situation redeten die Leute häufig Unsinn. Da wechselte sie lieber das Thema. Haben sie noch weitere Kinder, die ihnen beistehen können, solange wir auf Neuigkeiten warten? Ja, Ich warte, bis er fertig ist und erzähle ihm dann alles. Davor fürchte ich mich ein bisschen. Klar, es ist nicht schön, Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, sagte Freya, erleichtert, dass Margret jemanden an ihrer Seite hatte. Weiß er über die Situation seiner Schwester Bescheid? Ja, deshalb habe ich Angst, es ihm zu sagen. Er konnte sich natürlich nicht damit abfinden und hat versucht, er stieß auf Granit, genau wie ich. Er konnte einfach nicht begreifen, dass sie sich das bieten ließ. Darunter hat ihr Verhältnis sehr gelitten. Er war nicht bereit, ihre Lügen mitzutragen. In diesem Moment kam Siki zurück mit einem braunen Kakaoschleutze auf der Oberlippe. Die Betreuerin stand in der Türöffnung und bat ihn, sich von seiner Oma zu verabschieden, weil sie gleich gehen müsse. Der Junge befolgte die Aufforderung ohne Tränen oder Anstellerei. Er ging einfach zu seiner Großmutter, ließ sich küssen und drücken. Dann machte er sich los und lief zu der Betreuerin. In der Tür blieb er noch einmal stehen, drehte sich um, winkte kurz und verschwand. Die Großmutter blieb zurück, immer noch mit ausgebreiteten Armen, als hoffte Das Magengrummeln war so laut geworden, dass es Hülder schon bei der Arbeit störte. Er hatte versucht, seinem Magen mit Kaffee ein Schnippchen zu schlagen, aber der wehrte sich gegen das Gesöff und rumorte nur noch mehr. Hülder wusste, dass er keiner Ruhe geben würde, stand auf und fragte Götzlöge, ob er mit zum Burgerladen kommen wolle. Sein Kollege lehnte das Angebot ab, ohne auch nur vom Bildschirm aufzuschauen. Seit sie zurück auf der Wache waren, hing er davor. Obwohl er morgen früh mit dem Zusammenschnitt der Filmschnipsel, auf denen Helki zu sehen war, fertig sein musste, wollte er keine Hilfe von Hülder. Dann eben nicht. Hülder ging zu Erdler, um ihr zu sagen, dass er kurz zum Essen raus wollte. Die meisten aus dem Team waren schon nach Hause gegangen, die übrig gebliebenen waren entweder Singles so wie er oder ältere Männer, deren Kinder schon erwachsen waren. Alle jungen Väter hatten Feierabend gemacht und ein Single mit Katze. Lina war natürlich noch da, hoch zufrieden, dass es so viel zu tun gab. Hülder wollte sie warnen, nicht zu eifrig zu sein, da noch jemand den Müll durchsuchen musste, aber sie sah so glücklich aus, während sie hoch konzentriert vor dem Computer saß, dass er es nicht über sich brachte, ihr den Spaß zu verderben. Er hatte auf der Wache schon lange niemanden mehr gesehen, der so viel Zufriedenheit ausstrahlte. Er klopfte an Erdlers Bürotür und trat ein, ohne ihr herein abzuwarten. Sie war sowieso nicht der Typ, der einen herein bat. Die Tür stieß gegen den Rücken eines Mannes, der direkt dahinter stand, möglichst weit von Erdlers Schreibtisch entfernt. Hülder kannte den Mann flüchtig. Er trat nervös von einem Bein aufs andere, während Erdler ihn als Gerch aus der IT vorstellte. Gibt's schon was Neues? Gerch drehte sich zu Hülder, offensichtlich froh, mit jemand anderem reden zu können als mit Erdler. Wir haben ganz interessante Dateien auf dem Rechner aus Häggis Wohnung gefunden. Nun sag schon, was sind das für Dateien? Erdler warf Hülder einen genervten Blick zu. Er steht seit fünf Minuten hier und redet um den heißen Brei herum. Er ist wie seine Computer. Manchmal braucht er einen kleinen Schubs, um in Gang zu kommen. So geht man aber nicht mit Computern um, protestierte Gerch, stellvertretend für alle Mikroprozessoren und Gerch straffte sich, bevor er antwortete, ähm, Sexfilme. Oh Mann, warum hast du das nicht gleich gesagt? Erdler verdrehte die Augen. Was für Sexfilme? Wir glauben, dass sie selbst gedreht sind. Selbst gedreht? Woher wollt ihr das wissen? Weil sie so aussehen. Gerch blickte hilfesuchend zu Hülder, doch der war auch nicht scharf darauf, Erdler den Unterschied zwischen selbst gedrehten und professionellen Pornos zu erklären. Da musste Gerch jetzt durch. Immer derselbe Raum, dasselbe Bett, aus derselben Perspektive gefilmt, derselbe Bettkopf, unterschiedliche Bettwäsche, schlecht gefilmt und der Sex ist kürzer als bei professionell produzierten Filmen. Gibt es keine Kurzfilm Pornos? fragte Erdler. Sie sah nicht so aus, als hätte sie einen Witz gemacht. Gerch schaute wieder verzweifelt zu Hülder, der dem jungen Aitila nur zulächelte und ihn aufforderte weiter zu sprechen. Gerch räusperte sich. Ähm, keine Ahnung, jedenfalls glaube ich, dass der Mann in den Filmen dieser Helki ist, auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Hülder vermutete, dass Gerch sich deshalb unsicher war, weil er mehr auf die Frauen geachtet hatte. Wenn er selbst mal einen Porno schaute, vermied er es auch gezielt, die Männer anzusehen. Sie waren nur Requisiten. Leider wurden die Filme mit einer Kamera ohne GPS-Empfänger aufgenommen, fügte Gerchen zu. Sonst hätten wir anhand der Metadaten die Location identifizieren können. Metadaten? Erdler hob forschend die Augenbrauen. Das sind die Dateienformationen. Es gibt unterschiedliche Formate, aber meistens zeigen sie das Datum, wann und mit welchem Programm die Datei erstellt wurde, wann sie zuletzt geändert wurde und so weiter. Aber in diesem Fall bringt uns das wie gesagt nicht viel. Es war keine Webcam oder GPS-Kamera. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wie viele Filme sind es? Insgesamt 13. Der älteste ist zwei Jahre alt und der neueste wurde vor knapp vier Wochen gedreht. Es könnten aber noch mehr sein. Waren die Dateien verschlüsselt? Nein, der Computer war noch nicht mal mit einem Passwort geschützt. Die Leute sind bei ihren PCs zu Hause oft so nachlässig. Bei Helkis Büro, Computer und Laptop brauchte man Passwörter, aber die konnten wir leicht knacken. Waren auf denen auch solche Dateien? Wir haben noch keine gefunden. Erdler schwieg nachdenklich und Hülder warf ein. Könnten es auch mehrere Männer sein? Weil du dir ja nicht ganz sicher bist, dass es Heike ist. Nein, der Mann ist in allen Filmen leicht wiederzuerkennen, auch wenn man sein Gesicht fast nie sieht. Er hat einen großen weißen Fleck auf dem unteren Rücken, eine Brandnarbe oder so, die ist gut zu sehen, weil er der Kamera fast die ganze Zeit den Rücken zudreht. Erdler zog einen Stapel Papier zu sich und blätterte darin, bis sie das Richtige fand, einen Bericht, den sie überflog. Im Obduktionsbericht steht, dass Helki einen ovalen, pigmentfreien Fleck im Lendenbereich hatte, zehn mal fünf Zentimeter, sie nennen das Vitiligo. Erdler legte den Bericht wieder auf den Stapel. Es ist also definitiv Helki, aber was ist mit der Frau? Ist das auch immer dieselbe? Nein, das scheint jedes Mal eine andere zu sein, aber sie sehen sich ziemlich ähnlich. Gerch bewegte sich langsam Richtung Tür, aber Erdler stoppte ihn. Seufzend drehte er sich wieder um. Hülder vermutete, dass die IT-Leute sich nicht gerade darum gerissen hatten, mit Erdler über Pornofilme zu reden. Wahrscheinlich hatten sie gelost und der arme Kerl hatte verloren. Doch sein Martyrium war noch nicht zu Ende, denn Erdler fragte ihn unerbittlich nach seiner Meinung, warum Helki diese Filme auf seinem Computer gespeichert hätte. Gerch nuschelte nur, er wisse es nicht, aber das reichte Erdler nicht. Sie wollte wissen, ob solche Filme normalerweise für den Eigenbedarf produziert oder verkauft wurden und wenn ja, wo. Wieder gab der IT-Mann vor, keine Ahnung davon zu haben. Erdler bohrte nach, ob er glaube, dass die Filme mit dem Wissen und dem Einverständnis der Frauen gefilmt worden seien. Er zuckte nur mit den Schultern. Ob Helki selbst gewusst hätte, dass er gefilmt wurde, erneut es Schulterzucken. Dann fragte sie, ob der Sex in den Filmen sich im Rahmen des normalen abspiele. Jetzt hatte Gerch endgültig genug und verwies sie an Sittendezernat. Die IT beschäftige sich ausschließlich mit Datenanalyse. Er leitete den Link herunter, unter dem er die Dateien abgespeichert hatte, und ging zur Tür. Doch Erdler rief ihm hinterher, ob er auch daran gedacht hätte, den Speicherort auf dem Server zu verschlüsseln. Gerch sah ertappt aus, und seine Antwort bestätigte Hülders Vermutung. Er hatte es vergessen, versicherte aber, es sofort nachzuholen und Erdler das Passwort zu mailen. Nachdem der Mann endlich gegangen war, trat Hülder an die Glaswand, die Erdlers Büro vom Rest der Abteilung trennte, und tatsächlich, fast alle, die noch da waren, klebten an ihren Bildschirmen. Die Entdeckung der IT-Abteilung musste sich in Windeseile herumgesprochen haben. Er sagte Erdler lieber nichts davon, sie hatte schon genug Stress. Als sie ihn Erdler lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und verschränkte die Arme. Wie läuft es eigentlich mit der Recherche über die Mutter des Jungen? Ganz gut. Sie hatte in den letzten Jahren nicht mehr viel Kontakt zu ihren Freundinnen und ihrer Familie. Ihre Mutter und ihr Bruder sind davon überzeugt, dass ihr Mann sie geschlagen hat. Und die Freundinnen, mit denen ich sie ist nicht das erste Opfer, das versucht, die Dinge zu verheimlichen. Ich schreibe noch eine Meinung dazu hören. Ich möchte, dass sich das jemand aus der Abteilung anschaut, aber ich bin nicht die richtige Person dafür. Achte bitte besonders darauf, ob den Frauen bewusst ist, dass sie gefilmt werden, und Helki selbst auch. Anstatt Erdler darauf hinzuweisen, dass ein Großteil ihrer Männlichen Mitarbeiter die Filme wahrscheinlich bereits gesehen hatte, nickte er nur. Er war nicht begeistert über diese Aufgabe und übernahm sie nur, weil das schlauer war, als zu protestieren. Angesichts ihrer gemeinsamen Vergangenheit wollte er es tunlich vermeiden, mit Erdler über Sex zu reden. Ihr unüberlegter One-Night-Stand hatte zu einer internen Untersuchung wegen sexueller Belästigung geführt, was für sie beide höchst unangenehm gewesen war, und ihr Arbeitsverhältnis hatte sich seitdem nie wieder richtig normalisiert. Dann lieber Klappe halten und sich an die Arbeit machen. Der Hamburger musste warten. Nachdem Hülder sich sechs unterschiedlich lange Filme angeschaut hatte, musste er aufstehen und sich strecken. Das Interesse der Kollegen an ihren Computer Bildschirmen war deutlich gesunken, nachdem die Dateien gesperrt worden waren, und die Atmosphäre war wieder wie immer. Einige hämmerten auf ihren Tastaturen, andere telefonierten, steckten die Nasen in Unterlagen oder unterhielten sich. Alles ganz normal. Auch wenn keiner von ihnen eine besondere Augenweide darstellte, zog Hülder ihren Anblick eindeutig Helkis Vögelei mit diversen Frauen vor. Er schüttelte sich und registrierte dann, Götzlöge ihn über den Rand seines Bildschirms hinweg beobachtete. Scheiße Mann, ich würde mich nie in die Sitte versetzen lassen. So schlimm? Ich weiß nicht, was ich davon naja, in Farm, falls es ohne das Einverständnis der Frauen ablief. Götzlöge musste furchtbar gelangweilt von den Aufnahmen der Sicherheitskameras sein, denn er bombardierte Hülder weiter mit Fragen. Echt? Glaubst du, dass die Frauen bewusstlos sind, alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss? Nein, nein, bewusstlos nicht, angetrunken vielleicht, aber nicht völlig weggetreten. Aber sie scheinen nichts von der Filmerei zu wissen. Keiner hat in die Kamera geschaut, außer vielleicht mal zufällig. Der Einzige, der versucht, cool rüberzukommen, ist Helki. Hülder griff nach seinem Anorak, wobei ich nicht weiß, wie sich eine Frau verhält, die sich freiwillig beim Sex filmen lässt. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, solche Filme zu drehen, aber ich habe schon hunderte von Frauen Selfies machen sehen und denke, wenn sie wissentlich beim Sex aufgenommen werden, würden sie sich ähnlich verhalten. In den Filmen posiert keine für die Kamera. Guthlöge zuckte die Achseln. Was für Frauen sind das denn? Welche, die man kennt? Nein, aber ich Anorak an. Aber wir haben ihre Namen. Die Dateien sind nach den Vornamen der Frauen und dem jeweiligen Datum benannt. Er könnte ihnen auch willkürlich Titel wie Anna 060517 oder Greta 261116 gegeben haben. Aber ich bezweifle es. Was hat er mit den Filmen gemacht? Lässt sich das rausfinden? Die IT-Abteilung checkt seine Mails. Er hatte offenbar verschiedene Social Media Accounts sie auch nur für sich haben. Eine private Sammlung fürs Alter. Er könnte sie auch auf ausländischen Pornoseiten gepostet haben. Warum sollte er? Hülder zog eine Packung Zigaretten aus der Jackentasche und spähte hinein. Gut, noch eine da. Um anzugeben oder die Frauen zu demütigen, sind Rache Pornos nicht das große Ding? Als Hülder die Packung jetzt in der Zigarette. Ich glaube nicht, dass es ihm um Rache ging. Er scheint ja hauptsächlich One-Night-Stands gehabt zu haben. Rachepornos sind in der Regel mit Trennungen verbunden. Und soweit wir wissen, hatte Helki keine längeren Beziehungen. Götlöge hatte dem nichts hinzuzufügen und Hülder ging endlich eine Rauchen. Doch das vom Nikotin ausgelöste Wohlgefühl verschwand rasch, als er wieder vor dem Computer saß und weiter guckte. Ein weiterer Hintern, Brüste, lange, blonde Haare. Die Frauen in den Filmen hätten alle Schwestern sein können. Helki hatte definitiv ein klassisches Beuteschema. Nichts in den Filmen ließ auf den Ort des Geschehens schließen. Man sah kein Fenster und das Zimmer war ganz normal, so wie tausend andere weißgestrichene Schlafzimmer in Island. Sicher war nur, dass es sich nicht um das Schlafzimmer ein Helkis Luxuswohnung handelte. Der Film war zu Ende und Hülder klickte den nächsten an, dieser 07 10 17. Es wunderte ihn nicht, dass diese dieser der Anne aus dem letzten Film ähnlich sah und der Siegrun aus dem davor. Neues Bettzeug, ansonsten alles gleich, dasselbe Tempo, dieselben Stellungen, dieselbe Mimik. Es handelte sich ja auch um denselben Regisseur, Helki. Er hatte der Kamera meistens den Rücken zugedreht, nur wenn das Paar auf dem Bildschirm die Stellung wechselte, war sein Gesicht manchmal kurz zu sehen. Zwar nicht besonders deutlich, aber da der Fleck auf dem unteren Rücken des Mannes immer an derselben Stelle blieb, bestand kein Zweifel, dass es sich um Helki handelte. Nicht nur die Optik war eintönig, sondern auch die Akustik. Unregelmäßige Er hatte fürs Erste genug. Wohin gehst du? Du warst doch gerade erst einer Rauchen, sagte Göthlöger und fügte dann eilig hinzu. Nur falls Erdler nach dir fragt, für den unwahrscheinlichen Fall, dass Erdler wissen will, wo ich bin, dann sag ihr, dass ich kurz mit der Sitte spreche. Die Antwort schien Göthlöger zu genügen und er wandte sich wieder seinen Sicherheitskameras zu. Der Kaffee im Sittendezernat war deutlich besser. Hülder nippte an der weißen Tasse, die hier Standard war. Private Kaffeebecher mit Sprüchen und Witzen waren nicht gern gesehen, um geschmacklose sexuelle Anspielungen von vornherein zu vermeiden. Du glaubst also, dass der Mord an diesem Hakey etwas mit seinen selbst gedrehten Pornos zu tun hat? fragte der Polizist, Hülder an dem runden Tisch in der kleinen Kaffeeküche gegenüber saß. Er war Das wäre der erste Mord in Island in Verbindung mit Pornografie. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, aber das ist das Einzige, was wir bei dem Mann gefunden haben, das nicht, äh, naja, makellos ist. Hülder trank noch einen Schluck Kaffee aus der neutralen Tasse. An Rache Pornos dachten wir auch, aber das passt eigentlich nicht. Der Ermordete hatte nie eine längere Beziehung und hätte keinen Grund gehabt, sich an eine Ex-Freundin zu rächen. Deshalb sollten wir daran nicht viele Gedanken verschwenden. Dir ist aber schon klar, dass solche Filme und Fotos nicht ausschließlich aus Rache in Umlauf gebracht werden. Dem müden Gesichtsausdruck des Mannes nach zu urteilen, hatte die erhoffte Abwechslung auch ihre Schattenseiten. Ja, Hülder stellte seine Tasse auf den Tisch. Aber die Filme sehen nicht so aus, als wollte er sie auf kommerziellen Pornoseiten oder Amateurseiten verhökern. Glaub mir, das hatte er nicht nötig. Es geht nicht nur um Rache oder Profit. Der Polizist klappte seinen Laptop auf. Es gibt zahlreiche Webseiten, auf denen solches Material getauscht wird. Manche wurden speziell für isländische Frauen oder eher Mädchen erstellt. Es geht in der Regel um sehr junge Frauen. Wie alt sind die Frauen in den Filmen? Ich weiß es nicht genau. Ich schätze unter dreißig. Die Bilder von Hackies nahezu identischen Sexpartnerinnen liefen vor Hülders innerem Auge ab. Sie hatten alle eher wie zwanzig als dreißig gewirkt. Aber zum Glück hatte keine von ihnen minderjährig ausgesehen. Eine Frau über dreißig gilt auf solchen Webseiten als uralt. Der Mann tippte auf der Tastatur und drehte den Laptop dann zu Hülder. Sieh's dir selbst an. Hülder inspizierte die Seite. Ganz oben prangte die isländische Fahne und darunter war eine ziemlich dilettantische Benutzeroberfläche mit Userbeiträgen. In den meisten Threads postete ein User zunächst ein Alltagsfoto von einer namentlich genannten Frau und fragte, ob jemand Nacktfotos von ihr hätte. Darauf folgten haufenweise Kommentare über die besagte Frau, ob sie heiß, willig, geil und so weiter sei. Manchmal wurden dann unter allgemeinem Jubel Fotos von ihr gepostet, auf denen sie oben ohne oder ganz nackt war. Wenn es keine Fotos gab, wurde meistens gefragt, ob jemand bei dem unschuldigen Bild einen Röntgen-Effekt herstellen könne. Darauf folgten diverse Versuche der User, das Foto so zu bearbeiten, dass man durch die Kleidung schauen konnte. Was für Mist ist das denn? Hülder beugte sich vor, um den Link lesen zu können. Nie davon gehört. Nein, kein Wunder, du bist zu alt, die User sind in der Regel sehr junge Männer oder Teenager, natürlich auch ein paar ältere, aber nicht viele. Das vermuten wir zumindest. Es ist verdammt schwierig, sie ausfindig zu machen. Ist das im Darknet? Nein, diese spezielle Seite ist im Deep Web. Was ist das? Deep Web ist die Bezeichnung für Inhalte und Webseiten, die man mit normalen Suchmaschinen nicht finden kann. Das meiste ist illegal oder moralisch fragwürdig. Das Darknet, das du erwähnt hast, ist ein Teil des Deep Web, dessen Inhalte noch besser verschlüsselt sind. Man geht davon aus, dass über die Hälfte der Inhalte im Darknet illegale Machenschaften betrifft. Drogenhandel, Prostitution jeglicher Art, Waffenhandel und so weiter. Aber diese Seite ist im Deep Web. Man kann sie mit einer normalen Suchmaschine nicht finden und muss den Link kennen. Wenn sie im Darknet wäre, müsste man einen speziellen Zugang das Gleiche. Normale Suchmaschinen haben keinen Zugriff auf ihre Inhalte. Das Darknet ist auch voll mit solchem Dreck, inklusive isländischen Seiten. Unser Mann könnte seine Filme also auf so einer Seite gepostet und mit anderen Usern geteilt haben, im Austausch für deren selbst gedrehte Pornos oder einfach nur aus Drang zum Exhibitionismus? Ja, genau. Der Polizist zog den Laptop wieder zu sich und klappte ihn zu. Wenn er die Filme auf so einer isländischen Tauschbörse hochgeladen hat, stehen die Namen der Frauen garantiert dabei. Das ist Teil des Kicks, die Opfer namentlich zu nennen. Wozu? Ursprünglich vermutlich, um zu verhindern, dass die User keine Bilder von Ausländerinnen posten, die sie irgendwo im Netz gefunden haben und behaupten, das wären Isländerinnen. Es geht darum, dass man die Frauen in den sozialen Netzwerken findet. Das Ganze ist total pervers. Allerdings. Kannte er die Namen der Frauen? Ja, davon gehe ich aus. Auf jeden Fall ihre Vornamen. Wahrscheinlich auch ihre Nachnamen. Wie finde ich heraus, ob er die Filme geteilt hat? Bitte sag jetzt nicht, dass ich dafür all diese Seiten durchforsten muss. Lass die Dateinamen von der IT-Abteilung checken. Die sind viel Das erschien Hülder sinnvoll. Er hatte sowieso keine Geduld für Internet Recherche und nicht die geringste Lust durch diese Unterwelten zu surfen. Sie prüfen die Dateien schon. Ich werde Sie bitten, das mit dem Deep Web zu checken. Gut, aber selbst wenn Sie nichts finden, ist das kein Beweis dafür, dass da nichts ist. Das Deep Web heißt nicht umsonst so. Es ist endlos. Falls die Dateinamen geändert wurden und die Inhaltsbeschreibungen keine gängigen Schlagwörter enthalten, wird die Suche nicht viel bringen. Vermutlich findet man die Filme am ehesten in den isländischen Tauschbörsen, die wir bereits kennen. Schick uns die Dateinamen doch auch mal, nur für den Fall, dass sie irgendwo bei uns auftauchen oder uns vielleicht schon bekannt sind. Manchmal wenden sich Frauen an uns, wenn sie entdeckt haben, dass Fotos von ihnen auf solchen Seiten gepostet wurden und möchten Anzeige erstatten. Junge Mädchen resignieren eher oder schreiben hilflose Drohungen unter ihre Fotos in den Threads. Das stachelt diese Mistkerle nur noch an. Leider können wir oft nicht viel machen, weil es sehr schwierig ist, die User zu identifizieren. Der Kollege machte ein frustriertes Gesicht. Das ist an den Computer. Bevor er weitermachte, überlegte er, ob es wirklich etwas bringen würde, die Tauschseiten zu überprüfen. Selbst wenn die Filme geteilt worden waren, würde sie das nicht unbedingt zu Heckys Mörder führen. Keine dieser blonden, langbeinigen Schönheiten wirkte auch nur im geringsten gewalttätig. Dithrick hatte Freya nicht zum Essen eingeladen, als sie ihm am Telefon von ihrem Gespräch mit Siggis Großmutter berichtet hatte. Er hatte ihr auch nicht vorgeschlagen, ein Bier trinken zu gehen oder sonst wie durchblicken lassen, dass ihr Interesse an ihm auf Gegenseitigkeit beruhte. Das war enttäuschend, aber kein Weltuntergang. Vielleicht gar nicht schlecht, weil sie wegen Saga heute Abend und auch an den nächsten Abenden sowieso nicht mit ihm hätte ausgehen können. Baldur hatte Fanny Sagas Mutter überredet, die Kleine noch etwas länger bei ihm zu lassen, deshalb musste Freya auf sie aufpassen, wenn er sich in der Einrichtung zurückmeldete. Er musste zwischen sechs und sieben Uhr zum Abendessen erscheinen und über Nacht dort bleiben. Saga passte nicht richtig in Freyas Vorstellung von einem romantischen Abend mit einem leidenschaftlichen Verehrer. Die Kleine schien Freyas Gedanken lesen zu können, während sie Fingern einem Ketchup Schälchen herum. Das Kind war extrem wählerisch beim Essen. Deshalb hatte Freya zum wiederholten Mal entschieden, mit ihr Essen zu gehen. Sonst würde Saga ihr Essen zu Hause vom Tisch schieben, unter dem Molly schon mit weit aufgesperrtem Maul lauerte. Diesmal hatte Freya einen Burger Laden ausgewählt, entgegen dem ausdrücklichen Wunsch der Mutter, das Kind dürfe nur Bioprodukte sprechen konnte, würde das nie rauskommen. Die Chance, dass ihre Mutter diesen Schuppen betrat, war genauso groß, wie dass sie Verteidigerin bei der isländischen Fußball-Nationalmannschaft wurde. Das Lokal hatte null Charme. Es gab eine Spielecke mit einer großen Kunststoffrutsche und einem Bällebad in der Größe einer Badewanne. Die wenigen anwesenden Kinder interessierten sich nicht für diese Attraktionen, sondern saßen bei den Geschenk bekam. Saga leckte sich Ketchup vom Finger und steckte ihn dann sofort wieder in das Schälchen. Jetzt iss mal weiter. Freya nahm ein undefinierbares viereckiges Ding vom Teller, das angeblich ein Stück Hühnchen sein sollte, und hielt es Saga vor den Mund. Sie drehte den Kopf weg. Versuch mal, es in Ketchup zu trunken. Das könnte funktionieren. Freya schaute auf. Neben ihr stand kein anderer als Hülder. Er hielt ein Tablett mit demselben Junkfood in der Hand, das noch verpackt vor Freya stand. Hamburger, Fritten und Cola. Ähm, darf ich mich zu euch setzen? Das konnte sie schlecht ablehnen. Hülder quetschte sich in das Tischabteil dicht neben sie, obwohl eigentlich genug Platz war. Sie spürte seinen Oberschenkel und musste zugeben, dass die Wärme, aber jetzt war er auch kein Dithrick in der Nähe. Die Fröhlichkeit stand ihm gut. Wie läuft's mit der Suche nach Siggis Mutter? fragte Freya und tunkte das Hühnchen testhalber in das Ketchup. Saga fiel auf den Trick herein, biss die Hälfte ab, kaute und schluckte. Seid ihr weitergekommen? Puh, Hülder wickelte seinen Hamburger aus dem Papier. Aber das bleibt unbedingt hören, was Hülder zu berichten hatte. Vielleicht kann ich dir behilflich sein, mit meiner untrüglichen Intuition. Sie lächelte ihn an und er lächelte zurück. Aber erzähl erst mal, wie ihr die Namen der Eltern rausgekriegt habt. Hülder biss in seinen Hamburger, sodass fast nur noch die Hälfte übrig war. Er spülte ihn mit einem Schluck Kohle herunter und antwortete dann mit Ketchup im Mundwinkel. Sorry, aber das kann ich dir nicht sagen. In der Notaufnahme nehme ich an. Das kann ich dir nicht sagen. Er steckte sich eine Fritte in den Mund. Du bist nämlich nicht die Einzige, die dicht halten kann. Aber ich kann dir sagen, dass es so aussieht, als hätte ihr Mann sie geschlagen und dass sie tatsächlich schwanger ist. Freya wandte den Willen. Freya wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Da sie selbst noch nie schwanger gewesen war, konnte sie sich nicht in den psychischen Zustand der Frau hineinversetzen, falls Hülder darauf hinaus wollte. Doch das schien nicht der Fall zu sein. Kennst du dich mit häuslicher Gewalt aus? Ein bisschen, genug um zu wissen, dass es eine vertrackte Situation ist. Wunderst du dich, warum die Frauen ihre Männer nicht verlassen? Hülder machte sich weiter über seinen Burger her, sodass nur noch ein kleiner Happen übrig blieb, den er mit dem dritten Biss verschlang. Kein schlechter Schnitt. Ein Hamburger in drei Bissen. Kennst du Frauen, die in einer solchen Lage sind? schmatzte er. Wahrscheinlich, aber die meisten Opfer versuchen, die Tat zu vertuschen. Das gilt sowohl für weibliche als auch für männliche Opfer, bei Männern sogar noch häufiger. Hülder murmelte etwas, das Freya als Zustimmung interpretierte. Er war bestimmt nicht der Typ, der gern seine Schwächen offenbarte, schon gar nicht, wenn er im Streit einer Frau unterliegen würde, was schwer vorstellbar war bei seiner Größe und Fitness. Doch die eigenen vier Wände waren kein Boxring, in dem automatisch derjenige verlor, der K.O. geschlagen wurde. Es ging nicht immer um Körperkraft. Auch wenn physische Schläge eine Rolle spielten, waren die seelischen Verletzungen das Schlimmste und ausschlaggebend dafür, wer am Ende vor die Hunde ging. Es ist kompliziert, Hülder. Ich habe keine konkrete Erfahrung damit, aber manchmal haben wir im Kinderhaus mit Fällen von häuslicher Gewalt zu tun. Wir behandeln hat. Sowas habe ich auch schon erlebt. Als Streifenpolizist hatte ich ein paar solcher Fälle und war ehrlich gesagt heilfroh, wenn ich sie los war. Die waren ein Albtraum und wir konnten kaum etwas ausrichten. Hülder trank von seiner Cola. Ich erinnere mich an eine Frau, die dazu bewegt werden konnte, Anzeige zu erstatten, als sie dann vor Gericht aussagen sollte, zog sie ihre Aussage zurück und behauptete, ihr sei aus einem Schrank eine Schale auf den Kopf gefallen. Sie saß im Gerichtssaal, das Gesicht für immer entstellt und log, um den Täter zu schützen. Solche Dinge passieren bei anderen Fällen fast nie. Saga war Freya eine Pommes an den Kopf, ungehalten, weil sie nicht mehr im Mittelpunkt stand. Leider hatte sie sie vorher in Ketchup getunkt, sodass sie einen roten Streifen in Freyas Haaren hinterließ. Ähm, sag mal, ähm, soll ich das ablecken? Hülder blinzelte Freya zu. Also eins musste man ihm lassen, dass er die absurdesten Situationen zum Flirten nutzen konnte. Anstatt zu antworten, nahm Freya eine Serviette und wischte das klebrige Zeug so gut es ging weg. Sieht ganz so aus. Und glaubst du, dass er sie umgebracht hat? Entgegen aller Vernunft hoffte Freya wieder, dass die Antwort negativ ausfallen würde. Das wissen wir nicht, aber es ist leider nicht unwahrscheinlich. Eine andere Erklärung ist schwer vorstellbar, aber wir können auch falsch liegen. Manche Dinge passen nicht ins Bild. Ähm, zum Beispiel? Freya drehte sich zu Saga, um zu verhindern, dass sie weiter mit Essen beworfen wurde. Wir haben die Wohnung mit Luminor-Lösung nach Blutspuren durchsucht, aber keine Anzeichen eines größeren Blutverlusts festgestellt. Die Wohnung hat zwar geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum, aber das waren nur kleine Blutflecken hier und da, die sich nicht auf einen einzigen Übergriff zurückführen lassen. Wir gehen davon aus, dass Spuren aus einem längeren Zeitraum mit tätlichen Übergriffen sind. Freya wurde flau im Magen und sie bot Hülder ihren unangetasteten Hamburger an. Nachdem er zweimal nachgefragt hatte, ob sie sicher sei, nahm er ihn und Freya löcherte ihn weiter. Das erhöht doch die Chancen, dass sie noch lebt, oder? Man kann noch sterben, ohne die ganze Wohnung mit Blut vorzuspritzen. Sie könnte erwürgt worden sein oder in der Badewanne ertränkt oder einen Schlag abbekommen haben, der heftige innere Blutungen ausgelöst hat oder mehreres gleichzeitig. Schweigen schob Freya ihm auch noch ihre Fritten rüber. Blu! Saga hatte ein neues Wort zu ihrem begrenzten Wortschatz hinzugefügt. Mama, Papa, Freya, Molly, Eis, nein, nicht, laufen und jetzt Blut. Falls ihre Mutter nachfragen sollte, würde Freya einfach behaupten, die kleine Versuche Blume zu sagen. Schnell tunkte sie ein Stück Hühnchen in das Ketchup und schob es Saga in den was das Ehepaar mit dem Mann zu tun hat, in dessen Wohnung Siki gefunden wurde. Wir haben alles durchforstet, aber diese Leute haben überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Sie waren als Kinder nicht in derselben Schule oder Nachbarn? Als Freya die Frage gestellt hatte, merkte sie sofort, wie kindisch das klang. Natürlich hatte die Polizei das überprüft. Doch anstatt ihr das unter die Nase zu sein Vater ein Jahr älter. Beide waren nie mit ihm in einer Klasse, noch nicht mal auf derselben Schule. Sie wuchsen in unterschiedlichen Stadtteilen auf und waren weder als Kinder noch später jemals Nachbarn. Sie haben nicht zusammen gearbeitet, hatten nicht denselben Freundeskreis und waren noch nicht mal im selben Fitnessstudio. Sie Dummerweise sind wir total unterbesetzt wegen diesem chinesischen Außenminister. Zum Glück reist er morgen wieder ab, dann haben wir Verstärkung. Würde mich nicht wundern, wenn Erdler mit Luftballons am Flughafen steht, um seinen Abflug zu feiern. Freya konnte sich eher vorstellen, wie sie den Minister in Rambo Klamotten mit einem Maschinengewehr die Gangway hinauftrieb. Und was meint ihr, warum Siki Aber da sein Sohn ihn auch mit einem Tuch vor dem Gesicht erkannt hätte, muss er jemand anderen damit beauftragt haben. Diese Theorie beruht auf der Annahme, dass er sowohl Helki als auch Sikis Mutter getötet hat. Und wo ist er dann jetzt? Hülder zuckte die Achseln, während er Freyas Hamburger aus dem Papier wickelte. Er könnte sich umgebracht, ins Ausland geflohen oder hier untergetaucht sein, aber wir finden ihn. Hoffentlich. Freya hielt Saga einen Pappbecher mit Orangensaft an die Lippen und kippte ihn leicht, die kleine Trank einschluck und wollte dann nichts mehr. Blue, verkündete sie, so viel zu Freyas Hoffnung, dass sie das Wort wieder vergessen würde. Sie wandte sich wieder an Hülder. Es ist noch offen, ob Siki weiter in der Notunterkunft bleiben muss oder zu seiner Großmutter darf. Der Arme. Ganz schön herzlos. Vielleicht wirkt es so, aber das stimmt nicht. Solche Entscheidungen sind gut durchdacht. Seine Situation ist extrem ungewöhnlich und man würde ein so kleines Kind niemals einfach jemand anderem als den Eltern überlassen. Das schien Hülder zu akzeptieren. Zumindest widersprach er nicht. Freya erzählte ihm von dem Gespräch mit der Großmutter des Jungen. Doch Hülder schien das alle schon gehört zu haben, nickte ein paar Mal beiläufig und nutzte die Zeit zum Essen. Das einzige Detail, bei dem er aufheuchte, war, dass Sigelö wieder angefangen hatte zu arbeiten. Er stopfte sich drei Fritten in den Mund und warf ein, das sei gar nicht zur Sprache gekommen, als die Polizei die Frau befragt hätte. Als er erfuhr, dass es schon dreieinhalb Jahre her war, verlor er das Interesse. Mehr konnte Fräher ihm nicht berichten und sie wusste auch nicht, was sie ihn noch fragen sollte. Bestimmt würden ihr tausend Fragen einfallen, sobald sie sich verabschiedet hätten. Kann ich dich was fragen, das nichts mit der Ermittlung zu tun hat? Schieß los. Wenn du wissen willst, gibt, die Schlangen halten. Jetzt musste Hülder grinsen. Das ist genau der Grund, warum ich dich zum Essen einladen will. Du überrascht einen einfach immer wieder aufs Neue, Fräher. Da sie nicht darauf einging, sagte er, ja, die gibt es. Wir haben bei Hausdurchsuchungen meistens in Verbindung mit Drogendelikten schon alle möglichen exotischen Tiere gefunden. Taranteln, Echsen, Amphibien, Schlangen, was auch immer, die werden alle eingeschläfert. Warum fragst du das? Ach, wir kamen nur bei der Arbeit darauf. Ich fand das so unglaubwürdig, dass ich dich danach fragen wollte. Sie drehte sich zu Saga für den Fall, dass ihr Gesicht diese Notlüge bloßlegen würde. Die Kleine war jetzt satt und glücklich und Freya wischte ihr mit einer Serviette den Mund schon mal gehört. Freya murmelte nur etwas und Hülder fuhr fort. Meines Wissens wurde in Island noch nie jemand von einer Schlange angegriffen. Aber ein paar Leute hatten schon heftige Salmonellen Infektionen, eine häufige Begleiterscheinung, wenn man Amphibien hält. Freyas Interesse an der Wohnung sank schlagartig. Ach, verstehe, danke. Nichts zu danken. Hülder verspeiste die Reste des zweiten Hamburgers, zerknüllte das Papier und grinste Saga an. Ich würde dich gerne zum Essen einladen. Such dir einen Tag aus. Nett von dir aber, danke, nein. Freya griff nach Sagers Mütze und Jacke. Es war Zeit zu gehen. Ähm, ich habe nicht mit dir gesprochen, sondern mit ihr. Hülder zeigte auf Sager. Wir verstehen uns gut und wir haben denselben Geschmack, was Ich lade sie zum Essen ein. Abgelehnt in ihrem Namen. Sie ist alt genug, um selbst zu antworten. Nicht wahr? Hülder blinzelte Sager zu, die gerade testete, ob die Serviette essbar war. Freya nahm der Kleinen das Papier aus der Hand und pulte einen kleinen Schnipsel von ihrer Zunge, die sie herausstreckte, weil die Serviette den Test nicht bestanden hatte. Also Sager, möchtest du mit Hülder essen gehen? fragte sie in dem festen Glauben, dass die Antwort Nein lauten würde. Sager sagte zu allem Nein, auch wenn sie Ja meinte. Sager legte die Stirn in Falten und Freya wiederholte die Frage. Möchtest du mit Hülder essen gehen, Sager? Ja. Noch ein neues Wort und das im denkbar schlechtesten Moment. Hm, siehst du? Hülder stieß Freya mit dem Ellbogen an. Nur blöd, dass du mitkommen musst. Sie ist noch viel zu klein, um abends alleine auszugehen. Er stand auf, nahm sein Tablett und verabschiedete sich mit zufriedener Miene. Ich melde mich. Freya sah sprachlos neben ihrer treulosen kleinen Nichte und schaute Hülder hinterher. Erinnerungen an ihre gemeinsame Nacht schossen ihr durch den Kopf. Sie waren nebelhaft, da sie beide betrunken gewesen waren, aber sie wusste trotzdem noch, dass er verdammt gut im Bett gewesen war. Hülder Jonas, dieser Mistkerl. Es war definitiv zu lange her, seit sie das letzte Mal Sex gehabt hatte. Sie zog Sager die Jacke an, nahm sie auf den Arm und ging. Als sie an der Theke vorbeikam, zeigte sie dem Kind ein beleuchtetes Bild von einem Eis, das hinter dem teilnahmslosen Personal an der Wand hing. Die perfekte Gelegenheit, um das neue Wort im Vokabular der Kleinen zu testen. Sie wollte immer Eis. Möchtest du ein Eis, Sager? Sager stierte das Eis mit sehnsüchtigen Augen an. Dann öffnete sie ihren halbmondförmigen Mund und sagte klar und deutlich Im Verhörzimmer war es bereits stickig. Die Klimaanlage schien schon wieder kaputt zu sein und aus dem Lüftungsgitter kam nicht der leiseste Windhauch. Stattdessen hatten sich Wollmäuse in den Öffnungen festgesetzt. Aber das war jetzt auch egal, denn die Stimmung war ohnehin schon deprimierend gewesen, bevor sie den Raum betreten hatten. Hilda war am Morgen frisch rasiert und mit Frühstück im Bauch zur Arbeit erschienen, bereit für weitere Pornofilme, doch Erdler hatte andere Pläne für ihn. Sie wollte einen von Heckys besten Freunden vernehmen, den Zahnarzt John, der an dem Abend, als Hecky starb, mit ihm zusammen gewesen war. Hilda sollte dabei sein, wahrscheinlich hatte die plötzliche Beliebtheit bei seiner Chefin damit zu tun, dass sie immer noch unterbesetzt waren. Erdler versprach sich offenbar einiges von der Vernehmung, denn sie hatte dafür sogar das Team Meeting verschoben. John hatte sich dafür entschieden, lieber auf die Wache zu kommen, anstatt die Polizei bei sich zu Hause oder auf der Arbeit zu empfangen. Das kam ziemlich häufig vor, weil niemand die Polizei vor der eigenen Haustür haben wollte. Das hatte also noch nicht viel zu sagen. Sie mussten sich bei der Vernehmung auf andere Dinge konzentrieren, beispielsweise ob der Mann sich in Widersprüche verstrickte, ungewöhnlich gestresst war oder bewusst log. Der Zeuge war allerdings schwer einzuschätzen. Seine Betroffenheit wirkte echt. Laut Erdler war er ziemlich schockiert gewesen, als sie ihm gesagt hatte, warum sie ihn befragen wollte und er schien sich noch nicht richtig davon erholt zu haben. Dennoch berichtete er ihnen bereitwillig von dem letzten Abend mit Helki und erzählte Anekdoten über seinen Freund, sowohl ältere als auch neuere. Aber irgendetwas irritierte Hülder an dem Mann. Er war wie Sushi aus dem Supermarkt, fast authentisch, aber nicht ganz. Außerdem roch er leicht nach Zahnarztpraxis, was Hülder eine Gänsehaut einjagte. Ich kann mich natürlich nicht an alles erinnern. Wir haben getrunken, aber ich habe versucht, Puzzeln und mir auch meine Kreditkarten Belege angeschaut. Yon gab ihnen eine ausgedruckte Übersicht seiner Kreditkartenzahlungen. Erdler nahm das Blatt entgegen, ohne es richtig anzuschauen. Das würden sie später überprüfen. Sie haben ihn also zuletzt in der Bar 101 gesehen? Ja, er ist aufs Klo gegangen. Wir sind uns auf halbem Weg begegnet, ich kam nämlich gerade von da, aber danach kam er nicht mehr zurück zu unserem Tisch. Fanden sie und ihre Freunde das nicht merkwürdig? Doch, aber wir hatten ja, wie gesagt, was getrunken und Helki auch. Die Zeit vergeht ziemlich schnell, wenn man Alkohol trinkt. Wir haben erst nach einer ganzen Weile gemerkt, dass er ungewöhnlich lange weg war, uns aber keine großen Gedanken darüber gemacht. Er war, gesagt, besoffen und man weiß ja nie, auf was für Ideen die Leute dann kommen. Und was dachten sie, wo er war? Der Mann atmete hörbar aus. Ich kann nicht für die anderen sprechen, aber ich dachte, er hätte einfach genug oder er hätte uns nicht mehr gefunden, weil eine größere Gruppe gekommen war und um unseren Tisch herum stand. Das waren Freunde von einem von uns aus seinem Angelverein, wenn ich mich recht erinnere, die hatten ihr alljähriges Vereinsfest gefeiert, aber Günni war lieber mit uns weggegangen. Es war ein Riesentrupp, gut möglich, dass Helki uns deshalb nicht mehr gesehen hat. Er war ja, wie gesagt, nicht mehr ganz nüchtern. Und um wie viel Uhr war das? Erdler zückte ihren Stift, um sich die Uhrzeit zu notieren. Das muss kurz nach Mitternacht gewesen sein. Ich hatte eine Runde geschmissen, bevor Helki verschwand und auf meinem Kreditkartenbeleg steht viertel vor zwölf. Er hatte sein Glas halb leer getrunken und als uns klar war, dass er nicht mehr wiederkommen würde, hat einer der Jungs es ausgetrunken. Wer war das? Erdler schaute von ihrem Notizblock hoch. John wirkte überrascht, beantwortete die Frage aber trotzdem. Das war Günni, Günner, Günner Bergson. Hülder vermutete, dass Erdler die Möglichkeit ausschließen bestätigte, dass er richtig lag. In welchem Zustand war Günner, nachdem er das Glas ausgetrunken hatte? Äh, Zustand? fragte John noch überraschter. Er war betrunken, nicht schlimm, aber so, wie das nun mal ist, wenn man Alkohol trinkt, in größeren Mengen. Wie betrunken war er? War er kurz vorm Blackout oder hat er sich merkwürdig benommen? John lächelte zum ersten Mal, seit er die Wache betreten hatte. Günni benimmt sich immer etwas merkwürdig, aber er war nicht anders als sonst. Das Lächeln verschwand und John wurde wieder ernst. Warum fragen Sie mich das? Sie glauben doch wohl nicht, Heki was in seinen eigenen Drink gemischt hat? Ich kann Ihnen versichern, dass er keine Drogen genommen hat. Hilda war sich zwar nicht sicher, ob der Mann recht hatte, was seinen verstorbenen Freund anging, aber diese Aussage bestätigte ihm zumindest, dass John selbst keine Drogen nahm. Jeder, der sich mit Drogen auskannte, wusste, dass man sie nicht in seinen Drink mischte. Würden Sie sagen, dass Heki ein gesundes Leben geführt hat? Auf jeden Fall. Er hatte einen Personal Trainer, war regelmäßig im Fitnessstudio und er hat nur Biozeug gegessen und so. Soweit ich nicht, aber ich war sein Zahnarzt und kann bestätigen, dass er seine Zähne sehr gut gepflegt hat. Als er Erdlers und Hulders unbewegte Gesichter sah, fügte er hastig hinzu, Menschen mit einer guten Zahnhygiene achten meistens auch im Allgemeinen auf ihre Gesundheit. Verstehe, sagte Erdler unbeeindruckt von dieser Logik. Daraufhin schien sich der Zahnarzt bemüßigt zu fühlen, seinen Berufsstand zu verteidigen. Es ist nun mal so, dass wir Zahnärzte Anzeichen von bestimmten Krankheiten feststellen, wenn wir den Leuten in den Mund schauen. Diabetes, Herzkrankheiten, Osteoporose, Stress, Herpes. Erdler unterbrach ihn und sagte, Ihr Freund ist aber nicht an Herpes gestorben. Bevor der Mann eine gepfefferte Entgegnung einwerfen konnte, fiel Hülder ihm ins Sie meinen meine Kleidung? Ja. Einen Anzug, der war grau, glaube ich, und ein weißes Hemd, ach ja, und einen Mantel, der war blau, dunkelblau. Warum fragen Sie? Und Ihre Freunde? Ähm, Jon wirkte etwas ratlos, schaffte es aber schließlich, die ungefähre Kleidung seiner Freunde zu beschreiben. Die unterschied sich am ehesten durch die Farbe der Anzüge und Hemden. Keiner hatte Jeans und Tonschuhe getragen, Überwachungsvideo begleitet hatte. Hatte einer von ihnen eine Tasche dabei? Klamotten zum Wechseln? Klamotten zum Wechseln? Jon starrte Hölder verständnislos erstaunt an. Da der seine Frage nicht näher erläuterte, antwortete er, nein, warum sollten wir Klamotten zum Wechseln dabei gehabt haben? Und was hat unsere Kleidung mit Helkis Tod zu tun? Hölder ignorierte die Frage und wechselte das Thema, um den Mann aus der Reserve zu locken. Sagen Sie mal, hat Helki erwähnt, dass er an dem Abend noch mit jemand anderem verabredet war? Nein, das war er sicher nicht. Unsere Treffen haben immer Vorrang, wie bei Günni, der hat ja auch seinen Angelverein sausen lassen, um den Abend mit uns zu verbringen. Könnte Helki seine Pläne geändert haben? Hat er an dem Abend mal sein Handy benutzt? fragte Hülder, obwohl er die Antwort kannte. Niemand ging mehr irgendwo hin, ohne zwischendurch aufs Handy zu schauen, selbst bei Beerdigungen. Könnte er im Lauf des Abends eine Nachricht bekommen haben, noch jemanden zu treffen? Klar hat er mal aufs Handy geschaut, aber er hat nicht erwähnt, dass er noch jemanden treffen wollte. Das weiß Könnte es nicht sein, dass er eine Frau abschleppen wollte, oder eine Geliebte hatte, die er noch treffen wollte? Nein, nein, ganz sicher nicht. John machte ein nachdenkliches Gesicht. Das weiß ich, weil er sich über die Frauen in der Bar beklagt hat, in der wir waren. Beklagt? Erdler wurde hellhörig. Wie meinen sie das? Er fand die ziemlich unspannend. Nicht hübsch genug, oder wegen der Hitze im Raum hatte Erdler die Ärmel hochgekrempelt. Hilda hätte schwören können, dass sich bei der Frage die Haare auf ihren Armen aufstellten. Sie konnte zwar gegenüber den weiblichen Team Kolleginnen ziemlich rücksichtslos sein, wurde aber schnell sauer, wenn bei den Ermittlungen schlecht über Frauen geredet wurde, was nicht selten der Fall war. Nein, nein, die waren ihm zu alt. Bevor Erdler etwas sagen konnte, sprach Yon weiter. Dabei fällt mir ein, dass er vorschlug, noch woanders hinzugehen, in eine Location mit jüngeren Frauen. Vielleicht hat er deshalb noch eine Runde durch die Kneipen gedreht. Hilda hatte genug über Häkis letzten Abend gehört. Yon hatte ihnen alles gesagt, was er wusste und fing an zu spekulieren. Das konnten sie nicht gebrauchen. Erdlers nächste Frage zeigte, dass sie anderer Meinung war. Hat keiner von ihnen versucht, Häkki anzurufen, als sie merkten, dass er nicht mehr in der Bar war? Doch, ich habe es zweimal versucht, glaube ich. Thomas hat es auch probiert. Beim ersten Mal ist keiner herangegangen und beim zweiten Mal war sein Handy ausgeschaltet. Um wie viel Uhr war das? Der Zahnarzt holte sein Handy aus der Jackentasche. Also, ähm, der erste Anruf war um viertel vor eins und der zweite um halb zwei. Er schaute auf. Das stimmt damit überein, dass Häkki gegen Mitternacht aufs Klo gegangen ist. Es hat eine Weile gedauert, bis wir merken, dass er weg war. Darf ich mal sehen? Erdler streckte die Hand aus. Yon zögerte und starrte zeigen wollte. Am Ende gab er sein Telefon aus der Hand und beobachtete nervös, wie Erdler seine Anrufliste checkte. Hilda spähte über ihre Schulter auf das Display. Sie checkte nicht nur die beiden erwähnten Telefonanrufe, sondern scrollte in der Liste weiter zu den neueren Aktivitäten. Daraus war ersichtlich, dass Yon sehr oft versucht hatte, Häkki zu erreichen und auch die drei Freunde, mit denen er den Samstag Abend verbracht hatte, mehrmals kontaktiert hatte. Erdler hob den Kopf und fixierte den ziemlich aufgewühlt wirkenden Zahnarzt. Sie haben seit Sonntagmorgen sehr oft versucht, ihren Freund Häkki zu erreichen. Gab es dafür einen bestimmten Grund? Ich wollte nur sicher gehen, dass ihm nichts passiert war, aber sein Handy war ausgeschaltet. Das kam mir komisch vor, deshalb habe ich es weiter probiert. Er wollte mittags ein Geschenk für meine Tochter vorbeibringen, kam aber nicht. Das sei ihm gar nicht ähnlich. Ihre Tochter heißt Hacksperer, oder? Als John nickte, teilte Hilda ihm mit, das Päckchen sei bei Helki gefunden worden und werde ihm in den nächsten Tagen übergeben. Er sagte nicht, dass es geöffnet worden war und dass sich unter dem Geschenkpapier und dem gekräuselten Geschenkband eine Puppe versteckt hatte. Allerdings keine normale Puppe, sondern eine, die laufen, sprechen, tanzen und rechnen konnte. Mit anderen Worten, das Allerneueste. Die Bemühungen der Polizisten, dieses Wunderding wieder in das glänzende Papier einzupacken, waren leider ziemlich daneben gegangen. Erdler scrollte noch immer durch die Anrufliste. Bei den Nummern, die unter Tommi, Günni und Bjartni gespeichert sind, handelt es sich vermutlich um ihre Freunde, die an dem Abend dabei waren? Ja, ja, genau, Yon leckte sich über die Lippen. Die haben sie gestern auch ziemlich oft angerufen. Wie kommt das? Ich habe mir Sorgen um Helki gemacht, weil ich ihn nicht erreicht habe. Ich wollte wissen, ob sie was von ihm gehört hatten. Das ist doch ganz normal. Hülder wunderte sich, warum der Mann so nervös wirkte, wenn doch angeblich alles normal war. Für einen Moment war es ganz still im Raum. Dann gab Erdler ihm sein Handy zurück und er war sichtlich erleichtert. Als Erdler wieder das Wort ergriff, wechselte sie das Thema. Haben sie sich öfter gestritten? Sie und Helki? Nein, nie. Wir waren seit der gab es da vor vier, fünf Jahren nicht ein paar Meinungsverschiedenheiten? Yon tat so, als würde er überlegen. Dabei war klar, dass er genau wusste, worauf sie hinaus wollte. Hm, ähm, wo sie es jetzt sagen, doch, wir, wir haben uns mal gestritten. Wissen sie noch worüber? Nein, nein, keine Ahnung, das, das war nur eine Lappalie. Yon faltete vor sich auf dem Tisch die Hände, wie zum Gebet. Könnten sie das noch mal wiederholen? Erdler fixierte ihn. Sie sind seit über zwanzig Jahren befreundet, haben sich nur einmal gestritten und erinnern sich nicht mehr, worum es dabei ging? Das erscheint mir ziemlich unglaubwürdig. Yon verkrampfte die Hände und seine Fingerknöchel wurden weiß. Ich schwöre, ich weiß es nicht mehr. Was spielt das für eine Rolle? Oder glauben sie etwa, dass ich Helki wegen einer banalen fünf Jahre zurückliegenden Streiterei umgebracht habe? Erdler und Hülder zogen es vor, nicht darauf zu antworten. Es wurde still, bis Erdler wieder das Wort ergriff. Wir gehen gerade die Finanzen ihres Freundes durch. Das ist alles etwas verworren, aber wir werden es früher oder später durchschauen. Er besitzt Anteile an diversen Firmen, von denen die meisten im Ausland registriert sind. Wenn sie uns bei einer Sache helfen könnten, würde das die Ermittlungen weiterbringen. Selbstverständlich, gerne. Yon klang aufrichtig und wirkte erleichtert, dass es nicht mehr um die Freundschaft zwischen ihm und Helki ging. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich Helkis Finanzen nicht kenne. Ich weiß nur, dass er genug Geld hatte. Es Wissen Sie, ob er neben der Wohnung, in der er lebte, noch weitere Immobilien besaß? Immobilien? fragte Yon irritiert, obwohl die Frage kaum falsch zu verstehen war. Ja, besaß er in Island oder im Ausland eine weitere Wohnung oder ein Haus, das möglicherweise auf eine ausländische Firma oder einen anderen Namen angemeldet war? Yon schaute sie immer noch begriffsstutzig an, gab sich dann einen Ruck und antwortete zögernd, äh, ja, er hatte ein Sommerhaus und ein Apartment in New York, weil er oft dort war. Vielleicht hat er das auch vermietet. Ich kann mich nicht erinnern, jemals mit ihm darüber gesprochen zu haben, und ich habe ihn auch nie danach gefragt. Geld war zwischen uns kein Thema. Wo befindet sich das Sommerhaus? fragte Erdler und zückte ihren Stift. Sie waren doch bestimmt in Südisland, das Helki kurz vor dem Bankencrash gekauft hat. Da stand ein alter Bauernhof, den hat er abgerissen und das neue Haus gebaut. Das war zu der Zeit, als er noch im Ausland lebte, aber wenn er hier war, fuhr er bei gutem Wetter manchmal für ein paar Tage hin. Yon beschrieb den Weg möglichst genau und erzählte, Helki habe zwei Wegweiser entfernt, die früher an der Abzweigung gestanden hätten, um seine Ruhe zu haben. Erdler machte sich eifrig Notizen und ignorierte Yons Frage, warum sie das wissen wollten. Also keine weiteren Immobilien in Island? Erdler fixierte den Mann mit unbewegter Miene. Er zögerte und leckte sich über die Lippen, bevor er antwortete Nein, nicht, dass ich wüsste. Hülder spürte, wie Erdler ihn unter dem Tisch mit dem Bein anstieß. Er begriff sofort und drehte das oberste Blatt von dem Papierstapel vor ihnen um. Kennen Sie diesen Jungen? Er heißt Sikuthur Markerson und ist ein Jahr älter als ihre Tochter. Er wird Sikki genannt. Yon betrachtete das Foto verwirrt. Er musterte das Gesicht des Jungen, schaute dann auf und schüttelte den Kopf. Den Erdler hin und her. Was hat er mit Helki zu tun? Ohne darauf einzugehen, drehte Hülder das nächste Foto um, das von Mark Erdlersson, Sikis Vater. Er stammte von seiner Facebook-Seite, auf der es nur zwei fast identische Profilbilder von ihm gab. Er hatte kaum etwas gepostet und schien nur dann aktiv zu werden, wenn ihn etwas an der politischen Lage oder der öffentlichen Debatte störte. Seine Posts waren alle negativ. Er beschwerte sich über den kabarettistischen Jahresrückblick im Fernsehen, über die Behörden, Feministinnen, Sporttrainer und Erdölfirmen. Zwischendurch gratulierte er ein paar Freunden zum Geburtstag, aber er war weder mit Helki noch mit einem von dessen Bekannten auf Facebook befreundet. Kennen Sie diesen Mann? Er heißt Markerch Erdnersson. Nein, den kenne ich nicht. Wer soll das sein? Der Vater des kleinen Jungen? Hat der Helki umgebracht? Wurde er verhaftet? Zeitpunkt noch keinen Verdächtigen in Gewahrsam genommen, sagte Hülder und musterte Jons Hände auf dem Tisch. Er hatte sehr gepflegte Fingernägel, keine Hornhaut oder Schrammen. Sind Sie handwerklich begabt? Ich? Der Zahn, den ich im Studium angefertigt habe, wurde super benotet, dann muss ich es wohl sein. Eigentlich meinte ich eine andere Art von Handwerk. Reparieren Sie zu Hause Hohen runzelte die Stirn. Ich weiß nicht, warum ich das beantworten soll. Das hat wohl kaum etwas mit Häkkies Tod zu tun. Da Hülder und Erdler ihn nur mit versteinerten Gesichtern anschauten, gab er schließlich klein bei. Nein, ich habe noch nie eine Holzterrasse gebaut. Als wir das Haus gekauft haben, war da schon eine gefließte Terrasse. Ich repariere alles, was so von Sikis Mutter in die Hand. Auf ihrer Facebook-Seite hatte es mehr Fotos zur Auswahl gegeben. Die meisten waren jedoch von ihrem Sohn bei den verschiedenen Meilensteinen im Leben eines Kindes, darunter auch zahlreiche Bilder aus Mallorca vor ungefähr einem Jahr, auf denen der Kleine immer brauner wurde. Hülder musste an den roten Kreis auf dem Globus im Zimmer des Jungen denken. Seine Mutter oder sein Vater hatte ihm Mutter waren viel optimistischer als die ihres Mannes, aber sie hatte trotzdem erstaunlich wenige Freunde, von denen niemand eine Verbindung zu Helki hatte. Und diese Frau, fragte Hülder und schob das Foto über den Tisch zu Jorn. Kennen Sie die? Jorn fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, während er das Gesicht der lächelnden jungen Frau betrachtete. Ähm, nein, sagte er. Können Sie mir sagen, wer das ist? Sie heißt Sigur Laura Laurus Dottir. Jorn musterte das Foto genauer, ihr Gesicht war der Kamera zugewandt und ihre kurzen dunklen Haare waren zurückgekämmt, sodass sie gut zu erkennen war. Abgesehen von der Haarfarbe sahen sich Mutter und Sohn erstaunlich ähnlich, doch Jorn schien es nicht zu bemerken. Nein, die, die kenne ich nicht, aufhin er das letzte Foto umdrehte. Ist das eines der Betten in Haikis Sommerhaus? Auf dem Bild war der Bettkopf aus den Sexfilmen. Die nackten Paare waren sorgfältig wegretuschiert worden, was bei ihren heftigen Bewegungen ziemlich schwierig gewesen war. Jorn starrte auf das Foto, wie vom Donner gerührt. Ohne den Blick davon abzuwenden, fragte er, was soll das sein? Das Kopfteil von einem Bett. Hülder schob das Foto näher zu ihm und wiederholte, steht dieses Bett in Haikis Sommerhaus? Äh, Jorn wiegte den Kopf hin und her, als wolle er das Möbelstück begutachten. Nein. Sie haben diesen Bettkopf also nicht in dem Sommerhaus gesehen? Jedenfalls nicht im Gästezimmer. Über die anderen Zimmer kann ich nicht sagen. Ich habe immer am selben Bett geschlafen. Nein, nein, so eins habe ich nicht gesehen. Wo anders vielleicht? In Haikis Wohnung oder auf Fotos von seinem Apartment in New York? Jorn räusperte sich. Nein, er starrte immer noch das Foto an. Erdler und Hülder wechselten einen vielsagenden Blick. Der Mann kannte das verdammte Bett. Sie wiederholten abwechselnd ihre Fragen mit leicht abgewandelter Wortwahl, aber es führte zu nichts. Der Mann beharrte darauf, das Bett noch nie gesehen zu haben. Als Erdler es schließlich gut sein ließ, fragte Hülder ihn nach den Personen, die in der Nähe des Tatorts an Land gespült worden waren. Sie kennen also weder das Bett noch Markerch, Sigur Le Laura oder Sigur The? Was ist mit einem Mann namens Daguer Dithrickson? Jorn war sichtlich erleichtert Was ist mit Maren Thorther dort hier Ich? Jorn zögerte einen winzigen Moment und sagte dann wieder Nein. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Hülder und Erdler betrachteten den Mann eine Weile schweigend. Nervös rutschte er auf seinem Stuhl herum und deckte sich immer wieder über die Lippen. Endlich gab Erdler auf. Sie dankte Jorn für sein Kommen und erläuterte ihm, dass er damit rechnen müsse, noch einmal vernommen zu werden. Er solle mit niemandem über die Vernehmung sprechen, da noch weitere Personen befragt würden. Ansonsten könne er jetzt gehen. Das ließ der Mann sich nicht zweimal sagen und sprang auf. Er hatte es so eilig, dass er seine Jacke im Gehen anzog, während er mit schnellen Schritten durch den Flur hastete. Ist dir aufgefallen, dass er nicht gefragt hat, wie Helgi gestorben ist? Erdler stand mit verschränkten Armen neben Hülder und schaute dem Mann hinterher. Hülder nickte. Dieser Mistkerl hat was zu verbergen. Er kennt den Bettkopf und er weiß genau, worüber er sich mit Helgi gestritten hat. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat er Marens Namen auch schon mal gehört. Erdler atmete hörbar durch die Nase aus. Aber er ist nicht der Mörder. Dafür ist er ein viel zu großer Schisser. Ohne weitere Worte ließ sie die Arme sinken und marschierte in ihr Büro. Einige Minuten nachdem die Tür hinter John ins Schloss gefallen war, rief Hülder ihn auf dem Handy an. Es wunderte ihn nicht, dass besetzt war. Erdlers Bitte, er solle mit niemandem über die ausnahmsweise saß Fanna, der letzte dem John in diesem Moment begegnen wollte, im Wohnzimmer. Wobei saß nicht das richtige Wort für die Körperhaltung des Jungen war. Er hätte aus geschmolzenem Wachs sein können, wie er da vor dem Fernseher auf dem Sofa hing, die langen Beine auf dem Couchtisch. Die Obstschale, die normalerweise genau in der Mitte des Tisches stand, wankte gefährlich nah am Rand. Daneben stand ein Kuchenteller mit einem halbgegessenen Stück von der Geburtstagstorte seiner Schwester, ein Tortenboden aus Schokolade mit einer knallrosa Creme. Die Zeitschrift, die Sigrun neben die Schale gelegt hatte, war auf den Boden gefallen. John bezweifelte, dass der Junge auch nur einen Gedanken daran verschwendet hatte, sie wieder aufzuheben. Aber er war selbst noch jung genug, um sich daran zu erinnern, wie es war, ein Teenager zu sein. So wie Fanner hatte er damals alles, was sich außerhalb seines eigenen kleinen Horizonts bewegte, todlangweilig gefunden. Das einzig Wichtige waren seine Freunde Pjartni, Tommy, Helki und Günni gewesen. Sie verstanden ihn, und er verstand sie. Die einzige erträgliche Musik war die, die seine Freunde hörten. Dasselbe galt für Filme, Computerspiele, Autos, Klamotten und Essen. Ihre einhellige Meinung wog schwerer als die anderer Leute. Der Rest der Welt war von Idioten bevölkert. Doch natürlich war es nicht immer ganz so einfach gewesen. Ab und zu hatte er vorgegeben, etwas zu hassen, weil seine Freunde es uncool fanden, und ihnen war es bestimmt genauso ergangen. Jon musste an Anna Güthron in der neunten Klasse denken. Sie war klein, hatte dunkle Haare, braune Augen und zierliche Hände, die in seiner Fantasie ganz warm und weich waren. Sie kaute ständig Kaugummi, aber diskret und ohne zu schmatzen und roch nach süßer Minze. Sie war eine gute Schülerin, beteiligte sich am Unterricht und schrieb ihren Namen mit einem Herzchen anstelle des Akzents über dem U. Mit anderen Worten, sie war völlig uncool. Trotzdem war Yon in sie verknallt. So verknallt, dass er sich kaum auf den Unterricht konzentrieren konnte, wenn sie in seinem Sichtfeld saß. Bis Günni eines Tages in der Pause eine Grimasse schnitt und verkündete, Anna Grythrun sei das allerletzte. Da starb Yons Traum, dass sie jemals seine Freundin werden könnte. Besonders als die anderen Günni feixen zustimmten. Es war undenkbar, mit einem Mädchen zu gehen, das von den anderen verachtet wurde. Also tat Yon es seinen Freunden nach, glotzte den coolsten Mädchen der Schule hinterher und klopfte Sprüche darüber, wie sexy und geil sie seien. Dabei wusste er genauso gut wie die anderen, dass keine von ihnen sie jemals eines Blickes würdigen würde. Der einzige von ihnen, der schon Freundinnen hatte, bevor sie in die Oberstufe kamen, war Günni. Er war der Schlagfertigste und belaberte die Mädchen so lange, bis sie nachgaben. Doch keine von ihnen zählte zu den coolen, von denen sie alle träumten. Und keine war hübscher oder netter als Anna Gwethrun. Günnis Beziehungen hielten jedoch nicht lange. Bis heute. Er war sprunghaft und langweilte sich schnell, in dem ewigen Irrglauben, er könne noch etwas Besseres finden. Seit er zu Geld gekommen war, hatte er an jeder Hand zehn Frauen, was ihm die Entscheidung nicht erleichterte. Im Gegenteil. Anna Gwethrun war unterdessen in der Oberstufe mit einem Jungen zusammengekommen, den sie später heiratete. Er studierte zusammen mit Yones Haarmedizin und erinnerte ihn ständig daran, was hätte sein können, falls sie sich überhaupt für ihn interessiert hätte, was keineswegs sicher war. Anstelle von Anna Gwethrun hatte Yone Siegrun abbekommen. Sie war acht Jahre älter als er, eine Tatsache, die, anders als befürchtet, bei seinen Freunden Zustimmung fand. Zweifellos, weil sie sowohl hübsch als auch klug und sympathisch war. Fanna, damals noch ein kleiner, einigermaßen süßer Junge, war Teil des Deals. Yone hatte sich damit abgefunden, dass er den Jungen akzeptieren musste, wenn er mit Sigrun zusammen sein wollte. Mit der Zeit begann Yone sogar ihn zu mögen, bis er zu einem typischen, faulen, launischen, nervigen Teenager mutierte. Was guckst du da eigentlich? Soweit Yone sehen konnte, handelte es sich um irgendein Computerspiel, obwohl Fanna keinen Joystick in der Hand hatte. Vielleicht zeigte der staatliche Sender Ruf, sowas jetzt schon live, um sich an die junge hereingekommen war. Er starrte apathisch auf den bunten Mist auf dem Bildschirm. Wo ist deine Mutter? Der Teenager zuckte die Achseln. Alles, was sich außerhalb des Fernsehers abspielte, war viel zu unbedeutend, um auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, inklusive seiner Mutter. Yone war nicht in der Stimmung, dem Jungen ein Gespräch aufzuzwingen. Er hatte sich vorgestellt, nach und sich von seinem Besuch auf der Polizei Wache zu erholen. Müsstest du nicht in der Schule sein? Müsstest du nicht auf der Arbeit sein? gab Pfanner zurück, den Blick immer noch auf den Bildschirm geheftet. Yone spürte Wut in sich hochsteigen, beherrschte sich aber. Es wäre höchst unklug, sich mit dem Jungen zu streiten, wenn er so drauf war, wie eine durchgeschüttelte Limo-Dose, die beim Aufmachen überschäumt. Man konnte noch so vorsichtig sein, es endete immer mit einem Desaster. Yone ignorierte Pfanners freche Bemerkung. Ist was mit dem Computer an deinem Zimmer? Der ist kaputt. Keine weiteren Erklärungen. War der Computer runtergefallen? Hatte der Lüfter den Geist aufgegeben? War Wasser über die Tastatur gelaufen? Oder hatte Pfanner sich mal wieder einen Virus eingefangen? Ach, egal. Die Kosten würden sowieso an Yone hängen bleiben. Pfanners Vater konnte kaum den Unterhalt des Jungen zusammenkratzen, geschweige denn Extrakosten übernehmen. Extrakosten? Haha. Es verging kein Tag, an dem der Junge nicht für irgendwas Geld brauchte. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, mich aufs Sofa zu legen. Yone warf seinen Mantel über die Sofa lehne. Und was soll ich dann machen? Mein Computer funktioniert nicht. Du könntest zur Abwechslung mal Hausaufgaben machen. Yone lockerte seine Krawatte, streifte sie sich über den Kopf, ohne den Knoten zu lösen, und warf sie auf den Mantel. Vielleicht überraschst du dich ja selbst, und es macht sogar Spaß. Damit brach Yone das ungeschriebene Familiengesetz, sich nicht in Pfanners schulische Belange einzumischen. Dafür war Sigrun zuständig, und eigentlich kam ihm das Gelegen. Wir haben nichts auf. Endlich löste Pfanner den Blick vom Bildschirm und schaute zu Yone. Kannst du mir deinen Laptop leihen? Kommt nicht in Frage, den brauche ich, und ich will mir kein Virus einfangen. Über mich fängst du dir kein Virus ein, Pfanner verdrehte die Augen, als wäre diese Vorstellung völlig absurd. Lies lieber mal ein Buch. Du bekommst meinen Laptop nicht und auch nicht den von deiner Mutter. Yone hatte die Nase voll. Schließlich hatte er seinen Patienten für heute nicht abgesagt, um hier herum zu stehen und sich mit einem Teenie zu streiten. Das haben wir schon hundert Mal besprochen. Als Pfanner protestieren wollte, herrschte Yone ihn an. Mein beleidigter Miene und völlig ungerührt angesichts der Erwähnung eines Mordes. Im Flur knallte eine Tür, während Yone sich aufs Sofa fallen ließ. Doch wie er sich auch drehte oder sich das Kissen unter den Kopf stopfte, er konnte sich nicht entspannen. Die Angst brannte wie scharfe Säure in seiner Brust. Die Bullen waren ihnen auf der Spur. Daran bestand kein Zweifel. Als er das kapiert hatte, war er nur eine Haaresbreite davon entfernt gewesen, ihnen alles zu erzählen und das Video zu zeigen. Zum Glück hatte er sich sofort wieder in den Griff gekriegt, tief durchgeatmet und den Mund gehalten. Aber das würde ihnen nur eine kurze Atempause verschaffen. Die Polizei wusste schon zu viel und es war nur eine Frage der Zeit, bis seine Welt zusammenbrechen würde. Der Gedanke, dass Tommy, Günni und Bjatni mit ihm untergehen würden, tröstete ihn nicht. Selbst Günni war nervös geworden, als John ihm am Telefon von der Vernehmung und den Fotos erzählt hatte, die sie ihm gezeigt hatten. Die Freunde hatten einiges zu verlieren, wenn ihr Geheimnis aufflog. Im Grunde alles. Der Müll aus Helkis Hochhaus war in einem Schuppen auf dem Parkplatz hinter der Polizeiwache deponiert worden. Ertler war hämisch grinsend zu Hülders Schreibtisch marschiert, hatte ihm zwei paar gelbe Gummihandschuhe hingehalten und dem gesamten Großraumbüro lauthals verkündet, Lina und er sollten den Müll durchsuchen. Sie war furchtbar schlecht gelaunt, nach einem desaströsen Anruf bei Helkis amerikanischem Arbeitgeber, den Hülder zufällig mit angehört hatte, als er nach Jons Vernehmung kurz in ihrem Büro vorbeigeschaut hatte. Vor seinem hastigen Rückzug bekam er noch mit, dass Ertlers Gesprächspartner offenbar kein Wort verstand und dachte, er würde verarscht. Ertler war es verständlicherweise peinlich, dass Hülder diese Erniedrigung mitgekriegt hatte und der Mülljob war ihre Rache dafür. Hülder hatte sich gerade erst hingesetzt, als Ertler ihm die Handschuhe auf den Tisch knallte, womit die Hoffnung dahin war, zu Helkis Sommer ausgeschickt zu werden, um nach dem Bett aus den Sexfilmen zu suchen. Das Winterwetter hätte nicht schöner sein können, frostig und windstill, alles mit Neuschnee bedeckt. Perfekt für eine Spritztour aufs Land. Erst wollte er protestieren, dass er unfair und sie soll jemand anderen nehmen, aber dann ließ er es bleiben, weil er sich damit vor seinen nach ihm zu folgen. Sie hatte sich möglichst unauffällig verhalten, in der irrealen Hoffnung, dass man sie übergehen würde. Falls sie sich bisher noch nicht wieder auf die Uni gefreut hatte, dann spätestens jetzt. Scheiße, Mann! Hilda hielt sich mit der behandschuhten Hand die Nase zu, als er die Tür zu dem Schuppen aufstieß und ihm ein starker, fauliger Müllgestank entgegenschlug. Boah, sinken. Am besten, man gewöhnte sich möglichst schnell an den Gestank, bis man selbst genauso roch. Außerdem würden sie kaum vorankommen, wenn sie nur mit einer Hand arbeiteten. Bitte sehr, Ladies first. Lina machte einen zaghaften Schritt in den Schuppen, als befürchtete sie, dass der Abfall aus den schwarzen Mülltüten platzen und sich auf sie stürzen könnte. Was ist die bevorzugte Methode? Ich mache sowas zum ersten Mal und dachte, du wüsstest das. Haben sie euch an der Uni nicht beigebracht, wie man Müll durchsucht? Nein! Lina fand das nicht witzig und Hülder beschloss, sie nicht weiter aufzuziehen. Besser, sie machten sich an die Arbeit. Nach seiner Zählung befanden sich 21 prallvolle schwarze Mülltüten in dem Schuppen, plus eine halbvolle. auskippen und den Inhalt durchsäen. Dann waren sie zwar dem Spott der Passanten ausgesetzt, aber das war immer noch besser, als in dem kleinen stinkenden Schuppen zu arbeiten. Als sie sechs Tüten durch hatten, wollte Hülder eine Pause einlegen. Bisher hatten sie nur Essensreste, alte Zeitungen, Werbeprospekte, Milchtüten und diverse Verpackungen ausgegraben. Diese Dinge waren schnell aussortiert. Nur bei der Post mussten sie genauer hinschauen. Leider schienen die Leute in diesem ehrenhaften Haus ihren Müll nicht sehr gewissenhaft zu trennen. Noch war nichts aufgetaucht, dass man Helgi zuordnen konnte, dabei waren alle Mülleimer in seiner Wohnung leer gewesen. Sie suchten vor allem nach dem zerrissenen Papier, das Helgi entsorgt hatte, kurz bevor er zum letzten Mal aus dem Haus gegangen war. Hülder zog die Handschuhe aus und ließ sie auf den Asphalt fallen. Dann fischte er ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche, lehnte sich an die Wand und zündete sich einer an. Zu seinem Erstaunen stellte Lina sich neben ihn. Ich hätte nie gedacht, dass ich Zigarettengeruch mal angenehm finden könnte. Lina atmete tief ein und lehnte den Kopf an die Wand. Ist dir klar, dass wir erst knapp ein Drittel durch haben? Bei der Hälfte werden wir uns daran gewöhnt haben, entgegnete Hülder, obwohl er es selbst nicht glaubte. An manche Dinge gewöhnte man sich nie. Wie gefällt dir der Job eigentlich, also abgesehen von der Müllsache? Lina antwortete nicht sofort. Vielleicht glaubte sie, Hülder müsste ihr Praktikumszeugnis schreiben und wollte nichts Unüberlegtes sagen. Es ist anders, als ich dachte. Ist das nicht immer so? Man stellt sich was vor und die Realität ist ganz anders. Hülder zog an seiner Zigarette. Ich hatte mir den Job auch total anders vorgestellt, als ich damals anfing. Völlig anders. Inwiefern? warf Lina ein. Ich dachte zum Beispiel, dass die Leute uns gegenüber freundlicher wehren. Es war echt frustrierend, feststellen zu müssen, dass niemand was mit uns zu tun haben will. Da muss schon ein Killer mit gezücktem Messer vor ihnen stehen, damit sie sich freuen, uns zu sehen. Klar, wir sind nicht unbedingt die Überbringer fröhlicher Botschaften. Und wenn alles glatt läuft, braucht man uns nicht. Das ist also nicht überraschend und ich hätte es wissen müssen. Oh, das war Lina anscheinend noch nicht klar gewesen, zumal Erdler sie noch nicht auf die Öffentlichkeit losgelassen hatte, aus gutem Grund. Macht dir dein Job denn trotzdem Spaß? Mit dieser Frage hatte Hilda nicht gerechnet, darüber hatte er noch nie nachgedacht. Es gab viele Dinge, über die er sich aufregte und die seiner Meinung nach besser laufen müssten und einige Kollegen, die ihn nervten Aber im Großen und Ganzen war er zufrieden? Machte sein Job ihm Spaß? Oder würde er lieber wieder als Tischler arbeiten? Handwerker wurden nie bekotzt und nur selten belogen. Doch wie befriedigend es auch sein mochte, einem Betonboden die perfekte Neigung zum Abflussrohr zu verpassen, das konnte mit seiner jetzigen Arbeit nicht mithalten. Es wog nicht die Momente auf, wenn seine Kollegen und er es schafften, Verbrecher dingfest zu machen, die andere Menschen verletzten, bestahlen oder missbrauchten. Wenn er aber eine Pro- und Kontraliste aufstellen würde, überwog das Positive. Hülder zog wieder an der Zigarette und ließ langsam eine dicke Rauchwolke aus. Ich denke, die Antwort ist ja. Es ist nicht immer alles toll, aber der Job erfüllt mich. Manchmal macht er mir Lina schien das erst mal verdauen zu müssen und Hülder bedauerte es nicht ausführlicher geantwortet zu haben. Aber er war nicht gerade der eloquente Typ. Selbst wenn er bis morgen über eine andere Formulierung nachgedacht hätte, bliebe seine Antwort dieselbe. Falls die junge Frau einen inspirierenden Mentor suchte, war er nicht der Richtige. Also dann sollen wir die nächsten fünf in Angriff nehmen? Hülder trat die Kippe aus, hob den Filter auf und warf ihn in eine Tüte, die sie schon durchgesehen hatten. Lina folgte ihm lustlos. Die nächsten fünf Tüten beinhalteten auch nichts Interessantes. Erst als nur noch zwei Tüten übrig waren, stießen sie endlich auf das, wonach sie suchten. Dachten sie zumindest. Ein Umschlag und ein Brief oder vielmehr die Schnipsel eines Sicherheitskamera in den Müllschlucker geworfen hatte. Tada! Hülder richtete sich auf und massierte seine Lendenwirbelsäule. Das muss es sein. Hülder gab Lina den Schnipsel eines Umschlags, auf dem ein Teil von Helgis Namen stand. Er war in einer Standardschrift gedruckt. Vielleicht war es ja doch nur ein Behördenschreiben, das Helgi in Nerv zerrissen hatte. Da ist bestimmt noch mehr. Das ist mit Sicherheit Lina sah aus wie ein Kind, das weiß, dass die Antwort Nein lauten wird. Hülder schüttelte den Kopf. Wenn wir das jetzt drauf bringen, werden wir sofort wieder runter geschickt. Also bringen wir es lieber hinter uns. Er warf einen Blick auf die zwei Tüten, die noch übrig waren. Wenn wir Glück haben, sind da keine verdorbenen Lebensmittel drin. Er lächelte Lina aufmunternd an und ergänzte, wir hatten auch noch keine vollgeschissenen Windeln, dafür sollten wir dankbar sein. Lina wirkte nicht sehr dankbar. Sie lächelte erst wieder, als sie den allerletzten Abfall eine labbrige Gurke zur Seite geworfen hatte. Erdler rümpfte zum zehnten Mal die Nase, seit Hülder und Lina mit dem Brief raufgekommen waren, einen fauligen Müllgeruch verströmend. Hülder stellte sich so dicht neben sie, wie es das Gebot der Sittlichkeit erlaubte. Das hatte sie nun davon. Ich hab langsam die Schnauze voll von diesem Scheiß Fall, schimpfte sie. Bringt uns denn gar nichts weiter? Vor Erdler lagen die Papierschnipsel locker zusammengepuzzelt, sodass man die Nachricht an Helki rekonstruieren konnte. Der Brief war nicht lang und gut lesbar, obwohl ein paar Buchstaben abgerissen waren. Was hat das zu bedeuten, verdammt nochmal? Sieht aus wie die Beschwerde eines Nachbarn. Vielleicht hat Helki zu viele Partys gefeiert. Lina nahm einen Stift von Erdlers Schreibtisch und deutete vorsichtig auf die Puzzleteile, während ihre Chefin sie ungläubig beobachtete. Anders lässt sich das nicht verstehen. Klar ist das eine Beschwerde, das brauchst uns nicht zu sagen. Erdler langte über den Schreibtisch und nahm Lina den Stift aus der Hand. Hilda nahm sich vor, sie zu bitten, Lina etwas respektvoller zu behandeln. Bei der natürlichen Dominanz, die die junge Frau an den Tag legte, würde sie bestimmt mal Polizeipräsidentin werden. Diesmal war Erdlers Ungeduld allerdings verständlich. Jeder Idiot konnte sehen, worum es ging. Der Verfasser des anonymen Briefs warf Helki vor, dass es an den Wochenenden in seiner Wohnung zu laut sei. Er wies besonders auf den Samstagabend eine Woche vor Helkis Tod hin. Helki habe frühere Beschwerden eindeutig ignoriert, deshalb komme er nicht umhin, drastischere Maßnahmen zu ergreifen, was eigentlich hätte verhindert werden können. Abschließend wurde auf die Hausordnung verwiesen, in der stand, dass am Wochenende um vierundzwanzig Uhr und an Wochentagen um zweiundzwanzig Uhr Ruhe herrschen müsse. Das hat ja wohl kaum was mit dem Mord zu tun. Hülder ging auf Erdler zu, während sie ihm naserümpfend auswich, bis sie gegen die Wand stieß. Nachbarschaftsstreits können übel sein, aber sie enden in den seltensten Fällen damit, dass jemand in einem Lavafeld erhängt wird. Das ist einfach too much. Du sagst es, Erdler runzelte die Stirn, entweder aus Enttäuschung über den Brief oder wegen des unerträglichen Geruchs oder wegen beidem. Aber es ist trotzdem seltsam. Kann man nicht einfach bei seinem Nachbarn anklopfen und ihn bitten, leiser zu sein? Wozu dieser Brief? Die direkten Nachbarn und der Hausmeister behaupten, Helki hätte sich immer vorbildlich verhalten. Partys wurden mit keinem Wort erwähnt. Angeblich war er der perfekte Nachbar. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt immer einen Nörgler, der an der Wand lauscht und hofft, etwas zu hören, warf Lina ein. Sie schien noch etwas aus eigener Erfahrung hinzufügen zu wollen, hielt dann aber doch den Mund. Ich glaube nicht, dass das hier zutrifft. Hülde hatte nicht den Eindruck, dass die Nachbarn in den angrenzenden Wohnungen so zimperlich waren. Natürlich können wir noch mal mit den Leuten reden, aber jetzt gibt bestimmt keiner mehr zu, dass ihn der Lärm gestört hat. Der Brief ist anonym und seit der Mord an Helki offiziell bekannt ist, wird keiner mehr zugeben, dass er Ärger mit ihm hatte. Erdler schien derselben Meinung zu sein, sagte aber nichts. Sie schob die Schnipsel in einen Beweisbeutel und verschloss ihn. Das ist doch Kinderkram, hat garantiert nichts mit dem Mord zu tun. Moment mal, Lina starrte auf die Tüte in Erdlers Hand. War Helki an dem Wochenende nicht im Ausland? Er kam doch erst am Donnerstag, bevor er ermordet wurde zurück. Erdler und Hülder schwiegen betreten. Damit lag Lina gold richtig. Helki hatte sich an dem Samstagabend, an dem es angeblich der Wohnung? fragte Erdler. Lina antwortete wie aus der Pistole geschossen. Nein, da waren sich alle einig, in der Wohnung lag noch ein Zweitschlüssel, aber da das Hochhaus über eine Schließanlage verfügt, wurde uns bestätigt, dass es keine weiteren Schlüssel gibt. Und was ist mit dem Generalschlüssel? Generalschlüssel? fragte Lina perplex. Erdler grinste zum ersten Mal, seit sie ihr Büro betreten lassen wollten, hielt Erdler ihn zurück. Rede noch mal mit dem Hausmeister. Wenn jemand in Helkis Wohnung Partys gefeiert hat, dann hat er sich entweder einen Schlüssel von ihm geliehen oder ist irgendwie an den Hausmeister Schlüssel gekommen. Anders geht's nicht, es sei denn, der Hausmeister hat selbst in Helkis Wohnung gefeiert, was ich noch eine Frage, dann gehe ich. War der Bettkopf in Helkis Sommerhaus? Nein, war er nicht. Die Kollegen haben nichts gefunden. Kein solches Bett wie in den Filmen, keine Computer oder Kameras, keine Hinweise auf eine Auseinandersetzung, auf Drogenkonsum oder sonst etwas Verdächtiges. Wissen wir inzwischen, ob Helki weitere Immobilien in Reykjavik besaß? Nein, noch nicht. Die Immobilienmakler sagen, sie hätten ihm nur die eine Wohnung verkauft, als er aus New York zurückkam. Möglicherweise hat er über eine seiner Firmen in eine Immobilie investiert, aber es ist ziemlich schwierig, seine Finanzen zu entwirren. Bisher haben wir nichts weiter gefunden. Auf einmal dämmerte es er. Du meinst, in dem Brief geht es gar nicht um die Wohnung, in der er gewohnt hat? Ja, könnte doch sein. Wohnung, in die er die Frauen mitnehmen konnte, die er rumgekriegt hatte. So konnte er sie auch leichter wieder loswerden, falls sie eine engere Beziehung wollten. Bei einer Party oder Sex Wohnung könnten die Nachbarn sich jedenfalls von dem Lärm gestört gefühlt haben. Kann ja beides ziemlich laut sein. Den letzten Satz hätte Hülder am liebsten zurückgenommen, aber es war zu spät und er wirklich. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Helki an dem besagten Wochenende gar nicht in Island war. Dann bedeutete sie Hülder zu gehen. Die Pornos warten. Triff dich mit dem Hausmeister, wenn du damit fertig bist und nimm Götlöge mit, aber zieh dir um Himmels Willen vorher andere Klamotten an. Dieser Gestank ist echt nicht auszuhalten. Hülder Zigarette, hatte aber eben erst die letzte Rauchpause gemacht. Er hatte nicht erwartet, dass das Sichten der Sexvideos so schlimm wäre. Die Filme erregten ihn nicht im geringsten, er hasste sie regelrecht. Die nackten Frauen auf dem Bildschirm hatten nie vorgehabt, diese intimen Momente mit anderen zu teilen, und es war ihm schmerzlich bewusst, dass er ihr Vertrauen missbrauchte, obwohl er beruflich dazu gezwungen war. Ihm wurde klar, dass ein Teil seines Unbehagens daher rührte, dass er sich Frauen gegenüber auch nicht immer korrekt verhalten hatte. Natürlich hatte er nie jemanden gefilmt, aber er war nicht immer ehrlich gewesen und hatte, so wie Helki, nie eine dauerhafte oder tiefgehendere Beziehung zu einer Frau gehabt. Auch wenn er sich selbst eigentlich für einen netten Kerl hielt, waren Helki und er sich vielleicht nicht so unähnlich, wie er gern geglaubt hätte. Zum Glück hatte Erdler ihm einen abgeschlossenen Raum besorgt, nachdem er sich beschwert hatte, dass er sich nicht konzentrieren könne, weil die Kollegen ihm ständig im Nacken saßen. Das geschah allerdings nicht aus Rücksicht auf ihn, sondern um die jungen Frauen zu schützen, die nackt auf dem Bildschirm herumturnten, mal unter, mal auf, Helki. Island war ein kleines Bekannte oder Freundin darauf entdeckte. So wie jetzt. Gott sei Dank war die Frau, die ihn mit lüsternem Blick anstierte, nicht eine seiner fünf Schwestern oder die Frau vom Empfang oder jemand, mit dem er regelmäßig zu tun hatte. Er war auch nicht mit ihr befreundet. Er hatte vor zwei Jahren eine Nacht mit ihr verbracht. Auf einem normalen Foto hätte er sie wahrscheinlich gar nicht wiedererkannt, aber die Situation hatte eine Erinnerung ausgelöst und er konnte sich nicht vertun. Der Dateiname passte auch. Sie hieß Uckler. Scheiße verdammt! Er hatte laut gesprochen und die Worte klangen lächerlich in dem leeren Raum. Er atmete aus. Was jetzt? Sollte er das Erdler melden oder den Mund halten und hoffen, dass er eine der beiden Frauen in den letzten zwei Filmen von woanders her kannte als von einem One-Night-Stand? Das Ziel der ganzen Aktion war ja, eine Person zu finden, die ihnen mehr über die Umstände dieser Aufnahmen sagen konnte. Hülder musste unter anderem die Gesichter der Frauen heranzoomen, um brauchbare Fotos für die Identifizierung anzufertigen. Das war gar nicht so einfach, denn die Posen waren nicht gerade so, wie man sich ein Passfoto wünschte, zerzauste Haare, geschlossene Augen und lustvoll verzerrte Gesichtszüge. Außerdem schauten sie nur selten in die Kamera oder wurden von Armen, Beinen oder Helkis Körper verdeckt. Hülder dachte wieder etwas klarer. Natürlich konnte er die Sache nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Er musste Erdler sagen, dass er den Namen einer Frau kannte. Er scrollte durch das Adressbuch auf seinem Handy. Ja, da waren ihr Name und ihre Nummer. Er hatte sie anrufen wollen, ist dann aber doch nicht gemacht, wenn er sich recht erinnerte, was nicht verwerflich war, denn sie hatte seine Nummer ebenfalls gehabt und sich nicht bei ihm gemeldet. Es war ja nichts dabei, wenn man nach einem One-Night-Stand nicht in Kontakt bleiben wollte. Deshalb wäre es auch nicht peinlich, mit ihr zu Hilda machte ein Standfoto von Oecklers bestmöglichem Gesichtsausdruck und druckte ihn aus. Dann überlegte er, wie er Erdler seine Bekanntschaft mit ihr verklickern konnte, ohne direkt lügen zu müssen. Oeckler würde bestimmt wissen wollen, wie die Polizei sie gefunden hätte und dann musste die Geschichte wasserdicht sein. Am besten sagte er, sie hätten sich in einer Kneipe kennengelernt, sich lange unterhalten und Telefonnummern ausgetauscht. Das war ja nicht falsch. Er hatte nicht die geringste Lust, Erdler zu erzählen, dass er mit der Frau im Bett gewesen war. Dann würde sie ihn garantiert sofort hinschicken, um sie zu vernehmen. Sie würde dieser Verlockung nicht widerstehen können, da sie seine Vorgehensweise bei One-Night-Stands aus eigener Erfahrung kannte und allen Grund hatte es ihm heimzuzahlen. Hilda stand Das Büro war leer und sie war nirgends zu sehen. Das war wohl ein Wink des Schicksals, seine Mitteilung noch ein bisschen aufzuschieben. Er holte seine Jacke und ging raus, um eine zu rauchen. Dann konnte er noch mal in Ruhe darüber nachdenken. Nachdem seine Lunge mit Rauch und seine Adern mit Nikotin gefüllt waren, konnte er klarer denken. Er würde öklar anrufen. Das wäre weniger peinlich, als ihr gegenüber zu stehen oder auf der Wache zu sitzen und sich das Schlimmste auszumalen, während ein Kollege losgeschickt wurde. Schlimmstenfalls Joel. Es wäre eine Katastrophe, wenn dieses Arschloch davon Wind bekäme, dass er auf anzügliche Weise mit einer Zeugin verbunden war. Er nahm sein Handy, suchte ihre Nummer, zog an seiner Zigarette und drückte auf Anrufen. Oeckler kam schon nach dem ersten Klingeln an den Apparat und Hülder verschluckte sich fast an dem Rauch, den er gerade eingeatmet hatte. Deshalb fing das Gespräch schon mal anders an als geplant und von da an ging es abwärts. Oeckler brauchte einen Moment, um zu kapieren, wer er war. Hülder, weißt du nicht mehr, wir, wir haben uns druckste herum, bis sie sich schließlich an ihn zu erinnern schien. Ach, du bist das, Hülder konnte an ihrer Stimme hören, dass er bei ihr nicht sonderlich hoch im Kurs stand. Ich hab dir meine Nummer gegeben, aber du hast dich nie gemeldet, fügte er schuldbewusst hinzu. Oeckler schwieg einen Moment und sagte dann kühl, du hast mir eine falsche Nummer gegeben. Was? Hülder schloss die Augen, so wie die Frauen in den Videos, allerdings eher aus Frust, denn aus Lust. Warum hatte er nur solches Pech? Er gab Frauen wirklich nur selten eine falsche Nummer. Das war nicht mit Absicht, ich muss total betrunken gewesen sein. Du bist noch Auto gefahren. Wieder diese erdrückende Stille. Hülder wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er hatte sich und massierte seine Stirn. Das Schicksal zwang ihn dazu, sich mit sich selbst und seinem früheren Verhalten auseinanderzusetzen. Und diese plötzliche Einsicht war nicht gerade angenehm. Als Oeckler wieder das Wort ergriff, klang sie schon freundlicher. Ach, sei's drum, jetzt hast du dich ja gemeldet, besser spät als nie. Ja, ähm, stimmt, stimmt, ähm, es ist allerdings beruflich. Da Oeckler nichts entgegnete, fuhr Hölder hastig fort. Du hast doch bestimmt von diesem Mord im Gaukarollen gehört. Also, ich arbeite an dem Fall und müsste dich was fragen. Wie bitte? Ihr Tonfall war so unterkühlt, dass Hölder fast das Ohr abfrohr. Das Opfer heißt Helki Frithriksson. Der Name sagt dir vielleicht auf Anhieb nichts, aber du müsstest ihn kennen. Er war Investor und ich habe Grund zu der Annahme, dass eure Wege sich vor einem Jahr gekreuzt haben. Ja, das habe ich mitgekriegt. Oeckler verstummte, offensichtlich fest entschlossen, es Hölder möglichst schwer zu machen. Er konnte es ihr nicht verübeln. Verstehe, verstehe. Darf ich fragen, ob ihr länger zusammen wart? Nein. War es nur die eine Nacht? Das geht dich nichts an. Die Zigarette war kurz davor, zwischen seinen Fingern zu verglühen. Oecklers Antworten waren so knapp, dass er gar keine Zeit hatte, daran zu ziehen. Zwei Nächte oder länger? Spielt das eine Rolle? Du glaubst doch wohl nicht, dass ich ihn umgebracht habe? Nein, natürlich nicht, und du hast recht, es spielt keine Rolle, wie oft du ihn getroffen hast. Aber ich würde gerne wissen, wohin ihr überlegte fieberhaft, wie er seine Frage formulieren konnte, ohne das Wort Bett zu erwähnen. Ich meine jetzt nicht ein Restaurant, eine Kneipe, ein Kino oder so, eher eine Wohnung oder ein Haus, an das du dich vielleicht erinnerst. Was soll der Scheiß? Es klingt vielleicht merkwürdig, aber wir suchen eine Wohnung, die Helki möglicherweise benutzt hat. Ich glaube, dass du dort warst und uns helfen kannst. Wie zum Teufel kommst du darauf, weil ich mal den Fehler gemacht habe, mit dir nach Hause zu gehen? Hülder zögerte. Oeckler hatte ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren, aber er musste behutsam vorgehen. Niemand würde gern hören, dass er die Hauptrolle in einem Sexfilm spielte, der als Beweismittel in einer Mordermittlung fungierte. Nein, nein, das hat damit nichts zu tun, wirklich nicht. Also wir sind im Besitz einiger Filmdateien von Helki, die allem Anschein nach in einem Schlafzimmer aufgenommen wurden. Er machte eine Pause und hoffte, dass sie etwas sagen würde. Da sie schwieg, fügte er hinzu, wir vermuten, dass die Frauen in diesen Aufnahmen nicht wussten, dass sie gefilmt wurden. Aufnahmen? Oecklers Stimme klang trocken, als hätte sie die Wüste Sinai ohne Wasser durchquert. Ja, Aufnahmen. Du verstehst bestimmt, was ich meine. Da sie nicht reagierte, fasste Hilda das als Zustimmung auf. Ich möchte betonen, dass uns die Brisanz der Sache vollkommen bewusst ist. Die Videos werden nur von ausgewählten Personen gesichtet. Sie wirkte alles andere als beruhigt. Du hast das also nur zufällig gesehen? Nein, nicht zufällig. Ich bin derjenige, der das Material sichtet. Du bist nicht die einzige Betroffene. Es gibt noch mehr Filme. Ich habe dich nur zufällig erkannt. Am anderen Ende der Leitung blieb es still und Hilda zog an seiner Zigarette, die schon fast bis zum Filter heruntergebrannt war. Ich nehme an, du wusstest nichts davon. wie kommst du darauf, dass ich freiwillig bei sowas mitmachen würde? Hilda verkniff es sich, sie darauf hinzuweisen, dass er sie trotz ihrer intimen Begegnung kaum kannte. Ich musste dich das fragen. Wie kann der Mann sowas tun? Was denkt er sich dabei? dachte er ist tot. Gott sei Dank, das hat er verdient. Was hat er mit dem Video gemacht? Hat er es veröffentlicht? fragte Hübler in Panik. Ist es im Internet? Nein, nein, unseres Wissens nicht. Wir gehen davon aus, dass er diese Filme nur für private Zwecke gedreht hat. Ich bestehe darauf, dass du das sofort löschst. Was denkt ihr euch eigentlich? Habt ihr nichts Wichtigeres zu tun? Die Antwort lautete nein, aber das wollte er ihr nicht unter die Nase reiben. Helkis Leben wirkte oberflächlich gesehen glatt und perfekt, wenn da nicht diese widerwärtigen Aufnahmen wären. Weißt du noch, wo sich diese Wohnung befand, in der das gefilmt wurde? Oeckler legte wortlos auf. Als Hülder es noch einmal probierte, ging sie nicht mehr ran. Ertler warf einen Blick auf die Uhr an der Wand und drehte sich dann wieder zu ihrem Computer. Das war schon das zweite Mal, seit Hülder bei ihr hereingeschneit war. Vermutlich wartete sie auf eine Nachricht über die Abreise des chinesischen Außenministers. Hülder wollte ihr von Oeckler berichten und ihre Erlaubnis einholen, persönlich mit ihr zu sprechen, wie abschränkend der Gedanke auch war. Stör mich jetzt nicht, ich muss mich konzentrieren. Sie stöhnte demonstrativ und fügte dann erklärend hinzu, ich hatte gerade einen Anruf von oben, ich soll eine Pressekonferenz geben, so ein Mist, das packe ich nicht, so völlig unvorbereitet. Deshalb lagen Ertlers Nerven also blank. Die Ermittlungen kamen kaum voran und da die Presse jetzt auch noch Wind von der Sache bekommen hatte, machte die Polizeidirektion noch mehr Druck, was selbstverständlich kontraproduktiv war. Sie hatten einfach nicht die Ressourcen, um alles gleichzeitig zu machen, Zeugen zu vernehmen, die angesammelten Beweise zu analysieren, Helkis komplizierte Finanzen zu entwirren, das Schicksal von Sikis Eltern zu verfolgen, den Rettungsdienst für eine umfangreiche Suche nach ihnen zu briefen und die diversen Computer zu checken, die sie beschlagnahmt hatten. Das Einzige, was sie abhaken konnten, war die Durchsuchung des Abfalls und die Sichtung der Bänder der Überwachungskameras aus der Innenstadt. Guthlöge war rechtzeitig vor der Lagerbesprechung damit fertig geworden, die nun allerdings wegen der Pressekonferenz zum wiederholten Mal verschoben wurde. Guthlöge hatte Hakeys Weg den Löger Wölgersch hinauf zurückverfolgt, wo dieser mehrmals aufgedonnerte junge Frauen angesprochen hatte, alle mit langen blonden Haaren, schlank und langbeinig. Es war offensichtlich, dass er versuchte, sie anzumachen. Wäre es ihm gelungen, eine von ihnen ins Bett zu kriegen, wäre sie garantiert in einem Video auf seinem Computer gelandet. Doch sie lehnten alle ab, was ihr Glück war und Hakey am Ende in den Tod trieb. Anstatt mit einer Blondine zu schlafen, wurde er zum Opfer eines sadistischen Killers. Auf den Überwachungskameras konnte man sehen, dass Hakey fast ausschließlich Frauen ansprach. Einmal redete er mit einem Mann, der eine Zigarette in der Hand hielt und ihn offenbar nach Feuer fragte, was er nicht hatte. Wenn der Raucher so betrunken gewesen war, wie es in der Aufnahme aussah, konnte er kaum der Täter sein, aber möglicherweise simulierte er auch. Um ihn von jeglichem Verdacht freisprechen zu können, sollte nach dem Mann gefahndet werden. Hülder sagte kein Wort, als er bemerkte, dass der Film, in dem Göthlöge hinter Helki ins Bild schwankte, deutlich kürzer war als die anderen Ausschnitte, die er zusammengestellt hatte. Es gab zwei längere Sequenzen. In der einen bog Helki vom Leugerwörgörch in den Vistatigörch, in der anderen erschien er in der Skula-Garter und ging in Richtung Keksbar, jetzt mit einer Bierflasche in der Hand. Da es auf dem Vitas-Tiger euch keine Kamera gab, wusste man nicht, wie er an die Bierflasche gekommen war. Er brauchte für diesen Weg, der normalerweise höchstens fünf Minuten dauerte, ungefähr eine Viertelstunde. Es waren keine Restaurants oder Kneipen in der Nähe, wo Helki das Bier gekauft haben könnte. In einer anderen Aufnahme war er kurz beim Überqueren der Querschfest-Garter zu sehen, schien die Flasche da aber noch nicht in der Hand zu haben. Er musste sie auf dem kurzen Stück zwischen der Querschfest-Garter und der Skula-Garter bekommen haben. Logischerweise musste er dort jemanden getroffen haben, der ihm die Flasche gegeben hatte. Ob es sich dabei um den Täter oder jemand anderen handelte, war noch unklar, aber eins war sicher. Der Betreffende konnte nicht zu Fuß gegangen sein, zumindest tauchte in den Aufnahmen beidseits dieser Stelle niemand mehr auf, nachdem Helki in die Skula-Garter eingebogen war. Aber es erschien ein Auto. Es machte einen New Turn, folgte Helki in einigem Abstand und hielt neben ihm, als er vor dem Eingang der Bar stand und sein Bier austrank. Helki beugte sich zu dem geöffneten Fenster auf der Beifahrerseite hinunter, sagte etwas zu dem Fahrer und stieg ein. Danach fuhr der Wagen weg. Dieses Auto wurde von mehreren Überwachungskameras aufgenommen, als es statt auswärts nach Alftanes fuhr. Es bestand kein Zweifel. Das war das Fahrzeug, das Helki zum Tatort brachte und bei dem Mann am Steuer handelte es sich fast hundertprozentig um den Mörder. Leider war sein Gesicht in keiner der Aufnahmen zu sehen. Das Auto war ein grauer oder silberner Landcruiser. Gothlöge und Erdler stritten sich über die Farbe und Hülder war zwiegespalten. Frustrierenderweise war das Autokennzeichen nie im Bild, weshalb sie den Eigentümer noch nicht ausfindig machen konnten. Eine Liste sämtlicher Fahrzeuge dieser Marke hatten sie angefordert, aber das konnten mehrere hundert sein. Man ging jetzt davon aus, dass das Rohhypnol in dem Bier gewesen war, dass er in den Wagen gestiegen war, vermutete man, dass er den Fahrer entweder gekannt hatte oder bereits so betrunken gewesen war, dass er unvorsichtig wurde. Betrunken neigten dazu, in jedem einen Freund zu sehen. Die Kollegen checkten gerade die Überwachungsaufnahmen aus der Tatnacht in der Nähe von Sikis und Higis Wohnungen auf den Landcruiser und den Jahres. Die Kreditfirma hatte bestätigt, dass sich der unmittelbar in den betreffenden Straßen gab es keine Sicherheitskameras und man konnte über verschiedene Zugänge in die jeweiligen Stadtviertel hineinfahren, von denen die wenigsten überwacht wurden. Hülder war überrascht, dass vor dem Eingang von Higis Haus und auf dem Parkplatz keine Kamera installiert war. Er hatte den Techniker der Sicherheitsfirma dazu befragen wollen, aber der hatte immer noch nicht zurückgerufen. Hülder nahm sich vor, den Hausmeister danach zu fragen, wenn er wegen der Schlüssel bei ihm vorbeischaute. Doch bevor er irgendetwas anderes machte, musste er mit Hülder sprechen. Er öffnete den Mund, um Erdner um Erlaubnis zu fragen, aber sie schnitt ihm schon wieder das Wort ab. Falls du keine guten Tipps für die Pressekonferenz hast, dann halt die Klappe! Sie hob den Blick vom Bildschirm noch genervter als vorher. Die chinesische Delegation befand sich offenbar noch auf isländischem Boden. Als hätten wir nicht schon genug zu tun. Das ist eine total schwachsinnige Zeitverschwendung. Wann hat die Öffentlichkeit jemals zur Auflösung eines Verbrechens beigetragen? Hülder zuckte die Achseln, ohne sie darauf aufmerksam zu machen, dass Hinweise aus der Bevölkerung durchaus schon hilfreich gewesen waren. Das wusste sie genauso gut wie er. Sie war einfach nur total gestresst. Diesmal verstand er sie sogar, weil sie in ihrem Job nie gelernt hatten, wie man vor einem Haufen Journalisten den Stand der Ermittlungen zusammenfasste und mit kritischen Fragen umging. Man sollte sie lieber mal zu einer PR-Fortbildung schicken, anstatt immer wieder zu denselben Workshops zur Festigung Hilda war zu einsilbig und Erdler immer kurz davor ungehalten zu werden. Das kam in den Abendnachrichten im Fernsehen gar nicht gut rüber. Wenigstens würde Erdler gut aussehen. Sie trug wie üblich bei solchen Anlässen ihre Uniform, die ihr gut stand und ihre durchtrainierte Figur betonte. Ausnahmsweise hatte sie Lippenstift aufgetragen und wirkte dadurch geradezu sanft auf Leute, die sie anderen Frau angeklebt. Trotz dieses merkwürdigen Eindrucks musste er zugeben, dass das Ergebnis nicht unattraktiv war. Doch das durfte er noch nicht einmal denken. Die intime Begegnung mit Erdler hatte ihm unbeschreiblichen Ärger eingebracht, den er nicht noch einmal erleben wollte. Ganz davon abgesehen, dass er jetzt endlich wieder Chancen bei Freya hatte, womit es ganz schnell vorbei wäre, wenn er sich wieder auf Erdler haben, dass die beiden überhaupt noch etwas mit ihm zu tun haben wollten. Du machst das schon, Erdler. Das geht superschnell vorbei. Das stimmte nicht ganz. Da oben auf dem Podium kam einem jede Minute vor wie eine Stunde. Du rockst den Laden. Erdler wirkte nicht überzeugt. Am liebsten würde ich Lina vorschicken. Sie grinste. Die würde sämtliche Fragensteller mit ihrem trockenen Wissen einschläfern. Das würde sie garantiert hinkriegen. Hülder beobachtete Lina durch die Glaswand. Sie starrte konzentriert auf ihren Bildschirm und machte sich Notizen. Sie ist fleißig, Erdler, und sie wird eine gute Polizistin. Vergiss nicht, wie jung sie noch ist. Erdler blickte finster drein, was ihn an den Schmollmund von Freyas kleiner Nichte erinnerte. Hoffentlich würde die Grinsen jedenfalls nicht mehr aus dem Gesicht kriegen, sobald er neben Freya saß. Erdler fixierte ihn. Ich brauche jemanden, der hinter mir steht. Diese Pressekonferenzen sind doch immer so aufgebaut. Hülder wusste, was jetzt kommen würde und unternahm einen schwachen Versuch, das Unumgängliche abzuwenden. Solche Konventionen muss man doch nicht immer einhalten. Ich habe nie verstanden, was das soll. Kein Aber, du kommst mit, du hast ja schon deine Uniform an. Hülder hatte sich umgezogen, um den Müllgeruch loszuwerden und nur die Auswahl zwischen der Uniform und seinen Sportklamotten gehabt, die er nach der Arbeit im Fitnessstudio anziehen wollte. Erdler knöpfte ihr Jackett zu. Und sagt Lina und Götzlöge auch Bescheid. Die Pressekonferenz war größtenteils wie erwartet gelaufen. Erdler hatte sich zwar nicht unbedingt bei der Presse beliebt gemacht, es aber immerhin geschafft, ihr Temperament im Zaum zu halten. Und ihre Bitte um Mithilfe hatte eine Flut von Anrufen und E-Mails aus der Bevölkerung ausgelöst. Lina, die zum Telefondienst abkommandiert worden war, marschierte freudestrahlend rüber zu Hülder und winkte mit einem zusammengerollten Blatt Papier, als wäre sie ein römischer Kurier mit einer kaiserlichen Anordnung zu Gelagen und Ringspielen. Endlich! Sie blieb neben seinem Schreibtisch stehen, breitgrinsend und legte das Blatt auf seinen Tisch. Der Zigarettentyp hat angerufen. Ähm, der Typ, der Helki nach Feuer gefragt hat? Genau! Da Lina sich so über diesen kleinen Erfolg freute, musste sie eine Menge absurde Telefonate entgegengenommen haben. Er hat sich selbst auf dem Standfoto erkannt und sich wieder erinnert, mehr oder ziemlich betrunken, aber er hat angerufen und das ist ja schon mal was. Super! Hülder fiel es schwer, ihren Enthusiasmus zu teilen. Echt super! Erdler wird sich freuen! Er nahm das Blatt und las den Namen und die Telefonnummer des Mannes. In Verbindung mit den Ermittlungen war er jedenfalls bisher noch nicht aufgetaucht. Gab es viele sinnlose Anrufe? Allerdings! Linas Gesicht verdunkelte sich. Manche verstanden und ein paar waren richtig gemein. Inwiefern gemein? Einer ist über Helki hergezogen, ein anderer sogar über Sikis Eltern, der war allerdings besoffen. Was hatte er denn gegen ihn? Er meinte, Helki hätte die Isländer bestohlen und der andere hat Sikis Eltern als Asoziale und Sozialschmarotzer bezeichnet. Ja, es gibt immer ein paar Schwachköpfe, entgegnete Hülder. Lina war. Keine Anrufe zu dem Landcruiser? Nein, kein einziger. Und zu dem Jahres? Zwei. Aber bei denen stellte sich heraus, dass die Autos, die sie meinten, gar nicht weiß waren. Pure Zeitverschwendung. Hülder wunderte sich, dass nicht mehr Anrufe zu einem so gängigen Auto wie dem Jahres eingegangen waren. Über die Pressekonferenz wurde online überall berichtet. Es war die meist gefahndet wurde. Solltest du Erdler nicht über den Zigarettenmann informieren? sagte Hülder und gab Lina das Blatt zurück. Ihr Lächeln verschwand. Doch, ich wollte es dir nur zuerst sagen. Sie errötete leicht. Hülder seufzte innerlich und hoffte, dass Lina die Info nur jemandem mitteilen wollte, der ihr wohlgesonnen war. Das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte, war, dass sie sich in ihn verknallte, wobei das gar nicht so abwegig wäre, weil er der Einzige im Team war, der sie respektvoll behandelte. Aber nach dem Fiasko mit Erdler hatte er sich weitere Techtel Mächtel mit Kolleginnen strengstens untersagt. Ich wusste gar nicht, dass du so schön malen kannst, Hülder. Der Spruch kam von Joel, Hülders Lieblingsfeind, der gerade reingekommen war, noch seinen Anorak trug und Kälte verströmte. Er zeigte auf das Bild des kleinen Siki, das immer noch an der Wand neben Hülders Schreibtisch hing. Joel war Teil des Sicherheitstrupps gewesen, der die chinesische Delegation begleitet hatte, aber der Außenminister war noch während ihrer Pressekonferenz sicher in sein Flugzeug verfrachtet worden. Jetzt war er zurück, sehr unerfreulich. Im Lauf der Jahre hatten Hülder und er sich nicht nur beschimpft und gestritten, sondern sogar geprügelt. Oder hat die Kleine das gemalt? Joel hatte Lina noch nie bei ihrem Namen genannt, sondern immer nur als kleine Duda oder Bullenbraut bezeichnet. Verzieh dich! Sei doch nicht gleich beleidigt, das Bild ist wunderschön, entgegnete Joel mit einem hämischen Grinsen. Halt Maul und verschwinde! Hülder stützte sich auf die Stuhllehnen und machte Anstalten aufzustehen. Hey, ganz ruhig! Schon klar, dass du mich gern schnell zurück an meinem Schreibtisch hättest. Jetzt kommt die Ermittlung endlich in Schwung. Ihr zwei könnt ruhig nach Hause gehen. Joel war nicht nur das größte Arschloch auf der Wache, sondern auch der faulste Kollege. Diese Prahlerei war einfach nur lächerlich. Doch Hülder ließ ihm das letzte Wort. Wegen Lina. Er wollte sie diesem Mist nicht länger aussetzen. Als Joel selbst zufrieden von Dannen zog, verdrehte Hülder die Augen. Danke, ich kann den Kerl nicht ausstehen, sagte Lina, legte den Kopf schief und lächelte. Hülder lächelte zurück. Sie war nicht nur klug und fleißig, sie war auch eine Jungs geweigert. Sie wollten sich auf keinen Fall noch mal in dieser Touristenfalle treffen. Und Jon hatte schnell einen anderen Ort finden müssen. Ihm war nichts besseres eingefallen als das Fitnessstudio und er hätte keine schlechtere Wahl treffen können. Es war brechend voll, selbst im Dampfbad. Überall verausgabten sich Leute in grellbunten Sportklamotten ihre privaten Soundtracks im Ohr. Sie stemmten Gewichte, zogen, stießen und pressten Geräte oder dehnten mit hochroten Köpfen ihre Muskeln. Vor den Laufbändern, auf denen man die Weihnachtskalorien abarbeitete, bildeten sich Warteschlangen. Andere posierten vor der Spiegelwand am Ende des Saals und suchten ihre Körper mit verkrampften Gesichtern nach mangelhaften Stellen ab. Es gab keinen Platz für vier Männer, die in Ruhe miteinander reden wollten. hielten sich leise. Kaum einer beachtete sie, ein paar runzelten die Stirn, einen abfälligen Kommentar auf den Lippen, aber keiner machte den Mund auf. In Umkleidekabinen neigten die Leute dazu, die Klappe zu halten. Wir sollten die Seite löschen! John griff nach seinem Handy in der Tasche seines dünnen Kapuzenpullis. Handys waren in der Umkleide nicht gern gesehen. Der Pulli an. Nur Günni trug Anzug und Mantel. Im Nachhinein betrachtet, hätten sie das Umziehen auch lassen können. Sie waren schon auffällig genug, wie sie flüsternd in der Ecke der Umkleide die Köpfe zusammen steckten. Warum haben wir das nicht gleich gemacht? fügte John hinzu. Die Seite löschen? blaffte Günni zurück, als hätte John zur Lösung ihres Problems einen Massenselbstmord vorgeschlagen. Ich hab keine Kopien. Und ihr? Pjartni und Tommy schüttelten die Köpfe, allerdings unterschiedlich überzeugend. John war sich ziemlich sicher, dass Tommy log. Wenn ihr Kopien habt, dann solltet ihr sie löschen, am besten sogar den Computer entsorgen, auf dem sie gespeichert sind. Was soll der Scheiß? Günni stieß Pjartni unterstützungsheischend an. Man muss es ja nicht gleich übertreiben. Die Bullen wissen nichts. Wenn sie was wüssten, hätten sie uns längst alle einbestellt. Aber sie scheinen sich nur für dich zu interessieren, John. Helki und du wart ja auch beste Freunde. Kein Wunder, dass sie mit dir reden wollen. Mann, hab doch mal Eier in der Hose. John atmete tief ein. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Sie sind uns auf der Spur. Auch wenn sie noch nicht alles wissen, heißt das nicht, dass sie es nicht rauskriegen. Er verkniff es sich hinzuzufügen, dass er nicht allein dafür gerade stehen wollte. Gönny hat nicht ganz Unrecht. Pjartni schaute John nicht an, als er sich in die Diskussion einmischte, musterte nur ausgiebig seine Schnürsenkel und bückte sich, um sie neu zuzubinden. Bei der Pressekonferenz haben sie kein Wort darüber gesagt. Ich habe alle Meldungen gelesen. Die scheinen nichts zu wissen. Oh Mann, die sagen doch bei Pressekonferenzen nie alles. Ihr seid echt naiv. John hatte die Schnauze voll, ihnen unentwegt klarzumachen, wie ernst die Sache war. Sie hatten schließlich nicht auf der Polizeiwache gesessen, so wie er, und konnten das leicht abtun. Wir müssen die Seite löschen, wiederholte er, bevor sie sie finden. Sie werden sie nicht finden. Wie soll das denn gehen? Sie ist hundertprozentig unauffindbar und zugangsgesichert. Gunny verstummte, als ein Mann mit einem Handtuch um die Hüfte hereinkam und zu einem der Schränke ging. Er warf den vier Männern einen misstrauischen Blick zu, fand sich dann aber damit ab, dass sie dort saßen, während er sich anzog. Sie drehten sich diskret zur Seite und begannen einen Smalltalk über Fußball, der ziemlich zusammenhanglos wirkte. Als der Mann endlich seine Schranktür zuknallte und ging, nahmen sie den Faden wieder auf. John ergriff als erster das Wort. Seid ihr nicht mal auf die Idee gekommen, dass die Bullen Hakeys Computer haben? Keiner sagte etwas. Die haben eine IT-Abteilung. Ist doch klar. Was glaubt ihr, wie lange sie brauchen, um die Seite zu finden? Gunny stöhnte gereizt. Ach, woher sollen wir das wissen? Wir sind keine Computerspezialisten. Die Seite ist doch bombensicher, oder? Selbst wenn sie Hakeys Computer haben. Er legte die Hände auf die Oberschenkel, als wollte er aufstehen. Wenn er ging, würden alle gehen. Jungs! John bemühte sich, weder genervt noch gestresst zu klingen, was ihm gründlich misslang. Wir müssen uns damit abfinden, die Seite zu löschen. Es hat Spaß gemacht, ja, aber für mich persönlich hat der Reiz inzwischen echt nachgelassen. Ist es das Risiko wert? Jetzt, wo die Polizei auf den Trichter gekommen ist? Seine Begeisterung für die Seite hatte schon vor Längerem nachgelassen, aber das hätte er normalerweise nie zugegeben. Im Grunde hatte sich seit ihrer Kindheit nichts geändert. Das könnt ihr doch nicht ernsthaft glauben! Tommy schüttelte den Kopf, merkte aber dann, dass Gunny und Bjartney möglicherweise anderer Meinung waren und hörte sofort auf. Bjartney schaute zu Gunny in Erwartung, dass er den Kurs vorgab, was er wie immer tat. Es war wirklich ärgerlich, dass John ihn nicht auf seine Seite ziehen konnte, denn dann wären die anderen sofort gefolgt. »Lasst uns noch ein bisschen warten«, sagte Gunny. »Wir können die Seite jederzeit löschen, wenn diese Ermittlungen wirklich was damit zu tun haben. Dann einfach BAM! Alles weg!« Das Handy in seiner Hand klingelte und er checkte das Display. »Oh, fuck!« »Die Arbeit!« »Ich hab denen gesagt«, ach! »Sie würden nie erfahren, was Gunny sich ausgedacht hatte, um zu diesem Meeting zu kommen, falls man es Meeting nennen konnte.« Während er telefonierte, hielten die anderen den Mund. Nach dem Telefonat schlug Gunny plötzlich einen anderen Ton an. »Lösch die Seite!« Er schob das Handy wieder in die Tasche seines Kurzmantels. »Die Polizei hat bei mir auf der Arbeit angerufen und mit meiner Assistentin gesprochen. Dürfen die das eigentlich?« Er blickte fragend in die Runde, und da keiner darauf antworten konnte, fügte er hinzu. »Die wollen mit mir reden!« Yon überspielte seine Erleichterung. Jetzt war er nicht mehr der Einzige, der ins Visier der Polizei geraten war. Da Gunny nun auch in der Schusslinie stand, sah er die Sache plötzlich ganz anders. »Was? Was, wenn der Mord was mit der Seite zu tun hat und die Polizei sie knackt? Dann suchen sie auch nach der Wohnung, oder?« fragte er angespannt. So weit hatte Yon noch gar nicht gedacht. »Ja, ja, bestimmt. Sie haben gefragt, ob Häki noch irgendwelche Immobilien besitzt.« »Echt? Wissen Sie was von der Wohnung?« Gunny tippte nervös mit dem Fuß auf den Boden. Er sah in seinem Börsenoutfit mit Socken ziemlich lächerlich aus. »Nein, ich glaube nicht, aber Sie scheinen einen Verdacht zu haben.« Tommys Augen weiteten sich, und er sah aus wie früher, als sie noch kleine Jungs waren. »Sollten wir Sie nicht lieber putzen? Fingerabdrücke wegwischen und so?« Die Frage war an Yon gerichtet. Er hatte die Diskussion angeleiert, also schien er für das Problem verantwortlich zu sein. »Ich weiß nicht, wir sind nicht polizeilich registriert. Sie haben keine Fingerabdrücke von uns. Ich glaube, um die zu nehmen, brauchen Sie einen richterlichen Beschluss.« »Oder?« Keiner wusste es genau. Biatny googelte kurz auf seinem Handy und las die gesetzliche Regelung zur Abnahme von Fingerabdrücken vor, was ihre Sorge nicht verringerte. Demnach durfte die Polizei Fingerabdrücke von Personen abnehmen, die sich an einem Tatort aufgehalten hatten, um diese als Verdächtiger ausschließen zu können. Wenn sie sich weigerten, durften die Fingerabdrücke nach einem richterlichen Beschluss gewaltsam abgenommen werden. Biatny fügte finster hinzu, dass die Bullen immer alle Beschlüsse durchkriegen würden. Keiner widersprach oder fragte ihn, wie er darauf käme. Selbst in Krisensituationen kam Biatny mit jedem Unsinn durch. »Lösch die Seite«, sagte Günni zu Yon. »Fingerabdrücke sind kein Thema mehr, wenn die Seite weg ist.« Anstatt zu protestieren und Günni zu sagen, dass er es selbst machen solle, ging Yon ins Internet. »Ähm, wie löscht man denn die Seite eigentlich? Wisst ihr das? Man muss doch nicht jeden Post einzeln löschen, oder?« Er blickte in ratlose Gesichter. Helki hatte die Seite damals eingerichtet und war der Einzige gewesen, der sich mit Computern auskannte. Yon suchte vergeblich in den Einstellungen. Dann versuchte er, einzelne Posts zu löschen, merkte aber schnell, dass er noch mehr Patiententermine verschieben müsste, wenn er sich auf diese Weise durcharbeiten wollte. Die Seite existierte seit gut zehn Jahren. Da müsste er sich den ganzen Tag krank melden. »Wenn man wirklich jeden Eintrag einzeln löschen muss, müssen wir uns das aufteilen. Das schaffe ich nicht alleine.« Keiner meldete sich freiwillig oder stimmte ihm zu. Aber das spielte keine Rolle, denn der Post weigerte sich zu verschwinden. Stattdessen ploppte ein kleines Fenster auf und verkündete, er sei nicht befugt, Inhalte zu löschen. Das könne nur der Administrator. »Was... was soll der Scheiß?« Die anderen probierten es auf ihren Geräten, bekamen aber dieselbe Meldung. Gönny dachte als erster daran, in die Userliste zu schauen und stöhnte auf. Sie hatten alle keinen Admin-Status mehr. Nur zwei User hatten ihn noch. Helki und jemand mit dem Benutzernamen Administrator. Gönny sprang auf. »Ich schlage vor, dass ihr die Wohnung putzt.« »Wir?« Wieder war es an Jon, das zu sagen, was Bjartni und Tommy ebenfalls dachten. »Warum nicht du?« »Weil die Bullen hinter mir her sind. Vielleicht observieren sie mich sogar. Wir wollen sie doch nicht zu der Wohnung führen, oder?« Jon hatte den Impuls, Gönny zu sagen, dass er seine Wichtigkeit bei den Ermittlungen hoffnungslos überschätzte. Aber es war besser, wenn er gestresst war als unbekümmert, so wie sonst immer. Deshalb sagte Jon nichts, und als Gönny gegangen war, zogen sich die anderen schweigend um und gingen dann jeder seines Weges, ohne zu vereinbaren, wer die Wohnung putzen sollte. Als Jon am Steuer saß, überlegte er, ob sie einen Putztrupp beauftragen sollten. Es musste doch möglich sein, in Bar zu bezahlen, sodass man sie nicht damit in Verbindung bringen könnte. Etwas zuversichtlicher beschloss er, den Vorschlag, Tommy und Bjartni zu unterbreiten. Doch als er auf sein Handy schaute, verlor er jeglichen Mut. Im Chat war eine neue Nachricht. Zuerst wollte er sie einfach ignorieren, aber seine Neugier war stärker. »Na, Jungs, wer will als nächstes eine Mitfahrgelegenheit?« Dabei war ein Foto von Helki. Er lag auf der Rückbank eines Autos, die Augen geschlossen, der Mund offen, anscheinend schlafend. Er trug dieselbe Kleidung wie am Samstagabend und wie der Erhängte in dem Filmclip. Mit zitternden Händen kriegte Jon die Nachricht weg. Er ließ den Blick über den Parkplatz schweifen, konnte Bjartni, Tommy und ihre Autos aber nirgendwo sehen. Günni war natürlich längst weg. Anstatt jemanden anzurufen, legte Jon das Handy auf den Beifahrersitz und umkrallte das Lenkrad so fest, dass seine Knöchel weiß wurden. Das Timing der Nachricht war verblüffend. War das Zufall? Oder war der neue User gar kein Fremder? War er einer von ihnen? Hülder hatte vorher angerufen und Totti, der Hausmeister, hatte gesagt, Gthlöge und er könnten jederzeit vorbeikommen. Er habe schon Feierabend, wohne aber im Haus, deshalb könne er gern ihre Fragen beantworten und sie herumführen. Als er sie in das Gebäude ließ, hatte er Krümel am Kinn. Wahrscheinlich hatten sie ihn beim Abendessen gestört. Er lud sie in seine Wohnung ein, aber Hülder lehnte dankend ab. Sie wollten den Mann nicht länger als nötig belästigen und Gespräche zogen sich manchmal unnötig in die Länge, wenn man es sich bequem gemacht hatte. Totti pulte sich immer noch mit der Zunge Essen aus den Zahnzwischenräumen, als er ihnen das Schloss an seinem Büro im Keller zeigte. Sehen Sie selbst, hier ist niemand eingebrochen. Hülder untersuchte das Schloss und den Türrahmen. Wenn das Schloss geknackt worden war, musste ein Profi am Werk gewesen sein. Könnte es sein, dass Sie vergessen haben, abzuschließen? Der Hausmeister lachte kurz auf. Nee, auf gar keinen Fall. Als er merkte, dass die Polizisten noch nicht überzeugt waren, fügte er hinzu. Ich schließe immer die Tür hinter mir ab. Da drin sind die Schlüssel für Wohnungen, deren Einrichtung ein Vermögen gekostet hat, und die Schlüssel von sauteuren Autos. Glauben Sie mir, ich achte darauf, dass diese Tür immer abgeschlossen ist. Fragen Sie sich immer noch, wie der kleine Junge in Helkis Wohnung gekommen ist? Haben Sie das noch nicht rausgekriegt? Wir haben einen Hinweis erhalten, dass es vorletztes Wochenende in Helkis Wohnung sehr laut war. Da er zu diesem Zeitpunkt im Ausland war, dachten wir, jemand könnte sich Zugang zu der Wohnung verschafft haben. Natürlich nicht unbedingt mit einem gestohlenen Schlüssel. Helki könnte die Wohnung auch verliehen haben, falls unser Hinweis überhaupt stimmt. Da war niemand in der Wohnung, während er weg war. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Er hätte mir bestimmt Bescheid gesagt, wenn ein Freund oder Verwandter bei ihm übernachtet hätte. Hundertprozentig sicher bin ich mir natürlich nicht. Ähm, Sie haben keine fremden Personen oder Lärm bemerkt? Der Hausmeister schüttelte den Kopf. Nein, hab ich nicht. Machen Sie abends einen Kontrollgang? Nein, das gehört nicht zu meinem Job. Ich habe normale Arbeitszeiten und nach Feierabend hab ich frei. Das ist ein ruhiges Haus, es gibt keinen Grund, es zu bewachen, wie eine Bank oder so. Ab und zu kümmere ich mich außerhalb der Arbeitszeit um Notfälle, wenn ich zufällig zu Hause bin. So wie jetzt. Auf welcher Etage ist Ihre Wohnung? fragte Guthlöger. Im Erdgeschoss. Wieso? Helkis Wohnung befindet sich im elften Stock. Da könnte doch an dem Wochenende eine Party stattgefunden haben, von der Sie gar nichts mitgekriegt haben, oder? Der Hausmeister musste zugeben, dass das möglich war. Sie können gern die Nachbarn fragen, sagte er. Ich würde mich allerdings wundern, wenn die was anderes sagen als beim letzten Mal. Hülder dachte kurz über den Vorschlag nach. Beim letzten Mal hatten sie die Leute zu ihrem Nachbarn Helki befragt und ob jemand in der Mordnacht Lärm gehört hätte, waren aber nicht speziell auf das Wochenende davor eingegangen. Ich denke, dass, ähm, genau das sollten wir tun. In der Wohnung unter Helki war niemand zu Hause. Wahrscheinlich waren die Leute immer noch im Ausland. In der Wohnung neben dem Aufzug, in der das Ehepaar wohnte, kam auch niemand zur Tür. Aber die Frau, die mitbekommen hatte, wie Siki in Helkis Wohnung gefunden worden war, öffnete beim ersten Anklopfen. Als sie sah, wer vor der Tür stand, schlug sie sich die knochige Hand aufs Herz. Oh Gott! Guten Tag, wir sind von der Polizei. Ein überflüssiger Kommentar, da Hülder Uniform trug. Ich heiße Hülder. Sie haben mich am Sonntag schon hier gesehen. Das ist mein Kollege Götzlöger. Oh Gott! sagte die Frau noch einmal mit Panik im Gesicht. Sind Sie wegen des Mordes hier? Ist der Mörder im Haus? Hülder lächelte. Nein, nein, nein. Keine Sorge, wir sind nicht hier, um Sie zu warnen oder sowas. Etwas entspannter ließ die Frau ihre Hand sinken. Sie hätten mir schon am Sonntag sagen müssen, was los war. Ich habe es im Internet gelesen. Och, Zeugen sollten doch ausführlichere Informationen bekommen als die allgemeine Öffentlichkeit. Und ich war doch Zeugin, oder etwa nicht? Nein, nicht direkt. Sie haben nur gesehen, wie wir unsere Arbeit machen. Dadurch sind Sie nicht automatisch Zeugin. Hülders beruhigendes Lächeln stieß auf einen versteinerten Blick. Sie schlang die Arme um den Oberkörper und erschauerte. Wurde er in seiner Wohnung ermordet? Ich bin allein zu Hause. Mein Mann ist im Ausland. Sollte ich lieber woanders übernachten? Nein, nein. Wie in den Nachrichten berichtet, geschah der Mord in Alfterness. Sie brauchen keine Angst zu haben. Hülder verlor langsam die Geduld. Er war schon öfter Menschen begegnet, die das egozentrische Bedürfnis hatten, sich in eine Krisensituation oder in tragische Ereignisse einzumischen, als würde sich alles nur um sie drehen. Wir möchten Ihnen ein paar Fragen zum vorletzten Wochenende stellen. Waren Sie da zu Hause? Ja, war ich. Ich lag mit Grippe im Bett. Hülder hätte wetten können, dass es sich bei der Grippe um einen leichten Husten gehandelt hatte. Sie hätten also gehört, wenn es am Samstagabend in Helkis Wohnung laut gewesen wäre? Ja, wenn es sehr laut gewesen wäre, schon. Aber ich habe nichts gehört. Ich dachte, er war im Ausland. Ich bin ihm am Freitag im Flur mit einem Koffer begegnet. Ihres Wissens war also niemand in seiner Wohnung? Nein, nein, aber jetzt verunsichern Sie mich doch wieder. Was ist denn los? Wirklich nichts, das sie beunruhigen sollte. Hülder setzte wieder sein künstliches Lächeln auf. Wir überprüfen nur ein paar Dinge im Zuge der Ermittlungen. Aber das war es auch schon. Vielen Dank für Ihre Hilfe. So leicht wollte die Frau sie nicht gehen lassen. Aber... Hülder wartete und als sie nichts sagte, insistierte er. Ist Ihnen noch was eingefallen? Nein, nein, nichts Aktuelles. Helki war ein vorbildlicher Nachbar. Aber was weiß man schon über Menschen, die man nur ab und zu mal im Vorbeigehen trifft? Als er einzog, war ich schon ein bisschen besorgt. Ach ja? Warf Gottlöge ein. Warum denn? Ach, kurz nach Helkis Einzug kreuzte so ein Verrückter hier auf und hämmerte gegen Helkis Tür. Ich dachte schon, er würde sie einschlagen. Ich habe nur an den Flur gespäht, um zu sehen, was da los war. Was wollte er denn? Keine Ahnung. Ich habe sofort den Hausmeister angerufen. Der kam dann und hat den Kerl rausgeschmissen. Helki war gar nicht zu Hause. Er war im Ausland, wie üblich. Ich dachte mir, dass der Mann vielleicht zu den vorherigen Bewohnern wollte. Die waren nämlich nicht so seriös. Später hat mir der Hausmeister dann erzählt, der Mann hätte sich in der Adresse geirrt. Als die Frau nichts mehr hinzuzufügen hatte, konnten sie sich endlich loseisen und wieder runtergehen zur Wohnung des Hausmeisters. Er hatte inzwischen fertig gegessen und den Fernseher eingeschaltet, wie man aus dem Wohnzimmer hören konnte. Nachdem sie es erneut abgelehnt hatten, reinzukommen, fragte Hülder ihn ohne Umschweife nach dem Vorfall, den Helkis Nachbarin ihnen geschildert hatte. Das war der erste Hinweis darauf, dass Helki in irgendeine Art von Ärger verwickelt war, wie vage es auch sein mochte. Ach so, ja, der Irre. Den habe ich rausgeschmissen. Er hatte auf mehrere Klingeln gedrückt und war ins Haus gekommen, weil ihm, tja, weil ihm irgendwer aufgemacht hatte. Nach dieser Sache wurden die Bewohner angehalten, vorsichtiger zu sein und nicht sofort jedem die Tür aufzudrücken. Seitdem ist sowas nicht mehr vorgekommen. Hülder interessierte sich nicht für die Hausordnung und fiel Totti ins Wort. Wissen Sie, was der Mann von Helki wollte? Nichts, glaube ich. Der war einfach durchgeknallt. Mit dem konnte man gar nicht reden. Er faselte was von wegen, er würde Helki eine reinhauen. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wusste er das selbst nicht so genau. Er schäumte vor Wut und konnte sich gar nicht mehr richtig artikulieren. Ich habe ihn zum Aufzug gezerrt und rausgeschafft. Irgendwann hat er klein beigegeben, weil ich ihm vorgelogen habe, ich hätte die Polizei gerufen. Wenn er das nicht geglaubt hätte, wäre ich nicht mit ihm fertig geworden. Haben Sie Helki auf diesen Vorfall angesprochen? Ja, direkt als er von seiner Reise zurückkam. Helki war neu im Haus und ich war, ehrlich gesagt, ein bisschen besorgt, wer da wohl eingezogen war. Solche Zwischenfälle kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ich dachte erst, der Kerl wäre ein Geldeintreiber oder so, aber das war natürlich Quatsch. So eine Wohnung kauft man ja nicht komplett mit Eigenkapital, wenn man seinen Dealer nicht bezahlen kann. Außerdem war ich mir sicher, dass Helki keine Drogen nimmt. Als ich ihm von dem Zwischenfall erzählt habe, war er richtig geschockt. Ich bin ein ziemlich guter Menschenkenner und weiß, dass das nicht gespielt war. Er hatte keinen blassen Schimmer, wer der Mann war. Am Ende waren wir beide der Meinung, dass er sich in der Adresse geirrt haben musste. Und da er nicht nochmal aufgetaucht ist, lagen wir damit wohl richtig. Hülder fischte ein paar zusammengefaltete Kopien aus der Jackentasche. Das ist der Mann, der den Jungen in die Wohnung gebracht hat. Er reichte dem Hausmeister einen Ausdruck des besten Standfotos, das sie von den Überwachungsaufnahmen ergattert hatten. Man konnte nicht viel erkennen, denn von den Augen abwärts war das Gesicht des Mannes von dem Tuch verhüllt und seine Stirn wurde halb von der Kapuze und dem Käppi, das er darunter trug, verdeckt. Ist er das? Der Mann auf dem Bild müsste zwischen 1,80 und 1,85 sein. Der Hausmeister musterte das Foto und gab es dann zurück. Hm, ziemlich unscharf. Das könnte jeder sein. Aber die Größe könnte stimmen. Er war ungefähr so groß wie ich, aber wesentlich stämmiger, viel kräftiger als der Mann auf dem Bild. Fällt Ihnen bei dem Foto sonst noch etwas ein? Kennen Sie den Mann von woanders? Nein, nein, tut mir leid. So wie der angezogen ist, wohnt er sicher nicht hier im Haus. Hülder nahm den Ausdruck und gab ihm das nächste Foto. War es vielleicht der hier? Der Hausmeister betrachtete das Foto und hob dann verblüfft den Kopf. Ja, verdammt! Wer ist das? Anstatt zu antworten, warf Hülder Götzlöge einen Blick zu und hob vielsagend die Augenbrauen. Endlich! Sie bedankten sich und baten Totti, am nächsten Morgen auf die Wache zu kommen und eine offizielle Aussage zu machen. Bevor sie sich verabschiedeten, fragte Hülder ihn noch nach Kameras auf dem angrenzenden Parkplatz. Der Hausmeister erklärte, immer noch ziemlich verwirrt, man habe dort keine Kameras installieren wollen, weil alle ihre Autos ins Parkhaus stellen würden. Mit anderen Worten, man wollte nichts für die Bewachung fremder Autos berappen. Dann entschuldigte er sich kleinlaut dafür, dass er den Vorfall mit dem Verrückten nicht erwähnt hatte. Er habe den Ruf des Ermordeten nicht schädigen wollen mit Dingen, die gar nichts mit ihm zu tun hätten. Hülder und Götzlöge machten keine Anstalten, das Gewissen des Mannes zu beruhigen. Tatsache war, dass sie die Verbindung zwischen Helki und Markerch, Sikis Vater, viel früher entdeckt hätten, wenn der Hausmeister ihnen die Geschichte nicht verschwiegen hätte. Jetzt mussten sie nur noch herausfinden, was Markerch dazu gebracht hatte, Helki an den Kragen zu wollen. Endlich kam der Fall ins Rollen. Hülder sank auf seinen Stuhl und ließ den Blick über die Hinterköpfe seiner Kollegen schweifen, die von Erdler über die neuesten Entwicklungen informiert wurden. Die Entscheidung, sich im Besprechungsraum ganz nach hinten zu setzen, war eine Angewohnheit aus der Schulzeit, um nicht an die Tafel gerufen zu werden. Diese Gefahr bestand hier allerdings nicht. Erdler würde keinen von ihnen nach vorne zitieren, ihm ein Stück Kreide in die Hand drücken und ihm befehlen, eine Matheaufgabe zu lösen oder ein Gedicht aufzusagen. Nach dem Stand der Dinge zeigte sie die zusammengeschnittenen Überwachungsfilme vom Leuger-Wergerch und Hülder fiel auf, dass Götzlöge wie ein Verurteilter auf seinem Stuhl zusammensackte und sich erst wieder entspannte, als der Beamer ins Standby schaltete. Hülder war klar, dass jeder Anwesende so reagiert hätte. Keiner wollte von seinen Arbeitskollegen beim Knutschen erwischt werden, ob mit einer Person des eigenen oder des anderen Geschlechts. Aber warum konnte er Götzlöge nicht einfach darauf ansprechen? Erdler hatte den gestrigen Durchbruch bei den Ermittlungen noch nicht erwähnt und Hülder dachte schon, sie würde es nicht tun, was ihn wunderte. Die Verbindung zwischen Zikis Vater und dem Ermordeten war ein wichtiger Punkt, auch wenn die Details noch im Dunkeln lagen. Möchte noch jemand etwas hinzufügen? Erdler blickte fragend in die Runde. Hülder hatte das Gefühl, dass sie ihn ziemlich lange anschaute, aber wahrscheinlich plagte ihn nur sein schlechtes Gewissen. Das wäre die perfekte Gelegenheit, um zu sagen, dass er eine der Frauen aus den Sexfilmen erkannt hatte. Aber er hielt den Mund und entschuldigte sein Verhalten im Stillen damit, dass er Hüglers Vertrauen respektierte. Er wollte Erdler lieber unter vier Augen davon berichten, aber seine bisherigen Versuche diesbezüglich waren fehlgeschlagen. Gestern Abend hatte Erdler nur über die Aussage des Hausmeisters sprechen wollen, und als Hülder am Morgen zur Arbeit gekommen war, hatte sie nicht an ihrem Schreibtisch gesessen, sondern zusammen mit diesem Arschloch von Joel einen von Heikis Freunden vernommen, Günner Bergson. Da sie Hülder nicht gebeten hatte, dabei zu sein, erfuhr er, genau wie alle anderen, erst bei der Lagebesprechung, was dabei herausgekommen war. Nicht viel, wie es schien. Laut Erdler hatte der Mann dieselbe Geschichte erzählt wie Yon. Sein Bericht über die Ereignisse des schicksalhaften Abends stimmte im Großen und Ganzen mit dem seines Freundes überein, außer dass er offenbar betrunkener gewesen war, denn seine Aussage war lückenhafter. Er kannte das Bett aus den Filmen nicht und wusste nicht, ob Heikis neben seiner Wohnung und dem Sommerhaus weitere Immobilien in Island besaß. Er kannte weder Siki noch dessen Eltern. Erdler berichtete, Günner habe sich bei der Vernehmung bemüht, cool zu wirken, sei aber sehr nervös gewesen. Joel stimmte ihr zu und hatte dem nicht viel hinzuzufügen. Das war typisch für ihn. Er war immer derselben Meinung wie sein Vorredner, sofern dieser höher gestellt war als er. Er stützte auch Erdlers Theorie, dass Günner wahrscheinlich vorher gewusst hatte, was sie ihn fragen würden, obwohl er behauptete, nicht mit Yon gesprochen zu haben. Erdler ergänzte, dass die beiden anderen Freunde, mit denen Helki in der Mordnacht zusammen gewesen war, vorerst nicht auf die Wache bestellt, sondern telefonisch befragt werden sollten. Dann fasste sie weitere Zeugenaussagen zusammen, beispielsweise die von Sikis Onkel, der dieselben Vermutungen geäußert hatte wie andere Personen, die das Ehepaar kannten, dass Merkerch ein Mistkerl sei, der Sigolö seelische und körperliche Gewalt angetan hätte. Auf das Verschwinden oder den möglichen Aufenthaltsort des Ehepaars konnte er jedoch auch kein Licht werfen. Er hatte Helki nicht gekannt und meinte, seine Schwester und sein Schwager würden ihn auch nicht kennen. Die Verbindung zwischen ihnen war also nach wie vor schleierhaft, obwohl sie nach der Aussage des Hausmeisters eindeutig vorhanden war. Als Erdler ihre Zusammenfassung fortsetzte, verkündete sie genau das. Hülder grinste anerkennend. Vor dem Meeting hatte er noch überlegt, wie Erdler die miese Stimmung im Team verbessern wollte. Das Zwischenmenschliche war normalerweise nicht gerade ihr Ding. Sie war eher eine Chefin, die ihr Team zusammenstauchte als anspornte. Aber sie zeigte sich doch umsichtiger, als er erwartet hatte. Am Ende des Meetings einen kleinen Fortschritt zu präsentieren, war ein brillanter Schachzug. Hülder sah, wie die Kollegen sich auf ihren Stühlen strafften, als Erdler von Markerchs Besuch bei Helki berichtete. Endlich etwas Interessantes. Erdler endete mit der Ansage, Markerch Artnason, Sikis Vater, sei nun der Hauptverdächtige. Als Erdler zum zweiten Mal die Diskussion eröffnete, schnellten zahlreiche Hände nach oben. Am eifrigsten winkte Lina mit ihrer porzellanweißen Hand. Erdler ignorierte sie, was Lina jedoch nicht persönlich nahm, da sie alle anderen auch ignorierte. Ihr wollt bestimmt wissen, ob sich diese Einschätzung nur auf das stützt, was ich gerade berichtet habe. Die Antwort lautet, nein, es gibt noch mehr. Jetzt straffte sich Hülder ebenfalls und lauschte gespannt. Erdler machte eine Kunstpause, doch selbst Lina hielt sich mit Kommentaren zurück. Nun, Markerch hat unter anderem nach der Wirkung von Rohhypnol gegoogelt. Keiner sagte ein Wort. Und Erdler sprach weiter. Es sieht also ganz so aus, dass Markerch unser Täter ist. Aber warum hat er Helki getötet? Und welche Verbindung haben die beiden? Hat Markerch durch Helkis finanzielle Machenschaften Geld verloren? Hat Helki seine Frau angebaggert? Das würde seine brutale Tat erklären, zumal er vermutlich psychisch angeschlagen war. Lina hob die Hand und Erdler war gezwungen, ihr zuzunicken. Was ist mit Sigolös, Computer? Was zeigt Ihr Suchverlauf? Erdler schien die Frage erst an sich abprallen lassen zu wollen. Aber da der Rest des Teams interessiert wirkte, antwortete sie, ihr Suchverlauf weist keine Verbindung zu Helki auf oder zu Rohhypnol. Sie hat nach Lasagne-Rezepten, Embryo-Entwicklung, Schwangerschaft, Strickanleitungen für Kinderhandschuhe und so weiter und so weiter gegoogelt. Das einzig Interessante ist, dass sie an dem Tag, nachdem sie mit der Kopfverletzung in der Notaufnahme war, die Nummer vom Frauenhaus rausgesucht hat. Wissen wir, ob sie da angerufen hat? fragte Guthlöger und Hülder hatte ihn im Verdacht, mit Lina konkurrieren zu wollen. Er wollte nicht, dass sie ihm den Rang ablief und sei es nur bei den Redeanteilen bei einer Teambesprechung. Nein, hat sie nicht, weder an dem Tag noch später. Lina zeigte wieder auf und sagte, ohne auf ein Nicken von Erdler zu warten. Ich finde es aber schon seltsam, dass eine Frau, die den ganzen Tag zu Hause festsitzt, sich nicht mit einer breiteren Palette von Themen beschäftigt. Kann es sein, dass bei dem Suchverlauf was fehlt? Wieder war Erdler gezwungen, auf diese durchaus berechtigte Frage zu antworten. Hülder wäre das gar nicht aufgefallen, aber Lina hatte recht. Vergiss nicht, mit wem die Frau zusammenlebte, entgegnete Erdler. Sie hatte wahrscheinlich Angst, dass ihr Mann sie kontrollieren würde. Möglicherweise hat sie sich auf Themen beschränkt, die sie für sicher hielt, die ihn nicht aufregen würden. Hülder hob die Hand und Erdler wirkte verdutzt, weil er sich normalerweise bei diesen Meetings nicht groß äußerte. Gehen wir davon aus, dass Markerch seinen Sohn in Häckis Wohnung gebracht hat? Von der Größe her würde das ja passen. Ja, vorerst jedenfalls. Hülder war noch nicht fertig, auch wenn Erdler das Meeting offensichtlich beenden wollte. Ist es nicht unrealistisch, dass Siki seinen eigenen Vater nicht erkennt, nur weil der ein Tuch vor dem Gesicht und eine Kapuze auf hat? Erdler sah plötzlich erschöpft aus. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sein Vater ihm eingeschärft, nichts zu erzählen. Vielleicht hat der Junge sich täuschen lassen. Es gibt noch viele Details, die wir klären müssen. Zum Beispiel, wo Markerch den Landcruiser her hat und wo der sich jetzt befindet. Aber wenn ich alles aufzählen soll, was wir noch machen müssen, sitzen wir den ganzen Tag hier. Erdler schaltete demonstrativ den Beamer aus. Ein untrügliches Zeichen, dass das Meeting beendet war. Also, an die Arbeit! Wer nichts zu tun hat, kommt in mein Büro. Wir müssen uns ins Zeug legen, wenn wir das Ehepaar finden wollen. Tot oder lebendig. Nach dem Meeting latschte Hülder wieder einmal vergeblich in Erdlers Büro. Es standen bereits drei Kollegen vor ihrem Schreibtisch, die auf die Zuteilung neuer Aufgaben warteten. Darunter auch Joel. Vor diesem Idioten würde er Erdler garantiert nicht von Ueckler erzählen. Er kehrte zu seinem Schreibtisch zurück und überlegte, was er machen sollte. Auch wenn die Ermittlung jetzt einen neuen Fokus hatte, durfte er ihr eine so wichtige Information nicht vorenthalten. Der letzte Ausweg war, ihr eine Mail zu schicken. Da sie fast nie über E-Mail miteinander kommunizierten, selbst wenn ihr Verhältnis richtig beschissen war, entschuldigte er sich als erstes damit, dass sie immer so beschäftigt sei. Sie würde sich bestimmt wundern, aber es stimmte ja wirklich. Nach dieser eher holprigen Einleitung kam er zum Thema. Er glaube, eine der Frauen aus den Filmen zu kennen. Das entsprach natürlich nicht ganz der Wahrheit. Er wusste haargenau, wer die Frau war. Nachdem er die Mail abgeschickt hatte, hatte er einen schalen Geschmack im Mund. Wie kommst du voran? Hülder spähte über seinem Bildschirm rüber zu Gothlöger. Gar nicht. Ausnahmsweise wirkte der junge Mann froh über die Unterbrechung. Ich gehe gerade eine Liste mit Geschäften durch, die Nagelpistolen verkaufen, um rauszufinden, ob Markerch kürzlich eine gekauft hat. Fragst du die auch nach seiner Frau? Hülder konnte sich durchaus vorstellen, dass der Typ seine Frau vorgeschickt hatte, damit man den Kauf nicht zu ihm zurückverfolgen konnte. Ja, aber die erkennt auch niemand, Gothlöger seufzte. Im Stadtgebiet habe ich bald alle Geschäfte durch, die Werkzeug verkaufen. Bleiben noch die Läden auf dem Land. Ja, und der Zoll, falls er das Teil im Ausland bestellt hat. Aber ich glaube, das bringt alles nichts. Wahrscheinlich hatte er das Teil schon jahrelang im Keller liegen. Hülder stand auf, um sich einen Kaffee zu holen. Da fiel ihm ein, dass es bei der Sitte wesentlich besseren Kaffee gab, und er beschloss, lieber dort vorbeizugehen. Als Vorwand schaute er bei dem Mann herein, mit dem er schon über den Fall gesprochen hatte, und fragte, ob es etwas Neues gäbe. Gute Frage. Der Mann griff zum Hörer und rief bei dem Kollegen an, der überprüfen sollte, ob Heikis Filme zufällig bei der Sitte aufgetaucht waren. Hülder fühlte sich ermutigt, als der Mann ihm in die Augen schaute und zufrieden nickte, als gäbe es gute Neuigkeiten. Er notierte sich etwas, verabschiedete sich und legte auf. Tja, das löst vielleicht nicht den Fall, aber immerhin. Was? Die Filme sind nicht aufgetaucht, noch nicht, aber einer der Kollegen, die diese Tauschbörsen überwachen, von denen ich dir erzählt habe, meint, die Filme kämen ihm bekannt vor. Er ist sich ziemlich sicher, sie schon mal gesehen zu haben. Nicht unbedingt mit denselben Frauen, aber mit demselben Raum und demselben Bett. Hülder wartete gespannt, dass er fortfuhr. Bis jetzt hat er das Material noch nicht gefunden, aber er sucht weiter auf den wichtigsten isländischen Tauschbörsen. Mal sehen, was dabei herauskommt. Glaubst du, das könnte heute noch was werden? fragte Hülder und ertappte sich dabei, dass er wie ein schwieriger Kunde klang, der meinte, eine Bestellung durch unmöglich zu beantwortende Fragen beschleunigen zu können. Keine Ahnung, er will sich erst näher dazu äußern, wenn er was Konkretes in der Hand hat. Bis dahin müssen wir uns gedulden. Aha, und wenn er was findet, kann er dann feststellen, wer es hochgeladen hat? Hülder war sich nicht sicher, ob das die Ermittlungen vorantreiben würde. Was hätten sie davon, wenn nur ein weiteres Sexvideo gefunden wurde? Du würdest zumindest den Namen der Frau in dem Film erfahren. Ich hatte dir ja gesagt, dass der Name fast ausnahmslos bei allem hochgeladenen Material dabei steht. Hülder lächelte dumpf. Einen Namen kannte er schon. Der Mann gab ihm einen Zettel, auf dem er etwas notiert hatte. Das sind die Webadressen der Seiten, auf denen der Kollege glaubt, den Film gesehen zu haben. Wenn du nichts Besseres zu tun hast, kannst du ja selbst mal gucken. Hülder nahm den Zettel, bedankte sich bei dem Mann und ging. Nachdem er sich eine Tasse Kaffee geholt hatte, ging er raus, lehnte sich an die Wand und zündete sich eine Zigarette an. Dann versuchte er noch einmal vergeblich, Ükler zu erreichen. Da sie nicht ans Telefon ging, schrieb er ihr eine SMS, in der er ihr erklärte, warum es so wichtig sei, dass sie ihnen half, die Adresse zu finden, wo das Video gedreht worden war. Das Leben einer schwangeren Frau stand auf dem Spiel. Danach rauchte er seine Zigarette zu Ende und wartete. Als er die Kippe ausgedrückt hatte und schon wieder auf dem Weg nach oben war, piepte sein Handy. Im Gegensatz zu seiner Nachricht war ihre SMS sehr kurz. Die Wohnung befand sich in einem großen Wohnblock in Suthierlith, im Stadtteil Vosvogörch. Sie wusste die Hausnummer nicht mehr. Das war besser als nichts. Hülder rannte den Rest der Treppe hinauf, zwei Stufen auf einmal nehmend. Tommy stellte die Sprühflasche mit dem Glasreiniger ab und schaute sich um. Aus dem Lappen, den er in der Hand hielt, tropfte es auf den Boden. Er bückte sich, um den nassen Fleck aufzuwischen, machte ihn aber nur noch größer. Seufzend hob er den Kopf. Was meinst du, sind wir fertig? Yon musterte die Wohnung kritisch. Er hatte keinen Überblick mehr, wo sie schon geputzt hatten und wo nicht. Manche Oberflächen hatten sie mehrmals abgewischt, andere nur einmal. Und vielleicht hatten sie dabei etwas übersehen. Sie waren nicht gerade das erfahrenste Putzteam des Landes. Zu allem Überfluss war die Wohnung auch noch furchtbar unordentlich gewesen. Leere Flaschen, schmutzige Gläser, überquellende Aschenbecher, eine halb aufgegessene Pizza, dreckige Handtücher. Trotz Hercys Hausregeln hatte der letzte Benutzer der Wohnung nicht klar Schiff gemacht. Den Zigarren im Aschenbecher nachzuurteilen, musste es Göni gewesen sein. Helki und er waren die einzigen Raucher. Helki war ein Ordnungsfanatiker gewesen, während es für Göni typisch war, die Wohnung so zu hinterlassen. Würden sie ihn darauf ansprechen, würde er sich damit rausreden, dass er fest vorgehabt hätte, später noch sauber zu machen. Er hatte immer eine Ausrede parat. Hast du das Waschbecken geputzt? fragte Yon. Entweder mussten sie alles noch einmal systematisch durchgehen oder einfach hoffen, dass sämtliche Spuren ihrer Anwesenheit beseitigt waren. Er hatte wirklich keine Zeit für sowas. Je früher er zu Hause war, desto weniger Fragen. Sigrun durfte auf keinen Fall dahinter kommen, dass er sich ihre Gummihandschuhe und Putzlappen ausgeliehen hatte. Der Glasreiniger, den er aus der Waschküche mitgenommen hatte, war jetzt leer. Er musste auf dem Nachhauseweg eine neue Flasche kaufen. Ich meine, ja. Tommy war schon genauso konfus wie Yon. Vielleicht waren sie ja high von den vielen Putzmitteln, die sie eingeatmet hatten. Es roch jedenfalls sehr chemisch. Doch, doch, hab ich. Und den Griff vom Kühlschrank auch. Tommy zog die Gummihandschuhe aus. Und den Kühlschrank von innen. Und den Backofen. Dabei hab ich den nie benutzt. Du? Nee, natürlich nicht. Ich war ja nicht zum Backen hier, genau wie ihr. Tommy stopfte die Gummihandschuhe in eine mitgebrachte Tüte. In seiner Sprühflasche war noch ein Rest Putzmittel, also hatte er wohl nicht so akribisch geputzt wie Yon. Oder weniger Putzmittel verbraucht. Yon musste zugeben, dass er es ziemlich verschwenderisch versprüht hatte. Bist du dir sicher, dass man mit Glasreiniger Fingerabdrücke wegkriegt? fragte Tommy besorgt. Oder könnten da noch Spuren zurückbleiben? So wie bei Blut. Damit kriegt man garantiert alles weg. Von wegen garantiert. Yon hatte nicht die geringste Ahnung. Als Tommy ihn gefragt hatte, was er mitbringen solle, war Glasreiniger das Einzige, was ihm eingefallen war. Er warf die leere Sprühflasche Richtung Mülltüte, verfehlte sie aber knapp. Ach, Günni, dieser Arsch. Wir wären längst fertig und wieder zu Hause, wenn der die Wohnung nicht so versaut hätte. Tommy murmelte etwas Unverständliches. Er war nicht der Typ, der schlecht über die anderen redete. oder eine eigene Meinung hatte. Er war nur ein Mitläufer. Da er direkt neben der Mülltüte stand, bückte er sich, hob die Sprühflasche auf und warf sie hinein. Dabei sagte er etwas, aber nicht über Günni. Ich, ich werde Silla erzählen. Was erzählen? fragte Yon mit ehrlicher Neugier. Na, na das hier. Alles eben. Tommy machte eine Handbewegung Richtung Schlafzimmer. Sie hatten die Tür zugemacht, nachdem sie den Raum ausgiebig geputzt hatten. Das Allerwichtigste war, sämtliche Fingerabdrücke im Schlafzimmer auszumerzen. Sie hatten sogar überlegt, den Bettkopf abzumontieren und ins Meer zu werfen, es dann aber bleiben lassen, sonst würde sie womöglich noch jemand dabei beobachten, wie sie das Teil rausschleppten. Es gab sehr viele Wohnungen im Haus und sie wollten auf keinen Fall Aufmerksamkeit erregen. Als Vorsichtsmaßnahme waren sie sogar mit über den Kopf gezogenen Kapuzen und gesenken Köpfen durch das Treppenhaus zu der Wohnung gehuscht. Yon starrte seinen Freund entgeistert an, als wäre er jetzt völlig durchgeknallt. Das musste tatsächlich von den Ausdünstungen der Putzmittel kommen. Spinnst du? Ich, ich denke schon länger darüber nach, Yon stöhnte innerlich. Wenn Tommy ausnahmsweise mal nachdachte, kam nie etwas Sinnvolles dabei heraus. Wahrscheinlich redete er deshalb immer allen nach dem Mund, besonders Gönny. Das, das kannst du nicht machen, bist du, bist du verrückt? Yon war so geschockt, dass er fast brüllte. Bisher hatten sie sich flüsternd unterhalten, damit die Nachbarn sie nicht bemerkten. Tommy wich dem wütenden Blick seines Freundes aus. Ich weiß, dass das scheiße klingt, aber es ist viel besser, wenn sie es von mir persönlich erfährt, anstatt von den Bullen. Das würde sie mir nie verzeihen. Ich, ich habe nur eine Chance, wenn ich reinen Tisch mache. Yon stieß ein kaltes, trockenes Lachen aus. Tch, träum weiter. Sie würde es dir nicht verzeihen, selbst wenn du ein Flugzeug mietest und sorry, in den Himmel schreibst. Außerdem darfst du das gar nicht. Das ist nicht deine Privatangelegenheit. Gekränkt erwiderte Tommy. Natürlich ist meine Beziehung zu Silla meine Privatangelegenheit. Sei doch nicht so bescheuert, Mann, zischte Yon mit gepresster Stimme. Silla würde sofort Sigrun anrufen. Du würdest nicht nur deine Ehe kaputt machen, sondern auch meine. Dazu hast du kein Recht. Yon atmete ein paar Mal tief durch, um wieder runterzukommen. Wir, wir haben hier alle Indizien beseitigt. Die Polizei kann uns überhaupt nichts nachweisen. Wenn du es Silla erzählst, wäre die ganze Arbeit für den Arsch gewesen. Da Tommy nicht überzeugt wirkte, versuchte Yon es weiter. Du musst nur ein paar Tage die Nerven behalten. Wir wissen beide, dass keiner von uns Helki umgebracht hat. Die Polizei wird den Täter bald finden und dann interessiert sich kein Schwein mehr für die Wohnung oder für uns. In ein paar Tagen ist dieser Mist vorbei. Und alles, alles ist wieder wie vorher. Was für ein Schwachsinn. Nichts würde sein wie vorher. Merkwürdigerweise empfand Yon eine gewisse Erleichterung darüber. Sie waren keine 20 mehr. Es war höchste Zeit, sich wie Erwachsene zu verhalten. Nur ein paar Tage, Tommy. Das bist du uns schuldig. Hm, Tommy fixierte ihn. Glaubst du, dass die schwangere Frau dieses Sigolö auch umgebracht wurde? Nein. Natürlich nicht. Garantiert nicht. Wahnsinn, wie überzeugend Yon klingen konnte, ohne auch nur den geringsten Beweis für seine Behauptung zu haben. Wenn es mit der Zahnmedizin mal nicht mehr so laufen würde, sollte er vielleicht PR machen. Doch ausnahmsweise kaufte Tommy ihm das nicht ab. Ach, hör doch auf. Wo soll sie denn sein? Sie wurde bestimmt umgebracht. Glaubst du, es war ihr Mann, der Typ, nach dem gefahndet wird? Ja, wer sonst? Yon zwang, sich souverän zu klingen. In Wirklichkeit wusste er nicht, was er glauben sollte. Keiner seiner Freunde hatte die Nachricht von Administrator mit dem Foto von Helki auf der Rückbank des unbekannten Autos erwähnt. Aber sie mussten sie gesehen haben, falls sie den Chat nicht aus Angst vor polizeilicher Überwachung mieden. Vielleicht warteten sie ja auch, dass ein anderer die Initiative ergriff. Das wäre nicht das erste Mal. Er wusste nicht mehr, wie viele Konzerte und Länderspiele sie schon verpasst hatten, nur weil keiner der Erste sein wollte, der etwas vorschlug, aus Angst verspottet zu werden. Und in der Zwischenzeit war alles ausverkauft. Echt bescheuert. Eins war jedenfalls klar. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass einer seiner Freunde hinter dem Benutzernamen Administrator steckte, dann garantiert nicht Tommy. Die haben bestimmt eine Ehekrise oder so. Der Mann hat sie und Helki getötet. Das ist die einzige vernünftige Erklärung, sagte Jon, um nicht nur seinem Freund, sondern auch sich selbst Mut zu machen. Aber warum Helki? Ich verstehe das einfach nicht. Jon verstand es auch nicht. Vielleicht hat er Helki mit ihr im Bett erwischt. Helki könnte sie in der Stadt aufgegabelt haben, nachdem er die Bar 101 verlassen hat. Aber ist sie nicht angeblich hochschwanger? Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Nein, nein, ich auch nicht. Jon holte tief Luft und suchte verzweifelt nach einer anderen Erklärung. Oder Helki hat zufällig gesehen, wie der Typ seine Frau umgebracht hat. Irgendwie sowas. Und du glaubst nicht, dass es mit, mit, du weißt schon, zu tun hat? Tommy konnte es nicht in Worte fassen. Das konnte keiner von ihnen. Sie hatten alle krampfhaft versucht, die Erinnerung daran auszulöschen. Nein, nein, auf keinen Fall, antwortete Jon mit unbewegter Miene, obwohl ihm das natürlich auch schon durch den Kopf gegangen war. Hör zu, du darfst es Silla nicht erzählen. Versprich mir das. Tommy seufzte schwer. Na gut, okay, ich warte noch ein paar Tage. Wenn die Bullen uns dann immer noch auf dem Kieker haben, überlege ich noch mal. Ich will Silla nicht verlieren. Jon verstand überhaupt nicht, warum. Silla war in seinen Augen eine langweilige, dreiste und arrogante Zicke, die sofort alles genüsslich Sigrun erzählen würde. Das wird nicht passieren. Jon schaute sich noch einmal in der Wohnung um. Sollen wir dann mal los? Sein Blick fiel auf die bodenlangen, zugezogenen Gardinen vor den Fenstern im Wohnzimmer. Shit, was ist eigentlich mit dem Balkon? Sollten wir die Stühle nicht auch abwischen? Ich habe ein paar Mal draußen gesessen. Oh, ich auch. Jon schaute auf die Uhr. Scheiße, Mann, komm, das geht ganz fix. Tommy holte den Glasreiniger wieder aus der Tüte und kämpfte damit, die Hände in die knallgelben Gummihandschuhe zu stecken. Jon beneidete ihn nicht. Die Dinger waren nach der Putzaktion bestimmt genauso feucht und eklig wie seine. Sollte Tommy sich doch um den Rest kümmern. Jon sah zu, wie Tommy die Gardinen aufzog, entnervend langsam. Sie waren schon viel zu lange in der Wohnung. Wahrscheinlich würde er sie nie wieder betreten, wenn sie hier weg wären. Abgelenkt von diesem Gedanken, traf ihn Tommys Schrei völlig unvorbereitet. So schrill hatte er seit der Pubertät nicht mehr geklungen. Jon erstarrte und konnte sich gerade noch beherrschen, nicht selbst loszukreischen. Jemand hatte einen der Stühle direkt vor die Balkontür geschoben und da draußen in der Dunkelheit saß ein Mann. Erdler war nicht in ihrem Büro. Der Kollege am nächsten Schreibtisch sagte Hülder, sie sei zu einer Besprechung mit den Big Bosses beordert worden und missmutig abgezogen. Hülder vermutete, dass ihre Stimmung sich nicht verbessern würde, wenn sie zurück wäre. Er hatte zwar wichtige Neuigkeiten, wollte aber nicht bei der Besprechung mit der Direktion hineinplatzen. Deshalb setzte er sich an seinen Schreibtisch und drehte den Bildschirm so, dass er Erdlers Büro aus dem Augenwinkel sehen konnte. Da er ohnehin nichts machen konnte, was großer Konzentration bedurfte, scrollte er weiter durch die Tauschbörse, wo er möglicherweise auf ähnliche Filme stoßen würde wie die, die sie auf Heikis Computer gefunden hatten. Seit dem Gespräch mit dem Kollegen von der Sitte hatte er zwischendurch, wenn er ein paar Minuten Zeit hatte, immer mal wieder Posts auf der Seite gecheckt. Sie hatten die Arbeit so aufgeteilt, dass Hülder sich von den Ältesten zu den neuesten Posts vorarbeitete, während sein Kollege umgekehrt vorging. Die Inhalte, die Hülder sich jetzt anschaute, waren vor vier Jahren hochgeladen worden. Jeder einzelne Post entpuppte sich als Wiederholung dessen, was er bereits gesehen hatte. Fotos von nackten oder halbnackten Teenies und jungen Frauen. Einige waren eindeutig Selfies, die nicht für ein größeres Publikum bestimmt waren. Die meisten waren zweifellos an Freunde geschickt worden, die das Vertrauen der Mädchen missbraucht hatten. Dann gab es noch Fotos von vollständig bekleideten Mädchen, die digital bearbeitet worden waren, sodass sie aussahen, als wären sie nackt. Hülder wusste nicht, ob er über die Ergebnisse lachen oder weinen sollte. Das Widerwärtigste unter all dem Schund waren die Fotos von bewusstlosen, zugedröhnten Mädchen mit hochgeschobenen Klamotten. Hülder scrollte schnell weiter. Hin und wieder stieß er auf Filme von Paaren beim Geschlechtsverkehr, aber das waren nur sehr wenige. Die perversen User der Plattform hatten bestimmt keine großen Chancen bei Frauen und kaum Gelegenheit, solche Videos zu drehen. Sie mussten sich mit diesen erbärmlichen Fotos und der Handcreme ihrer Mutter begnügen. Keiner der Filme, die er vorfand, war so wie die auf Heikis Computer. Erst nachdem Hülder sich durch die Posts mehrerer Monate gescrollt hatte, landete er den großen Treffer. Ein Beitrag, der vor dreieinhalb Jahren gepostet worden war. »Gethlöge, komm mal her und sieh dir das an!« Hülder stand auf, um den Blick seines Kollegen zu erhaschen, bevor dieser einen weiteren ehemaligen Arbeitgeber von Markerch anrufen würde, für den der Mann entsprechend seiner Kontoauszüge freiberuflich gearbeitet hatte. Nach allem, was Hülder von diesen Telefonaten mitgekriegt hatte, wollten die Leute in der Regel nicht zugeben, ihn angeheuert zu haben, da die Meisterarbeit schwarz gelaufen war, wie lächerlich das angesichts der Schwere des eigentlichen Verbrechens auch sein mochte. »Ich glaube, ich habe auf dieser isländischen Pornotauschbörse einen Film von Helki gefunden.« Gethlöge sprang nicht sofort von seinem Stuhl auf, was Hülder ihm nicht übel nahm, kam aber rüber, stellte sich neben Hülder und spähte auf den Bildschirm. »Ist das nicht der Bettkopf, nach dem wir suchen?« »Ja, den kenne ich inzwischen.« Hülder war der Einzige aus dem Team, der alle Filme von Helkis Computer gesehen hatte. Den anderen hatte man nur Standfotos gezeigt, auf denen die Gesichter der Frauen nicht zu identifizieren waren. Zwar hatten ein paar Kollegen, die auf der Wache gewesen waren, als die IT-Abteilung das Material entdeckt hatte, einen oder zwei Filme ganz gesehen, aber das gab niemand zu. Hülder drückte auf Play und sie sahen eine blonde Frau von hinten, die zum Bett ging, sich setzte und die Träger ihres Kleids von den Schultern streifte. Während sie sich auszog, konnte man ihr Gesicht schlecht erkennen, doch als ein vollständig bekleideter Mann mit dem Rücken zur Kamera auf der Bildfläche erschien, hob sie den Kopf und lächelte ihn an. Dabei konnten sie ihre Gesichtszüge deutlich sehen. »Die, die kommt mir irgendwie bekannt vor«, sagte Guthlöge. »Drück mal auf Pause.« Er beugte sich ganz nah zum Bildschirm und betrachtete die Frau nachdenklich. »Wie? Wie heißt sie?« »Soweit bin ich noch nicht. Der User, der das gepostet hat, hat keinen Namen dazu geschrieben, nur »Das glaubt ihr nie, Jungs« und dann irgendein Scheiß von wegen er wäre der Profi.« Sie starrten die Frau an, bis Guthlöge den Kopf schüttelte. Hülder hatte auch das Gefühl, die Frau zu kennen, nachdem er ihr regloses Gesicht konzentriert gemustert hatte. Er ließ den Film weiterlaufen und sie sahen den Mann von hinten, während er sich auszog, dann setzte er sich neben die Frau und begann sie zu streicheln. Es handelte sich eindeutig um Helgi. Einmal konnte man kurz sein Gesicht sehen und der weiße Fleck auf seinem Rücken war ein eindeutiges Zeichen. »Hat er das etwa selbst gepostet?« fragte Guthlöge. »Ich denke nicht. Die anderen Filme hat er ja auch nicht online gestellt, wobei dieser ein bisschen älter ist. Vielleicht hat er sie nur am Anfang geteilt und dann damit aufgehört. Möglicherweise gefielen ihm die Kommentare nicht. Es gibt nicht viele Videos auf der Seite, in denen der Mann zu sehen ist. Meistens ist die Kameraperspektive nur auf die Frau ausgerichtet. Handyaufnahmen mit Stellungen von hinten. Helkis Filme sind völlig anders. Ich habe das Gefühl, dass die meisten, die auf der Seite rumsurfen, fast noch Kinder sind. Nur ein paar Erwachsene dazwischen. Schwer zu glauben, dass Helki einer von denen war. Hülder drückte auf Pause und der ursprüngliche Post erschien, zusammen mit den Kommentaren. Ungewöhnlich viele User hatten sich berufen gefühlt, sich dazu zu äußern. Die ersten Kommentare offenbarten nichts über die Identität der Frau. Es waren ausschließlich Fragen. Wer ist das? Name? What the fuck? Und so weiter. »Kann man rausfinden, welcher User den Film hochgeladen hat?« fragte Guthlöge. »Nein. Obwohl die Seite im Deep Web ist, kann jeder, der die Webadresse kennt, deren Inhalte sehen, aber um etwas zu posten, braucht man einen Tor-Browser, der die Verbindung des Users verschlüsselt. Die Namen der User auf der Seite sagen einem auch nichts. Die bestehen nur aus Zahlen. Das ganze Ding basiert auf Anonymität.« Hülder klickte weitere Kommentare an, von denen die meisten den Thread-Ersteller belobhudelten. Dass er sich selbst als Profi bezeichnete, war im Vergleich dazu noch bescheiden. Bisher hatte Hülder noch kein so enthusiastisches Feedback auf der Seite gesehen, geschweige denn so viele Kommentare. Er bemerkte, dass die Usernamen größtenteils in numerischer Abfolge erschienen, was darauf hinwies, dass die meisten sich ungefähr zur selben Zeit auf der Seite registriert hatten. Dann sah er einen Eintrag weiter unten, in dem der Thread-Ersteller endlich den Namen der Frau preisgab. Sigolö Laura. Obwohl der Nachname fehlte, handelte es sich zweifellos um Sigolö Laura Laurostotir. Hülder tippte mit dem Finger auf den Bildschirm. Das, das ist Zickis Mutter. Kein Wunder, dass uns ihr Gesicht bekannt vorkam. Die Fotos, die Hülder auf ihrer Facebook-Seite gesehen hatte, waren irreführend. Darauf hatte sie kurze, dunkle Haare gehabt und war kaum geschminkt gewesen. Sie hatte ganz normal ausgesehen, sehr unscheinbar sogar. In dem Video hätte sie hingegen Kandidatin bei der Wahl zur Miss Island sein können, mit ihrer langen, blonden Mähne und ihrer Kriegsbemalung. Sie hatte ihren Look in den letzten dreieinhalb Jahren drastisch verändert, womöglich wegen Markerch. Gewalttätige Ehemänner neigten zu krankhafter Eifersucht und die arme Frau wollte wahrscheinlich auf andere Männer möglichst unattraktiv wirken. Das war ihr jedenfalls gut gelungen. Hülder lehnte sich zurück. Jetzt wissen wir also, warum Markerch es auf Helki abgesehen hatte. Weil sie mit ihm geschlafen hat? Weil sie ihn mit Helki betrogen hat. Das wurde vor dreieinhalb Jahren gepostet. Da waren sie schon verheiratet. Der Film könnte auch älter sein. Stimmt, aber Markerch dachte vielleicht, dass zwischen ihnen noch was läuft. Solche Typen wollen keine Argumente hören. Hülder hatte immer noch Erdlers Büro im Blick. Jetzt wusste er nicht nur, wo sich das Bett befand, sondern auch, wie die beiden Fälle miteinander verbunden waren. Das reichte eigentlich, um oben an die Tür des Besprechungsraums zu klopfen. Sie mussten nur noch diesen Mistkerl von Markerch finden. Und Siegolö. Erdlers Meeting war Zeitverschwendung und das Team musste Vollgas geben. Er schickte ihr eine SMS. Was ist los mit dir? E-Mails, SMS, was kommt als nächstes, ein Telegramm oder Rauchzeichen? Das sollte doch kein Problem für dich sein. Hülder wunderte sich nicht, dass Erdler sauer war nach ihrer Stippvisite in der Höhle des Löwen. Er hätte seinen Bildschirm gar nicht in Richtung ihres Büros drehen müssen, denn kurz nachdem er ihr die SMS geschickt hatte, kam sie schon zu seinem Schreibtisch gestürmt. Githlöger war zurück auf seinen Platz gehuscht, hatte nach dem Telefon gegriffen und die nächste Nummer auf seiner Liste gewählt. Niemand wollte in Erdlers Schusslinie geraten. Nur Hülder war das egal, er hatte sich ein ziemlich dickes Fell zugelegt. Gib's ruhig zu, ich hab dich aus dem Meeting gerettet, sagte er grinsend. Erdler grinste nicht zurück, protestierte aber auch nicht, deshalb hatte er vermutlich recht. Sie hatte seine Message als Vorwand benutzt, um sich aus dem Staub zu machen, aber er müsste wohl ewig warten, bis sie das zugeben würde. Was hältst du von einem Trip nach Suthir, Lief? fragte er. Wer weiß, was wir da finden. Erdler holte tief Luft und machte ein nachdenkliches Gesicht. Dann atmete sie aus und nickte. Okay, ihr Blick wanderte zu Githlöger, der versuchte, unsichtbar zu sein. Githlöger? Er war gezwungen, aufzuschauen. Äh, ja? Wie läuft's mit den Anrufen? Soweit ganz gut. Er nahm ein Notizblatt in die Hand. Markerchs alter Arbeitgeber, diese Elektrofirma, hat ihn vor sechs Monaten gefeuert. Seine Hitzköpfigkeit hat ihm wohl Ärger eingebracht. Er hat öfter Kunden angeschnauzt. Die Leute, die ihm danach Aufträge gegeben haben, erzählen unterschiedliche Geschichten. Manche sagen, er hätte seinen Job gut gemacht, andere fanden ihn mürrisch und patzig. Was sind das für Leute? Privatpersonen und kleine Firmen. Ein Kosmetiksalon, eine Bäckerei und zuletzt eine Autowerkstatt. Er hatte im Internet Kunden akquiriert und da Elektriker extrem gefragt sind, hatte er wohl genug zu tun. Wie weit bist du mit der Liste? Guthlöger schien plötzlich einen Kloß im Hals zu haben. Äh, ich bin fertig, das war gerade der letzte Anruf. Wenn ich nicht nochmal bei denen anrufen soll, die nicht zugeben wollten, dass sie ihn beauftragt haben. Erdler schüttelte den Kopf. Nein, ihr kommt beide mit. Beeilt euch! Ihr Blick fiel auf Sikis Bild an Hülders Wand. Und häng den Scheiß ab, das ist hier kein Kindergarten! Sie machte auf dem Absatz kehrt und marschierte zu ihrem Büro, um ihre Jacke zu holen. Hülder zog es vor, nichts zu entgegnen und ließ das Bild hängen. Das wäre wirklich zu viel Unterwürfigkeit. Stattdessen stand er auf und zog seinen Anorak an. Auf dem Weg nach draußen preschte Joel auf sie zu und fragte, wo sie hinwollten. Er war zwar ein mieser Polizist, kriegte aber immer sofort mit, wenn andere einen Fortschritt gemacht hatten. Als Erdler ihn anblaffte, er solle zurück an die Arbeit gehen und wie alle anderen auf das nächste Update warten, warf er Hülder einen hasserfüllten Blick zu. Hülder grinste nur hämisch und zwinkerte Joel zu, was diesen nicht unbedingt besänftigte. Im Nachhinein betrachtet, wäre es vernünftiger gewesen, ihn zu ignorieren, aber Hülder konnte es einfach nicht lassen, diesen Idioten zu provozieren. Das müsste die Wohnung sein, Erdler zeigte auf die einzige unbeschriftete Klingel im Vorraum. Bei allen anderen stehen Namen. Sie drückte auf die Klingel und sie warteten schweigend, aber nichts passierte. Was jetzt? Hülder brannte darauf, ins Treppenhaus und in die Wohnung zu kommen. Seit seiner Kindheit wusste er, dass irgendwer aufdrücken würde, wenn man auf alle Klingeln gleichzeitig drückte, aber diese Vorgehensweise würde Erdler wohl nicht befürworten. Wir warten! Sie spähte durch die Glasscheibe ins Treppenhaus, nahm dann ihr Handy und wählte wortlos eine Nummer. Hülder und Götzlöger hörten ungeduldig zu, wie sie mit jemandem beim Grundbuchamt telefonierte, um zu klären, ob die Wohnung Helki gehörte. Erdler war immer noch am Telefon, als eine Frau mittleren Alters mit zwei schweren Einkaufstüten hinter ihnen erschien. Sie wirkte überrascht, sie im Vorraum stehen zu sehen. Hülder lächelte ihr freundlich zu. Guten Tag, wir sind von der Polizei. Die Frau hob die Augenbrauen. Oh, ist was passiert? Nein, sieht nicht so aus, aber vielleicht können Sie uns helfen. Wir müssen mit dem Bewohner dieser Wohnung sprechen. Wissen Sie zufällig, wer das ist? Er zeigte auf die unbeschriftete Klingel. Ach so, verstehe. Die Frau entspannte sich ein wenig. Hat Aina sie angerufen? Äh, Aina? fragte Hülder. Er registrierte, dass Erdler anstalten machte, ihr Telefonat zu beenden. Wer ist Aina? Er wohnt in der Wohnung nebenan. Er ist ein bisschen kauzig, der Gute, und beklagt sich bei unseren Hausversammlungen immer über Lärm aus dieser Wohnung. Die Leute von gegenüber sagen, sie würden nur ab und zu was hören. sogar die Polizei rufen würde und dass sie wirklich kommen. Ihr erstaunender Blick wanderte zwischen Hülder, Guthlöge und Erdler hin und her. Und das auch noch zu dritt. Wir wurden nicht hergerufen. Hülder sah, Erdler sich wieder wegdrehte, um weiter zu telefonieren. Wissen Sie denn, wer in dieser Wohnung wohnt? Nein, ich wohne im Erdgeschoss und habe den Besitzer nie gesehen. Er kommt nie zu den Hausversammlungen und soweit ich weiß, ist er nur selten in Island. Aina meint, er würde die Wohnung über Airbnb vermieten, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das würde nämlich gegen die Hausordnung verstoßen. Aber das wäre ja wohl kein Fall für die Polizei, oder? Bevor die Frau sie weiter über ihre Aufgaben belehren konnte, bedankte sich Hülder und gab ihr klar zu verstehen, dass die Unterhaltung beendet sei. Sie quetschte sich an ihnen vorbei und verschwand durch die Glastür. Es war zwecklos, ihr ins Treppenhaus zu folgen, weil sie dann immer noch nicht in die Wohnung kommen würden. Also warteten Hülder und Götzlöge, bis Erdler ihr Telefonat beendete. Das ist garantiert die richtige Wohnung. Sie ist auf eine amerikanische Firma eingetragen, schon seit fast neun Jahren. Mein Gefühl sagt mir, dass diese Firma Hakey gehört oder dass er zumindest Anteile besitzt. Alles andere wäre ein zu großer Zufall. Sie schob das Handy wieder in ihre Tasche. Wie hieß dieser Typ? Aina? Hülder nickte und Erdler suchte die Schilder nach dem Namen ab sich vor und der Mann bat sie erwartungsvoll nach oben. Als der Türöffner surrte, eilten sie ins Treppenhaus und stiegen die Treppe hinauf in den dritten Stock. Der Zugang zu den Wohnungen befand sich an einem außenliegenden Gang und dort warteten sie bibbernd im eisigen Wind darauf, dass Aina ihnen die Tür aufmachte. Neben ihnen lag die Wohnung, die Helki gehören musste. Während sie warteten, presste Guthlöge das Ohr an die Tür. Als Aina ihnen aufmachte, trat er beiseite und meldete, in der Wohnung sei alles still, vermutlich sei niemand da. Sind Sie Aina? Der Mann war um die siebzig und wirkte ziemlich gebrechlich. Er hatte kaum noch Haare und die tiefen Falten in seinem Gesicht zeugten von einer notorischen Unzufriedenheit. Erdler kam sofort zum Thema, zumal der Wind, der durch den betonierten Gang fegte, extrem ungemütlich war. Die Wohnung neben ihnen gehört die zufällig einem Mann namens Helki Frithriksson? Das Gesicht des Mannes verfinsterte sich. Er umkrallte die Türklinke, als ein Windstoß drohte, sie ihm aus der Hand zu reißen, ward sie aber nicht herein. Kommt drauf an, wie man tot ist, ermordet, ermitteln sie in dem Fall? Erdler bejahte, haben sie ihm kürzlich einen Brief geschickt und sich über Lärm in dieser Wohnung beschwert? Ja, ja, ich hab ihm mehrmals geschrieben, der Mann ist fast nie hier und ich musste was unternehmen, dieser Krach ist unzumutbar. Könnten Sie die Störungen genauer beschreiben, fragte Erdler, der Mann schnaubte verächtlich. Tja, alles Mögliche, dröhnende Musik, lautes Gestöhne, ein Riesenkrach eben, ich glaube ja, die Wohnung wird für Partys vermietet, unter der Woche hört man nämlich nie was, dieses verdammte Airbnb zerstört nicht nur die Innenstadt. Haben Sie Häcki darauf angesprochen? Nein, nein, ich hab ihn ja noch nie gesehen, dieses Pack schleicht sich nachts raus, wenn alles wieder still ist und wenn ich anklopfe, wenn der Krach am lautesten ist, kommt keiner zur Tür. Man könnte meinen, er hätte den Leuten gesagt, sie sollen die Beschwerden der Nachbarn ignorieren. Hat sich sonst noch jemand beschwert? war Földer ein. Woher soll ich das wissen? Man sollte es annehmen. Das ist so laut, da bin ich bestimmt nicht der Einzige, der am Wochenende nicht schlafen kann. Jedes Wochenende? fragte Erdler. Nein, nein, nicht jedes, aber das ist trotzdem eine Unverschämtheit. Ich wäre hier nie eingezogen, wenn ich das vorher gewusst hätte. Ich wohne erst seit zwei Jahren hier und kann mir nicht vorstellen, dass es vorher besser war. Erdler zog ihren Anorak fest dazu. Woher wussten sie, dass die Wohnung Helki gehört hat? Ich habe mir einmal einen seiner Untermieter geschnappt, oder wie man die nennen soll. So ein Weichei, der hat es ausgespuckt, als ich ein bisschen Druck gemacht habe. Kennen Sie seinen Namen? Thomas, den Nachnamen weiß ich nicht mehr, aber ich habe ihn mir aufgeschrieben, falls sie den haben wollen. War das vor kurzem? Nein, nein, das muss ungefähr vor einem Jahr gewesen sein. Erst habe ich versucht, Helki schrieben, aber das hat ja auch nichts gebracht. Eben habe ich noch einen Schrei in der Wohnung gehört. Einen Schrei? Erdler wurde hellhörig. Was für einen Schrei? Na, einen normalen Schrei halt. Wie, wenn man sich erschreckt? Wie lange ist das her? Der Mann verzog das Gesicht, während er auf die Uhr schaute. Eine gute Stunde ungefähr. Könnte da jemand in Schwierigkeiten gewesen sein? Der Mann zuckte die Achseln, auch als Erdler wissen wollte, ob ein Mann oder eine Frau geschrien habe. Na gut, danke. Erdler drehte sich zu Hülder und Götzlöger, doch da sie die Tür hinter sich nicht zufallen hörte, wandte sie sich wieder an den Mann, bedankte sich noch einmal und bat ihn reinzugehen und die Tür zuzumachen. Sie hätten im Augenblick keine weiteren Fragen. Grummelnd gehorchte er und ging rein. Ruf den Schlüsseldienst! Erdler nickte Götzlöger zu, der sofort sein Handy zückte. Anschließend schickte sie ihn runter, um den Mann reinzulassen, während Hülder und sie vor Helkis Wohnungstür warteten. Auch wenn von drinnen nichts zu hören war, konnte jemand auf eine Gelegenheit lauern, unbeobachtet rauszuschleichen, und zwar am ehesten Markerch. Doch als der Schlüsseldienst ihnen die Tür öffnete, entpuppte sich diese Vermutung als falsch. In der Wohnung befanden sich zwei Männer, der Zahnarzt John und ein weiterer Mann, der sich mit zitternder Stimme als Thomas, ein Freund von Helki vorstellte. Die Männer standen unter Schock und waren offenbar bei etwas gestört worden, das sie überforderte. Sie trugen gelbe Gummihandschuhe und hantierten mit einer großen schwarzen Mülltüte herum. Als die Tür aufging, versuchten sie hektisch, die Tüte mit den Füßen unter das Sofa zu schieben. Doch erst als Hülder, Göthlöger und Erdler auf den Balkon schauten, wurde ihnen klar, wozu die Tüte dienen sollte. In einem Stuhl vor der Tür, an die Betontrennwand zwischen den Balkonen gelehnt, saß ein toter Mann mit einer Nagelpistole auf dem Schoß, Markerch Artnason, der Vater des kleinen Siggi. Helgis Freund Thomas, ein Betriebswirt bei der isländischen Notenbank, nahm von Erdler eine Papierserviette entgegen und schnäuzte sich. Er hatte bestimmt seit dem Banken Crash nicht mehr so viel geheult. Erdler und Hülder beobachteten mit unbewegten Minen, wie er sich die Nase und das tränennasse Gesicht abwischte. Langsam nervte sie das Gejammer des Mannes und Hülder hätte ihn am liebsten am Kragen gepackt und geschüttelt. Sein Schluchzen und Schniefen unterbrach den Redefluss, der bisher nur so aus ihm heraus gesprudelt war. Er hatte gestern schon ziemlich jämmerlich gewirkt und die Nacht in der Gefängniszelle hatte ihm als nächstes auf der Tagesordnung. Erdlers Entscheidung, die Männer einzubuchten und bis zum nächsten Morgen schmoren zu lassen, war goldrichtig gewesen. Zumindest was Thomas betraf. Aber es ging nicht nur darum, die Männer weich zu kochen. Der Leichenfund hatte Vorrang gehabt und die Untersuchung des Tatorts war erst kurz vor Mitternacht abgeschlossen gewesen. Es hatte keinen Sinn gemacht, die Verhafteten dann noch zu verhören, denn das Team war erschöpft und hatte noch kein klares Bild vom Ablauf der Ereignisse. Es gab immer noch keine Spur von der Mordwaffe und der Putzwahn der beiden Freunde, hatte es der Spusi nicht gerade leicht gemacht. Sie hatten noch nie einen Tatort gesehen, an dem so gut wie keine Fingerabdrücke mehr vorhanden waren. Hülder hatte sich die halbe Nacht im Bett herumgewälzt und vergeblich versucht, die neuesten Wendungen in dem Fall auseinander zu klamüsern. Nachdem der vorläufige Bericht über die Todesursache vorlag, mussten Hülder, Götzlöge und Erdler ihre Theorien noch einmal überdenken. Als sie Markkerch auf dem Balkon entdeckt hatten, waren sie der festen Überzeugung gewesen, dass er Helgi und wahrscheinlich auch seine Ehefrau umgebracht und sich anschließend selbst getötet hatte. Doch als sie um den Stuhl herumgegangen waren, hatte sich herausgestellt, dass es kein Selbstmord sein konnte und dass der Mann ohne Jacke da draußen auf dem Balkon auch nicht erfroren war. An seinem Hinterkopf klaffte eine große, hässliche Wunde, die er sich unmöglich selbst zugefügt haben konnte. Durch die blutverklebten Haare konnte Hülder Knochensplitte erkennen und etwas, das aussah wie ein Gehirn. Angewidert stolperte er zurück in die Wohnung. Die Obduktion war zwar noch nicht abgeschlossen, aber die Voruntersuchung der Leiche am Tatort ließ darauf schließen, dass Markkerch am Sonntag gestorben war. Eine genauere Zeitangabe lag noch nicht vor. Man ging immer noch davon aus, dass er Helkis Mörder war, unabhängig davon, wer ihn im Anschluss getötet hatte. Thomas' Rolle bei der ganzen Sache war noch ziemlich unklar. Er bestritt vehement, etwas mit Markkerchs Tod zu tun zu haben und behauptete, den Namen des Toten zum ersten Mal zu hören. Angeblich hatten Jon und er nicht die leiseste Ahnung gehabt, wer der Mann auf dem Stuhl war. Sie gaben vor, nichts über ihn zu wissen, bis auf das, was sie in den Nachrichten gehört hätten. Der Tote habe ganz anders ausgesehen, als auf dem Foto, das durch die Presse gegangen war. Trotz wiederholtem Nachfragen beharrte Thomas darauf, Sigur Le Laura und ihren Sohn Sigur Thö auch nicht zu kennen. Was den Mord an Helki anging, blieb er genauso hartnäckig. Er habe ihn nicht getötet. Warum sollte er einen seiner besten Freunde umbringen? Welches Motiv sollte er haben, Helki oder einem völlig Fremden den Tod zu wünschen? Laut Thomas waren Jon und er rein zufällig auf Markers Leiche gestoßen. Sie seien nur in die Wohnung gegangen, um sie gründlich zu putzen und sämtliche Hinweise, dass sie sich dort aufgehalten hatten, zu beseitigen. Am Ende hätten sie dann die Leiche auf dem Balkon entdeckt und wären durchgedreht. Als ihnen klar geworden sei, dass der Mann keines natürlichen Todes gestorben war, hätten sie Panik bekommen und die Wohnung noch einmal von oben bis unten putzen wollen. Sie seien kurz rausgegangen, um stärkere Putzmittel zu kaufen und hätten dann von vorne angefangen. Thomas gab zu, dass sie überlegt hätten, die Leiche verschwinden zu lassen, schwor aber, dass sie die Idee wieder verworfen hätten. Sie hätten gerade wieder losgelegt, als sie vor der Wohnung Stimmen gehört hätten und erstarrt wären. Flüsternd hätten sie besprochen, ob sie sich mit Laken vom Balkon abseilen oder auf den nächsten Balkon klettern sollten, aber dann sei plötzlich die Tür aufgegangen. Die Eigentumsverhältnisse der Wohnung klärten sich größtenteils, sofern Thomas die Wahrheit sagte. Sie gehörte Helki über eine Firma in Luxemburg. Vor acht Jahren war sie nach einer Insolvenz wieder in seinen Besitz gekommen. Zunächst hatte er sie vermietet, aber später, während seiner kurzen Aufenthalte in Island, selbst benutzt, bis er sie zu klein fand und sich eine größere Wohnung kaufte, die ihm mehr zusagte. Eigentlich wollte er sie verkaufen, doch da das steuerlich ungünstig gewesen wäre, behielt er sie. Er bemühte sich nie um neue Mieter und die Wohnung wurde zu einer Art Party-Location für ihn und seine Freunde. Jeder von ihnen hatte einen Schlüssel und konnte dort Partys schmeißen und die Sau rauslassen, ohne Gefahr zu laufen, Ärger mit den eigenen Nachbarn zu kriegen. Als Helki schließlich zurück nach Island ging und sich die Luxuswohnung in dem Hochhaus zulegte, war er so zufrieden mit dem Arrangement, dass er beschloss, die Party-Wohnung zu behalten. »Ich, ich muss meine Frau anrufen«, Thomas legte die Papierserviette auf den bereits vor ihm liegenden Haufen auf dem Tisch. »Bitte«, »nein«, Erdler schob ihm die Tastatur zu. »Jetzt konzentrieren Sie sich mal, zeigen Sie uns die Seite.« Thomas schaute sie mit flehenden Augen an. »Warum glaubt ihr mir nicht, das bringt euch nicht weiter. Ich glaube, es wäre sogar illegal, euch die zu zeigen. Die meisten Inhalte sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.« »Wir sind nicht die Öffentlichkeit. Wir sind die Polizei. Tippen Sie die Web- Adresse, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Jetzt!« Erdler verschränkte die Arme. Hilda vermutete, um zu verhindern, dass sie sich über den Tisch beugen und den Mann erwürgen würde. Er war selbst schon kurz davor. Sie brannten beide darauf, die Webseite zu sehen. Soweit sie es diesem Jammerlappen aus der Nase ziehen konnten, drehte sich alles um ein Chatforum, das seine Freunde und er seit zehn Jahren betrieben. Aber er weigerte sich zu erklären, was denn nun eigentlich so furchtbar geheim daran war. Jetzt würden sie es hoffentlich gleich selbst sehen. Hilda nahm an, dass es sich unter anderem um Helkis Sexfilme handelte, was die knallroten Wangen von Thomas und sein nervöses Gehabe erklären würde, wann immer sie auf das Thema zu sprechen kamen. Irgendwann hatte Erdler eine Pause gemacht und Hilda losgeschickt, um einen Beamer und einen Computer mit Tor-Browser zu besorgen. »Na los!« Hilda stand auf, um zuzusehen, wie Thomas die Webadresse eintippte. Als er zögerte, stieß er ihn an und konnte den Bewegungen seiner Finger dann kaum folgen, da sie regelrecht über die Tastatur flogen. Anschließend zeigte er ihm, was er mitgeschrieben hatte, woraufhin Thomas ein paar Buchstaben korrigierte. Dann saß er mit hängendem Kopf auf seinem Stuhl. Hilda schob die Tastatur zurück zu Erdler und drehte sich zur Wand, wo die Seite aufleuchtete. Die Benutzeroberfläche wirkte nicht sehr ansprechend. Die Farben und Schriften waren so lausig, dass einem Grafiker bei dem Anblick vermutlich übel würde. Dann musste der Inhalt wohl die Hauptattraktion sein. Hilda ging rüber zu Erdler, die willkürlich ein Fenster unten auf der Seite anklickte. Ein paar Posts von vor ungefähr einem Jahr ploppten auf, mit den dazugehörigen Kommentaren der Freunde. Drei drehten sich um Fußball, aber bei einem war ein Film angehängt, den Erdler anklickte. Der vertraute Bettkopf erschien, diesmal als Hintergrund für ein junges Mädchen, das anders aussah als die Frauen, die Hilda bereits in derselben Situation gesehen hatte. Sie hatte kurze, dunkle Haare, einen muskulösen Körper wie ein Crossfit-Star und wirkte kleiner als die blonden Sexbomben in den anderen Filmen. Und der Mann war auch nicht heggy. Er achtete weniger darauf, der Kamera auszuweichen, sodass sein Gesicht oft deutlich zu sehen war, als es zur Sache ging. Wer ist das? Wollte Hilda von Thomas wissen, der immer noch auf den Tisch starrte. »Antworten Sie! Gucken Sie mich an und sagen Sie mir, wie der Mann heißt!« Thomas gehorchte, mit flackernden Augen wie ein verschrecktes Kind. Mit heiserer Stimme flüsterte er den Namen. »Gönny, Günner Bergson, den müssten Sie erkennen, den, den haben Sie schon verhört.« Hilda war bei dem Verhör nicht dabei gewesen, erinnerte sich aber an die jüngere Ausgabe des Mannes aus den Fotoalben bei Helkis Eltern. Erdler schaute von der Wand zu Thomas und kommentierte trocken. »Da war er aber vollständig bekleidet und hatte keinen Orgasmusblick.« Sie öffnete ein anderes Fenster, fand einen Film und drückte auf Play. Diesmal war es Helki in einem der Filme, die Hilda schon kannte. Erdler drückte auf Stop und suchte weiter, bis sie einen weiteren Film mit Günny fand. Bei ihrem dritten Versuch erschien ein Video mit dem Zahnarzt, der zurzeit in der Zelle saß. Erdler ließ den Film laufen, stellte aber das Stöhnen leiser, das Blechern aus den Lautsprechern des Laptops drang. Dann fixierte sie Thomas. »Das müssen Sie mir erklären. Sie haben Filme miteinander geteilt, in denen Sie Sex haben?« Thomas räusperte sich. »So was, so was in der Art.« »Und wo finde ich einen Film mit Ihnen?« Der Mann sah aus, als würde er jeden Moment kollabieren. »Ich weiß nicht, von mir gibt's keinen. Was denn nun? Sind Sie dabei? Oder wissen Sie nicht mehr, in welchem Film?« »Ich möchte einen Anwalt.« »Klar, kein Problem.« Erdler grinste gehässig. »Gleich. Erst lass ich noch ein paar Filme laufen.« Sie legte die Finger auf die Tastatur. Mit lauter Stimme sagte Thomas. »Ich möchte einen Anwalt. Das dürfen Sie mir nicht verweigern, sonst beantworte ich gar nichts mehr.« »Wer sagt denn, dass wir Ihnen Fragen stellen möchten? Wir schauen uns nur ein paar Filme an.« Sie tauschte einen Blick mit Hülder. »Haben wir Popcorn hier?« Hülder grinste und sah zu, wie Erdler weitere Filme kurz anspielte, bis sie auf einen mit Thomas stieß. »Ach, was haben wir denn da?« Sie stellte den Ton wieder lauter und lehnte sich genüsslich zurück. »Ist das Ihre Frau? Sie müssen nicht antworten. Wir fragen Sie einfach noch mal, wenn Ihr Anwalt da ist. Der schaut sich das bestimmt auch gerne an.« An Hülder gerichtet sagte sie. »Was meinst du, sollen wir die IT-Abteilung hinzuziehen? Je mehr Leute das sehen, desto größer die Chance, dass jemand die Frau erkennt. Sie erinnert mich ein bisschen an Joes Schwester.« »Joey?« »Ja, du weißt schon, der beim Sondereinsatzkommando rausgeflogen ist, weil er seine Aggressionen nicht unter Kontrolle hatte.« Thomas warf einen panischen Blick auf die Wand, vermutlich, weil es noch mehr Filme mit ihm und verschiedenen Frauen gab. Dann verbarg er das Gesicht in den Händen. »Das ist nicht meine Frau. Ihr Name steht da irgendwo.« »Sie brauchen sich nicht zu äußern, bevor Ihr Anwalt da ist.« »Ist mir egal,« murmelte Thomas durch seine Finger hindurch. »Ich rede, wann ich will. Wenn Sie das ausschalten, versuche ich, dann versuche ich, die Sache zu erklären. Es ist nicht so, wie es aussieht.« Erdler drückte genau in dem Moment auf Pause, als Thomas mit geschlossenen Augen und weit aufgerissenem Mund unter der über ihm knienden Frau lag. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war der Film gleich zu Ende. »Na schön. Dann weihen Sie uns mal ein.« Thomas hob den Kopf und sah sich selbst in Übergröße splitternackt an der Wand. Mit einem qualvollen Stöhnen flehte er Erdler an. »Bitte, bitte stellen Sie das aus!« Zum ersten Mal, seit sie begonnen hatten, ihn zu befragen, gab Erdler seinem Wunsch nach. Sichtlich erleichtert, richtete er sich ein wenig auf, vermied es aber weiterhin, sie anzuschauen. »Wir, wir benutzen die Seite, um uns zu verabreden, golfen, Fahrten zu Fußballspielen im In- oder Ausland.« »Ach wirklich?« war Földer ein. »Die Frau in dem Film war also eine Reisebüro-Mitarbeiterin? Hat sie ihnen einen guten Deal gemacht?« »Das ist die Wahrheit. Dafür war die Seite gedacht, aber eben auch für andere Sachen wie das da.« Er zeigte auf die weiße Wand, als würde er dort immer noch sich selbst mit der Frau sehen. Erdler beugte sich vor und versuchte, seinen Blick zu erhaschen. »Wie hat das verdammt nochmal angefangen? Ich verstehe das mit den Reisen, aber was für ein Kick soll das sein, wenn man seinen Freunden beim Sex zuguckt? Ich kapiere es einfach nicht.« Sie lehnte sich wieder zurück und sagte zu Hülder, »Kapierst du das? Ist das ein Männerding?« Hülder schüttelte den Kopf. »Das übersteigt meinen Horizont.« Thomas fing an zu reden, sichtlich bemüht, dieses abartige Verhalten zu erklären. Es passierte nicht selten, dass Verdächtige plötzlich das dringende Bedürfnis verspürten, ihre Taten zu erläutern. Sie redeten sich ein, ihr Verhalten sei akzeptabel und realisierten nicht, dass andere Menschen ihre Logik nicht teilten. »Naja, es war ja nicht von Anfang an so. Erst haben wir nur Fotos von Frauen gepostet, die wir toll fanden und so. Helki lebte ja im Ausland und so haben wir untereinander Kontakt gehalten.« Hülder zog den Laptop zu sich, trennte die Verbindung zum Beamer und scrollte zu den ältesten Posts, während Erdler weiterfragte. »Wer hat die Seite eingerichtet und wozu? Sie hätten doch einfach Mails schicken oder über Facebook kommunizieren können, wie jeder andere. Helki hat sie eingerichtet. Ein Computerfreak, den er in den USA kannte, hat ihm dabei geholfen. Er arbeitete ja bei einer Bank und seine E-Mails wurden überwacht. Er wollte es so haben. Das war ihm lieber, als sich eine extra Mailadresse zu besorgen. Es ist ja auch sicherer. Die Seite ist im Darknet und nicht rückverfolgbar.« Thomas schaute Erdler ganz kurz in die Augen. »Wir haben nichts Illegales gemacht. Wir haben keine Pornografie in Umlauf gebracht. Im Gegenteil, wir haben aufgepasst, dass nichts in unbefugte Hände gerät.« Hülder konnte über diese faule Ausrede innerlich nur lachen. Die ältesten Posts bestätigten Thomas' Aussage, Fotos von vollständig bekleideten Frauen und Kommentare über sie. »Wenn sie, wie sie behaupten, so super vorsichtig waren, wie kann es dann sein, dass einer der Filme auf einer Tauschbörse für isländische Pornos gelandet ist?«, fragte Erdler und spähte gleichzeitig auf den Bildschirm, den Hülder zu ihr gedreht hatte, damit sie sehen konnte, dass Thomas die Wahrheit gesagt hatte. »Haben sie damit geprahlt und das Zeug in anderen Foren geteilt? Vielleicht jeder für sich, ohne Wissen der anderen?« »Nein«, rief Thomas verzweifelt. »So war es nicht. Keiner von uns wäre jemals auf die Idee gekommen, die Filme zu teilen. Ich meine, wir sind doch mit im Bild. Wir wären doch pervers, sowas zu verbreiten.« »Pervers ist eine gute Beschreibung.« Ohne Thomas Zeit zu lassen, etwas zu entgegnen, fügte Erdler hinzu. »Der Film befindet sich aber in der Tauschbörse. Er wurde hochgeladen, und das passiert ja wohl nicht von selbst. Wer außer Ihnen und den vier anderen hatte noch Zugang zu dem Chat?« Thomas rutschte nervös auf seinem Stuhl herum. »Es gibt sechs User. Wir fünf und noch einer, den wir nicht kennen.« Er nahm die Hände vom Tisch und legte sie dann wieder drauf. »Aber er muss was mit der Sache mit Helki zu tun haben.« »Mit der Sache mit Helki?« Erdler schnellte abrupt vor, umfasste Thomas Kinn und zwang ihn, ihr ins Gesicht zu schauen. »Helki wurde ermordet. Er ist tot. Wir ermitteln hier nicht wegen ein paar kaputter Glühbirnen am städtischen Weihnachtsbaum. Wenn Sie so unschuldig sind, wie Sie behaupten, dann beantworten Sie jetzt unsere Fragen, klar und deutlich. Wer ist dieser sechste User?« »Ich, ich weiß es nicht, ich schwöre.« Er war auf einmal im Chatforum, aber keiner von uns weiß, wie er da reingekommen ist. »Sprechen Sie mal lieber nur für sich. Ihre Freunde kriegen schon noch selbst die Gelegenheit, sich zu verteidigen.« Hilda scrollte auf der Webseite ein paar Jahre vor, um zu sehen, wie sich die Sache entwickelt hatte. Wieder Fotos von Frauen, aber auch ein paar Filme. Er scrollte weiter Richtung Gegenwart, während er zuhörte, wie Erdler den Kerl in die Mangel nahm. Als er auf einen fünf Jahre alten Film stieß, stutzte er. Wie aus der Informationsleiste hervorging, war er knapp zwei Stunden lang. Länger als alle anderen, die er bisher gesehen hatte. Der erste Kommentar war auch untypisch. Behalten oder löschen könnte riskant werden, wenn Fräulein Hacke dicht sich an irgendwas erinnert. Hilda drückte auf Play, während Erdler weiterversuchte, Thomas den Namen des sechsten Users zu entlocken. Erst sah alles so ähnlich aus wie in den anderen Filmen. Eine junge Frau zog sich aus und ließ sich aufs Bett fallen. Sie versuchte, ein Selfie zu machen, war aber zu betrunken, um das Handy gerade zu halten. Tatsächlich wirkte sie wesentlich alkoholisierter als die anderen Mädchen, aber nicht so, als stünde sie unter Einfluss von Rohhypnol. Dann erschien ein Mann auf der Bildfläche, den Hilda bisher nicht in den Filmen gesehen hatte. Er gab der Frau ein Weinglas, das sie leertrank, während er sich auszog. Der Mann, von dem Hilda annahm, dass es Bjartni war, Freund Nummer fünf, nahm es zurück, stellte es auf den Nachttisch und legte sich neben sie aufs Bett. Hilda überspurte den darauf folgenden Geschlechtsakt und wunderte sich, als er sah, dass der Mann wieder aufstand, der Frau ein frisch gefülltes Glas reichte und rausging. Die Frau leerte es und stellte es weg. Jetzt konnte man ihr ansehen, dass sie extrem betrunken war. Dann schlief sie ein. Das Seltsame war, dass der Film erst zwanzig Minuten gelaufen war. Er spulte vor, damit rechnend die schlafende Frau zu sehen, weil Bjartni vergessen hatte, die Kamera auszuschalten. Doch dem war nicht so. Die Frau schlief zwar weiter, vermutlich vom Alkohol total weggetreten, aber das war nicht das Einzige, was passierte. Hilda starrte so konzentriert auf den Bildschirm, dass er das Gespräch zwischen Erdler und Thomas nicht mehr mitbekam. Er spulte noch weiter vor, bis der Film zu Ende war. Sein Herz hämmerte in seiner Brust und er hatte einen Eisengeschmack im Mund, wie immer, wenn rasende Wut in ihm hochstieg. Aber er schaffte es, sich nichts anmerken zu lassen, griff nach dem Anschlusskabel des Beamers, verband es mit dem Laptop und verschraubte sogar den Stecker. Er hoffte, seine Wut durch die Verzögerung unter Kontrolle zu kriegen. Dann ließ er den Film noch einmal von Anfang an laufen. Als das Bild an der Wand aufleuchtete, drehte Erdler so schnell den Kopf, dass Hilda schon befürchtete, sie hätte sich den Hals verrenkt. Sie funkelte ihn entrüstet an. Kein Wunder, er hatte Thomas' einzige Bedingung missachtet, unter der er die Vernehmung ohne Anwalt fortsetzen wollte. Doch das war es ihm wert. Als Thomas den Film sah, sprang er auf und hechtete zur Tür, die jedoch abgeschlossen war. »Ich will einen Anwalt! Ich sage kein Wort mehr!« Dann schluchzte er wieder los, noch lauter und erbärmlicher als vorher. Als der Film zu Ende war, blieb es in dem kleinen Besprechungsraum ganz still. Neben Hilda und Erdler waren noch ein Polizeijurist Anfang 50 und ein Vertreter der Sitte anwesend, derselbe Mann, mit dem Hilda bereits gesprochen hatte, als die Filme auf Heckys Computer gefunden worden waren. Er wirkte am wenigsten schockiert. Alle vier starrten auf die weiße Leinwand, bis Erdler das Wort ergriff und den Juristen fragte. »Was meinen Sie? Ist das ein klarer Fall von Vergewaltigung?« »Ja und nein, das ist das Problem.« Der Jurist legte den Stift auf das leere Blatt vor sich. Er hatte sich eigentlich während des Films Notizen machen wollen, doch dessen Inhalt ließ sich mit wenigen Worten zusammenfassen. Eine junge Frau setzt sich auf ein Bett und versucht ein Selfie zu machen. Weil sie zu betrunken ist, kann sie das Handy nicht gerade halten. Ein Mann kommt herein, sie ziehen sich aus und haben Sex, mit dem sie einverstanden zu sein scheint. Dann hat sie ein Blackout und die Freunde des Mannes vergreifen sich an ihrem wehrlosen Körper, einer nach dem anderen. Ein paar Mal kommt sie zu sich und wirkt unwillig, wird aber aufs Bett gedrückt, bis sie wieder wegdämmert. Nachdem die fünf Männer fertig sind, kommt der Wohnungsbesitzer herein, schüttelt die Frau, zieht sie hoch und befiehlt ihr, sich anzuziehen und zu gehen. Die benommene Frau zieht sich unbeholfen an und verschwindet aus dem Bild, derangiert und augenscheinlich mit Schmerzen. Ende des Films. Als Erdler nichts erwiderte, konnte Hülder sich nicht zurückhalten. Was für Beweise braucht man denn noch, damit es eine eindeutige Vergewaltigung ist? Eine Absichtserklärung von jedem einzelnen Mann, dass er die Frau vergewaltigen will, kurz bevor er sich auf sie stürzt? Das wäre natürlich hilfreich. Der Jurist schien nicht zu scherzen und es war auch niemandem nach Lachen zumute. An diesem Punkt mischte sich der Kollege von der Sitte ein. Wir hatten schon mal einen Fall, bei dem eine Gruppenvergewaltigung gefilmt wurde. Die Klage wurde sowohl vom Bezirksgericht als auch vom obersten Gerichtshof abgeschmettert. Ja, obwohl es in dem Fall eine Klägerin gab, ergänzte der Jurist mit verzerrtem Gesicht. Leider ist das nicht immer alles so eindeutig, wie es uns erscheinen mag. Ich habe die Frau an keiner Stelle deutlich Nein sagen hören oder dass sie das nicht will. Erdler war nicht bereit, so schnell aufzugeben. Alle Versuche der Frau, sich aufzusetzen oder die Männer wegzustoßen, wurden unterbunden. Es muss doch jedem klar sein, dass sie das nicht freiwillig gemacht hat. Das muss doch reichen, um die Männer dran zu kriegen. Als der Jurist antwortete, schwang Resignation in seiner Stimme mit. Möglicherweise, aber ich würde nicht darauf wetten, dass sie verurteilt werden. Die Männer könnten alles Mögliche behaupten, weil sie wissen, dass keine Aussage des mutmaßlichen Opfers vorliegt. Sie könnten sagen, es sei alles vorher abgesprochen gewesen und von ihr ausgegangen. Ich fürchte, es dürfte schwer zu widerlegen sein, wenn sie beispielsweise behaupten, dass die schwachen Versuche der Frau, sich aufzusetzen, Teil des Spiels gewesen sein, dass sie oben sein wollte oder sowas. Wie sollen wir das widerlegen? Der Mann stieß einen tiefen Seufzer aus. Das Positive ist, dass wir schlagkräftige Beweise dafür haben, dass sie den Film geteilt haben. Es ist rechtswidrig, pornografisches Material zu verbreiten oder zu tauschen. Das Problem ist nur, dass derjenige, der den Film gepostet hat, tot ist. Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Erdler bestätigte es. Wir haben zwar nur Thomas' Aussage, dass es Hakey war, aber ich rechne damit, dass die anderen dasselbe sagen werden. Der Username ist derselbe wie bei seinen Posts aus den USA, also muss er den Film hochgeladen haben. Tja, sagte der Jurist enttäuscht. Das war's dann wohl. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Im Strafgesetzbuch gibt es ein ganzes Kapitel über Rufschädigung und Verstoß gegen die Privatsphäre. Bei Klagen wegen Rachepornos wird zudem oft auf die Klausel über die Verletzung des Schamgefühls verwiesen. Vielleicht könnte man das bei den noch lebenden Mitgliedern des Freundeskreises anwenden. Alle wussten, dass gefilmt wird, und keiner hat in den Kommentaren protestiert, als der Film auf der Seite geteilt wurde. Man könnte also argumentieren, dass die Männer das Schamgefühl der Frau vorsätzlich verletzt haben. Wann wurde der Film denn gepostet? Erdler überflog die Notizen mit den wichtigsten Punkten zu dem Film und zu Maren, dem jungen Opfer. Einen Tag, nachdem er gedreht wurde. Ach, seufzte der Jurist. Da war die Frau doch schon tot, oder? Als Erdler nickte, fügte er hinzu. Meines Wissens gibt es dafür keinen Präzedenzfall. Kann man das Schamgefühl eines Menschen verletzen, der tot ist? Ich würde sagen, ja. Die Privatsphäre gilt ja auch für Verstorbene, aber da müsste ich mir die Klausel nochmal genauer anschauen. Möglicherweise bezieht sie sich nur auf lebende Personen. Erdler wollte keine Diskussion über juristische Spitzfindigkeiten vom Zaun reißen und fragte, was für Strafen werden in Fällen von Rachepornos verhängt? Wenn auf Grundlage der Paragraphen, die ich genannt habe, Klage erhoben wird, ist das Strafmaß in der Regel gering und auf Bewährung. Der Strafrahmen ist begrenzt und diese Männer sind angesehene Leute ohne Vorstrafen. Hilda ließ die Schultern sinken. Es würde nicht leicht sein, Gerechtigkeit für die arme Frau zu erkämpfen. Wobei ihr das jetzt, da sie tot war, auch egal sein konnte. Ihr Name hat in den Kommentaren zu dem Film gestanden und obwohl der Nachname fehlte, hatten sie sie schnell gefunden. Viele Isländerinnen hießen Maren, davon laut Einwohnerverzeichnis ungefähr 150 Lebende, aber nur eine Frau mit diesem Namen war in der Nähe des Galgenfelsens an Land gespült worden. Maren Thortha Dottir, die mit 24 Jahren ins Meer gegangen und ertrunken war, in derselben Nacht, als der Film entstanden war. Der Kollege von der Sitte ergriff wieder das Wort. Er hatte schon allzu oft miterleben müssen, wie schwierig es war, Täter zur Rechenschaft zu ziehen und dachte in eine andere Richtung. Was ist mit ihrem Tod? Ist es denkbar, dass sie nicht nur von den Männern vergewaltigt, sondern danach auch getötet wurde? Diese Typen wollten doch bestimmt verhindern, dass sie direkt zur Polizei geht und sie anzeigt. Auch wenn sie alle Kondome benutzt haben, wäre es bestimmt möglich gewesen, brauchbare DNA-Spuren zu bekommen. Das wäre ihnen zum Verhängnis geworden. Vielleicht haben sie Maren deshalb ertrinkt. Von der Wohnung in Süthir-Lith ist es ja nicht weit bis zum Meer. Hundert Meter oder zweihundert? Keiner beteiligte sich an den Schätzungen. Sie wussten alle, dass es nur ein Katzensprung war. Ich habe mir die Berichte über den Leichenfund angeschaut, erklärte Hülder. Da deutet nichts auf einen unnatürlichen Tod hin. Maren wurde obduziert und das Ergebnis war eindeutig. Sie hatte weder Kopfverletzungen noch Würgemale und es gab auch keine Hinweise, dass ihre Hände gefesselt waren oder dass sie untergetaucht wurde. Spuren von grobem Geschlechtsverkehr fand man zwar, aber, da nicht sofort nach ihr gefahndet wurde, lag ihre Leiche drei Tage im Wasser. Es ließ sich nicht mehr feststellen, ob der Verkehr mit oder ohne ihr Einverständnis stattgefunden hatte. Und auch nicht, wann genau. Hat man die Männer, die mit ihr Verkehr hatten, denn nicht gesucht? fragte der Mann von der Sette, der anscheinend noch nicht so schnell aufgeben wollte. Nein, das hielt man nicht für notwendig. Maren war wegen Depressionen in Therapie. Ihre Kleidung, ihre Schuhe und ihre Handtasche fand man ordentlich zusammengelegt südlich des Phosphor-Görch-Friedhofs. Man ging eindeutig von einem Suizid aus. Sie war mit einer Freundin ausgegangen und hatte übermäßig getrunken. Im Lauf des Abends trennten sich die beiden. Alkohol und Depressionen sind eine gefährliche Mischung. Diese Erklärung wurde als ausreichend angesehen. Aber wir nehmen jetzt Kontakt zu den Angehörigen auf. Vielleicht können die etwas beisteuern, das nicht aus den Unterlagen hervorgeht. Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, was das sein sollte. Wieder wurde es still. Keiner hatte dem etwas hinzuzufügen. Wenn die Eltern der jungen Frau irgendetwas in der Hand hatten, das beweisen konnte, dass sie ermordet worden war, hätten sie das sicher nicht zu lange für sich behalten. Hülder unternahm einen schwachen Versuch, die Mordtheorie zu stützen. Die Frau wird Opfer einer Gruppenvergewaltigung und ertrinkt in derselben Nacht. Ob die Männer nun unmittelbar daran beteiligt waren, sie zu ertrinken oder nicht, da erkennt doch jeder vernünftige Mensch einen kausalen Zusammenhang. Wahrscheinlich hat ihr das den Rest gegeben, weil sie psychisch angeschlagen war. Kann man die Männer nicht wenigstens wegen fahrlässiger Tötung anzeigen? Der Jurist überlegte einen Moment. Es ist strafbar, einen Suizid zu forcieren, aber so etwas war hierzulande noch nie vor Gericht und das Strafmaß beträgt bei Umständen wie diesen höchstens ein Jahr Gefängnis. Ich bezweifle, dass die Staatsanwaltschaft sich darauf einlassen würde. Es wäre so gut wie ausgeschlossen nachzuweisen, dass die mutmaßliche Vergewaltigung der ausschlaggebende Faktor war. Sie hat ja keinen Brief hinterlassen, indem sie das klar und deutlich bekundet. Der Jurist nahm seinen Stift und sammelte seine Sachen zusammen. Also dann, halt mich auf dem Laufenden, Erdler. Wenn das alles nicht funktioniert, gibt es ja noch jede Menge weitere Frauen, die eventuell bereit wären zu klagen. Die Videos werden doch bestimmt von jemandem gesichtet und die Frauen ausfindig gemacht, oder? Hülder duckte sich instinktiv. Erdler hatte seine Lüge, woher er Ueckler angeblich kannte, geschluckt. Doch sobald die Mordermittlung abgeschlossen wäre und das Interesse sich wieder auf das Chatforum richten würde, käme sie bestimmt hinter die Wahrheit, dass Hülder nicht nur in einer Kneipe mit der Frau Telefonnummern ausgetauscht hatte. »Ich habe zwei Leute, die das nebenbei machen könnten,« bot der Kollege von der Sitte an und erhob sich. »Am besten fangen wir mit dem Film an, der auf der isländischen Tauschbörse aufgetaucht ist. Das ist wohl das schwerwiegendste Beispiel von Verbreitung von Pornografie.« Er schaute zu Erdler und Hülder. »Konnte dieser Thomas euch nicht sagen, wer ihn hochgeladen hat?« Erdler schüttelte den Kopf. »Er behauptet, er wüsste es nicht. Er gibt dem sechsten User die Schuld, beteuert aber nicht zu wissen, wer das ist. Die IT-Abteilung checkt das gerade, aber es ist schwierig, weil die Seite im Dark Web ist. Sie haben allerdings sofort gesehen, dass dieser neue User erst aufgetaucht ist, nachdem der Film in der Tauschbörse gepostet wurde. Er oder sie war es also nicht. Es muss einer unserer fünf Freunde gewesen sein.« »Dann müssen wir nur noch rauskriegen, wer. Dafür wird derjenige auf jeden Fall angeklagt, auch wenn das unter diesen Umständen eher symbolisch ist.« Der Jurist ging zur Tür. »Aber, um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass ihr nur auf Grundlage des Films einen Untersuchungshaftbefehl für die beiden Männer bekommt. Ihr könnt es natürlich versuchen.« Er warf einen Blick auf die Uhr. »Die 24 Stunden, die ihr sie festhalten könnt, sind fast rum. Aber ihr kriegt noch mal 24 Stunden, wenn ihr sie dem Richter vorführt und untersuchungshaft beantragt. Davon ausgehend, dass der Richter so viel Zeit braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Gebt mir so bald wie möglich Bescheid, dann bereite ich sofort alles vor.« Erdler nickte dumpf. Sie wusste, dass die Uhr tickte. Das wussten alle, die an dem Fall arbeiteten. »Aber lasst euch noch einen Ratschlag geben.« Das Gesicht des Juristen war immer noch ernst. »Findet die Frau. Das hat absolute Priorität.« »Die Frau?« fragte der Kollege von der Sitte irritiert, in Gedanken offenbar immer noch bei dem Film und dem Chatforum. »Welche Frau?« »Sigur Leu. Die Frau des letzten Mordopfers Markerch.« Erdler erhob sich ebenfalls. »Das steht ganz oben auf der Liste. Die Suche hat bisher leider nichts ergeben. Die Rettungsteams haben schon das gesamte Stadtgebiet durchkämmt und auch aus der Luft gesucht. Ohne Erfolg. Es ist nicht gerade ermutigend, dass ihr Mann tot aufgefunden wurde. Ich muss jetzt über die nächsten Schritte entscheiden.« Niemand beneidete Erdler darum. Es war höchst unwahrscheinlich, dass die Frau noch lebte, und eine Leiche zu finden war noch schwieriger als eine lebende Person. Auch wenn es niemand laut aussprach. Sie befürchteten alle, dass Sigur Leu tot war. Etwas anderes war zu diesem Zeitpunkt kaum vorstellbar. John war ein ganz anderer Typ als sein Freund Thomas. Der Zahnarzt saß kerzengerade auf dem Stuhl, mit verdrossen im Gesicht, fest entschlossen, seinen Aufenthalt auf der Polizeiwache durchzustehen. Hülder begrüßte diese Abwechslung. John würde bestimmt nicht um ein Taschentuch betteln, wie dieser BWLer Waschlappen. Dafür war es natürlich schwieriger, ihn zum Reden zu bringen. »Denken Sie doch mal nach.« Hülder schob den Nikotinkaugummi von einer Backe in die andere. Er war seit Stunden nicht mehr zum Rauchen gekommen. Sie und Ihre Freunde vergewaltigen eine Frau, die kurz darauf in der Nähe des Geigenfelsens tot an den Strand gespült wird. Fünf Jahre später wird Helki am selben Ort erhängt. Halten Sie das wirklich für Zufall? John zuckte die Achseln. »Das müssen Sie herausfinden. Ich bin kein Polizist. Aber ich sage es noch mal. Das war keine Vergewaltigung. Ich habe diesen Markerch nicht getötet. Ich habe Helki nicht getötet. Ich bringe keine Pornografie in Umlauf.« »Das behaupten Sie,« Hülder warf Erdler einen kurzen Blick zu. Doch sie schien damit einverstanden zu sein, dass er vorerst die Fragen stellte. »Wir überprüfen die Kamera, die in der Mülltüte gefunden wurde, auf Fingerabdrücke. Es würde mich nicht wundern, wenn da die Fingerabdrücke von ihnen allen drauf sind.« »Das wird sich zeigen. Aber ich weiß nicht, was das ändern soll. Der Mann auf dem Balkon wurde ja wohl nicht mit einer Kamera getötet. Und Helki sicher auch nicht. Und darum geht es doch, oder? Um Mord.« Hülder hatte nicht vor, dem Mann die Gesprächsführung zu überlassen. Er ignorierte seinen Kommentar und sprach einfach weiter. »Unsere IT-Abteilung kann leicht herausfinden, ob die neueren Filme in ihrem Chatforum mit dieser Kamera gedreht wurden. Wir wissen, wo sie aufgestellt und mit welchem Schalter sie an der Wand verbunden war. Da die Kamera an einem Lautsprecher versteckt und auf das Bett ausgerichtet war, ist doch sonnenklar, dass die Frauen ohne ihr Wissen gefilmt werden sollten. Sie können das abstreiten, solange sie wollen, aber das bringt nichts. Wir haben belastende Videos von Ihnen mit mehreren Frauen, die mit genau dieser Kamera aufgenommen wurden. »Schwachsinn!« Yon knirschte mit den Zähnen, was für einen Zahnarzt unangemessen war. Aber die Umstände waren ja auch außergewöhnlich. »Wann kann ich gehen?« »Wenn wir sie gehen lassen. Sie stehen unter Arrest schon vergessen?« Hülder wunderte sich immer noch, warum der Mann nicht nach einem Anwalt verlangt hatte. Möglicherweise, weil seine Frau Anwältin war. Und wenn er sich von jemand anderem vertreten ließe, würde sie Lunte riechen. »Da ihr Freund Thomas uns den Zugang zu der Seite gezeigt hat, sollten sie uns lieber die ganze Geschichte erzählen. Wir können alle Inhalte sehen und als nächstes werden wir die beiden anderen von ihrer feinen Truppe einbestellen. Der letzte, der auspackt, hat die Arschkarte und das möchten doch nicht sie sein, oder?« »Ich weiß rein gar nichts über diese Morde und auch nichts über eine Vergewaltigung, weil es keine Vergewaltigung war. Das ist Zeitverschwendung.« »Und ob?« Hülder schaute seinen renitenten Gesprächspartner ausdruckslos an. Dann sagte er, »Wenden wir uns mal zwei Punkten zu, über die Sie uns etwas sagen können. Ganz harmlose Dinge, die Sie nicht beunruhigen sollten.« Da Jon nicht reagierte, sprach Hülder weiter. »Da wäre zunächst mal der sechste User. Ich sehe keinen Grund, warum Sie den schützen sollten. Die andere Frage ist, wer hat das Video von Helki und Sigur Lulaura auf die isländische Tauschseite gestellt. Ich empfehle Ihnen, das klar zu beantworten. Wenn nicht, muss ich davon ausgehen, dass Sie es waren.« »Ich weiß nicht, wer dieser neue User ist. Ich habe den Film nicht auf die Tauschseite gestellt und ich kann Ihnen auch nicht sagen, wer es war, weil ich es schlicht und ergreifend, nicht weiß.« In diesem Moment klopfte es leise an der Tür. Erdler spähte zu Hülder und hob die Augenbrauen. Dann stand sie auf, ging raus und zog die Tür hinter sich zu. Guthlöger war kurz in der Türöffnung erschienen. Er war gerade dabei, den gesamten Inhalt des Chatforums zu sichten und musste auf etwas Wichtiges gestoßen sein, sonst hätte er das Verhör niemals unterbrochen. Hülder drehte sich wieder zu Jon. Die Unterbrechung hatte ihn aus dem Konzept gebracht, aber er versuchte, es zu überspielen. Unsicher, welche Richtung er einschlagen sollte, beschloss er, den Zahnarzt noch einmal nach seiner Anwesenheit in der Wohnung zu fragen. Während der Mann noch einmal dieselbe Entschuldigung wiederholen würde, könnte er sich die weitere Vorgehensweise zurechtlegen. »Was haben Thomas und Sie in der Wohnung gemacht? Ich erinnere Sie noch einmal daran, dass Ihr Freund uns schon die ganze Geschichte erzählt hat.« Hülder verriet natürlich nicht, dass Thomas von dem Moment an, als sein Anwalt eingetroffen war, geschwiegen hatte wie ein Grab. Er hatte keine einzige Frage mehr beantwortet, nachdem sie ihm das Video von der Gruppenvergewaltigung vorgespielt hatten. Thomas hatte ihnen also bei weitem nicht die ganze Geschichte erzählt. »Wie ich eben schon gesagt habe, waren wir zum Putzen da. Gönny hatte sich die Wohnung, an dem Wochenende vor Hackys Tod, für eine Party geliehen und sie in einem katastrophalen Zustand hinterlassen. Wir wollten nicht, dass Hackys Eltern sie in diesem Zustand vorfinden würden.« »Wussten die von der Wohnung?« »Nein. Wie schon gesagt, sie wussten nichts von ihr. Aber, aber sie werden bei der Testamentseröffnung von ihr erfahren. Deswegen haben wir sie geputzt. Ich kann natürlich nicht für Thomas sprechen, aber ich war jedenfalls deshalb dort.« »Sie haben also netterweise geputzt und dabei ganz zufällig die Leiche auf dem Balkon gesehen. Doch anstatt die Polizei zu rufen, sind Thomas und sie noch mehr Reinigungsmittel kaufen gegangen und haben die Wohnung dann noch mal geputzt. Merkwürdige Reaktion, finden Sie nicht?« »Thomas hat da was durcheinandergebracht. Wir haben die Leiche erst in dem Moment gesehen, als sie reingeplatzt sind. Dass wir mehr Putzmittel gekauft haben, hatte nichts damit zu tun. Das war uns einfach nur ausgegangen.« John war kein Dummkopf. Seine Version klang plausibel, aber Thomas' Aussage war glaubwürdiger und würde vor Gericht mehr Gewicht bekommen, falls es jemals soweit käme. Als Erdler zurückkam, strahlte sie Genugtuung aus. Sie setzte sich und zog mit einem überlegenen Lächeln die Tastatur zu sich. Hilda meinte, einen haarfeinen Riss in Johns Fassade wahrzunehmen. Der Beamer sprang wieder an. Er hatte sich automatisch ausgeschaltet, nachdem sie John zu Beginn des Verhörs mit dem Chatforum konfrontiert hatten. Die dilettantische Benutzeroberfläche erschien wieder an der Wand. Erdler tippte etwas ein und startete einen Film, den Hilda noch nicht gesehen hatte. Er war insofern anders, als dass es sich um ein anderes Bett und ein anderes Zimmer handelte. Und der Mann war nicht im Bild. Es wirkte eher so, wie eines der Videos aus der Tauschbörse, bei denen der Mann mit dem Handy filmte. Hilda beobachtete John, der sich nervös über die Lippen leckte. »Wer ist die Frau, John?«, fragte Erdler und stoppte die Aufnahme, als das Gesicht der Frau zu sehen war. »Die kenne ich nicht«, zum ersten Mal zitterte seine Stimme ein wenig. »Wirklich nicht?« Erdler ließ den Film weiterlaufen. Nach einer Weile wechselte das Paar die Stellung, und das Handy war ganz kurz auf den Mann gerichtet. Es war unverkennbar John. »Wer ist die Frau?« Daran müssten Sie sich doch erinnern. Die Aufnahme ist erst zwei Jahre alt. Das Bild wackelte wie bei einem Erdbeben, während der Mann auf die Frau einstieß. Als der Rhythmus langsamer wurde, stoppte Erdler den Film erneut, und sie sahen wieder das Gesicht der Frau. »Sie kennen sie also nicht?« John schüttelte nur den Kopf. Sein Gesicht war ganz grau, was Erdler sichtlich amüsierte. »Seltsam. Der Kollege, der das entdeckt hat, hat sich ihre Facebook-Seite angeschaut und meinte, sie sähe ihrer Ehefrau wahnsinnig ähnlich. Er meint sogar, sie wäre es. Kann das denn sein?« »Nein.« Jons Blick fiel auf seine geballten Fäuste auf dem Tisch, und er legte schnell die Hände in den Schoß. »Nun gut, wenn Sie meinen, kein Problem, dann bestelle ich Sie einfach auf die Wache und bitte Sie, die Frau zu identifizieren. Dann haben wir Klarheit.« Erdler fixierte den Mann ohne einen Hauch von Mitleid. »Sie wird sich vielleicht wundern, dass Sie den Film im Chatforum Ihres Freundeskreises gepostet haben. Also für mich sieht es so aus, als hätte sie gewusst, dass sie gefilmt wird, aber ob es ihr Recht ist, dass andere das sehen? Aber was soll's?« »Das reicht er.« John fing endlich an zu reden, unter der Bedingung, dass sie seine Frau aus der Sache heraushalten würden. Leider wurde schnell klar, dass er kaum etwas wusste, das zur Lösung der Mordfälle oder zum Auffinden von Sigolö beitragen konnte. Sein Streit mit Helki hatte sich um den Film mit Maren gedreht. John hatte ihn löschen wollen, Helki nicht. Seine Freunde und er wären jetzt in einer wesentlich besseren Lage, wenn John sich damals durchgesetzt hätte. Des Weiteren erzählte er, dass der unbekannte User einen Film von Helkis Exekution geteilt hätte, sowie einen weiteren, in dem Helki bewusstlos in einem Auto lag. Als die Polizei nach diesen Filmen suchte, waren sie jedoch nicht mehr auffindbar. Falls sie jemals existiert hatten und gelöscht worden waren, musste dieser User Helkis Mörder sein oder mit ihm in Verbindung stehen. Doch sie konnten nicht darauf vertrauen, dass John die Wahrheit sagte. Erdler hatte aus dem Vernehmungsraum in der IT angerufen und die Info bekommen, dass sich niemand ohne Einladung auf der Seite registrieren, geschweige denn die Admin-Rechte der anderen übernehmen konnte. Wer auch immer es war, er musste mithilfe von einem der fünf Freunde in das Chatforum gelangt sein. Das einzig Relevante, was sie aus John herausbekamen, war, wie das Video mit Sigolö in der isländischen Tauschbörse gelandet war und was für weitreichende Folgen dies für sie gehabt hatte. Wie weitreichend würde sich noch zeigen. Erdler ließ John zurück in die Zelle bringen. Hülder und Erdler saßen noch eine Weile schweigend da. Er vermutete, dass sie nicht sofort aufgesprungen war, weil sie die Entscheidung über den Antrag auf Untersuchungshaft für die beiden Männer vor sich herschob. Wenn der Richter diesen Antrag ablehnen würde, stünde sie intern schlecht da. Wenn sie hingegen keinen Antrag stellen würde und die beiden Männer sich letztendlich als Mörder entpuppen würden, stünde sie in der Öffentlichkeit schlecht da. Lina steckte den Kopf durch die Tür. Sie trug ihre dichten roten Haare heute offen und sie waren elektrisch aufgeladen und standen ihr vom Kopf. Erdler war ausnahmsweise freundlich zu ihr, was Hülder als Zeichen von Unentschlossenheit interpretierte. »Ich habe mit der Mutter von Maren Thorthard dort hier gesprochen«, verkündete Lina. Sie sagt, ihre Tochter hätte schon mal versucht, sich umzubringen, und niemand aus der Familie hätte ein Verbrechen vermutet. Sie hätte damals gar nicht wissen wollen, bei wem Maren in jener Nacht war, weil sie das nur noch mehr frustriert hätte. Es hätte Maren ja nicht wieder lebendig gemacht. Sie und ihr Mann lebten in Norwegen, als es passierte, kamen aber sofort nach Island. Sie haben noch zwei Söhne, einer war älter als Maren und der andere jünger. Den Brüdern ging ihr Tod sehr nahe, besonders dem Älteren, der damals in Island lebte. Der Jüngere wohnte bei seinen Eltern in Norwegen. Lina schaute unsicher zu Erdler. »Ich habe ihr nichts von Helki und seinen Freunden erzählt, wie du gesagt hast, nur dass ich alte Fälle durchsehe, die was mit dem Geigenfelsen zu tun haben, um eine Verbindung zu unseren aktuellen Ermittlungen auszuschließen.« »Sollen wir mit den Brüdern reden?«, fragte Hülder Erdler, doch ehe sie antworten konnte, kam Lina ihr zuvor. Der Jüngere studiert im Ausland, der Ältere arbeitet auf einem Fishtrawler und ist seit drei Wochen auf See. Sie können also kaum etwas mit den Morden zu tun haben. »Kannte die Mutter Markerch oder Sigurle?«, fragte Erdler mit ruhiger Stimme, ohne sich von Linas Einwurf ärgern zu lassen. »Nein.« »Was ist mit dem Vater, Thorthyr? Kannte er die beiden?«, fragte Hülder, obwohl er glaubte, die Antwort zu kennen. Sonst hätte Lina es ihnen längst gesagt. »Ähm, den habe ich nicht erreicht. Die Eltern sind geschieden und die Mutter hat gesagt, sie hätten keinen Kontakt mehr. Er ist wohnhaft in Akranes, aber seine Ex-Frau meinte, sie hätte gehört, dass er in der Stadt wohnt. Er hat nur eine Handynummer registriert und geht nicht ans Telefon. Soll ich weiter versuchen, ihn zu erreichen? »Nein, übernimm du das, Hülder. Es ist besser, wenn ein Mann mit ihm spricht.« Hülder drehte sich zu in sein Handy ein und bekam den Hinweis, diese Nummer befinde sich bereits in seinem Adressbuch unter dem Namen »Totti«. Es war die Nummer des Hausmeisters aus dem Gebäude, in dem Helki gewohnt hatte. Die Polizei hatte die Festnahme von Marens Vater Thorthyr zwar gut vorbereitet, aber eine Sache übersehen. Das Timing. Sie trafen um fünf Uhr ein, zur selben Zeit, als die Bewohner des Hochhauses von der Arbeit nach Hause kamen. Im Parkhaus herrschte reger Verkehr, Leute liefen durchs Foyer, um die Post zu holen, und der Aufzug war andauernd besetzt. Nicht gerade ideal, um jemanden festzunehmen, der vermutlich nicht vor Gewalt zurückschrecken würde, wenn er keinen anderen Ausweg mehr sah. Sie gingen davon aus, dass er zwei, möglicherweise sogar drei Menschen getötet hatte. Die Sonne ging an einem wolkenlosen Himmel unter, und das Hochhaus warf einen kalten Schatten auf den Parkplatz, der Hülder erschauern ließ. Es war windstill, und der Geruch der Abgase des Feierabendverkehrs auf der Saibreuth hing in der Luft. Hülder freute sich fast darauf, das Gebäude zu betreten. Der Plan war, dass Hülder und Göthlöge reingehen und mit dem Mann sprechen sollten, da sie bereits mit ihm zu tun gehabt hatten. Erdler hoffte, dass sie ihn dazu bringen könnten, etwas zu sagen, das eine Festnahme rechtfertigte. Erst dann sollten sie ihm Handschellen anlegen, keine Minute vorher. Die Tatsache, dass er Marens Vater war, bildete keine ausreichende Grundlage für eine Verhaftung, auch nicht in Kombination mit seinem Hausmeisterjob in Heikis Hochhaus. Erdler würde sich einen Riesenärger einhandeln, wenn sich das wieder einmal nur als einer dieser typisch isländischen Zufälle herausstellen und die Polizei den trauernden Vater einer jungen Selbstmörderin verhaften würde. Hülder und Göthlöge mussten schutzsichere Westen über ihren Uniformen tragen und mit übergroßen Pullovern verdecken. Sie sahen aus wie Bodybuilder, die das Beintraining vernachlässigt hatten. Die Uniformen sollten den Ernst der Sache betonen und Thorthir verunsichern. Die Notwendigkeit der Westen wurde nicht thematisiert und Hülder vermutete, dass sie eher ihrer Beruhigung als ihrem Schutz dienen sollten. Der Hausmeister besaß keine registrierten Schusswaffen und hatte auch nie einen Waffenschein beantragt. Hülder ging durch den Kopf, wie viel Schutz die Weste wohl bei einer Nagelpistole bieten würde. Diese Westen hielten nicht ewig und die aus seiner Abteilung waren schon etwas in die Jahre gekommen. Er verkniff es sich, seine Sorge mit Göthlöge zu teilen, denn der war schon nervös genug. Für ihn war es die erste riskante Festnahme. Bisher hatte er nur als Streifenpolizist bei Wochenendschichten Betrunkenen und Randalierern Handschellen angelegt. Auch das konnte zwar gefährlich sein, geschah aber in der Hitze des Gefechts, ohne nervenaufreibende Vorbereitung und Warterei. Alles okay mit dir. Hülder legte Göthlöge die Hand auf die Schulter und sah ihn forschend an. Nach seiner Einschätzung würde der jüngere Kollege alles heil überstehen. Am ehesten befürchtete er, dass Göthlöge sich verplappern könnte und es zum Zugriff käme, bevor sie richtig mit dem Mann gesprochen hätten. Alle hofften, dass die Verhaftung reibungslos ablaufen und die ganzen Vorsichtsmaßnahmen überflüssig sein würden. Alles okay, Göthlöge straffte sich. Geht's los? Hülder nickte. Er hatte einen Kopfhörer im Ohr und Erdler hatte gerade grünes Licht gegeben. Göthlöge trug ebenfalls einen Kopfhörer, sollte aber nur direkt angesprochen werden, wenn Hülder aus irgendeinem Grund nicht verfügbar war. Beide trugen Mikrofone, sodass die Einsatzleitung alles mitverfolgen konnte. Wenn Erdler es für angebracht hielt, würde sie Verstärkung schicken, die sich in Bereitschaft hielt. Alle hofften, dass es nicht so weit kommen würde. Vielleicht war der Mann ja genauso umgänglich wie bisher, aber darauf konnten sie nicht vertrauen. Wer in die Enge getrieben wurde, war unberechenbar. Wir gehen jetzt rein, sagte Hülder laut, damit Erdler ihn gut hören konnte. Die Autos, in denen sie mit der Verstärkung wartete, parkten außer Sichtweite hinter der nächsten Ecke. Glaubst du, wir können uns hören, wenn wir unten im Keller sind? Die Frage war eigentlich für Hülder bestimmt, aber Erdler antwortete Göthlöge sofort, das müsse funktionieren. Hülder meinte dennoch, eine gewisse Skepsis in ihrer Stimme zu erkennen. Vielleicht lag das aber auch nur an der schlechten Tonqualität. Hülder drückte zweimal auf den Klingelknopf mit der Beschriftung Hausmeister. Während sie warteten, überlegte er, ob er schon früher geschaltet hätte, wenn stattdessen der Name Thorthyr draufgestanden hätte, aber er bezweifelte es. Im Lauf der Ermittlung waren so viele Namen aufgetaucht und als Lina zum ersten Mal Maren Thorthyr dortier erwähnt hatte, war ihm ihr Vatername gar nicht aufgefallen. Göthlöge trat neben Hülder von einem Bein aufs andere und wollte noch mal klingen, aber Hülder hielt ihn zurück. Sie sollten lieber keinen gestressten Eindruck erwecken. Kurz darauf drang die Stimme des Hausmeisters durch die Gegensprechanlage. Er fragte, wer da sei, und Hülder nannte seinen Namen. Erst blieb es still, was nichts Gutes versprach. Doch dann ertönte ein Summen, und sie stießen die Tür auf. Hülder steuerte auf die kleine Hausmeisterwohnung zu, Göthlöge dicht auf seinen Fersen. Doch bevor sie die Tür erreichten, ging hinter ihnen der Aufzug auf, und der Hausmeister rief nach ihnen. Hülder und Göthlöge drehten sich um, darum bemüht, ganz normal zu wirken. Sie begrüßten sich kurz und schüttelten die Hand des Mannes. Eine Hand, die aller Wahrscheinlichkeit nach einem anderen Menschen einen Nagel in den Brustkorb gejagt und ihn von einem Felsen in den Tod gestürzt hatte. Ich war unten in meinem Büro, sagte der Hausmeister erklärend. Was kann ich für Sie tun? Gibt's was Neues? Ja schon, aber darüber können wir verständlicherweise nichts sagen. Thorthir nickte. Aus dem Foyer eilte ein Mann mit zwei Einkaufstaschen und einer Aktentasche auf sie zu. Er warf den Polizisten einen verwunderten Blick zu und fragte den Hausmeister, ob jemand eingebrochen hätte. Als Thorthir verneinte, wurde der Mann neugierig und wollte wissen, was los sei. Hülder erklärte ihm, sie ermittelten in einem Fall, er solle sich keine Gedanken machen, woraufhin der Mann im Aufzug verschwand. Als ein weiterer Bewohner durchs Foyer hineingestürmt kam, konnten sie den Vorschlag des Hausmeisters, in sein Büro im Keller zu gehen, schwer ablehnen. Als Hülder sich einverstanden erklärte, hörte er Erdler stöhnen. Schweigend stiegen sie die Treppe hinunter. In dem Moment, als sie das Büro betraten, registrierte Hülder, dass das ein Fehler war. Der Raum war viel zu beengt, als dass sie angemessen reagieren konnten, falls der Mann auf krumme Gedanken kam, wobei Hülder sich weniger Sorgen um sich selbst und seinen Kollegen machte als um Thorthir. Wenn sie gezwungen wären, ihn niederzuringen, würde er gegen die Möbel stoßen, was unschön wäre, nicht weil Hülder Mitleid mit ihm hatte, sondern weil ihm vor der unausweichlichen internen Untersuchung raute, die dann losgetreten würde. Es würden Meetings abgehalten, Berichte geschrieben und Götzlöge und er würden zu ihrem Vorgehen befragt. Und was alles noch schlimmer machte, er konnte Erdlers Atemzüge nicht mehr hören, seit sie die unterste Treppenstufe erreicht hatten, sodass es keine Aufnahme geben würde, um ihre Aussagen zu stützen. »Ich habe leider keinen Kaffee. Soll ich hochgehen und welchen holen?« Der Hausmeister lehnte sich an seinen Schreibtischstuhl. Letztes Mal hatte er gesessen und zu Hülder und Götzlöge hochgeschaut. Hülder schätzte, dass er ungefähr so groß war wie der Mann, der von der Überwachungskamera mit Siki im Flur aufgenommen worden war. Auch seine Statur und seine Haltung waren ähnlich. Und Hülder hätte schwören können, dass er dieselben Augen hatte. »Ähm, nein, danke.« Hülder spürte, wie sich seine Gesichtsmuskeln vor Wut unnatürlich verkrampften, holte ein Nikotinkaugummi heraus und steckte es sich in den Mund. Beim Kauen würden sich seine Gesichtszüge wieder lockern. »Sie sind gestern nicht zur Wache gekommen. Ich hatte Sie doch gebeten, vorbeizuschauen, damit wir Ihre Aussage aufnehmen können.« »Ach so, ja, entschuldigen Sie,« entgegnete der Mann sichtlich erleichtert. »Ich hatte sehr viel zu tun und habe es einfach nicht geschafft. Ich dachte, es wäre nicht so dringend, aber ich komme auf jeden Fall morgen vorbei. Oder besser gleich heute Abend?« Hülder hätte gern einen Moment Luft gehabt, um über das Angebot nachzudenken. Wäre es besser, Thorthyr auf der Wache in die Mangel zu nehmen, in einem abgeschlossenen Vernehmungsraum? Aus dem Lautsprecher in seinem Ohr kam keine Hilfe. Hektisch kaute er auf seinem Kaugummi und antwortete schließlich. »Wir brauchen Ihre Aussage möglichst schnell, aber unsere oberste Priorität ist es, die schwangere Frau zu finden.« »Das verstehe ich, aber da kann ich Ihnen leider nicht helfen,« sagte der Hausmeister und wich Hülders Blick aus. »Haben Sie denn irgendwelche Hinweise?« »Ja,« Hülder sagte das Sprüchlein auf, das er mit Erdler einstudiert hatte. »Es wird Sie vielleicht überraschen, aber Helki war kein so großer Unschuldsengel, wie Sie dachten.« »Ach«, der Hausmeister klang bei weitem nicht so überzeugend wie Hülder. »Inwiefern?« »Bitte behalten Sie das für sich, aber es sieht ganz so aus, als hätte er sich selbst beim Sex gefilmt, ohne dass die beteiligten Frauen davon wussten. Deshalb sind wir hier. Wir müssen in seine Wohnung, um sicherzugehen, dass die Spurensicherung keine versteckten Kameras in seinem Schlafzimmer übersehen hat.« Der Hausmeister schlug sich mit gespielter Fassungslosigkeit auf den Oberschenkel, so unecht, dass Hülder ihn sofort festgenommen hätte, wenn es nach ihm gegangen wäre. Aber schlechte Schauspielfähigkeiten waren leider kein ausreichender Beweis für seine Schuld. »Das ist ja ungeheuerlich. Selbstverständlich lasse ich Sie in die Wohnung jetzt sofort.« »Einen Moment noch. Haben Sie bemerkt, dass Helki öfter Besuch von jungen Frauen hatte? Wir dachten, Sie hätten vielleicht vergessen, das zu erwähnen.« »Nein, sicher nicht. Das hätte ich Ihnen doch gesagt.« »Ganz sicher? Sie waren alle blond, lange Haare, schlank, sehr sexy.« »Nein, wie gesagt, das hätte ich Ihnen erzählt.« Hülder nickte, immer noch eifrig kauend. »Er hat diese Frauen schrecklich behandelt, auf schändliche Weise ihr Vertrauen missbraucht.« Als der Mann nicht reagierte, fügte er hinzu. »Haben Sie eine Tochter?« Der Hausmeister atmete scharf ein. »Nein, nie eine gehabt.« In dem kleinen Raum war es totenstill. Hülder beschloss intuitiv, von dem vorher abgesprochenen Plan abzuweichen. Manchmal musste man improvisieren, und Erdler hörte ihn wahrscheinlich sowieso nicht. »Ich habe keine Kinder, aber ich kann mir gut vorstellen, was für ein Schock es wäre, wenn jemand meine Tochter so übel behandeln würde. Besonders jemand, der meint, sich alles nehmen zu können, was er will. Wir gehen davon aus, dass Heike deshalb ermordet wurde, dass er dafür bezahlen musste, was er einer dieser jungen Frauen angetan hat. Ich bin kein Verfechter von Selbstjustiz, und ich habe keine Kinder und kann mich nicht in die Lage der Eltern hineinversetzen. Aber ich habe fünf Schwestern und wäre entsetzt, wenn ich hören würde, dass sie wie tote Gegenstände benutzt wurden.« Hülder machte eine Kunstpause. »Kommt Ihnen der Name Maren bekannt vor?« Der Mann schwieg beharrlich und starrte auf den Boden. Dann sagte er, ohne aufzuschauen. »Das Loch, so haben Sie Maren genannt. Für Heike und die anderen Schweine war sie nur ein Loch, das Sie gefickt haben.« Hülder spürte das Adrenalin durch seine Adernströmen. Aber er war irritiert. Diese Reaktion hatte er nicht erwartet. Es war ungewöhnlich, dass Verdächtige so schnell gestanden. Sein Instinkt sagte ihm, dass etwas nicht stimmte, und seine Hände tasteten unauffällig an seinem Einsatzgürtel nach dem Schlagstock und dem Pfefferspray. Doch Thorthyr machte keine Anstalten, sie anzugreifen. Stattdessen sprach er mit ruhiger Stimme weiter. »Ich hatte gehofft, noch einen Tag Zeit zu haben, um die Sache zu Ende zu bringen, aber so sieht's wohl nicht aus.« Er hob den Kopf. »Ich, ich muss Ihnen etwas zeigen.« Sie hatten die klare Anweisung, den Mann auf keinen Fall zu provozieren. Deshalb erklärten sie sich bereit, ihm zu folgen. Er führte sie zum hinteren Ende des Parkhauses, weit entfernt von allen parkenden Autos. Dort blieb er vor einer Tür stehen, neben einer anderen mit der Aufschrift »Abfallraum«. Ein ekelerregender Geruch stieg ihnen in die Nasen, während Thorthyrn nach dem richtigen Schlüssel an seinem Schlüsselbund suchte. Hülder, der nach der Müllaktion mit Lina gewissermaßen Spezialist in Duftangelegenheiten war, registrierte, dass der Geruch, der unter der Tür herausdrang, nicht der übliche Müllgestank war. Als der Hausmeister endlich aufschloss, stellte sich heraus, dass er recht hatte. Der Gestank aus dem Heizungskeller stammte nicht von verdorbenen Lebensmitteln oder anderem Abfall. Erdler hätte sich die Verstärkung sparen sollen und besser einen Krankenwagen bereitgestellt. Zu Hülders großem Frust war das Kaugummipäckchen, mit dem er unter dem Tisch herumspielte, leer. Kein Wunder, es hatte an diesem Tag nicht viele Gelegenheiten zum Rauchen gegeben. Er beruhigte seine angespannten Nerven damit, dass er sich vornahm, nach Thorthyrs Vernehmung drei Zigaretten hintereinander zu rauchen. Es würde nicht mehr lange dauern. Eigentlich hätte er gar nicht dabei sein sollen. Erdler war erst der Meinung gewesen, Hülder sei nach den Ereignissen des Tages zu erschöpft und hatte sich dann ausgerechnet für Joel entschieden. Doch egal, wie müde Hülder war, er hielt sich immer noch für einen viel besseren Polizisten als diesen Schwachkopf. Zu einem direkten Vergleich ihrer Fähigkeiten kam es jedoch nicht, denn Thorthyr weigerte sich auch nur, ein Wort zu sagen, sofern Hülder nicht dabei wäre. Joel musste den Vernehmungsraum mit eingezogenem Schwanz wieder verlassen. Als sie im Türrahmen aneinander vorbeigingen, war Hülder so von Schadenfreude erfüllt, dass er einen Energieschub bekam. Joel stieß ihn im Vorbeigehen in die Rippen und zischte, warte nur, Freundchen. Meistens waren das leere Drohungen, aber diesmal hatte Hülder das ungute Gefühl, dass mehr dahinter steckte. Aber vielleicht lag das auch nur an der Müdigkeit und den fehlenden Zigaretten. Thorthyrs Anwalt schaute auf die Uhr. »Reicht das nicht langsam? Mein Mandant hat alle Fragen klar und ohne Ausflüchte beantwortet, und ich wüsste nicht, warum wir noch länger hier sitzen sollten. Haben Sie noch weitere Fragen?« Erdler ignorierte seinen Einwand und bat Thorthyr, die Ereignisse noch einmal in chronologischer Reihenfolge zu schildern. Der Hausmeister räusperte sich und seufzte. Am Anfang hatte er erleichtert gewirkt, reinen Tisch machen zu können, doch die ständigen Wiederholungen zollten ihren Tribut. »Vor fünf Jahren wurde meine Tochter tot aufgefunden,« setzte er tonlos an. Man ging von einem Selbstmord aus. Sie hatte seit ihrer Jugendzeit mit Depressionen gekämpft und schon einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Aber sie war auf dem Weg der Besserung, sah richtig gut aus und schien ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Deshalb waren wir total geschockt, mussten uns aber damit abfinden, dass wir die Sache wohl falsch eingeschätzt hatten. Wir lebten zu der Zeit in Norwegen und dachten, sie hätte uns vielleicht etwas vorgemacht und nur so getan, als ginge es ihr besser. Wir sind dann sofort nach Island geflogen und mussten irgendwie mit der Situation klarkommen. Kurz nach der Beerdigung habe ich ihre Sachen hier auf der Polizeiwache abgeholt. Sie hatte ihre Handtasche, ihren Mantel und ihre Schuhe am Strand abgelegt und man nahm an, dass sie an der Stelle ins Wasser gegangen war. Ich habe auf ihrem Handy nach Hinweisen gesucht, was an dem Samstagabend passiert sein könnte, aber nichts gefunden. Nur ein Foto, das sie gemacht hatte, nachdem sie sich von ihrer Freundin getrennt hatte. Ein Foto von einem stinknormalen Bettkopf. Sonst nichts. Hilda erinnerte sich an das Video und Marens Versuch, im besoffenen Zustand ein Selfie zu machen. Ihr Vater fuhr fort. Bei der Instruktion kam ja heraus, dass sie in der Nacht, bevor sie starb, Geschlechtsverkehr hatte. Deshalb nahm ich an, dass der Bettkopf etwas damit zu tun hatte. Aber es meldete sich niemand, der diese letzte Nacht mit ihr verbracht hatte. Ich wunderte mich nicht wirklich darüber, war aber irritiert, dass die Polizei die Überwachungskameras in der Innenstadt nicht überprüfen wollte, um den Mann zu finden, mit dem Maren nach Hause gegangen war. Weder Erdler noch Hilda sagten etwas, obwohl Thorthir eine Pause machte. Vielleicht wollte er eine Entschuldigung hören oder eine Erklärung. Am Ende senkte er den Blick und sprach weiter. Dieses Foto von dem Bettkopf ließ mich nicht mehr los. Viele Jahre lang, in der düsteren Zeit, die meine Frau und ich nach Marens Tod und während der Scheidung durchmachten. Wir gingen nicht zurück nach Norwegen und konnten beide eine Zeit lang nicht arbeiten. Und wir stritten uns. Trotzdem ging mir dieses Bild von dem Bettkopf nicht aus dem Sinn. Mit der Zeit verblasste es und ich hätte wahrscheinlich nicht mehr daran gedacht, wenn ich nicht zufällig vor gut einem Jahr darüber gestolpert wäre. Thorthir brach ab und trank einen Schluck Wasser. Es musste schon lauwarm sein, aber er merkte es gar nicht. Ich wurde gebeten, in die oberste Etage zu kommen, weil irgendein Gestörter versuchte, die Tür eines kürzlich neu eingezogenen Bewohners, Helki, einzuschlagen. Ich schaffte es, den Mann in den Aufzug zu verfrachten und runterzubringen, obwohl er außer sich vor Wut war. Er schrie rum, seine Frau hätte ihn mit diesem Schwein betrogen. Ich versuchte ihn zu beruhigen und bekam schließlich aus ihm heraus, dass er Helki in Verdacht hatte. Er hätte nicht nur mit seiner Frau geschlafen, sondern auch noch einen Film davon ins Netz gestellt. Er zeigte mir ein ausgedrucktes Standfoto von einem Paar beim Sex und meinte, das wäre seine Frau mit Helki. Ich konnte nicht aufhören, das Foto anzustarren, nicht das nackte Paar, sondern den Bettkopf. Ich war mir sicher, dass es dasselbe Bett wie auf dem Foto in Marens Handy war. Hülder warf Erdler einen Blick zu, aber sie schweg. Offenbar hatte sie nicht vor, Thorthe zu erklären, wie der Film in der isländischen Tauschbörse gelandet war. Sollte er doch in dem Glauben bleiben, Helki sei daran schuld. Er würde noch früh genug erfahren, dass dem nicht so war. Ironischerweise war die gesamte Kette der tragischen Ereignisse, die am Ende dazu geführt hatten, dass Helki und Markerch sterben mussten, von einem Jugendlichen ausgegangen. Jones' 13-jährigem Stiefson Fanner. Wobei man auch hätte argumentieren können, dass es Jones' Nachlässigkeit gewesen war, das Chatforum auf seinem Computer offen zu lassen, wo der Teenager es entdeckt hatte. Man konnte sich das Frohlocken des Jungen lebhaft vorstellen, besonders als er auch noch über ein Video mit seiner neuen Lehrerin stolperte, Sikole Laura. Anstatt es dabei zu belassen, sich alles anzuschauen, hatte der Junge den Film kopiert und auf der isländischen Tauschbörse gepostet, wahrscheinlich damit seine Schulkameraden auch in den Genuss kamen. Sein Motiv musste noch genauer geklärt werden, aber sie hatten im Augenblick Wichtigeres zu tun, als mit ihm zu sprechen. Da der Junge noch minderjährig war, würde er wohl mit einem blauen Auge davon kommen, musste aber in Anwesenheit seiner Mutter aussagen. Vielleicht würde das Jugendamt eingeschaltet und ihn zu einer Therapie für Jugendliche mit Impulskontrollstörungen schicken. Hülder hoffte es zumindest. Fanners Handeln hatte so drastische Folgen gehabt, dass man das nicht einfach auf sich beruhen lassen konnte. Sprechen Sie weiter, forderte Erdler Thorthyr auf, der, genau wie Hülder, den Faden verloren hatte. Bei der stickigen Luft und der erdrückenden Atmosphäre konnte man sich schlecht konzentrieren. Thorthyr erzählte weiter. Er hatte Markerch in seine Wohnung gebeten, um mehr über das Bett in dem Video zu erfahren und bekam eine Geschichte zu hören, die Markerch nach eigener Aussage aus dieser Schlampe herausgeprügelt hätte, weil sie ihm nicht sagen wollte, warum sie ihre Arbeit aufgegeben hatte. Er zwang sie, ihm den Film zu zeigen, der es ihr unmöglich machte, weiter zu unterrichten. Der Film war erst kürzlich in der Tauschbörse aufgetaucht. Thorthyr konnte Markerch beruhigen und brachte ihn dazu, ihm die Internetseite zu zeigen, musste sich aber erst sein wirres Gerede darüber anhören, Helgi würde die Seite betreiben, was er nicht glaubte. Die meisten Posts waren eindeutig von wesentlich jüngeren Männern oder Jungen erstellt worden. Anschließend schickte Thorthyr Markerch nach Hause. Doch seine Neugier war geweckt und nachdem er die halbe Nacht wachgelegen hatte, beschloss er, sich mit dem Generalschlüssel Zutritt zu Helkis Wohnung zu verschaffen und nachzuschauen, ob es irgendwelche Hinweise gab, dass seine Tochter etwas mit diesem neuen Bewohner zu tun gehabt hatte. Und so war es. Yon war nicht der Einzige, der nachlässig mit dem Chatforum umgegangen war. Helkis Laptop stand eingeschaltet auf dem Schreibtisch, ohne Passwort und mit aufgerufenem Chatforum. Schnell konnte Thorthyr sich einen eigenen Zugang einrichten und danach jederzeit die Posts auf der Seite sehen. Helkis Schicksal war besiegelt, als Thorthyr den Film mit der Gruppenvergewaltigung seiner Tochter fand und beschloss, sie zu rächen. Thorthyr trank den letzten Schluck Wasser. Er hatte eine trockene Kehle vom vielen Reden, schluckte und sagte dann mit müdem Blick, »Ich brauchte ein paar Monate, um einen Plan zu machen. Und als der stand, wurde mir klar, dass ich ihn nicht alleine ausführen konnte. Ich suchte Markerchs Telefonnummer und lud ihn zum Kaffee ein. Er wirkte durchgeknallt genug, um mitzumachen. Ich wusste erst nicht, wie ich es ansprechen sollte, aber er sprang sofort auf die Idee an. Der Anwalt hustete, beugte sich zu seinem Mandanten und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Doch Thorthyr zog nur eine Grimasse und sprach weiter. »Vor zwei Wochen brachten wir das Brett raus zum Gaulgarklettürch. Im Winter ist da kaum jemand unterwegs und ich dachte, dass ich niemand Gedanken darüber machen würde, was auch stimmte. Aber wir mussten einige Zeit verstreichen lassen, bevor wir zur Tat schritten, falls man uns doch gesehen hatte. Markerch meinte, er wüsste von einem Auto, das wir benutzen könnten und das man nicht mit ihm in Verbindung bringen würde und er könne das Rohhypnol besorgen. Alles war vorbereitet. Helki kam aus dem Ausland zurück und als ich im Flur hörte, wie er sich am Telefon mit einem Freund für Samstagabend verabredete, waren die Würfel gefallen. Markerch brachte mir am Morgen den Landcruiser und die Droge und ich folgte Helki mit dem Wagen in die Innenstadt. Ich wartete vor einem Restaurant und folgte ihm dann zur Bar 101. Nach ungefähr einer Stunde schickte ich ihm eine SMS mit einer zweideutigen Nachricht von einer unterdrückten Nummer, in der ich vorgab, eine Frau zu sein, die ihn im Keks treffen wolle. Als er kurz danach losging, parkte ich den Wagen im Wietastigürch, von wo ich den Eingang des Keks sehen konnte, und da wartete ich. Als er kam, stieg ich aus, sprach ihn an und bot ihm das Bier mit dem anders hingegangen. Als ich vor dem Keks neben ihm anhielt, las er gerade die SMS und nahm die Mitfahrgelegenheit an. Thorthe redete weiter, obwohl seine Stimme immer heiserer wurde. Hilda zwang sich zuzuhören, dabei hätte er am liebsten die Augen zugemacht, alles verdrängt und geschlafen. Als Thorthe die Fahrt nach Eifternes und den Weg durch das Lavafeld fast wortgleich genauso schilderte wie beim ersten Mal, wäre er fast eingeneckt. Es war leichter, sich wachzuhalten, als er bei Markerchs Tod angelangt war. Wir hatten vereinbart, uns in Süthirlith zu treffen, nachdem ich … Na ja, Sie wissen schon. Weder Erdner noch Hilda oder der Anwalt halfen dem Hausmeister, sodass er gezwungen war, weiterzusprechen. Ich hatte Helki ein paar Schlüssel aus der Manteltasche genommen, und der zu der Wohnung war dabei. Markerch wollte sie unbedingt sehen, aber als wir uns dort trafen, hatte dieser Schwachkopf seine Frau und sein Kind dabei. Er war völlig durchgedreht. Die Frau saß vorne und der kleine Junge schlief auf der Rückbank. Ich war natürlich total geschockt, das war überhaupt nicht abgesprochen. Die Frau hatte ja nichts zu verlieren und hätte einfach zur Polizei gehen können, während Markerch und ich beide gleich schuldig waren. Deshalb hätte keiner den anderen verpfiffen. Aber der Typ war nicht ganz richtig im Kopf, wenn Sie mich fragen. Wir stritten uns auf dem Parkplatz völlig sinnlos, denn das Unglück war ja bereits geschehen. Markerch meinte, er hätte sie mitgebracht, um ihr eine Lektion zu erteilen. Aber weil er seinen Sohn ja nicht allein zu Hause lassen konnte, hätte er ihn auch mitnehmen müssen. Der Junge hätte geschlafen und sich kaum gerührt, als er ihn hochgehoben hätte. Es bestünde also keine Gefahr. Er meinte, er würde schon dafür sorgen, dass seine Frau den Mund halten würde. Wenn ich das richtig verstanden habe, wollte er sie rauf in die Wohnung schleppen und in dem Bett vergewaltigen, indem sie ihn betrogen hatte. Seine Worte kotzten mich an. Und dann stieg die Frau auch noch aus dem Wagen und war hoch schwanger. Markerch stieß sie wieder rein und brüllte, sie solle sich gefälligst raushalten, wenn zwei Männer was zu besprechen hätten. Thorthiers Schultern waren immer weiter nach unten gesagt, strafften sich aber nun wieder und seine Stimme klang energischer, als ob er eine Heldentat schildern würde. Ich war da, um eine Vergewaltigung zu rächen, die meine Tochter in den Tod getrieben hatte, und ich würde garantiert nicht tatenlos daneben stehen, wenn einer anderen, genauso unschuldigen Frau dasselbe angetan würde. Deshalb machte ich das einzig Richtige. Ich brachte Markerch dazu, mit mir rauf in die Wohnung zu kommen, und tötete ihn, schlug ihm einen schweren Werkzeugkoffer auf den Kopf, der da zufällig herumstand. »Wo ist der Koffer abgeblieben?« Erdler kam Hülder zuvor. Er hatte genau dasselbe fragen wollen. In der Wohnung war kein Werkzeugkoffer gefunden worden. Wobei sich Hülder darüber wunderte, dass Selkie überhaupt zu etwas besessen hatte, denn er hatte ihn in dieselbe Schublade gesteckt wie seine Kumpels, Männer, die keine Bohrmaschinen besaßen, geschweige denn einen Werkzeugkoffer. »Ich habe ihn mit ins Auto genommen und später ins Meer geworfen, unten an der Cybroid, bei der Solfeich-Skulptur.« Irritiert von der Unterbrechung, nahm Thorthir den Faden schnell wieder auf, als wollte er Erdler und Hülder davon abhalten, weitere Fragen zu stellen. »Also jedenfalls, bevor ich Markerch erledigt habe, habe ich ihm erzählt, dass sich unseren Plan geändert hatte. Wie besprochen, hatte ich Helki gezwungen, den Abschiedsbrief zu unterschreiben. Aber anstatt ihn in seine Tasche zu stecken, heftete ich ihn mit einer Nagelpistole an seine Brust. Als Markerch das hörte, flippte er total aus und wurde unvorsichtig. Die Tatsache, dass er sich nicht unter Kontrolle hatte, wurde ihm am Ende zum Verhängnis. »Fast poetisch, finden Sie nicht?« Keiner reagierte. Thorthir zuckte nur die Achseln. »Was hielten Sie denn von dem Abschiedsbrief? Sie haben doch bestimmt nicht geglaubt, dass ein Mann, der sich umbringen will, sich selbst einen Brief an die Brust nagelt, oder?« »Der Brief ist weggeflogen. Wir haben ihn gar nicht gesehen.« Erdler fragte nicht nach dem Inhalt. Das spielte keine Rolle. »Wollen Sie uns wirklich weismachen, dass Sie schon vorher geplant hatten, ihm den Brief auf die Brust zu nageln? Dass Sie nicht einfach die Kontrolle verloren haben, als Sie diesen verhassten Mann in Ihrer Gewalt hatten? Es muss sehr schwer gewesen sein, die ganze Zeit so zu tun, als würden Sie ihn mögen, ihm lächelnd bei allem Möglichen zu helfen, Trinkgeld von ihm anzunehmen und Dankbarkeit zu heucheln.« »Ich habe nicht die Kontrolle verloren. Ich wusste genau, was ich tat.« Thorthyrs Anwalt seufzte resigniert bei dieser Aussage. Der Hausmeister ignorierte ihn und sagte, »Im Gegensatz zu Markerch hatte ich nie vor, davonzukommen.« Er beharrte auf den Abschiedsbrief. »Aber mir war völlig egal, wenn es sofort als Mord erkannt würde.« »Ich habe es absichtlich getan, um Helkis Freunde, diese Dreckschweine, die meine Tochter geschändet haben, aufzurütteln.« Ich habe mich nur nicht sofort gestellt, weil ich mit dem Gedanken liebäugelte, sie auch fertig zu machen. Ihre Namen habe ich aus Helki rausgequetscht, als er von dem Rohhypnol benebelt war. Doch als Markerch plötzlich mit seiner Frau aufkreuzte, da kam alles ganz anders. Ich war geschockt, sie zu sehen, deshalb habe ich sie mitgenommen. Wenn ich sie hätte gehen lassen, wäre mein Traum, mich auch an den anderen zu rächen geplatzt. Am Ende konnte ich diesen kranken Scheißkerl nur ein bisschen Angst einjagen. »Aber mal sehen. Für wie lange muss ich in den Knast?« Der Anwalt schlug mit der Hand auf den Tisch. »Das reicht jetzt. Mein Mandant ist müde und weiß nicht, was er sagt. Ich bestehe darauf, dass wir eine Pause machen.« Erdler war einverstanden. Den Rest kannten sie ohnehin. schon. Hülder nutzte die Gelegenheit, um kurz rauszugehen und die drei Zigaretten zu rauchen, die er sich selbst versprochen hatte. Aber er beließ es dann doch bei einer. Sie entsprach nicht seinen Erwartungen. Vielleicht wegen des ekligen Geschmacks in seinem Mund. Freya hatte nicht viel zu der Unterhaltung beigetragen. Es fiel ihr schwer, der Schilderung von Siggis Mutter zu folgen, und sie wusste nicht genau, was die Polizei eigentlich von ihr erwartete. Erdler managte das Gespräch hingegen ganz lässig, aber sie wusste auch mehr über den Hintergrund. Sie standen neben dem Krankenbett der schwangeren Frau, die besorgniserregend geschwächt aussah, das Gesicht glass, bis auf die rote Haut um den Mund herum, die blutunterlaufenden Augen und die hässliche Narbe an der Schläfe. Sie war schon älter, möglicherweise von der Verletzung, wegen der sie kurz nach Weihnachten in der Notaufnahme war. Doch Freya fragte weder nach den Rötungen noch nach der Narbe. Die arme Frau hatte schon genug zu verkraften. Sie lag am Tropf und war an verschiedene Geräte angeschlossen, die alles überwachten, was man überwachen konnte. Ihr Babybauch beulte die Bettdecke aus und war nicht zu übersehen. Einmal hatte Freya eine langsame, aber deutliche Bewegung unter der Wölbung wahrgenommen und schnell weggeschaut, um nicht die ganze Zeit hinstarren zu müssen. Sie vermiet es auch, das zerfledderte Stoffkanidchen anzuschauen, das in der Achselbeuge der Frau lag. Weder Sigolö Laura noch Erdler hatten es erwähnt, aber Freya nahm an, dass es sich um das Stofftier handelte, über das Siggi im Kinderhaus gesprochen hatte. Als Sigolö die Augen schloss, fielen die dunklen Ringe weniger auf und sie sah etwas besser aus. Nicht gesund, aber auch nicht todkrank. Freya hatte erfahren, dass sie im Heizungskeller des Hochhauses, in dem sie Siggi gefunden hatten, eingesperrt gewesen war. Seit Sonntagfrüh hatte sie dort gelegen, anfänglich mit Rohhypnol betäubt. Als die Droge aufhörte zu wirken, hatte der Täter ihr den Mund zugeklebt und gedroht, ihrem Sohn etwas anzutun, wenn sie auch nur einen Mucks von sich gäbe. Sigolö war immer noch durcheinander und wusste nicht genau, wann sie zu sich gekommen war, meinte aber, es müsste ein paar Tage her sein. Der kleine Heizungskeller, in dem sie an die Wand gekettet worden war, hatte keine Fenster und sie hatte komplett das Zeitgefühl verloren. Sie erzählte, sie habe fast die ganze Zeit geschlafen und sei immer wieder weggedämmert, als der Einfluss der Droge nachgelassen habe. In dem Heizungskeller war es warm gewesen und der Eimer, in dem sie ihren Notdurft verrichten musste, hatte bestialisch gestunken, sodass es das Beste gewesen war, zu versuchen zu schlafen. Es würde uns wirklich helfen, wenn sie sich noch ein bisschen wachhalten könnten. Wir müssen uns ein Gesamtbild verschaffen. Wenn wir uns beeilen, können sie Siggi anschließend sofort sehen. Er freut sich wahnsinnig auf sie. Als sie den Namen ihres Sohnes hörte, schlug sie die Augen auf und rutschte ein wenig im Bett nach oben, aufjammernd wegen der Nadel in ihrem Handrücken. »Warum kann ich meinen Sohn nicht jetzt sehen? Ist ihm etwas zugestoßen?« Erdler beeilte sich, sie zu beruhigen. »Nein, nein, es geht ihm gut. Sobald wir hier fertig sind, kann er zu ihnen. Ihm wurde kein Haar gekrümmt, das verspreche ich ihnen. Sigolö wurde etwas ruhiger, schien Freya und Erdler aber immer noch nicht ganz zu trauen, was kein Wunder war angesichts dessen, was sie in den letzten Tagen durchgemacht hatte. Sie war so angeschlagen, dass Freya Erdler am liebsten diskret angetippt und sie gefragt hätte, ob sie nicht morgen wiederkommen könnten. Aber das war nicht ihre Entscheidung, und wenn die Ärzte meinten, Sigolö würde das schaffen, dann sollte es wohl so sein. Freyas Aufgabe war nur, dabei zu sein und zuzuhören. Es war eine Stunde her, seit das Jugendamt angerufen und Freya als Vertreterin in die Uniklinik geschickt hatte. Sie sollte beurteilen, ob Siki gefahrlos zu seiner Mutter gelassen werden konnte und vor allem einschätzen, ob die Frau bei klarem Verstand und psychisch stabil war. Da Sikis Vater offenbar tot aufgefunden worden war, mussten sie sicherstellen, dass ihm die schreckliche Neuigkeit möglichst behutsam beigebracht wurde. Freya kam der Zeitpunkt sehr ungelegen, da sie selbst gerade babysittete und Saga ins Bett bringen wollte. Aber sie konnte die Aufforderung schwer ablehnen, da sonst niemand, der den Jungen kannte, erreichbar war. Man sagte ihr, sie könne Saga mit ins Krankenhaus nehmen, die Polizei würde dort auf sie aufpassen. Eigentlich brauchte Freya keine zusätzliche Arbeit mehr, denn sie hatte ihren stolz heruntergeschluckt und den Mietvertrag mit Baltirs Freund Toppi unterschrieben. Am Ende war ihr die Aussicht auf eine eigene Wohnung wichtiger gewesen als der Ekel vor der Schlange, aber sie mochte Siki und wollte nicht dafür verantwortlich sein, dass sich das Wiedersehen mit seiner Mutter hinaus zögerte. Zudem sollte Freya herausfinden, ob Sikis Mutter damit einverstanden war, dass der Junge zu seiner Großmutter kam, was für ihn eine Nacht weniger in der Notunterkunft bedeuten würde. Als sein Vormund konnte die Mutter entscheiden, wem sie den Jungen anvertrauen wollte. Letztendlich hatte sich dann doch alles länger hingezogen. Hülder und Erdler hatten sie in der Uniklinik in Empfang genommen, allerdings nicht beide gleich freundlich. Hülder hatte Saga übernommen, während Freya kurz mit Sigurlö gesprochen hatte. Sie hatte nicht lange gebraucht, um festzustellen, dass man Siki ruhig zu ihr bringen konnte und ihr Einverständnis einzuholen, dass er bei seiner Großmutter übernachten durfte. Doch als Erdler und Hülder übernehmen wollten, kam etwas dazwischen. Sigurlö weigerte sich, einen Mann in ihr Krankenzimmer zu lassen. Da Erdler einen Zeugen für Sigurlös Aussage brauchte, blieb ihr nichts anderes übrig, als Freya zu bitten, einzuspringen, wie schwer es ihr auch fiel. Hülder erklärte sich bereit, weiter auf Saga aufzupassen, die sich bei ihm sehr wohlzufühlen schien. Sie breitete sogar die Arme aus, als er zurückkam, um sie zu übernehmen. Jetzt wartete sie draußen mit ihm und bisher hatte Freya sie kein einziges Mal quengeln und sogar schon einmal gickeln gehört, was auch immer sie zu dieser seltenen Reaktion veranlasst hatte. Sigurlö nahm den Faden wieder auf. Sippy, Markerch, meine ich, war krank. Etwas in ihm war zerbrochen. Ich glaube, er hat mich geliebt, das hat er jedenfalls gesagt, aber er hat mich behandelt, als würde er mich hassen. Es war ein bisschen so, wie schwanger zu sein. Ich weiß, dass ich ein Kind kriege, aber nicht genau wann. Ich sehe meinen Bauch wachsen, so wie ich die Unwetterwolken aufziehen sehe. Ich habe alles versucht, um das Unausweichliche hinaus zu zögern. Habe die Wohnung in perfektem Zustand gehalten, habe nichts gemacht, was ihn nerven könnte. Aber die Liste der Dinge, die ihn störten, wurde immer länger und es war immer schwieriger, ihn bei Laune zu halten. Sie senkte den Blick und starrte auf die Krankenhausbettdecke. Ich weiß, das ist schlimm, aber jetzt, wo er tot ist, muss ich daran denken, wie schlecht er mich behandelt hat. Ich möchte alle guten Erinnerungen verdrängen. Das macht es erträglicher. Sigurlö hielt kurz inne und fuhr dann fort. Aber ich habe ihn nicht mehr geliebt. Ich hatte nur noch Angst vor ihm. Als wir nach Mallorca in Urlaub fuhren, hat er mich so brutal angegriffen, dass ich Angst um mein Leben hatte. Kurz nach unserer Heimkehr war er dann plötzlich gut drauf, machte sich keine Sorgen mehr über unsere desaströsen Finanzen und war wie ausgewechselt. Als würde er sich auf etwas freuen. Diese Seite kannte ich gar nicht mehr an ihm. Er war sonst immer nur pessimistisch. Sigurlö jammerte leise, als sie den Arm bewegte, der mit dem Tropf verbunden war. Seufzend sprach sie weiter. Das Merkwürdige ist, dass ich ihn immer noch mochte, trotz allem. Ich redete mir ein, er würde sich ändern, wenn ich ihm alles recht machen könnte. Aber tief im Inneren wusste ich, dass es hoffnungslos war. Freya nahm Sigurlö's Hand und drückte sie kurz. In der besagten Nacht hat Zippi mich geweckt und mir befohlen, aufzustehen. Er sagte, er wolle mir etwas zeigen, und ich wusste, dass etwas Unheilvolles im Anzug war. Obwohl ich sonst immer nachgab, weigerte ich mich, Siggi allein zu lassen. Er schlief, also zog ich ihn an und trug ihn runter zum Auto. Ich glaube, er hat es gar nicht mitbekommen. Er schlief einfach im Kindersitz weiter. Zippi fuhr mit uns nach Süthölith. Als er auf den Parkplatz fuhr, war mir klar, dass ich ein Problem hatte. Ich kannte das Haus und wusste genau, dass Zippi mich nicht zufällig dorthin gebracht hatte. Das, was vor fünf Jahren dort passiert war, hatte so schlimme Konsequenzen für mich, dass ich es nie vergessen werde. Ihre Stimme brach ab. Erdler insistierte. Können Sie uns mehr darüber sagen? Wir müssen Ihre Sichtweise hören, weil wir sonst nur die Version ihres Mannes kennen. Die Frau errötete leicht. Ich habe Sippi nicht betrogen, auch wenn er mir das nicht glauben wollte. Ich bin mit einem Mann namens Helki nach Hause gegangen. Helki Frithrickson. Sie fasste sich mit der freien Hand an den Kopf und strich sich die zerzausten Haare zurück. Damals sah ich noch besser aus. Viel besser. Aber Zippi konnte es nicht ertragen, wenn mir andere Männer hinterher schauten. Deshalb habe ich mich nicht mehr zurechtgemacht. Er wollte es so. Sie lächelte verzagt. Ich freue mich darauf, mich wieder so anzuziehen und zu schminken, wie es mir gefällt, wenn das alles vorbei ist. Freya lächelte ihr zu, sagte aber nichts. Erdler wirkte noch genauso unterkühlt wie vorher. Vielleicht war ihre Forderung nach einer Zeuge nur ein Vorwand gewesen, um jemanden dabei zu haben, der Gefühle zeigen konnte. Wie dem auch sei. Sippi und ich waren zu der Zeit kein Paar. Wir hatten eine On-Off-Beziehung, zogen am Ende aber doch zusammen. Ich ging also mit zu diesem Mann und das war's. Er rief mich danach nicht an und ich ihn auch nicht. Ich hätte nie damit gerechnet, dass diese eine Nacht mir mehr Schwierigkeiten machen würde, als irgendeine andere Nacht mit einem Mann. Sie dreht ihren Kopf abrupt zu ihnen. Nicht, dass sie glauben, ich wäre mit jedem Kerl nach Hause gegangen. Das war alles im normalen Rahmen. Sie sind erwachsen und können ihre Sexualität ausleben, wie sie möchten. Sie müssen sich für nichts entschuldigen. Endlich sagte Erdler etwas, dem Freya zustimmen konnte. Sigolö wirkte erleichtert. Als ich nach dem Mutterschutz wieder angefangen hatte zu unterrichten, verhielten die Jungs in meiner Klasse sich auf einmal ziemlich merkwürdig. Sie kicherten andauernd im Unterricht und tuschelten miteinander. Damit steckten sie die ganze Schule an und irgendwann verhielten sich die meisten älteren Schüler genauso, wenn sie mir im Flur begegneten. Sie pfiffen mir hinterher, stöhnten anzüglich und riefen Sachen, die ich nicht unbedingt wiederholen möchte. Schließlich bekam ich die ganze Geschichte von einem Mädchen aus meiner Klasse zu hören, dem ich vertraute. Sie erzählte mir nicht nur, was los war, sondern zeigte mir sogar, wo man den Film finden konnte. Danach meldete ich mich krank und ging nach Hause. Ein paar Tage gab ich vor, krank zu sein, bis mir klar wurde, dass ich es nicht schaffen würde, weiter zu unterrichten. Beides war einfach zu viel, der Stress zu Hause mit Sippy und die schreckliche Atmosphäre in der Schule. Als ich Sippy erzählte, dass ich mit dem Unterrichten aufhören wollte, spürte er, dass etwas nicht stimmte. Er bedrängte mich und setzte mich immer mehr unter Druck, aber ich blieb hartnäckig, bis er am Ende die Wahrheit aus mir herausprügelte. Ich hatte solche Angst, dass ich ihm sagte, wo man den Film im Internet finden konnte und ihm Helkis Namen und Adresse gab. Sippy raste sofort hin, aber es war niemand zu Hause. Er fuhr immer wieder hin, traf den Mann aber nie an. Irgendwann fragte er einen Nachbarn, der ihm sagte, Helki würde im Ausland leben. Sigolö verstummte und schloss die Augen. Erdler und Freya warteten geduldig, bis sie sich wieder gesammelt hatte. Es war nicht leicht, sich das alles ins Gedächtnis zu rufen, besonders in ihrer Verfassung. Ehe sie die Augen wieder öffnete, holte sie tief Luft. Dann vergingen ein paar Jahre. Sippy sprach immer seltener über die Sache, vergaß sie aber nicht. Eines Tages fand er heraus, dass Helki wieder nach Island gezogen war, aber unter einer anderen Adresse wohnte. Nach einem Wutausbruch, bei dem er mich grün und blau prügelte, stürzte er raus und brüllte, er würde den Mann zu Brei schlagen. Als er zurückkam, hatte er sich beruhigt, aber ich traute mich nicht zu fragen, was passiert war. Sie machte eine Pause und biss sich auf die Oberlippe. Dann holte sie noch einmal tief Luft. Ich weiß nicht, was dann weiter passierte. Sippy blieb eine Zeit lang relaxed, aber der nächste Anfall war noch brutaler. Auf Mallorca hätte er mich fast totgeschlagen und war wieder wie besessen davon, dass ich ihn betrogen hätte. Kurz nach Weihnachten prügelte er dann so heftig auf mich ein, dass ich in die Notaufnahme musste. Da sprach ich mit einer Ärztin und dachte tatsächlich darüber nach, ihn zu verlassen. Aber ich hatte einfach nicht genug Kraft. Er drohte immer wieder, dass er mich umbringen würde, wenn ich ihn verlassen würde, und schwor, dass er mich liebte. Stockend schilderte Sigolö, wie Markerch das Auto vor dem Wohnblock in Süthel-Lith geparkt und schweigend gewartet hatte. Als ein klappriger alter Jeep angefahren kam, stieg er aus und redete mit einem Mann, den Sigolö nicht kannte. Sie stritten sich, und sie meinte zu hören, dass es wegen ihr war. Als sie ins Haus gegangen waren, wartete Sigolö angsterfüllt, wohlwissend, dass die Nacht damit enden würde, dass er sie verprügelte. Sie kannte die Vorzeichen. Doch nichts dergleichen geschah. Als der fremde Mann allein zurückkehrte, dachte sie zuerst, es sei Markerch, weil er seinen Anorak und sein Käppi trug. Als er zum Auto kam, sah sie, dass sein Gesicht und seine Kleidung blutverschmiert waren. Er befahl ihr auszusteigen und sich in den Jeep zu setzen, was sie auch tat, während er Siki rübertrug. Der Junge rührte sich kurz, schlief aber sofort wieder ein. Der Mann fuhr mit ihrem Jahres weg und kam kurz darauf wieder. An dieser Stelle unterbrach Sigolö ihren Bericht und fragte, ob man den Wagen gefunden habe. Erdler sagte ihr, sie hätten ihn direkt um die Ecke vor einem Hotel gefunden, wo viele Kleinwagen parkten, und es sei niemandem aufgefallen, dass der Jahres dort mehrere Tage gestanden habe. Sigolö wirkte erleichtert und nahm den Faden wieder auf. Sie sagte, sie habe den Mann verdächtigt, Markerch etwas angetan zu haben, sich aber nicht getraut, ihn darauf anzusprechen. Sie saß nur da und starrte auf die Straße, während der Mann schweigend zur Cybroid fuhr und in der Lindagarta anhielt. Dort befahl er ihr, sich ruhig zu verhalten und drohte ihrem Sohn etwas anzutun, wenn sie nicht im Auto bleiben würde. Er zeigte ihr auf seinem Handy ein Video von einem Mann, der gehängt wurde und behauptete, es sei Helki. Dann wickelte er sich Sikis Schal um die untere Gesichtshälfte, hob den Jungen von der Rückbank und verschwand. Er kam allein zurück, stieg ins Auto und befahl ihr, den Mund zu halten. Dort saßen sie bis zum Morgengrauen, dann fuhr er zu einem nahegelegenen Drive-In-Imbiss, zog er die Kapuze über den Kopf, bevor er vor der Luke hielt, und kaufte eine Flasche Mineralwasser. Er rührte ein Pulver in das Wasser und zwang sie, es zu trinken. Sigolö versuchte, sich zu wehren, aber er blieb hartnäckig, versicherte ihr jedoch, es würde ihr nicht schaden. Danach wurden die Dinge nebelhaft. Sigolö wusste noch, dass sie im Auto geschlafen hatte und später im Hellen ausgestiegen war. Der Mann hatte sie in den Keller eines Gebäudes gebracht und in einen dunklen, warmen Raum gesperrt. Darüber hinaus erinnerte sie sich nur bruchstückhaft, dass er ihr etwas zu trinken und ein Sandwich gegeben und ihr immer wieder gesagt hatte, wenn sie um Hilfe rufen würde, müsste Siggy dafür büßen. Sie konnte sich kaum wachhalten, bekam irgendwann eine Luftmatratze und eine Decke, die sie nicht brauchte, weil es so warm war. Als die Wirkung der Droge nachließ und sie wieder klarer denken konnte, klebte der Mann ihr den Mund zu, bohrte ein Loch in die Wand für einen großen Haken, fesselte ihr mit Kabelbinder die Hände hinter dem Rücken und band sie an den Haken lang genug, damit sie sich hinlegen konnte. Sie schlief ein und wachte auf, schlief ein und wachte auf, bis jemand die Tür aufmachte und die Polizei erschien. Aber ich muss dazu sagen, dass der Mann mich trotz allem nicht schlecht behandelt hat. Er war darauf bedacht, dass es mir gut ging und versprach, mich wieder freizulassen. Ich sollte nur ruhig warten. Er versicherte mir, dass die Droge, die er mir gegeben hatte, nicht schädlich für mein Baby wäre. Die Ärzte haben mir bestätigt, dass das stimmt. Freya und Erdler ließen das unkommentiert. Es klang fast so, als hätte die Frau das Stockholm-Syndrom, wobei sich das normalerweise über einen längeren Zeitraum entwickelte. Vielleicht war das auf die vielen Jahre mit einem gewalttätigen Ehemann zurückzuführen. Nachdem Sigolö alles erzählt hatte, wirkte sie völlig erschöpft. Ich will meinen Sohn sehen, sagte sie gereizt. Wann kommt er endlich? Freya antwortete, er müsse jeden Moment da sein. Sie hatte bereits veranlasst, ihn ins Krankenhaus bringen zu lassen. Sigolö schloss die Augen und bat sie, sie allein zu lassen. Als Freya und Erdler das Krankenzimmer verließen, schien sie schon eingeschlafen zu sein. Draußen im Flur saß Hülder mit Saga auf dem Schoß. Die Kleine schien gar nicht mehr von ihm wegzuwollen, als Freya zurückkam. Sie ging zu den beiden und musste Hülder das Kinn fast entreißen. Dann stand sie mit Saga auf der Hüfte da, während Hülder und Erdler die Lage besprachen, inklusive einiger Details, die die Lücken in Sigolös Aussage füllten. Der Entführer war wegen der Sicherheitskameras gezwungen gewesen, eine Zeit lang zu warten, bevor er Sigolö in das Hochhaus gebracht hatte. Sein Plan war, genügend Zeit vergehen zu lassen, nachdem er Siki ins Haus geschmuggelt hatte, damit die Polizei nicht merken würde, dass die Kamera am Eingang zum Parkhaus später am Tag kurzzeitig ausgeschaltet war. Freya erfuhr auch, dass der Mann, nachdem er die bewusstlose Frau in den Heizungskeller gesperrt hatte, den Landcruiser zurück zu der Kfz-Werkstatt gebracht hatte, aus der Markerch ihn geklaut hatte. Markerch hatte dort an der Elektrik gearbeitet und die Autoschlüssel mitgehen lassen. Thorthyr hatte nicht genau gewusst, wo der Wagen gestanden hatte, aber zufällig den richtigen Stellplatz erwischt. Niemandem war aufgefallen, dass der Wagen bewegt worden war oder dass die Schlüssel fehlten. Der Inhaber der Werkstatt forderte nun von der Polizei Schadenersatz für die fehlenden Schlüssel und die Reinigung der Rückbank von dem Erbrochenen. Hülder und Erdler lachten über die Absurdität der Sache. Sie besprachen weitere Punkte, ohne Freya zu beachten, sodass sie mitbekamen, dass es noch ungelöste Fragen gab, beispielsweise wie Markerch an das Rohhypnol gekommen war. Vermutlich durch eine Facebook-Seite, über die die Droge vertickt wurde. Am nächsten Morgen sollte die Suche nach Markerchs, Sigurlös und Häkkies Handys starrten, die Thorthyr angeblich auf der Cybroid ins Meer geworfen hatte. Es fielen weitere Namen, die Freya nicht sagten. Die Polizei würde keinen Haftbefehl gegen Joann und Thomas beantragen, aber Erdler und Hülder waren sich einig, sie und zwei weitere Männer wegen Verbreitung von Pornografie dran zu kriegen. Als das Gespräch zu Ende ging, wurde Saga unruhig. Erdler verkündete, sie müsse sich beeilen und bat Hülder, auf den Jungen zu warten und sicherzustellen, dass alles glatt lief. Anschließend solle er seinen Arsch zurück zur Wache schwingen. Mit diesen Worten marschierte Erdler davon, ohne sich von Freya zu verabschieden. »Tch, unfassbar, diese Frau«, sagte Freya kopfschüttelnd. »Sie hat's nicht leicht. Es ist kein Vergnügen, die Abteilung zu leiten und das als Frau an einem männerdominierten Arbeitsplatz«, entgegnete Hülder und grinste Saga an. Freya wollte gerade protestieren, dass Erdler ja wohl trotzdem ein Mindestmaß an Höflichkeit an den Tag legen könne, als die Tür am Ende des Flurs aufging und Dithrick mit Sigolös Mutter hereinkam, die Sigi an der Hand hielt. Der Junge schaute sich mit großen Augen in der fremden Umgebung um. Anstatt am Empfangstresen stehen zu bleiben, steuerten die drei geradewegs auf Freya und Hülder zu. Als sie den Jungen ansprachen, war er plötzlich ganz zurückhaltend. Er kannte Freya und Hülder zwar vom Sehen, aber die Atmosphäre im Krankenhaus schüchterte ihn ein. Dafür war seine Großmutter umso aufgedrehter und redete wie ein Wasserfall. Sie war einerseits heilfroh, dass man ihre Tochter endlich gefunden hatte, und andererseits besorgt über ihren Zustand und das Wohl des Babys. Genervt von dem Wirbel, den die Frau verursachte, schickte Hülder sie zum Krankenhauspersonal, das sie über den Stand der Dinge informieren konnte. »Könntest du jetzt übernehmen?«, fragte Dithrick Freya mit bittendem Blick. »Sie haben keinen anderen gefunden, der die Frau und den Jungen herbringen konnte. Aber meine Frau hat heute Geburtstag. Sie wird es mir nie verzeihen, wenn ich nicht sofort zurück nach Hause komme.« Freya sah, wie sich ein breites Grinsen über Hülders Gesicht zog. »Du kannst danach auch direkt gehen,« fügte Dithrick hinzu. »Der Junge kommt zu seiner Großmutter.« Freya war kurz davor, ihn auf Saga hinzuweisen, die immer noch auf ihrer Hüfte saß, und Siggi neugierig anstarrte, aber sie konnte ihm ja nicht entgangen sein. »Ja, geh ruhig,« sagte sie. »Ich warte hier.« Das ließ Dithrick sich nicht zweimal sagen und hastete durch den Flur. Freya schaute ihm hinterher, ein bisschen enttäuscht, dass er schon vergeben war. Hülder hingegen schien den Mann spontan ins Herz geschlossen zu haben. »Tja, ist ein echt netter Kerl, aber irgendwie dachte ich, er wäre Single.« Ohne ihn zu beachten, hockte Freya sich vorsichtig hin, um mit Siggi zu sprechen. Saga grabschte sofort nach seinen Haaren, und Freya lehnte sich ein Stückchen zurück. »Na, Siggi, freust du dich auf deine Mama?« Der Junge, der Saga angestarrt hatte, lächelte verzagt. »Ja, ist sie verletzt?« »Nein, Schatz, mach dir keine Sorgen. Sie muss nur noch ein bisschen hierbleiben, damit die Ärzte nach dem Baby schauen können, aber ich bin mir sicher, dass sie bald nach Hause darf.« Freya richtete sich wieder auf. »Komm mit.« Sie führte den kleinen Jungen zur Tür des Krankenzimmers, ließ ihn auf der Schwelle los und sah zu, wie er sich in die Arme seiner Mutter warf. Die beiden umarmten sich fest, bis es aus Siggi herausprudelte. »Hast du dich verlaufen? Wo warst du? Hast du dir am Mund wehgetan? Warum hast du ein Pflaster auf der Hand? Was ist das für ein Schlauch? Wo ist Papa?« Die letzte Frage war die schwierigste. Sigolö zog den Jungen wieder an sich und gab ihm das Stoffkaninchen. Er schob es sich sofort unter den Arm und wiederholte dann. »Wo ist Papa? Ist er tot?« Freya meinte, eine Träne in Sigolös Augenwinkel zu sehen, doch sie wirkte psychisch stabil und durchaus in der Lage, dem Jungen unter vier Augen vom Schicksal seines Vaters zu berichten. Deshalb ließ sie die beiden allein und zog die Tür zu. Das Letzte, was sie hörte, war, wie Sigolö zu Siggi sagte, sie müsse ihm jetzt etwas erklären. Im Flur trat Hülder ungeduldig von einem Bein aufs andere. »Ich habe gerade eine Nachricht bekommen und muss jetzt los.« »Gibt's was Neues?« »Nein, das ist persönlich. Erinnerst du dich an Guthlöge?« »Natürlich«, erinnerte sich Freya an ihn. »Ein Kollege von uns, ein riesen Arschloch, hat was rausgekriegt, das er gegen ihn verwenden will. Der Typ hat mich gerade angesimst. Anscheinend will er die Sache so richtig ausschlachten und nicht provozieren. Was ihm auch gelungen ist, ich muss diesem Wichser eine reinhauen, bevor er den Film an die ganze Abteilung schickt.« »Verstehe«, sagte Freya, was keineswegs der Fall war. Wenn Hülder jemandem eine reinhauen wollte, mischte sie sich lieber nicht ein. Wahrscheinlich hatte der Mann es nicht anders verdient, wenn er den netten Guthlöger schikanierte. Doch dann erinnerte sie sich an das blaue Auge, das Hülders Gesicht verziert hatte, als er sie im Dezember zu ihrem Klassentreffen begleitet hatte. Der Ausgang der Sache schien demnach nicht ganz so sicher zu sein. »Vielleicht solltest du es mal mit anderen Konfliktlösungen versuchen?« schlug sie vor. »No way!« Hülder grinste. »Übrigens habe ich mit Saga vereinbart, dass wir morgen Abend zusammen essen gehen.« »Kommst du mit?« Freya konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Klar, warum nicht?« Sie hoffte nur, er würde nicht wieder grün und blau im Gesicht aufkreuzen, aber diese Hoffnung war vermutlich vergeblich. Sigolö verbarg das Gesicht in den Haaren ihres Sohnes und atmete seinen Geruch ein. Er roch seltsam. Fremd. »Mama, ist Papa tot?« Seine Stimme klang wie immer. Sie hatte sich nicht verändert, nur weil er bei fremden Leuten untergebracht worden war. Als Sigolö nicht sofort antwortete, wiederholte er seine Frage. Sie nahm seinen Kopf in die Hände und drehte sein kleines Gesicht zu sich. Die Nadel in ihrem Handrücken schmerzte fürchterlich, aber sie biss die Zähne zusammen. Sie schaute in seine blauen Augen und sagte, »Ja, mein Schatz, mein geliebter kleiner Schatz, weil du ihm ein Loch in den Kopf gehauen hast? Warum? Du bist ja nicht tot.« Sigolö leckte sich über die Lippen, die von dem Klebeband wund und rissig waren. »Ich hab ihm kein Loch in den Kopf gehauen, Sigi. Das hast du geträumt. Weißt du nicht mehr? Der Mann hat ihn getötet. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Die Polizei hat ihn verhaftet.« »Oh«, der Junge sah verwirrt aus. »Wast du brav und hast alles gemacht, was ich dir gesagt habe?« Sigi nickte ernst. »Hast du der Polizei erzählt, dass du dich nur an einen Mann erinnerst, der dich mit einem Auto in die Wohnung gebracht hat?« Wieder nickte er. »Du bist der beste Junge auf der ganzen Welt.« Sigolö senkte den Kopf, damit sie ihn auf den Scheitel küssen konnte, damit er sie nicht weinen sah. Die Tränen flossen über ihre Wangen in seine blonden Haare. Sie weinte lautlos, bis sie keine Tränen mehr hatte. Sie weinte über das Vergangene und das Zukünftige, über das, was auf sie, ihren Sohn und ihr Baby zukam. Sigi verharrte ganz still, bis seine Mutter schniefte und ihm zur Belohnung noch einen Kuss auf den Kopf drückte. Was würde aus ihnen werden? Würde das Leben ohne Sibi so gut, schön und ruhig sein, wie sie es sich und ihren Kindern wünschte? Oder würde alles zusammenbrechen? Würde man ihr die Kinder wegnehmen und zur Adoption freigeben? Es gab lange Wartelisten für Kinder und manche Menschen hätten für ein Neugeborenes alles getan, denn es gab nicht so viele, das wusste sie. Sigolö schloss die Augen und versuchte, sich über ihre Situation klar zu werden. Sie hatte die Fragen der Polizei beantwortet, ohne ins Schwimmen zu geraten oder zu lügen. Außer am Schloss. Sie schienen keinen Verdacht zu schöpfen, aber es war auch kein richtiges Verhör gewesen. Bestimmt müsste sie noch einmal auf die Wache kommen. Die wichtigste Frage hatten sie ihr nicht gestellt. Die bewahrten sie sich bestimmt für später auf. Die Frage, die ihr am meisten abverlangen würde. Oder sie schonten sie wegen ihres gesundheitlichen Zustands. Die Polizei würde eine schwangere Frau so kurz vor der Niederkunft doch nicht unter Druck setzen. Sie musste das Baby so lange wie möglich im Bauch behalten. Wenigstens verspürte sie einen Hauch von Erleichterung über das, was sie bisher erreicht hatte. Die Polizei hatte ihr geglaubt, dass sie auf dem Parkplatz vor dem Wohnblock in Süthir-Leth nicht aus dem Auto gestiegen war. Also musste Thorthir seinen Teil der Vereinbarung eingehalten und den Mord an Sippy auf sich genommen haben, anstatt zu erzählen, dass sie sich während seines Streits mit Sippy von hinten an ihren Mann angeschlichen und ihm den schweren Werkzeugkoffer aus dem Jahres auf den Hinterkopf geknallt hatte. Sie konnte ihn fast nicht heben, mobilisierte aber eine ungeheure Kraft, als Sippy nicht weiterhin nur sie, sondern auch ihren Sohn beschimpfte. Sollte er seinen Hass doch an ihr abreagieren, aber Sippy sollte er gefälligst in Ruhe lassen. Mit einer verzweifelten Kraftanstrengung schaffte sie es, den Werkzeugkoffer hochzuheben, weit auszuholen und Bums direkt auf seinen Hinterkopf zu schmettern. Sippy sackte zusammen, als hätte er keine Knochen mehr im Körper und krümmte sich auf dem kalten Asphalt vor ihren Füßen. Als sie hochschaute, starrte der fremde Mann sie schockiert an. »Er hat es verdient!« Mehr brachte sie in diesem Moment nicht heraus. Als sie den Blick abwendete, sah sie, dass Sippy aufgewacht war und sie mit großen Augen durch das Autofenster anschaute. Sie ließ den Koffer fallen und wollte losschreien, aber der Mann hielt ihr den Mund zu und buxierte sie zurück ins Auto. Von dort beobachtete sie, wie er Sippys leblosen Körper ins Haus schleppte. Als der Junge fragte, ob der Papa jetzt ein Loch im Kopf hätte, starrte sie nur vor sich hin und sagte ihm dann, er habe geträumt. Irgendwann schlummerte er wieder ein, während sie gebetsmühlenartig wiederholte, »Du hast nur geträumt. Dem Papa ist nichts passiert. Schlaf wieder ein.« Sie war gezwungen gewesen, für ihren Sohn Gewalt anzuwenden, aber er hätte es niemals sehen dürfen. Es war im Affekt passiert, doch der Drang, es zu tun, musste über einen längeren Zeitraum hinweg unbewusst immer stärker geworden sein. Wenn sie darüber nachgegrübelt hatte, wie sie mit ihrem Sohn unbeschadet aus dieser Ehe herauskommen könnte, war ihr so etwas nie in den Sinn gekommen. Falls sie solche Gedanken gehabt hatte, musste ihr Gehirn sie ihr ganz leise zugeflüstert haben. Doch als sie dann mit den Zehen an den Werkzeugkoffer im Auto stieß, schoss ihr die Idee durch den Kopf, und bevor sie wusste, was sie tat, hatte sie schon den Griff in der Hand, stieg aus und ging entschlossen auf ihren Mann zu. Das Letzte, was sie ihn rufen hörte, war, »Der kleine Bastard sagt nichts und diese dreckige Schlampe auch nicht.« Sie hatte immer noch das ekelerregende Knirschen im Ohr, als die scharfe Kante des Koffers seine Kopfhaut durchschnitt und ihm den Schädel brach. Er hatte es verdient. Daran musste sie sich immer wieder erinnern. Er hatte den Mord an einem Mann geplant, der ihm nichts anderes getan hatte, als mit ihr zu schlafen, vor langer Zeit. Dass der Mann sie beim Sex gefilmt und den Film verbreitet hatte, hatte ihn weniger gestört. In Sippys Augen war sie sein Eigentum, das kein anderer berühren durfte. Nach einer Sache hatte die Polizistin allerdings nicht gefragt, und Sigourle wusste nicht, ob das gut oder schlecht war. Sie lächelte ihrem Sohn Matt zu und fragte ihn dann mit Nachdruck, »Was hast du mit dem Blatt gemacht, Sicky?« »Welches Blatt?« »Das Blatt, das der Mann auf den Nachttisch gelegt hat, nachdem er dich in das große Bett gelegt hat. Was ist damit passiert?« »Hm, weiß ich nicht.« Sigourle atmete tief ein. »Versuch dich zu erinnern, Sicky. Was ist mit dem Blatt passiert?« Der Junge runzelte die Stirn und überlegte angespannt. Dann zog sich ein breites Lächeln über sein Gesicht. »Ich hab's mitgenommen und auf der Polizeiwache ein Bild draufgemalt, aber nicht auf der Seite, wo was geschrieben war, nur auf der Rückseite.« »Du hast ein Bild draufgemalt? Von dir und mir und Papa. Ich hatte Stifte dabei, aber nur zwei. Die anderen hab ich in dem Zimmer vergessen, neben dem Bett.« »Und was ist mit dem Bild passiert?« »Das ist bei der Polizei.« Sigourleus Herz zog sich zusammen. Irgendetwas war schiefgelaufen. Wenn die Polizistin gesehen hätte, was auf dem Blatt stand, hätte sie sie darauf angesprochen, zweifellos. Das war kein gutes Zeichen. »Der Polizist hat das Bild an die Wand gehängt, auf der Polizeiwache.« Sigourleu war so erleichtert, dass ihr schwindelte. Doch die Erleichterung wehrte nicht lange. Was, wenn der Polizist Siggis Bild nie wieder abhängen würde? Wenn die Polizei den Text nie sehen würde? Was sollte sie dann machen? »Ich will nach Disneyland.« Als Sigourleu nicht sofort reagierte, fügte Siggi hinzu. »Oder nochmal nach Mallorca, wenn wir kein Geld haben.« Fast hätte sie laut aufgelacht. Wenn sie nie nach Mallorca gefahren wären, würde sie jetzt nicht hier liegen. Markerch würde noch leben und alles wäre unverändert. Genauso schrecklich wie vorher. Aber sie hätte wenigstens festen Boden unter den Füßen. Der Urlaub hatte gut begonnen. Siggi hatte in der Sonne gespielt und im Swimmingpool geplanscht. Alle drei hatten sie ihre Sorgen auf dem Flughafen in Keplerweg zurückgelassen und die Wärme genossen. Doch als sie langsam braun wurden, kam der Wendepunkt. Sippi bemerkte einen großen, pigmentfreien Fleck auf Siggis Rücken, der bis dato unauffällig gewesen war. Doch auf seinem gebräunten Rücken war er nicht zu übersehen. Sigourleu hatte Siggi seit seiner Geburt gebadet und angezogen, aber nie richtig geschaltet. Aber sie hatte auch nur einmal einen kurzen Ausschnitt aus dem widerwärtigen Film gesehen, den Sippi sich immer wieder angeschaut hatte und auswendig kannte, inklusive dem pigmentfreien Fleck auf Helkis Rücken. Und dann war es ihm gedämmert. Siggi war nicht sein Sohn, sondern Helkis. Sigourleu hatte nur mit Glück den darauffolgenden Wutanfall überlebt. Sippi beschimpfte sie als Nutte, die ihn betrogen und sich nur mit ihm zusammengetan hätte, damit ihr Kind einen Vater bekam. Helki hätte nichts mit ihr zu tun haben wollen, hätte sie und ihre hinterlistige Art durchschaut. Es war zwecklos, ihm zu sagen, dass Siggi in einer Zeit gezeugt worden war, als Sippi und sie sich mehrmals getrennt hatten und wieder zusammengekommen waren. Oder ihn darauf hinzuweisen, dass viele Menschen Muttermale und pigmentlose Flecken am Körper hatten, dass das reiner Zufall sei. Aber das stimmte nicht. In den Atempausen zwischen Sippis Prügelattacken hatte sie sich das ausgerechnet. Höchstwahrscheinlich war Siggi tatsächlich in der Nacht mit Helki gezeugt worden, aber, wie häufig bei Erstgebärenden, zu spät auf die Welt gekommen. Das erklärte auch, warum Siggi bei der Geburt so schwer und groß gewesen war. Doch das erzählte sie Sippi nicht. Es war besser, ihn im Zweifel zu lassen. Trotzdem verhielt er sich von da an so, als wäre er sich ganz sicher. Er kümmerte sich überhaupt nicht mehr um Siggi und behandelte sie nur noch schlechter als vorher. Bis zu dem Moment, als ihm einfiel, dass er vielleicht Geld aus Helki herauspressen könnte. Seine Stimmung verschlechterte sich allerdings deutlich, als er herausfand, dass die Alimente so niedrig waren, dass das nichts ändern würde. Doch dann bekam er einen Anruf. Später erzählte er ihr, er sei von einem Mann gewesen, der Helki umbringen wolle. Wenn er ihm helfen würde, würde Siggi Helki beerben, da der nicht verheiratet und ansonsten kinderlos war. Die ganze Geschichte war so schwachsinnig, dass sie ihn nicht ernst genommen hatte, bis er sie mitten in der Nacht geweckt und Siggi uns sie gezwungen hatte, in den Wagen zu steigen. Offenbar wollte er sie mit in die Sache hineinziehen, damit sie nicht zur Polizei gehen würde. Aber Siggi war noch nie besonders clever gewesen. Wir können bestimmt bald nach Mallorca und ins Disneyland fahren, Siggi, versicherte sie ihrem Sohn jetzt. Aber noch nicht sofort, erst wenn das Baby da ist. Wir müssen warten, bis es auf die Welt kommt und schon ein bisschen größer ist. Damit schien sich der Junge zufrieden zu geben. Hoffentlich konnte sie ihr Versprechen einhalten. Es würde ihnen so gut tun, zusammen wegzufahren, ohne einen Mann, der sie herumkommandierte und verlangte, das alles nach seiner Pfeife tanzte. Aber sie durfte nicht in die Falle tappen, zu glauben, dass alle Männer so waren wie Sippy. Thorthyr zum Beispiel hatte unglaublich viel für sie getan. Sie hatte die Polizei nicht angelogen, was ihre Fahrt zur Cybroid betraf. Sie waren schweigend gefahren, mit dem schlafenden Siggi auf der Rückbank. Dann hatte Thorthyr angehalten und eine Weile nachdenklich da gesessen, bevor er ihr das Blatt gegeben hatte, das jetzt auf der Polizeiwache an der Wand hing. Während sie es las, erklärte er ihr, er wolle es in Heikis Wohnung deponieren, damit die Polizei es dort nach dessen Tod fände. Es handelte sich um ein kurzes Statement. Heikis glaube, einen Sohn zu haben und wolle zur Bestätigung einen DNA-Test machen. Siggi wurde als dieser mögliche Sohn namentlich genannt und das Statement war von Heikis unterschrieben. Laut Thorthyr war Sippys Idee gewesen, den Mord wie einen Suizid aussehen zu lassen, samt Abschiedsbrief und letzter Wille. Nachdem sie das Statement gelesen hatte, bot Thorthyr ihr an, die Schuld für Sippys Tod auf Sicht zu nehmen, wenn er im Gegenzug einen Teil von Heikis Erbe bekäme. Er sagte, er brauche nicht viel, nannte aber keine Summe, nur ein angemessenes Einkommen, während er seine Strafe abbüßen würde, er müsse ja sowieso ins Gefängnis. Dafür müsse sie allerdings für ein paar Tage, höchstens eine Woche, eine unangenehme Situation in Kauf nehmen, denn er brauche Zeit, um einige lose Enden zusammenzuführen. Er würde aber dafür sorgen, dass Siggi an einen sicheren Ort käme. Sie hatte lange überlegt, doch am Ende war die Entscheidung leicht gewesen. So leicht, dass es eigentlich keine andere Alternative gab. Wenn es stimmte, was Sippy über Heikis Vermögen gesagt hatte, würden sie das niemals allein ausgeben können. Mit so viel Geld konnten Dutzende von Menschen ein gutes Leben führen. Zwar gehörte das Geld genau genommen Sicky, aber sie ging fest davon aus, dass der Junge ihr bereitwillig einen Teil überlassen würde, um bei ihr sein zu können. Sie würde ein paar Tage in einem Heizungskeller schon überstehen, würde ein Medikament schlucken und sich fesseln lassen, damit die ganze Sache glaubwürdig wirkte. Also nickte sie und sagte, sie würde mitmachen, unter der Bedingung, dass Sicky so bald wie möglich in Sicherheit gebracht würde. Thorthür versprach es ihr. Falls die Polizei nicht bis zum frühen Nachmittag in Heikis Wohnung aufgetaucht wäre, würde er ihnen einen anonymen Hinweis geben. Wobei das unwahrscheinlich wäre, denn gegen Mittag stünde der Besuch des chinesischen Außenministers in Bessers Tathirch an, und einer der zahlreichen Gäste bei dem Empfang würde bestimmt einen Blick aus dem Fenster werfen und Helki am Galgenfelsen baumeln sehen. Bevor Thorthür Sicky nach oben in die Wohnung brachte, konnte sie noch einmal mit ihm sprechen, ihm einschärfen, was er sagen durfte und was nicht. Er schien es zu begreifen und ging folgsam mit Thorthür, nachdem er ihr zum Abschied sein Stoffkaninchen gegeben hatte. In diesem Moment wäre sie fast zusammengebrochen. Als Thorthür zurückkam, sagte er ihr, er habe Sicky einen Film mit Helki am Galgen gezeigt, um ihm Angst einzujagen und ihm gedroht, seiner Mutter dasselbe anzutun, wenn er nicht gehorche. Das war der Punkt, an dem Sigolö am liebsten alles abgebrochen hätte. Mit was für einem Monster hatte sie sich da eingelassen? Was für ein Mensch kam auf die Idee, einem kleinen Kind einen solchen Film zu zeigen. Aber es gab kein Zurück mehr. Sie musste alle Zweifel beiseite schieben, sonst käme sie ins Gefängnis und würde das Sorgerecht für Sicky und das Baby verlieren. Also hörte sie Thorthür weiter zu, wie er ihr erklärte, er habe das Blatt mit dem Statement auf den Nachttisch gelegt. Nur hatte er wohl leider vergessen, dem Jungen zu sagen, er dürfe es nicht anrühren. Während sie im Auto saßen und darauf warteten, unbemerkt ins Haus gehen zu können, schmiedeten sie ihren Komplott. Als alles vereinbart war, stieg Thorthür aus und ging zur Arbeit in sein Büro. Nach einer Weile kam er zurück und brachte sie in den Heizungskeller und an viel mehr erinnerte sie sich nicht. Es klopfte an der Tür des Krankenzimmers und ihre Mutter steckte den Kopf durch die Tür. Darf ich reinkommen? Ich kann einfach nicht länger warten. Sigolö winkte sie herein. Ihre Mutter küsste sie behutsam, setzte sich auf einen Stuhl neben dem Bett und begann über die Zukunft zu reden und was für ein Glück Sicky und sie gehabt hätten. Unterdessen konnte Sigolö an nichts anderes denken als an Sickys Bild auf der Polizeiwache. Wie konnte sie sicherstellen, dass die Polizei das Statement lesen würde? Was wäre, wenn Thorthür es sich anders überlegen würde, weil niemand nach der Vaterschaftssache fragte? Würde er die Wahrheit sagen, wenn er befürchtete, kein Geld zu bekommen? Das durfte auf keinen Fall passieren. Sie merkte, dass sie immer schneller und unregelmäßiger atmete. Bald würde eines der Geräte anfangen zu piepen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Sie atmete ein paar Mal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Danach war sie entspannt genug, um eine Lösung für das Problem zu sehen. Sobald sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, würde sie mit einer Schachtel Pralinen zur Wache gehen, um sich für ihre Rettung zu bedanken. Dann würde sie zufällig das Bild an der Wand entdecken und fragen, ob sie es als Erinnerung daran, wie ihre Familie vor Sippys Tod gewesen war, behalten dürfe. Vorher würde sie ihre überraschte Reaktion üben, wenn sie den Text auf der Rückseite sähe. Sofort fühlte sie sich besser. Bis ihr einfiel, dass der Polizist das Bild womöglich weggeworfen hatte. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wenn das der Fall war, musste sie sich eben etwas anderes überlegen. Im Krankenhaus hatte sie alle Zeit der Welt, um sich einen Plan zurechtzulegen. Sigolö lächelte ihre Mutter an, zog Siki zu sich und küsste ihn noch einmal auf den Scheitel. Sie hatten das Schlimmste überstanden. Von nun an ging es bergauf. Sie hörten Abgrund von Irsa Sigur Thadottir Aus dem Isländischen von Tina Flecken Gelesen von Dietmar Wunder Aus dem Isländischen von